Aus den Chroniken von Terra Im Jahre 2023 bricht eine Mars-Expedition zum Roten Planeten auf. 2024 gelingt die Landung auf dem Mars. Wenige Tage nach der Landung entdeckt die Besatzung ein noch unbekanntes Element auf dem Mars, das Lesum getauft wird. Im Jahre 2025 gelingt schließlich die glückliche Landung auf der Erde. Die Astronauten bringen einige Milligramm des neuen Elements zur Erde zurück. Wenige Wochen später gelingt Wissenschaftlern das erste Mal die Energiegewinnung aus Lesum. Experimente zeigen, dass selbst in winzigen Dosen des neuen Elements gewaltige Energiemengen gespeichert sind. Im Jahre 2026 wird der Prometheus Technical Industries Konzern, kurz PTI, gegründet. Mit dem Ziel, das neue Element so schnell wie möglich für die Industrie von Terra zu erschließen und Technologien auf der Grundlage von Lesum zu entwickeln. Im gleichen Jahr wird Lesum auf dem Mond entdeckt und mit dem Abbau begonnen. Im Jahre 2027 wird der erste Lesum-Reaktor auf Terra erfolgreich getestet. Im Jahre 2028 wird als Weiterentwicklung des Lesum-Reaktors der erste Lesum-Ionen-Antrieb erfolgreich getestet. Flugzeiten innerhalb des Sonnensystems, die Monate gedauert haben, schrumpfen auf Tage zusammen. Innerhalb weniger Jahre wird das Sonnensystem besiedelt. Im Jahre 2032 schließlich entdecken Ingenieure bei Tests mit einem Lesum-Ionen-Antrieb-Prototypen durch Zufall den Hypersprungantrieb. Jedoch erst im Jahre 2035 gelingt es seinem Raumschiff erfolgreich, nach Alpha Centaurion zurückzuspringen. Angesichts der Ereignisse rufen die Vereinten Nationen wenige Wochen später das Projekt Pilgrim ins Leben. Im Jahre 2040 landen 600.000 Siedler von Terra auf dem Mond eines Gasriesen mit erddähnlicher Schwerkraft- und Sauerstoffatmosphäre im System Alpha Centauri und gründen die erste Kolonie New Hope. In der ersten Kolonisationswelle, die von 2040 bis 2090 andauert, werden 25 Kolonien in 19 Sonnensystemen gegründet. Im Jahr 2049 wird der Hyperfunk erfunden. In den Jahren 2054 bis 2058 beginnen die ersten Gravitationsexperimente. Was im Jahr 2060 zur Gründung von Shark Investments führt. Im Jahr 2062 kommt der erste Shark-Antigraf-Ionen-Antrieb auf den Markt. Der wesentlich günstiger im Betrieb ist das der Lesum-Ionen-Antrieb von PTI. In den 2080ern häufen sich die Aktivitäten von Piraten so stark, dass 2089 die Raummarine als UN-Blauhelmeinheit gegründet wird. Nach der zweiten Kolonisationswelle, die von 2090 bis 2150 andauert, sind es 60 Kolonien in 48 Sonnensystemen. Während die Kolonisten der ersten Kolonisationswelle noch Fachpersonal waren, sind es in der zweiten Kolonisationswelle vor allem die fahmten Bevölkerungsschichten von Terra. Außerdem alle möglichen ethnischen oder religiösen Minderheiten. Viele Kolonien der zweiten Kolonisationswelle werden auf Planeten oder Monden gegründet, die nur bedingt geeignet sind. Fast alle Kolonien sind ethnisch sauber. Was die vielen Spannungen zwischen den Volksgruppen auf Terra für immer beenden soll, führt zur sogenannten Rückbesinnung. Viele Kolonien beginnen sich auf die Ursprünge ihrer Kultur zu besinnen. 2099 wird die KI entwickelt. 2110 werden die galaktischen Spiele eingeführt. 2126 wird der Antigrafgleiter entwickelt. Als Folge der Rückbesinnung kommt es zur Spaltung der Raummarine in christliche, muslimische und buddhistische Verbände. Vor allem der christliche Kreuzritterorden entwickelt immer stärker fundamentalistische Züge. 2142 wird der organische Datenspeicher entwickelt. Nach der dritten Kolonisationswelle, die von 2150 bis 2244 andauert, sind es 90 Kolonien in 76 Sonnensystemen. 2155 verkauft die chronisch verschuldete TSU-Regierung im Rahmen des Polizeiabkommens die Polizeigewalt über Terra und alle Kolonien im Umkreis von 35 Lichtjahren an den PTI-Konzern, der dadurch quasi Staatlichkeit erlangt. Die Raummarine muss diesen Bereich der TSU räumen, erhält jedoch von PTI in Zukunft jährlich beträchtliche Geldsummen. Die ersten Ordenswelten der Raummarine werden gegründet. Der Grundstein für die spätere Struktur der Raummarine nach dem Vorbild der mittelalterlichen Ritterorden ist gelegt. 2169 erlässt die Regierung der TSU ein Verbot für Androiden. Roboter müssen in Zukunft eindeutig als solche zu erkennen sein. 2180 werden der Planet Eden und die Ruinen der Adams entdeckt. 2187 verabschiedet die TSU-Regierung das Gesetz zur Behördenzentralisierung. 2200 wird auf Grundlage der Lesumbesteuerung die Energiehandelseinheit, kurz EH als Währung, eingeführt. Von 2220 bis 2235 kommt es zwischen PTI und Schark zum Handelskrieg. Von 2235 bis 2240 kommt es zum Konzernkrieg, der sich die ersten vier Jahre überraschenderweise günstig für Schark entwickelt. Im fünften Jahr zerschlagen sich die Hoffnungen von Schark durch den überraschenden Kriegseintritt der Raummarine auf der Seite von PTI. Während die Raummarine anfangs monatelang versucht, die Wohnkolonien von Schark durch Bodentruppen einzunehmen, bricht sie nach einer Reihe von Niederlagen ihre Versuche ab und zerstört die Planeten aus dem Orbit mit Atomwaffen. Was zum Ende von Schark führt. 2242 proklamiert PTI den Schutzgürtelerlass und verbietet Fortan der Raummarine den Durchflug durch den Hoheitsbereich von PTI. In den folgenden Jahren nehmen die Spannungen zwischen PTI und der Raummarine immer weiter zu. Kapitel 1 Excalibur Walter Zibel stöhnte auf wie ein verwundetes Tier und hämmerte wütend im Halbschlaf auf die Stopptaste über seinem Bett. Der Weckerton verstummte abrupt. Die Nachtphase auf der Station durfte einfach noch nicht zu Ende sein. Jede Faser seines Körpers sehnte sich nach mehr Schlaf. Doch bevor er wieder einschlummern konnte, riss er sich innerlich zusammen. Der Wecker würde gleich wieder losgehen und ihn weiterquälen mit infernalischen Geräuschen, wenn er nicht aufstand. Mit einem Ruck erhob er sich und stemmte sich aus dem Bett. Seine Augenlider wollten unter der gefühlten, tonnenschweren Last kaum aufgehen. Als er gerade aufrecht stand, sackte er seinen Blutdruck für einen Moment ab und er musste sich festhalten, um nicht umzukippen. Schwankend hielt er sich mit Mühe auf den Beinen und taumelte zum Tisch. Schwer ließ er sich auf einen der Schallensitze fallen und sackte sogleich mit dem Oberkörper über dem Tisch zusammen. Seine Stimme war nicht mehr als sein Krächzen, als er dem Terminal befahl, ihm einen Kaffee zu machen. Durch ein ausgeklügeltes System gelangte der Kaffee, der in einem der vielen Nahrungssager der Station in Sekundenschnelle zubereitet worden war, auf seinen Tisch. Er streckte einen Arm aus und griff nach dem Becher, der natürlich perfekt den von ihm für Morgenkaffee eingestellten Parametern entsprach. In winzigen Schlücken begann er zu trinken. Als nächstes verlangte er nach einem vordefinierten Stimmpack. Das Stimmpack hatte er selber zusammengestellt. Es war optimiert für solche morgendlichen Krisen. Er nahm den Punkt da, in dem sein gewünschter Stimmpack lag, und drückte ihn gegen seinen Oberschenkel. Ein kurzes, zischendes Geräusch und ein wohliges Gefühl begann sich in seinem Körper auszubreiten. Nur langsam kam die Erinnerung an die vergangenen 72 Stunden zurück. Die erotische Frauenstimme seines Terminals erklang und vermeldete. Sie haben Post. Dringlichkeitsstufe. Wichtig. Walter war aus seinem Tagtraum aufgeschreckt und befahl, die Nachricht abzuspielen. Der Bildschirm des Terminals veränderte sich und zeigte das Wappen der Raummarine. Nachdem das obligatorische Kreuzritter-Intro verklungen war, erschien auf dem Bildschirm das Konterfeier eines Mannes um die 50, mit kraumelierten Schläfen. In das gebräunte Gesicht hatten sich tiefe Furchen gegraben. Das und die schmale Hackennase verliehen diesen Zügen etwas Raubvogelhafte. Der Mann trug die Streifen eines Generalobersts und war Walters Wissen nach die Nummer 3 in der Kommandokette der Station. Warum ruft Generaloberst Bockner so einen wie mich an, dachte Walter sich kurz. Er war völlig perplex, als die Videonachricht ablief. Der Mann krächzte mit einem juwialen Grinsen, das so gar nicht zu seinem Äußeren passte und in einem Ton, der sorgfältig einstudiert klang und sicher nicht zu seinem üblichen Kommandoton gehörte. Guten Morgen, mein lieber Junge. Ist es nicht ein wundervoller Morgen, um der glorreichen Raummarine zu dienen? Die Frage war natürlich rhetorisch. Für diese alten Mistkerle in ihren Kommandobunkern und Großkampfschiffen weit ab vom Schlachtfeld war es immer ein guter Morgen der Marine zu dienen, dachte Walter bei sich. Generaloberst Bockner fuhr fort. Sie sind für heute vom Dienst befreit. Melden Sie sich pünktlich um 0800 in meinem Bürosoldat. Den letzten Satz sprach er wieder in einem Ton, den Walter von der Marine gewohnt war. Er schaute auf die Uhr. Noch 25 Minuten und er wusste nicht mal genau, wo sich Bockners Büro befand. Bluchend schlurfte er in seine Nasszelle. Walter stürzte förmlich aus der Tür seiner Unterkunft auf den Gang. Auf dem Gang war er noch dabei, seine Uniformjacke anzuziehen und wenigstens halbwegs zurechtzurücken. Er gab Ralf im Vorbeilaufenden einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. Der brauchte einen Moment, um ihn von hinten zu erkennen. Er rief ihm hinterher. Ihr Alter, was für ein geiler Absturz mal wieder. Walter eilte einfach weiter, ließ sich murmelte Ralf etwas von Menschen, die frühmorgens schon so emsig waren, und schlurfte weiter in seinem unnachahmlichen Gang Richtung seiner Station, um seinen Wachdienst anzutreten. Walter eilte aus dem Seitengang, wo seine Unterkunft sich befand, und sprang auf das erste Laufband. Zugleich hielt der Ausschau nach einer Lücke auf dem schnelleren Laufband links daneben. Mit einigen schnellen Schritten überquerte er das mittlere Laufband und sprang auf das schnellste Laufband ganz links. Hier wehte ihm nun eine steife Brise um die Nase, während er mit gut 30 kmh dem Hive entgegenfuhr. Die spindelförmige Zwischenstation Excalibur hatte 27.000 Einwohner und verfügte über nicht weniger als sieben Andockringe. In der Mitte der Station erstreckte sich der zwölf Kilometer lange und einen Kilometer breite Hive. Er diente als Hauptverbindungsader zwischen den Ebenen der Station. Walter lief am Ende des Laufbandes einfach weiter und sprang mit den Füßen voran auf eine der vielen kreisförmigen, rötlich-schimmernden Flächen. Sofort spürte er den Sog, der ihn schnell nach oben zog. Um diese Zeit war Schichtwechsel. Endlose Scharen von Soldaten, Technikern und sonstigem Personal zogen an Walter vorbei. Vereinzelte Lastenroboter waren in der Mitte der gewaltigen Röhre zu erkennen, die irgendwelche Container vor sich herschoben. Immer höher stieg er auf seinem Flug durch den Antigrafschacht dem oberen Ende entgegen. Fast wäre er beim Aussteigen mit einem Mann zusammengestoßen. Nur mit Mühe gelang es ihm, seitlich auszuweichen. Der Mann blickte ihn vorwurfsvoll an und rief etwas, das nach Dienstnummer und Tadel klang. Verspätet realisierte er, dass es sich um einen Drei-Sterne-General handelte. Der Mann war schon auf dem Weg nach unten und Walter sprang einfach auf das nächste Laufband. Es war 0803, als Walter von der Ordnanz von Bockner in den Konferenzraum geführt wurde. Dort, so hatte sie ihm gesagt, würde er mit dem Generalobers zusammentreffen. Der Raum war nicht besonders groß. Um einen großen, spartanisch ausgestatteten Tisch fanden sich zehn der dazu passenden obligatorischen Schalensitze. Ansonsten war der Raum in beige gehalten. In regelmäßigen Abständen durchzogen dunkelgraue Leisten die Wände. Ebenso wie alle Winkel des Raumes. In dem Konferenztisch war eine Holoprojektionsanlage eingelassen, die vom etwas üppigeren Sessel an der Kopfseite des Tisches, wo nach ungeschriebenen Gesetzen der Raummarine immer der ranghöchste oder kommandierende Offizier saß, bedient werden konnte. Einziger Blickfang in dem Raum war eine übergroße, kunstvoll drapierte Fahne, der siebten Garderitter, praktische Valier an der Wand zur linken Walters und ein bombastisches Ölgemälde der gewaltigen Ritterschlacht von Cressy im Frankreich des Jahres 1346 zu seiner Rechten. Während Walter noch überlegte, ob es wohl Missfallen erregen würde, wenn er sich schon mal hinsetzte, öffnete sich hinter ihm die Tür und ein weiterer Mann kam in den Raum. Es handelte sich um einen jungen, äußerst athletischen First Lieutenant. Der Mann hatte ebenso wie Walter kastanienbraune Haare und Augen. Seine geschmeidigen, raubtierartigen Bewegungen und das Eis in seinen Augen, als er Walter im Vorbeigehen zunickte, sprachen eine deutliche Sprache. Seine Rangabzeichen ließen erkennen, dass es sich um einen Scharfschützen der Klasse A von der mobilen Infanterie handelte. Walter waren solche Typen nicht geheuer, obwohl er durch seinen Beruf zwangsläufig oft mit ihnen in Berührung kam. Seine Aufgabe als Arzt war es, Leben zu erhalten. Er hatte selbst schon einige Male gesehen, was Menschen anrichten konnten, die innerlich so abgestumpft waren, dass sie jegliche Emotionen in Bezug auf ihre Arbeit verloren hatten. Walter setzte sich dem Mann gegenüber und versuchte beiläufig, das kleine Namensschild zu entziffern. Angus O'Connor stammt dort zu lesen. Er überlegte fieberhaft, was das bedeuten konnte. Er wusste, dass seine Vorgesetzten nicht viel von ihm hielten. Um genau zu sein, hielten sie ihn für absolut entbehrlich. Sicher waren sein Lebenswandel und seine innere Weigerung, sich an die kulturellen und moralischen Bräuche dieses Stützpunktes anzupassen, der Hauptgrund. Aber nicht der einzige. Walter wirkte stets ein wenig schmuddelig. Er rasierte sich bestenfalls alle drei Tage und neigte unbewusst dazu, sich während der Arbeit immer wieder die Hände an seinem Kittel abzuwischen. Dazu kam, dass er schweren Operationen und Amputationen nie aus dem Weg ging. Und trotzdem eine hervorragende Erfolgsbote aufweisen konnte. Unter seinen Kollegen hatte man schnell angefangen, ihn Walter Metzgerzwiebel zu nennen. Es war ihm gleich. Er hatte es dank seiner medizinischen Fähigkeiten vom einfachen Medik in Rekordzeit zum Marineoberarzt gebracht. Die zwei Jahre Dienst auf Excalibur waren für ihn wie ein Abstellgleis auf der Karriereleiter. Er träumte nicht mal davon, in dieser Zeit für eine Beförderung vorgeschlagen zu werden. Umso mehr erstaunte ihn, dass ein so hohes Tier wie Bockner an ihm Interesse zeigte. Dass er hier mit einem Killer in Uniform der Klasse A, mit der Lizenz Leute im Namen Gottes zu erschießen, im selben Raum saß und auf Bockner wartete, unruhigte Walter zutiefst. Nach einer unerträglich langen halben Stunde, in der weder Walter noch sein Widerpart etwas gesagt hatten, schob sich die Tür erneut automatisch zur Seite, und Generaloberst Bockner trat ein. »Guten Morgen, meine Herren!« Walter und der Scharfschütze sprangen auf, salutierten und riefen im Chor. »Sir, guten Morgen, Sir!« »Rühren, setzen!« sagte Bockner, während er den Tisch umrundete, um am Kopfwende Platz zu nehmen. Mit einigen routinierten Handgriffen startete er eine Holopräsentation und begann zu sprechen. »Wir haben ein akutes Problem. Eine unserer Schiffsbesatzungen hat sich beim Landurlaub einiger Schlechtskrankheit zugezogen. Ich habe sofort veranlasst, dass diese moralisch minderwertigen Kreaturen zu ihren Heimatplaneten versetzt werden, mit dem Hinweis, man solle sie für ihr Verhalten hart bestrafen. Leider fürchte ich, werden diese dekadenten, liberalen Zauderer und pazifistischen Nichtstuer von den anderen Raummarineverbänden in unerträglicher Weise beide Augen zudrücken. Ich sage Ihnen, die Raummarine ist mit solchen Führungskräften dem Untergang geweiht. »Wie dem auch sei, wir haben in aller Eile eine Notbesatzung zusammengestellt, aus Personal, das wir von anderen Planstellen abziehen mussten. Sie, Mr. Zwiebel, sind in ihrer Funktion als Mähtechan dort. Sie tragen die Verantwortung für die Ladung des Transport-AKBs THM-Hatari. Es handelt sich hierbei um dringend benötigte Medikamente. Die Hatari verkehrt regelmäßig zwischen Excalibur und der Kolonie Transval im System 10 Urse Majoris II. Urse Majoris ist im Moment das jüngste von der Terranischen Staatenunion besiedelte System. Vor rund 18 Monaten entdeckte ein Geologenteam dort beträchtliche Lesum Platin-Vorkommen. Unter beträchtlichen Kosten ist der Planet Transval besiedelt worden. Im Moment leben dort erst ca. 1200 Menschen. Nichtsdestotrotz sind auf dem Planeten sechs große Terraformer vor wenigen Monaten in Betrieb genommen worden. Eine Lesum-Mine hat ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen. Federführend beim Lesum-Platin-Abbau auf Transval ist die Kerner-LTD. Ein Konzern der PTI-Gruppe, wie Sie vielleicht wissen. Walter war von diesen Ausführungen völlig baff. Viele Kollegen Walters waren der Meinung, dass es wohl möglicherweise bald zu einem allesentscheidenden Krieg um die Feuerschaft in der TSU zwischen PTI und der Raummarine kommen würde. Dass die Raummarine just in dieser Lage einen PTI-Konzern beauftragt hatte, einen neuen Lesum-reichen Planeten in den Außenwelten zu erschließen, war mehr als verwunderlich. Rockner fuhr fort. Sie, Mr. O'Connor, tragen die Verantwortung für die Sicherheit von Mr. Zwiebel. Außerdem werden Sie noch eine Sonderfracht in Gewahrsam nehmen und auf Transval abliefern. Das Gesicht von Angus O'Connor hatte sich während dieser Ausführungen sichtlich nach und nach verdüstert. Walter konnte ihm deutlich ansehen, dass die Aussicht, Babysitter für ein Greenhorn wie Walter zu spielen und einen langweiligen Transportauftrag auszuführen, ihm gar nicht schmeckte. Sie sehen, es handelt sich um einen sehr einfachen und völlig ungefährlichen Auftrag, sagte Bockner. Walter war dann auch aus anderen Gründen gar nicht wohl bei der Sache. Sein flaues Gefühl im Magen konnte die letzte Ausführung des Generalobersts kein bisschen vertreiben. Sie erhalten 50 Ära Sonderprämie zu ihrem Sold und eine Woche Sonderurlaub. Walters Herz schlug höher. Eine Woche auf der Sansibar und die Taschen voller Geld. Dieser Gedanke half eindeutig, seine Bedenken etwas in den Hintergrund zu drängen. Rockner drückte eine Sprechtaste. Morten, bringen Sie das Paket. Wenige Augenblicke später kam eine Ordenanz des Generalobersts in den Raum. Er stellte einen Koffer auf dem Tisch ab. Diesen entnahm er eine Art dunkelgrauen Gürtel und sagte an O'Connor gewandt, »Ich muss Sie bitten, Ihren Oberkörper frei zu machen.« Der überraschte Engus O'Connor öffnete seine Brustpanzerung und ließ sie zu Boden gleiten. Er zog sein Hemd hoch und schaute den Mann, der mit dem gürtelartigen Gegenstand näher kam, entgeistert an. Nachdem die Ordenanz zufrieden war, sagte er, »Der Gürtel sitzt jetzt perfekt. Er passt sich hier im Körper an und kann nicht verrutschen. Ich rate Ihnen gut darauf aufzupassen, Soldat. Sollte jemand versuchen, ihn zu öffnen, wird eine eingebaute Sprengfalle den Inhalt zerstören. Aber keine Sorge, Sie werden davon nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder nur unwesentlich. Vermeiden Sie auch unbedingt Stürze aus großer Höhe und Unfälle mit Fahrzeugen. Das könnte den gleichen Effekt zur Folge haben. In dem Gürtel befinden sich wichtige technische Bauteile für Transwahlen. Mehr müssen Sie nicht wissen.« Er klopfte O'Connor aufmunternd auf die Schulter und schenkte ihm ein mitleidiges Lächeln, bevor er den Raum verließ. An Generaloberst Bockner gewarnt, fragte O'Connor, »Verzeihung, Sir.« »Ja?« »Wie werde ich das Ding am Zielort wieder los?« »Oh, der Empfänger ist informiert, dass sein Kurier die Teile mit der Atari liefern wird. Er wird nach Ihrer Landung an Sie treten und Sie davon befreien. Das war's dann für Sie. Sobald die Medikamente und die Teile abgeliefert sind, ist Ihr Auftrag erfolgreich erfüllt. Sie kommen mit der Atari wieder hierher zurück, wo eine satte Prämie und ihr wohlverdienter Urlaub auf Sie warten.« Walter tat in diesem Moment etwas, was ihn schon oft in seiner Laufbahn an den Rand eines Verweises gebracht hatte. Er platzte heraus, »Wir sind richtige Glückskinder, Sir.« O'Connor schaute ihn merkwürdig an. Ihm war der Ton in Walters Stimme sicher nicht entgangen. Beide blickten zu Bockner, Walter halb in der Erwartung, dass der Generaloberst eine Rüge aussprechen würde. Doch Bockner lachte nur. »Sie sagen es, mein Beste.« »Sie sagen es.« »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Zwiebel.« Walter seufzte innerlich. Es war genau so gekommen, wie er befürchtet hatte. O'Connor war von der Mission genervt und ließ es ihn faktisch ununterbrochen spüren. Wie Walter erwartet hatte, hatte der Mann nicht den geringsten Respekt vor ihm. »Walter hier.« »Walter dort.« »Mach schneller, Walter.« »Beweg deinen Arsch, Walter.« Walter, du Loser. Seit Stunden war das nun so gegangen. Während Walter die Container mit der medizinischen Ausrüstung überprüft und nach und nach mit einem Ein-Personen-Lastenroboter in den Hangar der Atari buxiert hatte, stand O'Connor nur dabei und hatte gezählt. Selbst mit anzupacken hatte er kategorisch abgelehnt. Die medizinische Ausrüstung war Walters Verantwortungsbereich, hatte er unmissverständlich klargemacht. Die anderen Besatzungsmitglieder hatten Walter anfangs kurz geholfen, aber sich dann unter Vorbringung diverser Gründe abgesetzt. Walter blieb keine Wahl, als sich in sein Schicksal zu fügen. Er fühlte sich todmüde und hundeelend. Jedes Mal, wenn seine Müdigkeit ihn zu übermannen drohte, stand O'Connor plötzlich hinter ihm. Er zeugte mit einem Verschluss an seinem AK-240-Sturmgewehr ein scharfes metallisches Knacken, stampfte mit dem schweren Stiefel seine Rüstung hart auf dem Metallboden des Stationshangars auf oder ließ einen seine »Walter, du bist die Schande der Marinesprüche« los und trieb ihn an. Walter schleppte sich ins Innere der Atari. Er wollte nur noch schlafen. Die fröhliche Zechrunde in der Schiffskantine, der sich auch O'Connor angeschlossen hatte und die angetrunken, lärmend und singend in einer dicken Wolke aus Tabakqualm saß und den profitablen Sonderauftrag feierte und die Aussicht, viel Geld für wenig Arbeit zu verdienen, würdigte ihn keines Blickes. Auf dem Weg zu seiner Kabine sah er über den Hauptkorridor durch die offene Tür der Kommandozentrale. Der Pilot war dort bei der Arbeit. Walter freute sich, dass er wenigstens nicht der Einzige auf dem Schiff war, der für sein Geld arbeiten musste. Vermutlich führte der Pilot gerade die hochkomplexen Berechnungen für den Sprung nach Ursae Majoris durch. Nur die allerbesten Logiker und Mathematiker brauchten für den Job Pilot eines Raumschiffs mit Hypersprungantrieb. Selbst kleine Fehler bedeuteten mit ziemlicher Sicherheit den kalten Tod für die Besatzung. Die einste Abweichungen konnten die Reisedauer um Tage oder sogar Wochen verlängern. Walter schloss die Tür seiner Kabine hinter sich und ließ sich in sein Bett fallen. Weder die Enge der kleinen Koje noch die Tatsache, dass er noch in voller Arbeitsmontur war, konnte ihn am Einschlafen hindern. Er schaffte es gerade noch, die Sicherheitsgurte anzulegen. Dann schlief er augenblicklich ein. Walters Schlaf war tief und doch unruhig. Immer wieder tauchten im Schlaf Traumfetzen auf. Er war in einem dunklen Ort, einer Welt der Schatten und bizarren Formen. Walter Floh wurde verfolgt. Überall, wohin er trat, suhlten und wandten sich schwarze, glänzende, flangenartige Körper. Walter Floh kopflos immer weiter. Er fühlte, dass sich etwas um seine Füße wand. Er rutschte aus, stürzte. Die schlangeähnlichen Kreaturen wandten sich um seinen Körper. Walter versuchte, sich zu wehren, doch er bekam seine Glieder nicht mehr frei. Immer fester wurde der Griff, während er in die Dunkelheit gezogen wurde. Walter schrie gellend. Plötzlich klatschte ihm etwas ins Gesicht und er kam ruckartig frei. Er knallte mit seinem Kopf gegen ein Hindernis und sank wieder zu Boden. Aus der Dunkelheit hörte er eine zutiefst verhasste Stimme. Walter, du Missgeburt! Wenn du nicht endlich die Schnauze hältst, fessle und kneble ich dich, bis wir auf Transwall sind. O'Connor! Walter beruhigte sich etwas und tastete umher. Er schien in seinem Bett zu liegen. Kissen, Decke, Wand? Doch was war das? Walter fühlte einen unbekannten Gegenstand. Er tastete vorsichtig den Gegenstand ab, als ihm plötzlich klar wurde, dass es sich um einen Schuh handelte. Der schändliche O'Connor hatte in der Dunkelheit einen Schuh nach ihm geworfen. Oh, wie ich diesen O'Connor hasse, dachte Walter. Irgendwann wird die Misssau verwundet im Dreck liegen und nach einem Medic schreien. Er malte sich einige Fantasien aus, wie er die Behandlung besonders schmerzhaft für O'Connor gestalten konnte. Nach diesem Erlebnis konnte Walter nicht wieder einschlafen. Nach einer Weile stand er auf und schlich aus dem Zimmer. O'Connor schien wieder eingeschlafen zu sein. Er schloss die Tür hinter sich und blickte sich auf den Gang um. Die Beleuchtung war auf Schiffen der TSU immer spärlich, um Energie zu sparen. Während der Schlafphasen wurde sie noch weiter gedämpft, was der Umgebung eine geradezu bedrohliche Aura verlieh. Die Schwerkraft war auf ein Drittel der Terranorm gesenkt. Er erreichte mit einigen leichtfüßigen Sätzen die Kommandozentrale. Der Pilot war immer noch bei der Arbeit. Bitte um Erlaubnis, die Kommandozentrale betreten zu dürfen, Sir. Der Pilot drehte sich auf seinem Sitz zu Walter um und blickte ihn einige Sekunden schweigend an. Erlaubnis erteilt. Setzen Sie sich hin. Wenn Sie etwas anfassen, werden Sie es bereuen, Doc. Leicht pikiert schon Walter sich in den Sitz des Co-Piloten und schnallte sich an. Nach einigen Minuten keiner der beiden hatte gesprochen, fragte er. Wo sind wir, Sir? Wir sind im System Ursee Majoris und nähern uns der Randstation C-37. Ankunftszeit minus 28 Minuten. Wie geht es dann weiter? Wir docken an der Station an. Der Hyperantrieb wird überholt. Das wird vier Stunden dauern. Danach setzen wir unsere Reise zum Planetentransfall fort. Danke, Sir. Schon okay, Junge. Walter blickte verstohlen zum Piloten. Regatten-Captain Jake Farrell. Das war vergleichbar mit dem Rang eines Obersts bei der Infanterie. Der Mann war um die 40 Jahre alt. Hatte kurze, dunkelblonde Locken. Er schien für sein Alter und angesichts der Tatsache, dass er im Sitzen arbeitete, bemerkenswert gut in Form zu sein. Orden oder irgendwelche anderen Auszeichnungen, die etwas über den Werdegang hätten erahnen lassen, suchte Walter auf der Uniformjacke des Mannes vergeblich. Walter überlegte einen Moment, wieso ein Fregatten-Captain seine Auszeichnungen nicht anlegte. Die meisten Piloten, die er kennengelernt hatte, hielten sich für hochintelligente Wunderkinder und liebten es, sich herauszuputzen und ihre Auszeichnungen zur Schau zu stellen. In diesem Moment kam von einer der Konsolen ein penetrantes Piepsen. Farrells Finger flogen über die Tastatur vor ihm. Einer der Bildschirme erhellte sich und es erschien das Gesicht eines Mannes mittleren Alters mit kurzem blondem Haar und auffallend heller Haut. C-37 ruft unbekanntes Schiff. Wir haben sie auf unseren Scannern. Identifizieren sie sich. Transport AKB TRM-Hatari ruft Randstation C-37. Wo ist Wilson? Wer sind sie? Keine Panik. Wilson und der Rest der Crew haben sich eine Krankheit eingefangen und fallen flach. Wir sind eine Notfallcrew, bis die sich neue Leute gesucht haben. Senden Sie einen gültigen Flottencode. Farrells Finger flogen wieder über die Tastatur. Bitte, wenn Sie meinen, Übermittlung beendet. Sind Sie nun zufrieden? C-37 ist militärisches Sperrgebiet. Sie verlassen nach dem Andocken keinesfalls das Schiff. Sollte einer Ihrer Männer es doch tun, wird scharf geschossen. Das ist ja ein Prachtladen hier bei euch. Ich werde euren Service auf allen Raumstationen von hier bis Libertin überschwänglich loben. Farrell lachte dreckig. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Leitstrahl ist aktiv, Kommunikation beendet. Auf dem Bildschirm war wieder der Bildschirmschoner zu sehen. Haben die etwas zu verbergen, Sir? Keine Ahnung, mein Junge. Wir werden auch nicht versuchen, es rauszufinden. Wir tun, was Sie uns sagen. Wenn das Hyperaggregat überholt ist, hauen wir her. Jawohl, Sir. Walter und der Pilot bekamen in den vier Stunden tatsächlich keinen zu Gesicht. Einige laute, metallisch klingende Geräusche. Als das Hyperaggregat über den Wartungsschacht in die Werkstatt der Station geschoben worden war und schließlich nach erfolgter Überholung an seinen Platz zurückgeschoben worden war. Das war alles. Die Updog-Freigabe wurde als simpler Primärbefehl an den Computer des Schiffes übermittelt. Den Funker der Station bekamen sie nicht noch einmal zu Gesicht. Farrell steuerte das Schiff von der Station fort. Kurze Zeit später ging die Atari in die Beschleunigungsphase über. Die 75 Minuten dauerte und sie auf ein Sechstel der Dichtgeschwindigkeit beschleunigte. Farrell hatte erklärt, dass sie mit dieser Geschwindigkeit 22 Stunden brauchten, bevor sie in der Nähe von Transwall in die Bremsphase eintreten würden. Aus dem Gang war O'Connor Stimme zu hören. In zehn Minuten beginnt das Briefing zu Osema Joris. Farrell erhob sich von seinem Sitz. Komm Junge, besorgen wir uns was zu essen, bevor das Briefing anfängt. Sie saßen in der Kantine zusammen. Jack Farrell, der Pilot, O'Connor und Walter waren schon beim Essen, als Derringer und Kelly eintraten. Taylor Wilson Derringer war eine Ausnahmeerscheinung. Heute waren die meisten Menschen genetisch gesehen ein Mittelding aus allen Rasseattributen, die es auf der alten Erde gegeben hatte. Nur sehr große Volksgruppen waren bei diesem Verschmelzen nicht assimiliert worden. Es gab in der TSU eine Reihe von Planeten, auf denen die Bewohner noch einen überwiegend kaukasischen, hinduistischen oder asiatischen Genpool aufwiesen. In dieser Zeit einen Mann zu treffen, dessen Ahnen alle Nachkommen der Jamaikaner waren, war eine seltene Aussicht. Taylor hatte mächtige Rasterlocken. Seine angenehmen, gleichmäßigen Züge, sein strahlendes Lächeln und ein gewisses Charisma, das ihm anhaftete, trugen dazu bei, ihn zu einer Erscheinung zu machen, die tiefen Eindruck bei Walter hinterlassen hatte. Er trug einen hellgrauen Traveller-Code und hatte auf Schritt und Tritt seinen Tech-Koffer zur Hand. Anstelle eines menschlichen Arms lugte aus seinem linken Ärmel eine Multifunktionsprothese hervor. Viele Techniker, die beim Militär arbeiteten, neigten nach dem Verlust eines Armes dazu, sich keinen biologischen, sondern einen kybernetischen Ersatz machen zu lassen. Ein solcher Arm konnte eine Vielzahl von Werkzeugen aller Art enthalten und bei Bedarf ohne allzu großen Aufwand umkonfiguriert werden. Walter hatte schon etliche solcher Prothesen installiert. Einige ganz hartgesottene hatten sich sogar ihren gesunden Arm entfernen lassen, um in den Genuss seines solchen Implantats zu kommen. Der Ranger schien im selben Alter wie Farrell zu sein und ihr vertrauter Umgang ließ Walter vermuten, dass die beiden Männer sich wohlmöglich schon sehr lange kannten. Dann war da noch Robert Kelly, ein zurückhaltender Mann, der wenig Sprache und auch seine Mimik und Körpersprache sehr sparsam einsetzte. Die Männer bereiteten erstmal eine ausgedehnte Mahlzeit aus natürlich gewachsenen Lebensmitteln vor. So etwas war für Walter durchaus ein kleines Fest. Dass die Raummarine sie so gut versorgte, hatte sicherlich nur mit den hohen Dienstgraden von Derringer und Farrell zu tun. Walters Verpflegung auf Excalibur bestand aus pasten Pulvern und dem allgegenwärtigen Sündbrei in drei Farben und Geschmacksrichtungen. Er gönnte sich bei seinen Besuchen auf der Sansibar ab und zu eine echte Mahlzeit auf eigene Kosten. Nachdem sie abgeräumt hatten und wieder am Tisch saßen, steckten sich Farrell und Derringer Zigaretten an, boten auch den anderen eine an, was jedoch dankend abgelehnt wurde. O'Connor machte sich an einer Konsole zu schaffen. Das Unterhaltungsprogramm verschwand vom großen Bildschirm in der Kantine. O'Connor sagte, KI, wir wünschen relevante Daten über das System 10 Ursel Majoris und den Planeten Transval. Während die KI begann, die Daten vorzutragen, lief ein gleichlautender Text auf dem Bildschirm ab. Im Hintergrund waren abwechselnd Bilder des Systems, seiner Planeten und zuletzt von Transval zu sehen. System 10 Ursel Majoris Nummer 2 Weiße Sonne der Klasse F 5 Planeten 10 Ursel Majoris 1 Kochende Vulkanwelt mit Giftgasatmosphäre Keine Monde 10 Ursel Majoris 2 Gasplanet Ammoniak Stickstoff Temperaturen zwischen 100 Grad Celsius und 150 Grad Celsius 2 Monde ohne Atmosphäre 10 Ursel Majoris 3 Transval Schwerkraft 0,9 G Hauptstadt Porto Negro 850 Einwohner 850 Einwohner Warenhaus Geländewagenverleih Arztpraxis 2 Hotels 3 Kneipen 1 Kapelle Kreuzritterfestung Siedlungen Siedlungen Rube 1 120 Einwohner Geologencamp 25 Einwohner 7 Terraformer 6 Stunden Tag und 12 Stunden Nachtphase Temperaturen Temperaturen bei Tag 0 Grad Celsius bis 10 Grad Celsius bei Nacht minus 10 Grad Celsius bis minus 20 Grad Celsius 1 Mond Falkenauge ohne Atmosphäre 10 Ursel Majoris 4 Gasplanet vom Jupiter-Typ 8 Monde 10 Ursel Majoris 4-7 verfügt über eine dünne atembare Atmosphäre ist jedoch bislang nicht besiedelt 10 Ursel Majoris 5 Toter Gesteinsbrocken ohne Atmosphäre Nach dieser Auflistung folgten einige Bilder von der Oberfläche des Planeten Sanzwal war eine sehr karge, junge Welt die Oberfläche vollständig überzogen mit zerklüfteten, scharfkantigen Felsen Dunkelgrau, Anthrazit und Schwarz waren die vorherrschenden Farben auf der Oberfläche Die meiste Zeit jedoch lag die Planetenoberfläche im Dunkel gewaltiger Sand, Staub und Eistürme Die Windgeschwindigkeiten konnten so hoch werden dass die vom Wind aufgewirbelten Eiskristalle einem Menschen bei lebendigem Leibe zuerst den Schutzanzug und dann das Fleisch von den Knochen fräsen konnten Es wurde dringend davon abgeraten sich auf Transwal außerhalb der Siedlungen ohne den Schutz eines schwer gepanzerten und für Transwal ausgelegten Fahrzeugs zu bewegen Die spärliche Tierwelt Transwais zog sich bei solchen Stürmen instinktiv in tiefe Feldspalten zurück um die auch die ebenso spärliche Vegetation des Planeten nur gedeihen konnte Neben den Eistürmen wüteten auf dem Planeten auch starke elektromagnetische Stürme die eine Nutzung von Antigraf-Technik außerhalb der davor abgeschirmten Siedlungen zu einem unkalkulierbaren Wagnis machten Selbst die stärksten Funkgeräte erreichten durchschnittlich nur eine Reichweite von 12 Kilometern was aber auch deutlich nach unten gehen konnte Die Marine hatte nach der Landung 50 Meter breite Pisten planiert über die man mit speziellen Bodenfahrzeugen die Ortschaften und Terraformer des Planeten erreichen konnte Entlang dieses Pistennetzwerks hatte man im Abstand von jeweils 5 Kilometern Funkverstärkertürme aufgebaut um so die Kommunikation die meiste Zeit mit allen Siedlungen und Fahrzeugen die draußen unterwegs waren aufrecht zu halten Als die Präsentation beendet war meinte Robert Kelly in die Stille hinein Auf diesem Planeten möchte ich nicht mal begraben sein Derringer erwiderte Keinen Stress, mein Bruder Wir liefern nur unser Zeug ab und machen uns ganz schnell wieder ab von diesem total unschilligen Klum So ein Planet wäre niemals besiedelt worden wenn es dort kein Lesum Platin gäbe Ha! Die würden sogar die Hölle besiedeln und den Teufel wegjagen wenn es dort Lesum Platin gäbe grinste Taylor verschmitzt Während Farrell nach vorne in die Zentrale ging und die Tür hinter sich schloss und O'Connor und Kelly irgendwo im Inneren des Schiffes verschwanden machte es sich Derringer auf den gemütlichen Sesseln in der Kantine bequem Während er bei entspannenden Klängen die wohltuende Massagefunktion nutzte lief auf dem großen Bildschirm ein pornografischer Film Walter war so verdutzt, dass er hervorplatzte Bist du als Kreuzritter nicht streng allkatholisch? Ach, wo? versicherte Derringer Immer locker bleiben Außerdem bist du doch auch kein Kreuzritter Er spuckte das Wort fast aus Sonst hättest du längst das Weite gesucht Er hatte eine Flasche Wein geöffnet und trank aus seinem echten Kristallglas Walter lief beim Anblick des edlen Traubensaftes das Wasser im Mund zusammen aber er traute sich nicht zu fragen So demütigend wäre es gewesen wenn Derringer ihn abgewiesen hätte Also stand er auf und verließ den Raum Die Tür zu seiner Kabine die er mit O'Connor bewohnte stand offen Er war gerade dabei seine AK-240 zu pflegen Das hochwertige Sturmgewehr lag teilweise zerlegt auf dem Boden der Kabine auf einer Decke Obwohl es total sauber und unbenutzt war reinigte O'Connor gerade sein Innenleben Neben ihm lag ein Behälter mit Waffenöl wie man es für Projektilwaffen verwendete Walter sah eine halbe Minute lang zu bevor er weiterging Militanter Spinner dachte Walter bei sich O'Connor sah immer wie aus dem Ei gepellt aus Seine Stiefel glänzten seine Haare waren bis aufs letzte Härchen akkurat geschnitten und frisiert Auch sonst waren seine Sachen immer blitzblank und faltenfrei Er hätte sich jederzeit für ein Armeemagazin oder ein Rekrutierungsvideo ablichten lassen können Als er an der Kommandozentrale vorbeiging hörte er von drinnen laute Musik Er lauschte einen Moment und erkannte Beethovens neunte Symphonie Farrell wollte sicher auch nicht gestört werden dachte Walter und bog nach rechts ab Nach einigen Schritten erreichte er den kleinen Antigrafschacht der nach oben zur Hangarebene führte Walter schwang sich lustlos in den Schacht und schwebte nach oben Sanft und fast lautlos wurde er auf dem Hangardeck abgesetzt Er schaute sich um Der 10 Meter Breite und 40 Meter lange Hangar war bestenfalls halbvoll Die medizinischen Güter, die unter seiner Obhut waren standen in großen Cargocontainern in der Mitte aufgereiht Walter lauschte Hatte er nicht von hinten ein Geräusch gehört? Auf leisen Sohlen riech er sich an der Wand entlang nach hinten Sein Jagdinstinkt war geweckt Machte sich Kelly da an, seinen Kisten zu schaffen? Walter konnte Kelly überhaupt nicht einschätzen Der Mann hatte bisher nichts Persönliches durchblicken lassen Plötzlich lag ein süßlicher Geruch in der Luft Walter versuchte lautlos, die Luft tief in die Nase zu ziehen Morphin! Er als Mettech kannte diesen Geruch nur zu gut Er hörte ein würgendes Husten von weiter hinten Kelly war also morphinabhängig? Walter überlegte kurz, ob er sich zu erkennen geben sollte Entschied sich aber sogleich dagegen Langsam schlich er zum Antigrafschacht zurück Und ließ sich nach unten gleiten Nach diesem Erlebnis verkrümelte sich Walter Erstmal in die Krankenstation der Atari Hier war sein Reich Keiner der anderen würde ihn hier stören Solange es keinen medizinischen Notfall gab Walter setzte sich auf einen der Schalensitze und überlegte Seine diffusen Ängste, die er vor dem Abflug empfunden hatte Waren wieder da Diese Besatzung, diese Mission Die gesamte Situation waren ihm nicht geheuer Ebenso wenig wie der Planet Transval Dem sie sich unaufhaltsam näherten Perlund Derringer Zwei hochdekorierte und erfahrene Offiziere Die sich wie einfache Soldaten gaben Derringer, der mit seiner Art und Einstellung In völligem Widerspruch zu allem stand Was dem Kreuzritterorden heilig war O'Connor, der sadistische MI-Killer Mit leicht psychopathischer Ader Und all seinen Macken Entsprach auch nicht wirklich dem Bild eines Kreuzrittes Und schließlich Kelly, der Morphin-Junkie Morphinabhängigkeit gehörte sicher nicht zu den Schwächen Die Kreuzritter bei ihren Angehörigen duldeten Wie hatte er es geschafft, unentdeckt zu bleiben Wo er doch so unvorsichtig war Sich von Walter erwischen zu lassen Überhaupt Woher kamen all diese Gestalten Und nach welchem Kriterium War dieses Team zusammengestellt worden Die einzige Idee Die Walter dazu in den Sinn kam Ließ ihn erschaudern Die einzige Gemeinsamkeit Die diese Männer und er selbst Bei all ihren extremen Unterschieden hatten war Sie waren entbehrlich Kapitel 3 Heaven's Gate antwortet nicht Perils Stimme drang aus der Kommandozentrale Heaven's Gate, melden Sie sich Können Sie mich hören, kommen Walter trat an die Tür Captain? Kommen Sie nur rein, Ziebel Peril wandte sich nicht um Das Zeitfenster für den Bremsvorgang rückt immer näher Und die Orbitalstation Heaven's Gate meldet sich nicht Ich werde den Bremsvorgang ohne Leitstrahl ausführen müssen Ist das ein Problem, Sir? Nicht wirklich, Junge Seine Finger flogen schon wieder über die Tastatur Die Berechnungen, die er anzustellen hatte Waren simpel im Vergleich zu denen beim Hyperraumsprung Nach 30 Sekunden ertönte im ganzen Schiff das akustische und optische Signal Das seine Bremsphase bevorstand Es war nicht zwingend notwendig, sich in einen der Schalensessel zu legen und anzuschnallen Jedoch lief man nur, wenn es überlebenswichtig war Während einer Brems- oder Beschleunigungsphase auf Schiffen umher Versagten die Andruckabsorber dabei nur für einen kurzen Moment Wurde der menschliche Körper mit einer Wucht gegen die Wand geschleudert, die einem alle Knochen brach In seltenen Fällen blieb von den Unglücklichen auch nur ein unförmiger Klecks an der Wand zurück Die Bremsphase begann Das Brummen des Antriebs war jetzt deutlich zu hören Leichte Vibrationen gingen durch das ganze Schiff Die Minuten verstrichen Farrell hatte eine kurze Grußbotschaft für Heaven's Gate aufgezeichnet Und das Schiffsfunkgerät auf Dauersenden eingestellt Es wiederholte die Nachricht alle 90 Sekunden AKB Atari Hier spricht Heaven's Gate Bitte kommen Walter und Farrell sahen auf, als sie die Stimme vernahmen Ein Bild des Redners wurde nicht übermittelt Farrell antwortete Hier Atari Brigatten Captain Farrell spricht Warum waren Sie über 30 Minuten nicht auf Ihrem Postenfunker? Für einen Moment war seine väterliche Art von ihm abgefallen Seine Stimme war eisig Entschuldigen Sie, Sir Wir hatten hier auf der Station vor wenigen Stunden einen Unfall Ein Terror-Track hat beim Andocken in Andockring gerammt und teilweise abgerissen O-Hates des Plasma ist aus seiner gebrochenen Leitung ausgetreten Einige Decks sind dabei mit Radioaktivität kontaminiert worden Es gab Tote Außerdem war die Station ins Trudeln geraten Und drohte in das schwere Feld des Planeten gezogen zu werden Wir haben die Station mit den wenigen Leuten nur mit Mühe stabilisieren können Jetzt ist die Situation unter Kontrolle Die Stimme des Mannes klang brüchig und schwach Walter überlegte, dass er viel durchgemacht haben musste Aus dieser Entfernung konnte die Station von den optischen Systemen bereits erfasst werden Ein Bild der spindelförmigen Station erschien auf einem der Bildschirme Ich kann keinen Schaden bei Ihnen erkennen, Soldat Der Schaden ist auf der Ihnen abgewandten Seite, Sir Ich schicke Ihnen einen Leitstrahl zu einem der noch funktionsfähigen Andockplätze Roger Heaven's Gate Sir, im Andockring herrschen immer noch sehr hohe Strahlenwerte Falls Sie Personal für Transfer an Bord haben, empfehle ich Dass die Leute sich in der Ausstiegskammer ihres Schiffes versammeln und ihr Gepäck bereithalten Sobald wir die Stationsschleuse öffnen, müssen die Leute zügig durch den Hangar zum zentralen Antigrafschacht in der Mitte eilen Und damit nach oben in die Kommandozentrale fahren Wir weisen Sie dann sofort zu einem Dekontaminierungsraum Mehr als 200 Sekunden dürfen Sie sich nicht im kontaminierten Bereich aufhalten Walter fühlte sich in all seinen Ängsten mehr als bestätigt Die Sache begann schief zu laufen Von einer gemütlichen Transportmission, völlig risikolos Wie Bockner das geschildert hatte, konnte keine Rede mehr sein Farrell, der das Kommando übernommen hatte, bestand auf volle Kampfausrüstung Nun standen sie in der Schleuse, ihre Habseligkeiten in Rucksäcken Die Titanenplastrüstungen waren angelegt Die weißen glänzenden Rüstungen mit dem großen roten Panzerkreuz auf der Brustplatte Dem stolzen Symbol des mächtigen allkatholischen Kreuzritterordens Alle trugen eine Walter-Meteo-Energie-Pistole Während Walter sich als Metech noch mit einem Punkter ausgerüstet hatte Mit dem er in der Lage war, sogar durch Rüstungen hindurch Anderen kombatanten Injektionen zu verpassen Verwundeten Kreuzrittern heilsame und feinten weniger heilsame Hatten Kelly und Farrell die eine AK-220 geschultert Das Sturmgewehr verfügte über ein Doppelmagazin mit 64 Projektilen Außerdem hatte die Waffe noch einen integrierten Werfer, mit dem man Infanteriegranaten verschießen konnte Die Reichweite für beide Munitionsarten lag bei 1000 Metern Auf Schiffen, in Stationen oder in Gebäuden wurden diese üblicherweise mit Explosivgranaten geladen Die einen geringeren Explosionsradius als andere Granaten hatten Aber dafür besonders verehrende Schäden anrichteten O'Connor trug eine AK-240 Ein Sondermodell, das außerdem ein verbessertes ausfahrbares Zielfernrohr hatte Mit dem Präzisionsschüsse möglich waren Derringer hatte auf seinen geliebten Traveller-Code verzichten müssen Er hatte sich einer Bacchus und Geiss Minigun umgehängt Sie hatte im Gegensatz zu den AKs keinen Granatwerfer Dafür war die Feuerrate wesentlich höher Und auch das Kaliber hatte weitaus mehr Durchwärtskraft Die Waffe war durch ihren Burst bedingt dazu geeignet Ebenfalls Flächenschaden gegen sogenannte weiche Ziele anzurichten Anstelle eines Magazins wurde die Munition über einen Waffengurt in die Munitionskammer gezogen Derringer hatte sich die Magazintrommel, die standardmäßig 5000 Schuss enthielt Wie einen zweiten Rucksack angelegt Walter war noch lange nicht bereit, als von der Station das Signal kam Gleich würde die Schleuse sich öffnen und sie würden um ihr Leben laufen An sich waren 200 Sekunden genug Zeit, um die kontaminierte Zone zu durchqueren Walter kannte diesen Stationstyp Jedoch, wer konnte schon wissen, welche Hindernisse sie unterwegs vielleicht erwarteten Doch es sollte alles ganz anders kommen Von einem Moment zum nächsten verschwand der Schott in der Decke Die fünf waren auf dem Sprung und bereit, sofort loszurennen Doch sie blieben wie vom Blitz getroffen regungslos stehen Walter stieß einen kurzen Schrei aus In dem Hangar vor ihnen, der eine Grundfläche von 30 x 20 Metern hatte, standen um die 25 schwer bewaffneten Männer im Halbkreis, die ihre Waffen genau auf Walter und die anderen gerichtet hatten Walter war kein großer Experte für Feuergefechte Aber auch er wusste noch genug aus seiner Grundausbildung, um sicher zu sein Falls die 25 jetzt das Feuer eröffneten, die in der kleinen Schleuse nur eine verschwindend geringe Chance hatten zu überleben Einer der Männer, der mit einer Automatikschrotflinte auf sie zielte, trat einen Schritt näher und brüllte halb Alle Mann raus da und sofort weg von der Schleuse oder wir blasen euch weg Beim Allmächtigen Herrgott schwöre ich Wir werden keine Sekunde zögern Bevor jemand etwas tun oder sagen konnte Reagierte Feral blitzschnell und der Situation angemessen Er streckte seine Arme vor Und drehte seine geöffneten Hände mit den Handflächen nach unten Während er langsam vorwärts schritt Kommt Jungs, ihr habt den Mann gehört Keine Dummheiten und keine ruckartigen Bewegungen Wir gehen jetzt ganz ruhig auf die andere Seite der Halle Schneller, brüllte der Mann Zügig gingen sie die Gangway hinab Ein stechender Geruch lag in der Luft Walter hatte blanke Todesangst Erst jetzt bemerkte er, dass mit den Männern, die sie bedrohten, etwas ganz und gar nicht stimmte Sie wirkten gehetzt und zu allem entschlossen Sie waren keine Soldaten oder Ähnliches Sondern trugen die Kleidung von Minenarbeitern Ihr Zustand war absolut erbärmlich Manche waren bedeckt mit offenen, großflächigen Wunden In denen das nackte Fleisch zu sehen war Andere schienen verwachsen zu sein Oder überseht mit Geschwüren und bizarren, unnatürlichen Auswüchsen Bei einigen sah es so aus, als seien ihre Körper stellenweise mit ihrer Kleidung verschmolzen Einige wenige gar waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt Walter fühlte Übelkeit in sich aufsteigen und ihm wurde schwindelig Nur mit Mühe konnte er sich auf den Beinen halten Nachdem sie die Männer passiert hatten, zogen diese sich zügig in die Schleuse der Hatari zurück Aus der sie gekommen waren Einige der Männer machten sich hektisch im Inneren der Schleuse an einer Handkurbel zu schaffen Während die meisten weiterhin ihre Waffen auf Walter und den Rest des Teams richteten Da nur Farrell die Kommando-Codes der Hatari kannte Und in der Lage war, Leute beim Schiffscomputer anzumelden und ihnen Benutzerrechte einzuräumen Blieb der Gegenseite nichts anderes übrig, als die schwere Schleuse der Hatari Manuell mit Hilfe einer in die Wand neben jeder Schleuse standardmäßig eingelassenen Notfallkurbel zu schließen Diese Notfallkurbeln sollten es der Besatzung ermöglichen, bei Energieausfällen die Schleusen manuell zu bedienen Bei einem Kriegsschiff hätte man sie zentral steuern und blockieren können Ein Kriegsschiff hätte auch von Selbstmaßnahmen gegen eine feindliche Übernahme ergriffen Und die Eindringlinge bekämpft Die Hatari war kein Kriegsschiff Als die Schleuse mit einem dumpfen metallischen Knall eingerastet war Und auch das Klacken der Sicherungsbolzen verklungen war Sagte Farrell Taylor, was sagt der Geigerzähler? Schon gecheckt Die Werte sind im Normalbereich Die Story mit dem Plasma-Leg war glatt gelogen Sie haben uns ganz schön verarscht Keifte O'Connor mit einem leicht hysterischen Unterton in der Stimme Wie blutige Anfänge abgezogen Halten Sie die Schnauze, Soldat Jawohl, Sir O'Connor senkte zerknirscht den Kopf Farrell schritt nun seinerseits zur Stationsschleuse und entfernte rechts davon die Abdeckplatte Die auf ihrer Seite die Notfallkurbel in der Wand verbarg Herrschaften, wir müssen uns beilen Ich glaube zwar nicht, dass die ohne weiteres abdocken können, aber man kann nicht wissen Während sie sich vereint in die Eisen legten, hörte Walter inzwischen das Geräusch Es klang, als würde jemand etwas in einer Pfanne auf heißem Fett braten Wird ihr das auch? Der Wünscher antwortete Ja Klingt, als schweißen sie ihre Schleuse fest Teddy stieß sein bellendes Lachen aus Scheint, als ob unsere Freunde da drüben so gar keine Lust auf unsere Gesellschaft haben Haltet alle den Mund Wurbelt schneller Die schwere Innenschleuse der Station durch Muskelkraft zu schließen, war ungleich schwerer, als es die Minenarbeiter auf der anderen Seite gehabt hatten Als es geschafft war, sagte Walter zu Boden Er hatte schwarze Flecken vor den Augen und sog dankbar den Sauerstoff in seine Lungen Habt ihr den Geruch bemerkt? fragte Kelly Ja, aber keine Ahnung, was er zu bedeuten hat Ich nehme an, Sie können uns das sagen, Kelly Entgegnete Farrell Ganz recht, dieser Geruch ist typisch So riechen Menschen, die mit rohem, unbearbeiteten Lesumerz arbeiten Kelly, sind Sie sich da sicher? Absolut, Sir Ich bin ein Prospektorenkind Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend auf Schürferplattformen verbracht Auf dem Gebiet macht mir keiner was vor Nun, die Kerle trugen Minenarbeiterkleidung Höchstwahrscheinlich arbeiten sie für die Kerner-LTD in der Lesum-Mine auf Transwall Siebel, können Sie uns etwas zu Ihren Verletzungen sagen? Vielleicht, wodurch sie verursacht worden sind? Oder ob das vielleicht der Grund war, dass sie amok gelaufen sind? Nicht viel, Sir, sagte Walter Er froh war auch mal, bei irgendetwas behilflich zu sein Zumindest weiß ich, dass diese Verletzungen und Entstellungen Durch nichts entstanden sein können, was wir kennen Warum sie amok gelaufen sind, kann ich nur raten Vermutlich sind sie auf der Flucht vor dem, was ihre Wunden verursacht hat Die anderen schauten betretend rein Etwas, das wir nicht kennen? Sinierte Derringer laut Und mach mal halblang, Zwiebel Und mal nicht den Teufel an die Wand Es wird für die Verletzungen und das Verhalten einen plausiblen Grund geben Hoffentlich Überzeugt davon war Walter ganz und gar nicht Es ist vorerst sinnlos, hier zu bleiben Das Schiff können wir so nicht zurückerobern Gehen wir zur Kommandozentrale Seien Sie vorsichtig Es könnten noch versprengte Minenarbeiter auf der Station sein O'Connor, sie übernehmen die Vorhut Und Kelly sichert nach hinten ab Sie setzten sich in Bewegung O'Connor meldete, dass der Antigraflift nicht in Betrieb sei Sie wischen auf das schmale Treppenhaus aus Und arbeiteten sich langsam nach oben Ohne weitere Vorkommnisse Erreichten sie das Ende des Antigrafschachtes O'Connor rief In der Kommandozentrale ist gekämpft worden Ich zähle sieben Tote Der Schaden ist beträchtlich Drücken Sie vor auf eine Position mit gutem Schussfeld Und sichern Sie den Raum Dann kommen wir rein Kelly, Sie behalten die Treppe und den Antigrafschacht im Auge Als Walter die Zentrale betrat Flog ihm ein bestialischer Gestank entgegen Die Zentrale war ein runder Raum von 15 Metern Durchmesser Der von einer Glaskuppel überspannt wurde In der Mitte führte eine 3 Meter breite Antenne nach oben Sie durchstieß in 15 Metern Höhe die Glaskuppel Und lief 50 Meter weiter oben spitz zusammen Trotzdem hatte man teilweise das Gefühl Quasi im Weltraum zu stehen Der ganze Raum war angefüllt mit 6 freifahrbaren Kommandosesseln Und einer verwirrenden Vielzahl von Computern, Terminals und Konsolen Er zückte seinen Medikomp Und begann die Körper der Gefallenen zu untersuchen 4 Minenarbeiter Und 3 Kreuzritter hatten ihr Leben ausgehaucht Die Untersuchung der Verletzungen und der Todesursachen Verlief für Walter erwartungsgemäß Er klappte seinen Medikomp zu, als er hörte Dass die anderen hitzig miteinander debattierten Avenger hatte festgestellt Dass der Hauptreaktor der Station außer Betrieb war Nur die schwachen Notaggregate versorgten die Beleuchtung und die Lebenserhaltung Wenn es nicht gelang, die Energieversorgung wieder in Betrieb zu nehmen Würde die Station nach einigen Tagen in die Atmosphäre des Planeten Transfall eintreten und verglühen Ihre Trümmer würden sich über den halben Planeten verstreuen Inklusive etlicher Giftstoffe Mit all den negativen Folgen für das Terraform-Programm Farrell sagte Sie bleiben hier und halten die Augen offen Setzen Sie sich an das Funkgerät Und senden Sie eine Nachricht zur Randstation Und erstatten Sie Bericht Wir kümmern uns derweil um den Reaktor und um die Station Jawohl, Sir Als die anderen fort waren Überfiel Walter wieder seine Angst Die Stille nur in regelmäßigen Abständen durchbrochen Vom leisen Geräusch der Luftumwälzer Sie hatte beträchtlich an Walters Nervenkostüm Walter dachte, dass er auf sich allein gestellt war Wenn jemand in die Kommandozentrale kommen sollte, der da nicht hingehörte Er zog seine Walter Meteor und überprüfte das Energiemagazin Voll aufgeladen Er entsicherte die Waffe und behielt sie in der Hand Unschlüssig, was er jetzt machen sollte Hinter ihm erklang ein verdächtiges Geräusch Das an ein Stöhnen erinnerte Walter machte einen wilden Satz über eine Konsole direkt vor ihm Noch in der Luft feuerte er blind nach hinten Er schlug hart auf Die Luft wurde aus seinen Lungen gepresst Er rollte sich herum, drückte sich an die Konsole und lauschte Es war nichts zu hören Walter blickte vorsichtig über die Konsole Es war nichts zu sehen Außer, dass er einen riesigen langen Brandfleck auf der Glaskuppel verursacht hatte Er wartete noch eine Minute Ohne, dass er etwas hörte oder sah Er überlegte, ob er die anderen rufen sollte Die Walter Meteor war eine Energiepistole, die keine lauten Geräusche machte Die anderen hatten sicher nichts mitbekommen O'Connor würde ihn wieder auslachen und verhöhnen Er entschied sich dagegen Trotzdem wusste er, dass er keine Ruhe finden würde Bis er nicht nachgesehen hatte Walter atmete tief durch Er kam langsam hinter der Konsole hervor Und bewegte sich auf die Stelle zu Wo er meinte, das Geräusch gehört zu haben Dort war einer der Sessel direkt an der Kuppelwand Der Sessel war mit seiner großen, massiven Lehne Walter zugewandt So dass er nicht sehen konnte Ob sich jemand oder etwas dahinter versteckte Er hielt sich links und schritt vorsichtig weiter Ohne den Sessel aus den Augen zu lassen Als er die Kuppel drei Meter neben dem Sessel erreicht hatte Sah er, dass ein Mann darin saß Der eine Kreuzritterrüstung trug Die Sessellehne, so hatte Walter gesehen Wies hinten ein großes, groß geschwärztes Einschussloch auf Walter richtete sich ein wenig auf und atmete beruhigt aus Der Mann würde tot sein, überlegte er Es kam nicht selten vor, dass bei Toten teilweise noch Stunden später Irgendwelche Fäulnisgase austraten Walter trat an den Sessel heran und drehte ihn zu sich Die Walter Meteor behielt er dabei in der Hand Man konnte ja nie wissen Mit der linken zückte er seinen Medikomp Und ließ ihn mit einer kurzen, routinierten Bewegung aus dem Handgelenk aufklappen Walter hatte sich gerade in seinen Scan vertieft Als seine Albträume plötzlich wahr wurden Etwas packte sein linkes Handgelenk Walter blickte instinktiv auf und in die Augen des Mannes, den er für tot gehalten hatte Der Kreuzritter hatte keinen Helm auf Aus seinem Mund kam ein Blutrinsal Die Augen waren von dicken, schwarzen Augenringen eingerahmt Die Haut kreidebleich wie bei einem Toten Die Lippen blau angelaufen und geschwollen Walter stieß einen gellenden Schrei aus Zugleich löste sich ein Schuss aus seiner Walter Meteor Der den Kreuzritter mitten in die Brustplatte traf Er ließ Walter los und riss die Augen unnatürlich auf Seine Mundwinkel verzogen sich vorwurfsvoll Und seine Lippen bewegten sich in stummer Anklage Walter war nach hinten gestürzt Er lag halb auf einem Konsolenpult und konnte sich nicht rühren Den Feuerknopf seiner Energiewaffe hatte er losgelassen Der Kreuzritter hustete einen großen Schwall Blut Reusbitte sich und seine Lippen stießen langsam krächzende Worte hervor Sie haben uns überrascht Feuer! Feuer! Sie sagten, der Planet sei vom Teufel besessen Vom Teufel! Die letzten Worte schrie er und stieß ein irres Lachen aus Das durch jedes Husten unterbrochen wurde Bei dem er wieder eine beträchtliche Menge Blut Diesmal mit solcher Wucht ausstieß Dass das meiste davon Walter abbekam Der nichts weiter tun konnte Als regungslos zu verharren Der Mann sank in sich zusammen Walter brauchte keinen Medikum Um zu wissen, dass er gestorben war Minutenlang war er unfähig sich zu rühren Nach einer Weile Glitt er langsam von der Konsole Und entfernte sich Er erinnerte sich an den Befehl von Farrell Er würde großen Ärger kriegen Und den Käpt'n enttäuschen, wenn er sich nicht zusammenriss Walter überlegte Und zog eine Ampulle aus seinem Gürtel hervor Darauf stand in großen Lettern Morphin 712E Walter hatte das bisher nicht oft getan Nur wenn es absolut nicht anders ging Viele Soldaten wurden abhängig von Morphin Es nahm einem den Schmerz und die Angst Selbst schwerste Schicksalsschläge Konnte man mit Morphin einfach beiseite schieben Zumindest so lange Bis man versuchte es abzusetzen Danach traten die verdrängten Gefühle und Schmerzen Sofort wieder geballt hervor Das Morphin würde 14 bis 16 Stunden seine Wirkung tun Und ihn wach, fit, konzentriert, aber emotional distanziert halten Ein kurzes Zischen des Punkters Und weiterhin schwebte auf Wolke 7 Er vermeinte sphärische Klänge zu hören Ihm wurde wohlig warm und er kicherte Und begann ein wenig mit sich selbst zu albern Diese Wirkung war nach einer Morphininjektion Durchaus nicht ungewöhnlich in den ersten 30 Minuten Er hatte keine Angst mehr Nein, er nicht Walter packte seine Waffe fest Sollten Sie doch kommen Er würde es Ihnen allen zeigen Und Doc Conner würde es bei Zeiten ganz besonders dreckig besorgen Er, der große Walter Würde diesen erbärmlichen Wicht von Nova Scotia Zerquetschen wie eine Laos Der Gedanke gefiel Walter so sehr Dass er einen Luftsprung machte Und sich die beschreute Danach eilte er zum Funkgerät Um eine Nachricht an die Randstation aufzuzeichnen Nach einer ganzen Weile Während er sich königlich amüsiert Aber nichts auf die Reihe gekriegt hatte am Funkgerät Gelang es ihm endlich eine Nachricht Frei von Lachanfällen und albernen Randbemerkungen aufzuzeichnen Und abzusenden Walter wusste, dass es einen Tag dauern würde Bis die Nachricht, die nur mit Lichtgeschwindigkeit übermittelt wurde Die Randstation erreichen würde Und eine mögliche Antwort Heaven's Gate erreichen konnte Bevels Stimme klang über das Stationskommensystem Zwiebel, bitte kommen Walter meldete sich Hören Sie, Zwiebel Wir haben den Reaktor soweit repariert Und den Orbit der Station stabilisiert Hier unten hat es eine wilde Schießerei gegeben Auf der technischen Ebene Wie es aussieht, ist der Halbzug der mobilen Infanterie Der auf dieser Station stationiert war Bis auf den letzten Mann von den Minenarbeitern ausgelöscht worden Walter verdrängte den Gedanken Dass womöglich er für den Tod des Letzten verantwortlich war Er hatte entschieden, den anderen nichts von der Begegnung mit dem Überlebenden zu erzählen Der Mann hatte sicher nur fantasiert Und wäre vermutlich sowieso seinen Verletzungen erlegen Unfälle passierten eben Und er sah keinen Grund, seine Karriere durch ein Disziplinarverfahren auf Spiel zu setzen Geholfen wäre damit keinem Die Morphin-Moleküle blubberten freundlich in Walters Hirn Die Euphorie war weg und sein Kopf klar Solche Gedanken schob er erstmal weit von sich Walter war Profi Marine Oberarzt Er würde wie einer handeln Soweit ich von den Instrumenten im Maschinenraum aus erkennen kann Hat die Atari abgedockt Und entfernt sich langsam von der Station Sie hat schon einige sinnlose Kurswechsel gemacht Die sie alle nach nirgendwo hinführen Scheint, als haben die keinen erfahrenen Piloten und werden nicht weit kommen Ich habe versucht Funkkontakt mit dem Stützpunkt in Porto Negro zu bekommen Aber ohne Erfolg Die atmosphärischen Störungen sind einfach zu stark Der Ranger und die anderen machen gerade einen der Terra-Tracks klar Kommen Sie runter auf das unterste Deck Wir fliegen runter zum Stützpunkt in Porto Negro Aye Sir Als Walter auf die unterste Hangarebene trat Wo die Terra-Tracks landeten Die für den Frachtaustausch zwischen der Station und dem Planeten verantwortlich waren Rot sich immer ein Bild großer Zerstörung Überall lagen Leichen von Kreuzrittern und Minenarbeitern Sicher an die 20 Tote waren das Viele der Terra-Tracks wiesen massive Einschusslöcher auf Der Ranger war gerade mit Hilfe der anderen dabei Das Cockpit des am wenigsten beschädigten Terra-Tracks wieder atmosphärisch zu versiegeln Terrell kam zu ihm und meinte Zwiebel, nehmen Sie sich eine Antigrafbare Und bringen Sie die Leichen aus der Kommandozentrale hierher Bevor wir abfliegen, legen wir die sterblichen Überreste der Infanteristen Und auch der Minenarbeiter in einen Kühlcontainer Das ist alles, was wir für die Bedauernswerten tun können Walter machte sich an die Arbeit Das Terra-Track hob ab und bewegte sich sachte in Richtung Schleuse Terrell steuerte das Raumschiff gewohnt routiniert und fehlerfrei Auf dem Rücken der Terra-Tracks war die TSU erbaut worden Und diese Transportschiffe für orbitale und interplanetare Flüge zu den Monden und Planeten eines Sonnensystems gab es zu Millionen in der TSU Sie glichen von oben betrachtet in ihrer Form eine Eidechse Hauptstück war der Rumpf des Schiffes 6 Meter breit, 3 Meter hoch und 20 Meter lang Der im Grunde nicht mehr war als eine simple Konstruktion aus Metallstreben An diesen entlang verlief die Verkabelung des Schiffes Und sie waren so geformt, dass man Frachtcontainer in diese Konstruktion einhängen konnte Am vorderen und hinteren Ende, jeweils rechts und links waren 3 Meter breite würfelförmige Anbauten Aus denen unten Teleskopbeine ragten Die am unteren Ende Landeteller hatten Auf denen sie bei der Landung aufsetzten In den Würfeln waren außerdem simple Schubdüsen untergebracht Die einem Terra-Track ermöglichten sich in jede erdenkliche Richtung zu drehen und zu bewegen Am Heck gab es einen einfachen und für ein Schiff dieser Größe eher leistungsschwachen Antigrafionenantrieb Terra-Tracks mussten nicht schnell und wendig sein sondern kostengünstig und zuverlässig Frachtcontainer innerhalb der Systeme hin und her bewegen Am vorderen Ende des Rumpfes war ein keilförmiges Cockpit von 5 Metern Länge Auch hier war die Ausführung bei Computern, Ortungs- und Navigationssystemen simpel und auf ein Minimum, das nötig war, diese Schiffe zu fliegen, beschränkt Im Cockpit konnten drei Personen Platz nehmen Im hinteren Teil gab es einen abgetrennten kleinen Schlafraum der von den Piloten bei längeren interplanetaren Flügen genutzt werden konnte Der Flug von einer Orbitalstation zur Planetenoberfläche dauerte in der Regel nur wenige Minuten Hier lagen die Dinge jedoch ein wenig anders Tanzwal war durch die Fenster des Cockpits gut zu sehen Der Planet sah aus wie eine große, schwefelfarbene, rübe Kugel Die Stürmer auf der Oberfläche waren so stark dass man aus dem Weltraum keine Details der Planetenoberfläche erkennen konnte Es drang auch kein Funkfeuer von der Oberfläche zu ihnen rauf Peril musste mit Navigationsdaten aus dem Schiffskomputer und mit Hilfe einiger Navigationssatelliten im Orbit des Planeten die angepeilt hatte, die Position von Porto Negro schätzen Sie tauchten in die Atmosphäre ein und sanken langsam tiefer in die trübe Suppe hinab Nach einer Weile kamen sie in dichtere atmosphärische Schichten Die Windböen zerrten spürbar an dem Terra-Track und quasi jede Sekunde schlugen Blitze in der Hülle des Schiffes ein Peril musste die Cockpit-Fenster verdunkeln, damit sie überhaupt noch etwas sehen konnten So blendend war die Helligkeit der auf der Oberfläche des Schiffes einschlagenden Blitze Je tiefer sie sanken, desto schlimmer wurde es von Minute zu Minute Sir? fragte Kelly Ja? Peril schaute weiter konzentriert auf die Anzeigen vor ihm Glauben Sie, das ist klug? Noch haben wir ein bisschen Spielraum, bevor es kritisch wird Ich sage Ihnen, wenn Sie sich offiziell Sorgen machen müssen Und ab wann sollte ich mir inoffiziell Sorgen machen, Sir? Wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie bei der mobilen Infanterie unterschrieben haben Der Ranger lachte und auch Walter musste grinsen, trotz ihrer mystischen Lage Das Morphin wirkte, wie es sollte Walter war entspannt und fühlte sich wie Mr. Ice persönlich Es bereitete ihm ungeheures Vergnügen zu sehen Wie O'Connor, der mit ihm auf dem Boden der Kabine hatte Platz nehmen müssen Offensichtlich ziemlich angespannt war Ein lautes Knacken und Rauschen war plötzlich im Cockpit zu hören Terra Track 4 Ihr Porto Negro Contr Senden Leitstrahl Vector Ist klar zur Landung, over Peril erwiderte Roger Porto Negro Control Tower Ihr Terra Track 4 Setze zur Landung an, over Peril hob die Verdunklung der Cockpitfenster wieder auf Er schien sich nicht allein auf den Leitstrahl und die Höhenanzeige verlassen zu wollen Die Blitzereinschläge waren in den letzten Minuten wieder abgeflaut Nur hin und wieder wurden sie noch getroffen Walter beugte sich vor, um besser durch die Scheibe unter seinen Füßen sehen zu können Peril hatte die Scheinwerfer des Terra Tracks eingeschaltet Die Lichtkegel durchschnitten die Atmosphäre Die hier noch viel mehr wie Schwefeldampf aussah, als von oben aus dem Orbit Plötzlich schälten sich Silhouetten aus den dichten Schwaden Eine Art Hochhausdach war zu erkennen, auf dem Positionslichter blinken Einige Sekunden später konnten sie die ganze Siedlung sehen Überall auf den Flachdächern der Gebäude von Porto Negro waren Positionslichter sowie auch vereinzelte Scheinwerfer, die nach oben gerichtet waren und rhythmisch hin- und herschwenken Das Landefeld neben dem Kreuzritterstützpunkt leuchtete auf wie ein Weihnachtsbaum, als sie näher kamen Walter erkannte einige Gestalten, die auf einer Seite des Feldes herumliefen Peril brachte das Terra Track zum Stehen Piligran ließ er das Heck des Schiffes um den Bug schwenken und setzte den Sinkflug fort Sie setzten genau in der Mitte des großen Landefeldes weich auf Das Terra Track war perfekt zu den Kanten des Landefeldes ausgerichtet Bescheidenheit ist nicht Ferris Ding, dachte sich Walter Ferris schaltete alle Triebwerke ab und fuhr die Systeme des Terra Tracks runter Kelly machte sich an der Bodenschleuse zu schaffen Sie klappte nach unten und Kelly fuhr die schmale Treppe aus bis sie auf dem Landefeld aufsetzte Nacheinander stiegen sie aus Die Luft war atembar dank der sechs Terraformer die auf dem Planeten schon vor einigen Monaten ihre Arbeit aufgenommen hatten Sie brauchten keine Atemmasken oder ähnliches Jedoch waren immer noch Gase in der Luft enthalten die das menschliche Immunsystem nur unzureichend abbauen konnte Nach einigen Stunden ohne Filtermaske auf Transval setzte Übelkeit ein, die sich nach und nach ausweitete bis der Betroffene Brechheits bekam der immer schlimmer wurde auch wenn es nichts mehr zu erbrechen gab und ihn handlungsunfähig machte Nach einer Weile würde ein qualvoller Tod eintreten, wenn keine Hilfe kam Als sie unter dem Terra-Track hervorkamen sahen sie sich einem Halbzug mobiler Infanterie gegenüber Die zwölf Soldaten standen im Halbkreis um das Cockpit des Terra-Tracks und zielten mit ihren Sturmgewehren auf Walter und die anderen Einer der Kreuzritter trat vor und leuchtete ihn einzeln ins Gesicht Er musste brüllen, um sich gegen den Wind verständlich zu machen Wer sind sie? Farrell antwortete Ich bin Fregatten-Captain Jake Farrell Kommandant und Pilot des Transport-AKBs TM-Hatari Die Männer sind meine Crew Wir sind eine Ersatzcrew Unsere Vorgänger sind alle erkrankt Gut, folgen Sie mir, Gentlemen Der Soldat schritt voran auf den Eingang zum Kommandobunker zu und sie folgten ihm Walter versuchte mehr zu erkennen Was angesichts des Staubes in der Luft und der Böen gar nicht so einfach war Kein Sonnenstrahl drang bei diesem Sturm durch die Atmosphäre bis zur Oberfläche Nur die Lichter der Stadt und die Flutscheinwerfer des Stützpunktes erhielten das Dunkel Walter versuchte trotzdem, so viel wie möglich zu erkennen Er hatte kurz vor der Landung einen guten Ausblick auf die Anlage gehabt Das Landefeld war 200 Meter lang und 150 Meter breit Der Stützpunkt inklusive des Landefeldes war von starken Eisenmauern mit Stacheldrahtverhauen gegeben An jeder der Ecken gab es einen 12 Meter hohen Wachturm Der mit einem schweren MG und einem Blutscheinwerfer ausgestattet war Neben dem Landefeld befand sich der Bunker Er bestand aus seinem zentralen Hauptgebäude mit einem 30 Meter hohen Kontrolltower Einer Garage für PTF-Fahrzeuge und zwei Lagerhallen, die an den Ecken verbunden waren Ein solcher Bunker bot Platz für drei Züge mit insgesamt 66 Mann In der Garage mochten fünf PTF-Standards stationiert sein Ein solcher Bunker war in der Lage, einige direkte Treffer durch Bordwaffen von Schiffen im Orbit wegzustecken Auf dem Dach des Hauptgebäudes befand sich eine überschwere Lafette mit einem Ionengeschütz Das auf angreifende Schiffe seinerseits das Feuer eröffnen konnte Die Invasion einer Flotte konnte ein einzelner Bunker dieser Art nicht lange aufhalten Aber gegen die Piraten, die überall in den dünn besiedelten Außenwelten ihr Unwesen trieben, war so eine Anlage Gold wert Walter war sich sicher, dass der Planet ohne den Schutz dieser Kreuzritter alle paar Wochen ausgeraubt werden würde Rechts von ihnen erkannte Walter die Wracks von drei ausgebrannten Transportgleitern Die Soldaten, die sie eben noch mit ihren Waffen bedroht hatten, waren auf einen Wink des Mannes, der sie gerade ins Hauptgebäude führte, wieder dorthin zurückgegangen Sie fuhren fort damit, die Leichen in Säcke zu packen und auf einen Transportgleiter zu laden Die Minenarbeiter hatten also auch hier gewütet Sie mussten sich unter einem Vorwand mit ihren Transportgleitern Einlass auf das Gelände des Stützpunktes verschafft haben Völlig überraschend mussten sie zugeschlagen haben, um die Kreuzritter so eiskalt zu erwischen, wie es hier anscheinend der Fall war Sie gingen durch eine Drehtür und kamen in die Eingangshalle des Bunkers Hier gab es einen Empfangsschalter, der jedoch im Moment nicht besetzt war Bis auf einige Pflanzen und die obligatorischen martialischen Flaggen, Gemälde und anderen Kunstwerke, die in keinem Gebäude der Kreuzritter fehlen durften war das Foyer so karg und spartanisch eingerichtet, wie man es erwarten würde Die hier stationierten Einheiten gehörten zum 731. Raumlanderegiment Oliver Cromwell Der Mann führte sie durch das Foyer und durch einen Gang ins Innere des Gebäudes Nach einigen Metern boke er rechts ab Der Raum, in den sie traten, war eine Kantine Ihr Führer nahm seinen Helm ab und stellte sich vor Mein Name ist Second Lieutenant Norbert Schulz, Stellvertreter der Stationskommandantin Machen Sie es sich bequem und verzeihen Sie den etwas rüden Empfang Erzählen Sie mir bitte, wie die Lage auf der Orbitalstation ist Perl antwortete Ich habe schlechte Nachrichten, Mr. Schulz Das Gesicht des Leutnants verdüsterte sich Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Besatzung von Heaven's Gate ebenfalls von den Minenarbeitern überrascht und getötet worden ist Wir hatten Glück Die Minenarbeiter haben uns zwei in eine Falle gelockt und unser Schiff in ihre Gewalt bringen können Tote haben wir aber keine zu beklagen Ohnen Sie sich erstmal aus Ich erstatte der Kommandantin Bericht Sie wird Sie dann sicher gerne selber sprechen wollen An der Tür hielt Schulz kurz inne und schaute zu Feral rüber Ja, Mr. Schulz Hm, Sir, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Sir Aber die Kommandantin ist oft schnell umgehalten Selbst bei unwichtigen Anlässen Und dieser Anlass, die Auslöschung eines ganzen Zuges mobiler Infanterie Der Verlust an Menschenleben und kostbarem Material Ganz zu schweigen vom Verlust eines hyperraumtauglichen Schiffes Und der medizinischen Güter, die Sie liefern sollten Ich verstehe, Mr. Schulz Sie meinen, wir sollten uns für das Zusammentreffen mit der Kommandantin ein dickes Fell zulegen Unbedingt, Sir Danke, Mr. Schulz Aye, Sir Sie sind die dümmsten, verblödelsten Hornachsen Die mir je untergekommen sind So viel Inkompetenz findet man selten in einem Raum wie diesen hier Da könnten Sie sogar recht haben, Ma'am Major Kerstin Steinbeißer funkelte Feral mit hochrotem Kopf an Wie können Sie es wagen? Ich bin hier die Kommandantin Sie sind nichts weiter als eine inkompetente cholerische Schnäpfe Die man zur Abkühlung auf dieses Loch von einem Planeten versetzt hat Was? Wie können Sie es wagen, mich zu beleidigen? Steinbeißer schaute Feral einige Sekunden fassungslos an Sie beleidigen und beschimpfen uns hier seit zehn Minuten am laufenden Band Dabei sitzen wir beide im selben Boot Wobei ich die wesentlich besseren Karten habe Sie haben meinen ganzen Zug verloren Und ich keinen einzigen Mann Mich würde nicht wundern, wenn man sie im Nachhinein zum Sündenbock macht Für alles, was hier schiefgelaufen ist Und vielleicht noch schieflaufen wird An ihrer Stelle würde ich den Ball deutlich flacher halten Steinbeißer zwang sich sichtlich zur Ruhe Dann konntete sie Legen Sie sich nicht mit mir an, Feral Ich warne Sie In diesem System bin ich das Gesetz Erstens bin ich Flotte und Sie mobile Infanterie Und zweitens ist mein Dienstgrad höher Ich bin nach geltendem TSU-Recht Die nominelle Systemgouverneurin Solange es keine Zivilregierung gibt Mit dem Recht jederzeit das Kriegsrecht auszurufen Und ich habe davon Gebrauch gemacht Sie stehen also bis auf weiteres unter meinem Kommando Ungehorsam und Insubordination Werden mit standrechtlicher Erschießung bestraft Ähm, gut, das bleibt Ihnen überlassen Herr Schien in diesem Fall anscheinend die Hände gebunden Sie alle erscheinen hier morgen früh um 8 Uhr planetare Zeit zum Dienst Was wird aus der Atari? Das geht Sie überhaupt nichts an Kompetente Leute werden sich um das Problem kümmern Hören Sie nur Ihre Befehle aus Wir brauchen eine Unterkunft für die Dauer unseres Aufenthalts Wie wäre es mit der RS-Zelle? Gehen Sie mir aus den Augen und melden Sie sich morgen um 8 Uhr bei Schulz zum Dienst Farrow und die anderen salutierten und gingen Auf dem Weg zum Foyer sagte Devanger Mann, ist die geladen, Jake Wir müssen vorsichtiger sein Sage das als dein Freund Das mit dem Sündenbock hättest du nicht sagen müssen Die läuft amok, wenn sie unter zu starken Druck gerät, die Tante Vielleicht hast du recht, Taylor Sie erreichten das Foyer, wo Schulz am Empfang saß Und sich an einer der Konsolen zu schaffen machte Farrow fragte Na Schulz, was machen Sie? Ich erstelle einen Dienstplan für die nächsten Tage Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll Den Ausfall eines ganzen Zuges auszugleichen Wir waren schon von Anfang an chronisch unterbesetzt Aber das hier toppt alles bisher Gesehene Erklären Sie uns bitte, was das Problem ist Naja, ich hab noch vier Halbzüge, mit denen ich planen kann Einer rückt morgen aus und untersucht Grube 1 Steinbeißer will herausfinden, was die Minenarbeiter so verrückt hat spielen lassen Der ist sicher nicht vor drei bis vier Tagen wieder hier Einen weiteren Halbzug muss ich nach Heaven's Gate schicken Die Station muss laut Vorschrift sechs Mann Besatzung haben Mit einem zwölf Stunden Schichtsystem ist das zu schaffen Dann bleiben mir noch zwei Halbzüge Einer muss hier im Bunker bleiben, falls etwas passiert Der andere muss laut Vorschrift in Bereitschaft bleiben Falls aus einer der Siedlungen ein Hilferuf kommt Na bitte, passt doch wie die Faust aufs Auge Schulz Ach ja? Schulz verzog spöttisch das Gesicht Und wann essen und schlafen unterholen sich die Leute von ihren Schichten? Und was, wenn es zum Beispiel Ärger in der Stadt gibt Und ich jemanden hinschicken muss, um nach dem Rechten zu sehen? Steinbeißer hat mich informiert, dass sie zwangsrekrutiert wurden Tut mir leid für sie Aber ich hab sie auch schon mit eingeteilt Peril und Derringer bleiben hier in der Basis Wir brauchen qualifizierte Leute wie sie Kelly O'Connor und Zwiebel bleiben als Reserve Falls es zu unvorhergesehenen Entwicklungen kommt Peril fragte Was denken Sie eigentlich, Schulz? Wie konnte es dazu kommen, dass die Minenarbeiter amok gelaufen sind? Gute Frage Wir hatten in letzter Zeit einige wenige Hinweise auf Gulag-Missbrauch Unter den Arbeitern Was ist Gulag? Fragte O'Connor, der seit dem Vorfall mit den Minenarbeiter nicht viel gesprochen hatte Es schien, als hätte O'Connor in den letzten Stunden einiges von seiner Selbstsicherheit eingebüßt Walter antwortete Gulag ist eine Droge, die von Minenkonzernen manchmal an ihre Arbeiter verteilt wird Vor allem auf entlegenen Minenkolonien, die wenig profitabel sind Die Droge bewirkt, dass der Arbeiter ackert bis zum Umfallen Als Folge davon steigt die Todesrate unter den Betroffenen stark an Unfälle, Selbstmorde und vor allem Tod durch Erschöpfung häufen sich signifikant Dass Leute da von Amok laufen, habe ich noch nie gehört Vor allem gleich Dutzende auf einmal Schulz zuckte mit den Schultern Mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt auch nicht ein Sagen Sie mal, Schulz, wo können wir eigentlich übernachten? Hm, Steinbeißer hat mich angewiesen, Sie auf keinen Fall über das allernotwendigste Minimum hinaus zu unterstützen Ich empfehle Ihnen das Hotel Austria Wenn Sie vorne durch das Tor gehen, biegen Sie rechts ab und gehen die Hauptstraße hinunter Sie kommen nach 200 Metern an der Pizzeria da Salvo vorbei Wenn Sie gut essen wollen, die beste Adresse in der Stadt Noch mal 100 Meter weiter ist das Hotel Danke Schulz, bis morgen Sie verabschiedeten sich von Schulz und traten ins Freie Er schien ein netter Kerl zu sein, dachte Wolter Er hatte nur das Pech im Leben, im Offizierstab von Kerstin Steinbeißer gelandet zu sein Er trug ihre Tiraden leidlich gut und versuchte das Beste daraus zu machen Aber wie lange konnte ein Mensch das durchhalten? Kapitel 5 Der Geologe Devin Jarif Da ist ja die Pizzeria da Salvo Wenn ich meine Uhr richtig eingestellt habe, haben wir noch 10 Stunden, bis wir uns bei Schulz melden müssen Ich würde gerne was essen und ein paar Bierchen nach dem ganzen Stress wären auch nicht falsch Hat jemand Lust mitzukommen? Er stellte sich raus, dass alle von der Idee angetan waren Über der Eingangstür, die aus Holzimitat im Kolonialstil gefertigt war, war eine halb intakte Leuchtreklame angebracht Das Da Salvo plackerte alle paar Sekunden kurz auf und hatte etwas Rühriges an sich Das wie ein totaler Anachronismus in dieser feindlichen Welt wirkte Da hatte jemand versucht, sich ein Stück Heimat und Tradition zu bewahren Sie traten ein und sahen sich um Die Kneipe war sehr gemütlich, mit dem obligatorischen Steinofen Die Möbel, ebenfalls das Holzimitat, beeinten in sich verschiedene Stilrichtungen aus dem europäischen vorindustriellen Zeitalte Die ganze Kneipe war ein subtiler, schaffener Retro-Trip in eine Zeit, die es nicht mega Diese Retro-Bewegungen waren in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Mode gekommen Die Gegenwart des Menschen, der von der Erde aufgebrochen war, die Zukunft zu erobern War so schrecklich, dass sich viele nach der Vergangenheit sehnten Einer vermeintlich unkomplizierten sicheren Welt Ohne habgierige Konzerne, berupte Beamte, Krieg und Mangel Sie setzten sich an einen der freien Tische und studierten die Speisekarte Signore da Salvo eilte sogleich herbei, seine neuen Gäste persönlich zu bewerten Die Pizzen waren aufgegessen Und sie prosteten sich gerade das erste Mal mit der zweiten Runde Bier zu Die Stimmung war gelöst und entspannt Und Walter hatte schon fast vergessen, was für ein Tag hinter ihnen lag Derringer und Farrell hatten sich Zigaretten angesteckt und schmauchten wohlig Von irgendwo draußen war ein gedämpfter Knall zu hören Die Männer blickten sich kurz an Aber der volle Magen, die warme Stube, die kühlen Biere Und der Wunsch, einfach nur zu entspannen, waren zu groß Als dass jemand Anstalten gemacht hätte, sich zu erheben und nachzusehen Nur Signore da Salvo sagte leise in seinem unachahmlichen Akzent Mamma mia, was war das? Eine Frau rief aus der Küche Salvatore, prego Signore da Salvo erhob sich von seinem Hocker und schlappte zur Tür Er zog einen der Türflügel einen Spalt breit auf Und steckte seinen Kopf hindurch, um die Straße zu überblicken Er stieß einen kurzen Schrei aus und zog sich wie von der Tarantel gestochen zurück Und floh in die Küche Während die anderen an seinem Tisch blitzartig aufsprangen und weg vom Tisch in Deckung hechteten Von der aus sie auf die Tür zielen und alles in Fetzen schießen konnten, was hindurchkommen würde Lies sich Walter einfach unter den Tisch auf den Boden plumpsen Er suchte hinter einer Sitzbank Deckung Zog seine Walter Meteor und richtete sie auf die Tür Atemlose Sekunden verstrichen, bis einer der Türflügel ganz langsam aufzugehen begann Ein langgezogenes Quietschen war zu hören Walter kniff die Augen zusammen und versuchte, in dem entstehenden Schlitz zu erkennen, was da reinkommen würde Plötzlich schwang die Tür auf und ein Körper fiel von über auf den Boden O'Connor sprang über einen der Tische und war mit einem Satz an der Wand seitlich der Tür Er richtete seine Waffe auf den Kopf des Mannes und brüllte Hände über den Kopf! Eine falsche Bewegung und du bist tot! Farrell rief O'Connor, nicht schießen und Stellung halten! Er arbeitete sich von der anderen Seite an die Tür heran Farrell zog mit einem schnellen Ruck eine Tischdecke zu sich Er wickelte sie um seine Hand und griff nach dem Arm des Liegenden Und zog ihn seitlich von der Tür weg O'Connor schloss die Tür, als die Beine des Mannes nicht mehr im Weg waren Farrell drehte ihn auf den Rücken Walter konnte erkennen, dass er dieselben Verletzungen hatte, die sie auch bei den Minenarbeitern gesehen hatten Von hinten ertönte ein spitzer Schrei und jemand rannte deutlich hörbar davon Signore da Salvo zeterte laut und klagte Seien Sie still! Hörte Walter sich sagen Er kroch zu dem Mann und zückte seinen Medikon Signore da Salvo verstummte und eilte seiner Frau hinterher Der Mann war entsetzlich entstellt und es war offensichtlich, dass er gerade im Sterben lag Ihn anhand seines Äußeren identifizieren zu wollen, war völlig undenkbar Walter scannte lange und intensiv alles, was ihm einfiel Er fand jedoch weder etwas wie bei den Minenarbeitern Noch wusste er, was er hätte tun können, um das Leben des Mannes doch noch irgendwie zu retten Wie seine Wunden entstanden waren, konnte er sich nicht erklären Kelly meinte Hier an dem Intercom ist eine Notrufnummer Soll ich mal versuchen, Schulz zu erreichen, Sir? Warten Sie noch, Kelly Cheryl nickte Was meinen Sie, Zwiebel? Ich bin ratlos, Sir Das gleiche wie bei den Minenarbeitern Irgendeine Krankheit oder einen sonstigen Effekt, der sowas verursacht, kennt der Medikon nicht Ich muss allerdings dazu sagen, mein Fachgebiet ist die Traumachirurgie Genetik und spontane Gewebemutationen standen nicht unbedingt häufig auf dem Lehrplan in der Flottenakademie Ich kann bestenfalls ein wenig mit bestehendem Erbgut rumspielen, Eigenschaften gezielt ausprägen lassen oder kombinieren Aber das hier ist etwas ganz anderes Hier wurde das Erbgut verändert in einer Art und Weise, für die es keine Beispiele in der Datenbank gibt Die Wissenschaftler von Shark Industries sollen kurz vor dem Krieg in dem Bereich echte Fortschritte gemacht und taugliche Anwendungen entwickelt haben Aber das Wissen darum ist wohl mit dem Planeten Oranien für immer untergegangen und verloren Soweit ich weiß, finden in der TSU sonst keine Forschung in dem Bereich statt Zumindest nicht offiziell O'Connor platzte raus Wovon zum Teufel redest du, Zwiebel? Er klang wieder leicht hysterisch, wie oben auf der Station Walter entging nicht, dass die anderen drei O'Connor beäugten War das Misstrauen? Hatten sie gar ebenso die Befürchtung, dass O'Connor langsam die Nerven zu verlieren begann? Walter zog schon mal vorsichtshalber verdeckt eine Ampulle Morphin aus seinem Gürtel und schob sie in seinen Punkte, bevor er antwortete Ich rede von der Kreation neuer Eigenschaften, die es bisher noch nicht gibt Verstehen Sie, O'Connor? Genetik gibt es seit knapp 300 Jahren Doch in der Zeit beschränkte sie sich darauf, Fehler im Erbgut zu finden und zu ersetzen oder bestimmte Eigenschaften gezielt bei einem Embryo hervortreten zu lassen Der Gipfel der Anwendung war die Kombination bestimmter Eigenschaften um optimierte Menschen, Tiere oder Pflanzen zu erzeugen Jedoch musste man schnell erkennen, dass die Architektur des menschlichen Genoms Grenzen hat Immer wenn man bestimmte Eigenschaften besonders stark betont, schafft man irgendwo anders starke Defizite Eine große Erkenntnis dieser Versuche war Das Wunder Mensch ist seine Flexibilität und die Fähigkeit sich anzupassen Diese Eigenschaft ist es, die letztlich sein Überleben garantiert Alle genetisch optimierten Menschen, die man erschuf, waren in der Hinsicht ein Rückschritt Im Vergleich zum natürlich entstandenen Menschen Also ließ man solche Versuche wieder fallen Die Wissenschaftler waren sich einig, dass man den Menschen von der Zelle an komplett neu hätte erschaffen müssen Versuche in diese Richtung haben jedoch bisher nur bizarre Monstrositäten hervorgebracht Die es nie über das Laborstadium hinaus geschafft haben Einzige Ausnahme vielleicht Shark O'Connor erwiderte wieder ein wenig zu heftig Du spinnst doch, Zwiebel Willst du uns erzählen, der Mann hier wurde von jemand genmanipuliert? Das ist doch völliger Unsinn Das habe ich so nicht gesagt Mag sein, dass es einen Effekt hier auf dem Planeten gibt, der das bewirken kann Eins weiß ich aber sicher Diese Verwachsungen gehen tief ins Gewebe Sie sind nicht durch Säure, Hitze oder Plasma entstanden Ich würde sagen, jemand oder etwas hat sein Erbgut verändert Zellen haben angefangen, sich zu teilen bei dem Versuch, neues Gewebe zu bilden Der Effekt war aber nur auf Teile des Körpers beschränkt Offensichtlich waren das alte und das neue Gewebe nicht kompatibel Und sein Körper wurde zum Schlachtfeld des Immunsystems So lassen sich zumindest 80% seiner Entstellungen erklären Kelly versuchte es erneut Sir, ich würde mich gerne mal draußen umsehen und schauen, ob ich Spuren finde Und feststellen kann, woher der Mann gekommen ist Farrell überlegte Okay, Kelly, machen Sie das Zwiebel, Sie gehen mit Vielleicht können Sie weitere Erkenntnisse gewinnen O'Connor verlor nun vollends die Fassung Auch wenn keiner von euch das aussprechen will Hier stimmt was nicht und das ganz gewaltig Ich bin dafür, wir verschanzen uns im Stützpunkt und fliegen mit dem nächsten Schiff ab Ich habe keine Angst vor Menschen, die mich beschießen und auf die ich schießen kann Aber das hier ist mir eine Nummer zu heftig Ich will nicht so enden wie diese armen Teufel Bevor Farrell etwas erwidern konnte, sprang Daringer ein Heißen Sie sich zusammen, Sie Spatzenhirn Sie haben bei Ihrem schönen Plan etwas vergessen Steinbeißer, wir müssen morgen zum Dienst antreten Wenn Sie sich vor Steinbeißer so eine Szene erlauben Garantiere ich Ihnen werden Sie an die Wand gestellt Oder wenn Sie Glück haben, bekommen Sie lebenslänglich und landen auf einem Lotech-Gefängnisplaneten wie Treiberviel Dort leckt man sich die Finger nach jungen, knackigen Knaben wie Ihnen, O'Connor Also kneifen Sie die Arschbacken lieber jetzt zusammen Im Fall der Fälle haben Sie diese Option nämlich nicht mehr Daringer lachte sadistisch und O'Connor blickte sich gehetzt um Aber wir müssen doch irgendwas tun Farrell sagte Wir können gar nichts weiter tun als unseren Dienst Und vorsichtig sein und die Augen offen halten Daringer hat recht, O'Connor Sie müssen sich zusammenreißen Ich bin zwar kein Freund davon Aber von mir aus lassen Sie sich von Zwiebelmorphin injizieren O'Connor sprang zurück in die Ecke des Raumes Richtete sein Sturmgewehr auf die anderen Und schwenkte es ostentativ einmal hin und her Und zielte dann auf Walter Bleib mir von der Pelle Zwiebel Wenn dein Punkt an mir auch nur zu nahe kommt Lege ich dich um? Meine Reflexe sind alles, was ich in dem Job habe Wenn ich ein Junkie bin, kriege ich bestenfalls einen Job als Parkwächter Bei deinem Miku könnte das sogar stimmen Lästerte Walter Das Morphin wirkte immer noch Walter hatte keine Angst Und O'Connor ging ihm zusehends auf die Nerven Maul halten, Zwiebel! fuhr Farrell ihn an Sie, O'Connor, nehmen sofort Ihre Waffe runter O'Connor atmete hörbar ein und aus Für einen Moment war die Anspannung gewaltig Allen war klar, dass er seine Gewehrgranate in so einem kleinen Raum nicht abfeuern konnte, ohne sich selbst wegzuspringen Wenn es zu einem Feuergefecht käme, würde O'Connor sicher den Kürzeren ziehen Die Frage war nur, wenn er alles mitnehmen würde O'Connor schien nach einigen Sekunden selbst zu der Einsicht gelangt zu sein Er nahm sein Gewehr runter Okay, aber kein Morphin oder so ein Kram Kein Arrest, keine Konsequenzen Kein Eintrag in die Akte Und sollte ich beschließen, mich abzusetzen, verfolgt mich keiner von euch Einverstanden? Alle nickten Und Farrell sagte Ich werde sie nicht dran hindern, ihr Leben wegzuwerfen, Soldat Aber ich will, dass solche Szenen nicht mehr vorkommen Richten Sie Ihre Waffe nie wieder Auf einen von meinen Männern Haben Sie das verstanden, O'Connor? Es war keine Frage Jawohl, Sir Gut Gehen Sie mit Kelly und Zwiebel Dann haben Sie alle drei Gelegenheit, sich ein wenig abzukühlen Der Ranger und ich kümmern uns darum, dass die Kreuzritter informiert werden Und die Ereignisse so geschildert werden, dass Steinbeißer Keim von uns einen Strick draus drehen kann Und nun weggetreten Die drei salutierten und machten sich auf den Weg Sie erreichten den Stadtrand von Porto Negro Die festen Straßen der Stadt endeten hier Rechts von ihnen war der Stützpunkt der Kreuzritter Weiter nach Süden führte nur noch eine breite planierte Schotterpiste Die zunächst anstieg und aus der Senke führte, in der man Porto Negro errichtet hatte, um es vor den ärgsten Winden zu schützen Weiter oben verlor sie sich zwischen den schroffen schwarzen Felsen Von hier unten gesehen war der gesamte Horizont schwarz und schwarz Und die Sicht betrug höchstens vier bis fünf Meter In den Kegeln ihrer Scheinwerfer, die bei diesen Bedingungen circa 25 Meter weit reichten Hatte der Staub in der Atmosphäre eine dunkle, mutzig-gelbe Färbung O'Connor fragte Bist du sicher, dass er von dort gekommen ist? Die Karte sagt, da hinten kommt erstmal 100 Kilometer gar nichts Wie weit kann er in seinem Zustand gelaufen sein? Nicht weit, räumte Walter ein Kelly entgegnete Er ist aber von dort gekommen Sie haben recht, O'Connor, dass er nicht weit gelaufen sein kann Folgen wir den Spuren weiter bis zu seinem Ausgangsort Er lief weiter und Walter folgte ihm Kelly nutzte die Ortungssysteme seines Scout-Helms Mit bloßem Auge hätte er die Spuren bei diesen Umweltbedingungen weder finden noch verfolgen können Auch so war es schwierig gewesen Immer wieder hatten sie einhalten müssen Damit er die Straße absuchen konnte Nach 500 Metern kamen sie aus der Senke und erreichten einen Kamm An der Sicht änderte das nichts Jenseits der Lichtkegel war die Welt ein schwarz und schwarz Ohne dass man auch nur einen Horizont hätte sehen können Da hinten ist doch was Kelly richtete seinen Scheinwerfer auf einen Punkt an der Straße Siehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, du hast recht Walter meinte dort eine Art Gleiter zu sehen Sie gingen näher Der Gleiter war von der Straße abgekommen Und hatte die Felsen seitlich davon gerammt Er hatte sich überschlagen Und lag nun auf der Seite Die Scheiben waren zerschlagen Und das Glas lag überall verstreut Walter zückte seinen Metz-Scanner Und ließ nach Blutspuren suchen Du hast recht, Kelly An einigen der Splitter ist Blut Das sich mit dem Des Mannes aus der Pizzerie erdeckt Ja, halt das Ich werde mal reinklettern Und schauen, ob ich was finde Kelly gab Walter seine Taschenlampe Als er in den Gleiter geklettert war Reichte Walter ihm die Taschenlampe Ich hab was gefunden Walter bekam eine Art Koffer durchgereicht Soweit er sehen konnte War der Koffer aus Metall Er schien aufklappbar zu sein Und über sehr viele Fächer zu verfügen Kelly kam schon wieder unter dem Gleiter hervor Das war's Hier finden wir nichts mehr Die Bordelektronik ist bei dem Aufprall zerstört worden Der Kristallspeicher war zerbrochen und zerbröselte Als ich ihn entnehmen wollte Da ist nichts zu machen Sie machten sich schweigend auf den Rückweg Als sie die Stadt erreichten Sahen sie O'Connor immer noch dort stehen Er schloss sich ihnen schweigend an Und sie gingen wieder zur Pizzeria zurück Farrell und Derringer saßen zusammen und redeten Als sie eintraten Von der Leiche war nichts mehr zu sehen Und auch Signore Dasalbo war wieder an seinem Platz Wenn auch sichtlich mitgenommen Als sie wieder beisammen saßen Erfuhren sie von Farrell Dass Schulz mit einem seiner Männer In der Zwischenzeit den Leichnam abgeholt hatte Für morgen früh war eine Besprechung Über den Vorfall angesetzt Für der auch sie erscheinen sollten Kelly zog einige ID-Cards Und einen Kretschstab aus der Tasche Er legte den Kretschstab auf den Tisch Und studierte die ID-Cards Sehen wir mal, was wir da haben Gustav Sloan Personalausweis Professor Dr. Gustav Sloan Geologe, Botaniker und Zoologe Hatten im Geologencamp gearbeitet Südlich der Mine Dieser Knabe war schon bei dem Team dabei Dass das Lesum-Platin-Vorkommen Vor 18 Monaten entdeckt hat Tja, hätte er noch ein bis zwei Jahre ausgehalten Hätte er sich mit seiner Provision Einen Nachtclub auf Taipan kaufen Und mit 40 in Rente gehen können So ein Pech aber auch Gustav Altes Haus Das tut mir außerordentlich leid für dich Der letzte Ausweis ist von der Akademie der Wissenschaften Er hat für Kerner-LTD gearbeitet Walter sagte Ich denke, der Eisenkoffer ist für Bodenproben bestimmt Ob welche drin sind, kann ich so leider nicht sehen Warum machst du ihn nicht auf? Fragte Kelly Das mache ich lieber morgen Unter geeigneten Bedingungen auf dem Stützpunkt Für eine vernünftige Untersuchung Brauche ich ein entsprechendes Labor Alles andere würde die Proben nur verunreinigen Und die Ergebnisse verfälschen oder völlig verhindern Gut, Herrschaften Im Moment können wir nichts weiter tun Nur eine Expedition in die Gegend Aus der die Leute kamen Kann endgültige Klarheit schaffen Gehen Sie schlafen Ich traue der Steinbeißer zu Dass ihr uns morgen den ganzen Tag Um den Stützpunkt laufen lässt Oder so ein Mist aus purer Bosheit Kapitel 6 Der Sturm Das Meeting war besser verlaufen Als Walter gedacht hatte Die Steinbeißer Hatte sie nur moderat beleidigt und beschimpft Sie hatte ihn heute nicht gedroht Und hielt auch keine Retourkutsche bereit Walters Ängste waren am Morgen wieder da gewesen Was er sich da alles getraut hatte Gestern unter dem Einfluss dieses Teufelszeugs Alles viel zu gefährlich Walter hatte sich geschworen Nie wieder Morphin zu nehmen Er hatte überlegt Die Ampullen mit dem Morphin Zur Sicherheit einfach im Hotelzimmer zu lassen Wie es Walters Art entsprach Hatte er lange gehadert Und sie schließlich zu einem faulen Kompromiss entschlossen Er hatte eine Ampulle mitgenommen Falls O'Connor Amok laufen sollte Der Rest war dort geblieben Schulz hatte ihnen ihren Auftrag erklärt Die Situation hat sich über Nacht geändert Ich habe einen Auftrag für Sie Wie Sie sicher wissen Haben wir entlang der Straßen Funktürme im Abstand von je 5 Kilometern Das soll verhindern, dass der Funkkontakt abbricht Falls einer der Türme mal wieder ausfällt Leider ist aus unerfindlichen Gründen genau das heute Nacht anscheinend passiert Die Wahrscheinlichkeit, dass genau zwei Funktürme hintereinander und gleichzeitig versagen Ist winzig Unsere wichtigste Verbindung ist unterbrochen Sie wiederherzustellen hat absolute Priorität Wir schicken sie in einem PTF raus Zwei weitere PTFs werden sie begleiten Sie fahren voraus und kundschaften den Weg bis Checkpoint Alpha aus Nebenbei schauen sie sich die ausgefallenen Funktürme an und versuchen sie zu reparieren Beim Checkpoint Alpha fahren die zwei anderen PTFs weiter und stoßen zu Grube 1 vor Um dort nach den Ursachen für das Verhalten der Minenarbeiter zu suchen Sie bleiben einige Stunden beim Checkpoint Alpha und untersuchen den Bunker Und die Gegend dort nach Hinweisen Die uns helfen uns ein Bild der Lage zu machen Später kommen sie wieder nach Porto Negro zurück Das war's Nach der Besprechung waren sie zur Garage gegangen Carol hatte den Kommando Code für einen der PTFs bekommen Die fünf PTF-Standard die hier standen waren Truppentransporter Im Gegensatz zu den schwereren PTF-Klassen hatten diese nur ein schweres Maschinengewehr Sie wurden primär dazu eingesetzt Infanterie geschützt über Schlachtfelder zu transportieren Und manchmal bei schweren Unruhen auch zur Niederschlagung Carol und Derringer hatten vorne an den Steuerpulten Platz genommen Und Kelly als zertifizierter Gunner in dem erhöhten Drehstuhl in der Mitte Der Stuhl war höhenverstellbar und hob ihn hinauf So dass er durch die Panzerglaskuppel Sehen und das schwere MG Das auf Transfall über einen eigenen starken Scheinwerfer verfügte bedienen konnte Walter und O'Connor saßen hinten auf den Bänken für die einfachen Infanteristen Und hatten während der Fahrt nichts weiter zu tun O'Connor hatte sich auf seiner Bank hingelegt und schien zu dösen Walter war ein wenig unruhig Der schwere Panzer, in dem er saß, verschaffte ihm ein gewisses Gefühl der Sicherheit Die Tatsache jedoch, dass sie in die Nähe der Gegend fuhren, aus der die mutierten Minenarbeiter Und der Geologe herkam, machte dieses Gefühl teilweise wieder zunichte Walter ertappte sich dabei, dass er den Punkt, den er vermeintlich für O'Connor dabei hatte Die ganze Zeit in der Hand hielt Als sie aus der Stadt heraus waren, machten sie gute Fahrt Die Straße war breit und ermöglichte Farrell einen Schnitt von 20 Kilometern in der Stunde zu machen Angesichts der Beschaffenheit des Terrains war das durchaus als gut zu bezeichnen Nach zwei Stunden erreichten sie eine T-Kreuzung Rechts ging es zu Terraformer 6 Sie bogen nach links ab Wo sich der Checkpoint Alpha und die meisten anderen Ortschaften des Planeten befanden Die anderen beiden PDFs hielten sich in einem Abstand von 500 Metern hinter ihnen Als sie erst einige Minuten von der Kreuzung entfernt waren, sagte Derringer Das Wetter macht mir Sorgen Eine Sturmfront zieht schnell auf In zwei bis drei Stunden haben wir hier einen Superorgan Hoffen wir, dass wir Checkpoint Alpha erreichen, bevor es soweit ist, antwortete Farrell Als sie circa eine Stunde von der Kreuzung entfernt waren, erreichten sie den ersten Tower, der nicht mehr auf Porto Negro reagierte Die Positionslaten des Towers waren nicht aktiv Farrell war schon am Tower vorbei gewesen Aber Kelly hatte ihn noch entdeckt Sie setzten ein Stück zurück Und Farrell versuchte, so gut es ging, das PTF in den Windschatten von Felsen zu manövrieren Derringer erhob sich von seinem Sitz und kam nach hinten So Jungs, jetzt kommt unser Part Walter rutschte das Herz sofort in die Hose Derringer wollte doch nicht, dass er da rausging Das PTF hat eine Seilwinde Wir befestigen uns zu dritt an dem Seil Ich ganz vorne, Ziebel dahinter und O'Connor ganz am Ende Sie gingen ganz nach hinten zur Ladeklappe Diese war quasi fast genauso breit wie die gesamte Rückseite des PTFs Sie wurde im Ernstfall gesenkt und fungierte dann als Rampe, über die die Soldaten im Inneren schnell herausstürmen konnten Um Deckung zu suchen Auch kleine Fahrzeuge konnten in einem PTF transportiert und über diese Rampe ein- und ausgeladen werden Dieses PTF hatte außerdem eine Glasschleuse, die ca. 1,5 Meter vor der Rampe gelegen war Sie sollte verhindern, dass der Staub von Transval ins Innere drang Derringer befestigte Karabinerhaken an dem Seil, im Abstand von anderthalb Metern Nachdem sich alle drei angeseilt hatten, gab Farrell ein Zeichen und die Rampe senkte sich schnell Augenblicklich wurde sie von Wind und Staub umtoast Die Windgeschwindigkeit musste enorm sein Derringer, der als erster nach draußen trat, wurde sofort vom Wind erfasst und musste sich kräftig dagegen stemmen, um fortzukommen Den anderen beiden erging es nicht besser Langsam arbeiteten sie sich zwölf Meter vom Straßenrand zum Funktower Als sie den Tower erreichten, sahen sie, dass die ovale Luke, die zwei Meter hoch und einen Meter breit gewesen war Derringer, durch die man ins Innere des Turms gelangen konnte, verschwunden war Der Durchgang, der an ein finsteres, schwarzes, drohendes Maul erinnerte, ragte vor ihnen auf Derringer leuchtete hinein, und sie sahen, dass der Maschinenraum einen Meter hoch mit Staub angefüllt war Derringer ließ über seine Fernsteuerung noch ein wenig mehr Seil nach, und sie zogen sich ins Innere Hier drin war der Wind wesentlich schwächer, und der Lärm war auch abgeebbt Der Maschinenraum war kreisförmig mit einem Durchmesser von acht Metern und verjüngte sich leicht nach oben Der Schaden an einer der Konsolen war leicht auszumachen Wichtige Kabelverbindungen waren zerrissen und hingen jetzt nutzlos herunter Derringer sandte schon die ganze Zeit eine audiovisuelle Übertragung zum PTF Über diese Verbindung war plötzlich Steinbeißer Stimme zu hören Erringer, wie konnte das passieren? Es klang fast so, als wäre es seine Schuld gewesen Ma'am, hier scheint es sich um Sabotage zu handeln Ich kann mir keine natürliche Kraft dieses Planeten oder einen Unfall gleich welcher Art vorstellen durch den eine schwere Schleusentür aus der Verankerung und drei Starksturmkabel einfach so zerrissen werden können Die Spuren an den Kabeln und auch an den Türscharnieren deuten darauf hin, dass keine technischen Schneidwerkzeuge verwendet wurden Hier waren rohe mechanische Kräfte am Werk Einige Sekunden verstrichen, bevor Steinbeißer wieder zu hören war Sie haben die Mittel vor Ort, den Schaden zu reparieren? Ja, Ma'am Die Kabel kann nicht schweißen und neu isolieren Die Schleusentür müssten wir erstmal wiederfinden und dann sehen, wie stark sie verzogen ist Ansonsten muss eine neue Tür hergeschafft werden Es kam keine Antwort mehr von der anderen Seite Nachdem sie eine halbe Minute gewartet hatten, befahl Derringer, O'Connor und Walter den Staub, der sich im Inneren des Funkturms angesammelt hatte, zu durchsuchen Ob die Schleusentür sich dort irgendwo verbarg Er selbst machte sich an die Reparatur der Kabel Die Servomotoren seiner Multifunktionsprothese surrten leicht Und aus seinem Ärmel tauchte seitlich neben der Hand nun ein Schweißbrenner auf Ein elektrostatisches Knistern ertönte Und der Raum war in blendende Helle getaucht Als er seine Arbeit aufnahm Walter begann mit bloßen Händen den Staub an der offenen Luke nach draußen zu schaufeln Es ging bemerkenswert leicht Der Staub, den er nach draußen schob, wurde sogleich vom Winter fast und weggetragen Nach 20 Minuten hatten sie das Gröbste entfernt und konnten den Boden absuchen Die Schleusentür fanden sie nicht Erringer hatte seine Arbeit an den Kabeln beendet und den Tower neu gestartet Es hatte keine Komplikationen gegeben Und nachdem vom Stützpunkt in Porto Negro aus eine Fernwartung erfolgreich durchgeführt worden war Seilten sich die drei wieder an und machten sich zurück ins PTF Über die Funkgeräte in ihren Helmen konnten sie mitverfolgen Dass der Stützpunkt in Porto Negro versuchte, Kontakt zu Checkpoint Alpha aufzunehmen Sie blieben in der Schleuse des PTF stehen Weil die kurze Fahrt zum nächsten Funkturm in nur 5 Kilometern Entfernung schnell gehen würde Obwohl die Leitung von Porto Negro zum Checkpoint Alpha nun stabil war Wenn auch mit einer bestenfalls mittelstarken Sendestärke Gelang es nicht, den Kontakt herzustellen Checkpoint Alpha antwortete nicht Die Lage am anderen defekten Funkturm war die gleiche Auch hier fehlte die Schleusentür Und die Kabel waren auf nahezu identische Weise zerrissen Obwohl die Windgeschwindigkeit längst kritisch geworden war Bestand Steinbeißer auf eine sofortige Reparatur Sie hatten mehrfach den Boden unter den Füßen verloren Und waren hilflos dem Wind ausgesetzt gewesen Nur mit Mühe hatten sie den Funkturm erreicht Sie wiederholten ihr Prozedere erneut erfolgreich Und kehrten in das PTF zurück Der Wind war so stark geworden Dass sie es ohne die Kraft der Seilwinde keinesfalls geschafft hätten Zum PTF zurückzukehren Eilfroh und außer Atem Warteten sie in der Schleuse auf die Entstaubung Säuberung und anschließende Dekontaminierung ihre Rüstungen Während Derringer nach vorne zu Farrell ging Ließen O'Connor und Walter sich auf die Bänke hinten fallen Walter hörte, wie Farrell sagte Unfassbar, was für ein Orkan sich dort vorne zusammenbraut Die elektrostatischen Entladungen sind so enorm Dass der Funk völlig zusammenbricht Ich kann nicht mal die beiden PTFs 500 Meter hinter uns erreichen Nur das Signal des Towers aus 20 Meter Entfernung bringt noch durch Kelly meinte Sir, wenn Sie keine Einwände haben, verlasse ich meinen Posten Die Sicht ist unter einen Meter und die Zielsysteme versagen ebenfalls Derringer fragte Wenn wir unter diesen Bedingungen überhaupt weiterfahren Macht wenig Sinn, du hörst es ja Sicht unter einen Meter und die Systeme des PDFs Zeigen auch keine sinnvollen Daten mehr an, entgegnete Farrell Sie warteten Walter hatte zu seiner Überraschung kaum Angst Die Situation war überschaubar Gut, das Wetter auf Transfall war extrem Aber er war sich ziemlich sicher Dass der 30 Tonnen schwere Panzer sie vor allem schützen würde Was da kommen konnte Trotzdem verstrichen die Minuten langsam Während der Orkan vor ihnen schnell näher kam Das Heulen des Windes draußen War im Panzer mittlerweile deutlich zu hören Immer wieder schlugen Steine Die der Wind mit sich trug Mit einem Knall gegen die Hülle des Panzers An der Steuerkonsole des PDFs Leuchteten mit einem Mal alle Lämpchen auf Und erloschen dann Eine Stimme ertönte und verkündete den überraschten Insassen Warnungen Äußere Umweltbedingungen überschreiten kritische Grenzwerte Automatische Versiegelung des Fahrzeugs wird eingeleitet Langsam senkte sich eine Panzerplatte über die dicken Frontscheiben des PDFs Bis sie völlig abgedeckt waren Auf den Bildschirmen erschien auf einem gelben Hintergrund die rote Schrift Versiegelt Orkana fragte nervös Was hat das zu bedeuten? Immer mit der Ruhe, Soldat Das bedeutet nur, dass alle Außengeräte An der Außenhöhle des PDFs eingezogen werden Außerdem ist die Scheibe, wie Sie sehen können Nun von einer Panzerplatte geschützt Wir können nicht weiterfahren oder aussteigen Solange die Versiegelung besteht Warten wir einfach ab, bis der Orkan vorbeigezogen ist Danach sagte keiner mehr etwas Die Minuten verstrichen langsam und der Sturm draußen Ihn mit einem Maler abzuebben Sie schauten Feral fragend an Wir sind jetzt einige Minuten im Auge des Sturms Deswegen die vermeintliche Ruhe draußen Plötzlich hörten sie hinten an der Heckklappe einen dumpfen, lauten Knall Viel stärker als alle anderen bisher Was war das? Orkana sprang auf und fummelte hektisch an seiner Waffe Auch Walter war aufgeschreckt Wieder nur wenige Sekunden später Knallte er etwas gegen die Heckklappe Nehmen Sie Ihre Granaten aus den Werfern Alle und das sofort Feral's Stimme war schneidend und duldete keinen Widerspruch Er hatte recht Wenn jemand die Nerven verlor Oder aus Versehen eine von den Granaten abfeuerte Würden sie in dem engen Raum von den Granatsplitterns Rackfleisch verarbeitet werden Wieder und wieder Im Zwei-Sekunden-Takt wiederholten sich die Schläge gegen die Heckklappe Die Männer hatten alle so gut es ging Deckung gesucht Und ihre Waffen entsichert und auf die Heckklappe gerichtet Ob diese Reaktion sinnvoll und angemessen war, fragte keiner Es war das Einzige, was sie tun konnten Walter starrte mit weit aufgerissenen Augen die Heckklappe an Seine Hand krampfte sich um seine Walter-Meteor Schweiß begann sein Gesicht runterzulaufen Doch er wagte nicht ihn abzuwischen Er war verstohlen einen Blick zu O'Connor Der seine schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen schien Der Mann machte den Eindruck Als sei er mit seinen Nerven ziemlich am Ende Wenn es so weiter ging, überlegte Walter War es nur eine Frage der Zeit Bis er auf irgendeine Weise durchdrehen würde Die Wucht der Schläge wurde immer stärker Und sie hatten den Eindruck, als würde der Panzer davon in leichte, fast unmerkliche Schwingungen Versetzt werden Während die Sekunden unerträglich langsam verrannen Und sie bei jedem Schlag innerlich aufs Neue zusammenzuckten Schien es, als würde die Luke sich allmählich nach innen ausbeulen Unter der brachialen Gewalt, die von außen auf sie einwirkte Mit einem Mal war der Spuk vorbei Sie wagten kaum zu atmen und lauschten angestrengt Doch es war nichts zu hören Sie blickten sich fragend an Als einen Moment später der Sturm wieder mit voller Stärke einsetzte Walter konnte es kaum fassen Was auch immer dort draußen gewesen war Der Sturm hatte sie gerettet Er sank auf einer der Bänke zusammen und ließ sich nur noch hängen Kelly meinte Sir, sobald die Verriegelung beendet ist, müssen Sie fahren wie der Teufel Worauf Sie wetten können, Kelly, kam die knappe Antwort Die Minuten verstrichen quälend langsam in atemloser Stille Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt Jede Sekunde erwarteten sie, wieder das Geräusch zu hören Mit dem langsamen Abeppen des Sturms Liegt die Spannung ins Unermessliche Von einem Moment auf den anderen Leuchteten die Anzeigen der Konsole wieder auf Peril betätigte eine Zehntel Sekunde später den Anlasser Der Elektromotor sprang an und Peril gab Vollgas Das PTF nahm Fahrt auf und schrammte dabei unter ohrenbetäubendem Lärm an einer Felskante entlang Auf einem der Bildschirme konnte Walter erkennen Wie das PTF die Felskante abrasierte und die Felsbrocken von den schweren Ketten zermalmt wurden Peril versuchte gegenzusteuern und nach wenigen Sekunden kamen sie frei Der Panzer beschleunigte und steuerte auf die Mitte der 50 Meter breiten Piste zu Der Funkkontakt kam wieder zustande Walter überlegte, ob Peril etwas sagen würde über die Vorkommnisse während des Sturms Walter hätte es nicht getan Sein Beißer würde sie bestenfalls auslachen Schlimmstenfalls würde sie ihnen die Geschichte als Feigheit oder versucht in Subordination auslegen So oder so hätte es nichts an ihrer Situation geändert Sie fuhren zügig weiter Nach einer Stunde erreichten sie eine große, 50 Meter breite, propverarbeitete Metallbrücke Die sich über eine 400 Meter breite Schlucht spannte Das Bauwerk war gigantisch und trotz seiner schlechten Verarbeitung imposant und atemberaubend Als das PTF über die Brücke rollte, konnten sie auf der anderen Seite schon den Checkpoint Alpha ausmachen Von dort näherte sich zum allgemeinen Erstaunen ein anderes Fahrzeug Als es näher kam, erkannten sie einen schweren Bodentransporter Die Aufschrift Kerner LTD war deutlich zu lesen Peril versuchte Funkkontakt mit dem Fahrzeug aufzunehmen Ihr Fregatten Captain Farrell von der Raummarine Unbekannter Bodentransporter Bleiben Sie stehen und identifizieren Sie sich Das Fahrzeug rollte an ihnen vorbei Und es erfolgte auch keine Antwort Auf der Ladefläche des anderen Fahrzeugs War ein großer, wuchtiger Container zu sehen Walter vermeinte, es handele sich um einen Stasis-Container Wie er zum sicheren Transport lebender Fracht eingesetzt wurde Peril setzte erneut an Dieser Planet befindet sich unter Kriegsrecht Als Vertreter der Systemgouverneurin fordere ich sie letztmalig auf Sofort ihr Fahrzeug zu stoppen und sich zu identifizieren Es knirschte und knackte in der Leitung Dann hörten sie eine gereizte Stimme von der anderen Seite Wir sind ein Kerner LTD-Fahrzeug und verfügen über alle nötigen Freigaben Sie haben kein Recht, uns aufzuhalten oder Fragen zu stellen Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bei Ihrer Gouverneurin nach Kerner Fahrzeug Endel Auch jetzt hielt das Fahrzeug nicht Während Farrell noch zu überlegen schien, hörten sie Steinbeißer Stimme über Funk Farrell, lassen Sie die Männer von Kerner in Ruhe Sie haben über die Kerner Mitarbeiter keine Hoheitsgewalt zu keiner Zeit Haben Sie das verstanden? Ja, Ma'am Sie fuhren weiter Kapitel 7 Checkpoint Alpha Farrell umrundete den Bunker Und hielt ca. 15 Meter vor dem Eingang auf der Westseite Da Porto Negro schon unablässig versuchte, Kontakt mit dem Checkpoint aufzunehmen Hatte Farrell beschlossen, keinen eigenen Versuch zu starten Auch von dem Vorfall vorhin hatte er bislang nichts an Steinbeißer oder Schulz berichtet Farrell befahl ihnen, bis auf weiteres im PTF zu bleiben Sie warteten, bis die anderen beiden PTFs, die hinter ihnen fuhren, den Checkpoint erreichten Eines der PTFs nahm kurz Kontakt auf Ihr Sergeant Mendoza Viel Glück mit dem Checkpoint Wir setzen unseren Kurs zu Grube 1 fort Mendoza Ende Farrell wünschte ihnen ebenfalls alles Gute Er meldete sich kurz bei Schulz Und erklärte, dass sie gleich versuchen würden, in den Bunker einzudringen Und dass eine Weile das Funkgerät im PTF nicht besetzt sein würde Schulz bestätigte und Farrell schaltete das Funkgerät ab Wartet! So kann es nicht weitergehen! Dieser Planet bringt mich um den Verstand! O'Connor sah aus, als wäre er kurz davor, eine Dummheit zu begehen Wie kann euch das alles so kalt lassen? Die entstellten Minenarbeiter, die unser Schiff gekapert haben Die Toten auf der Station, dann die Toten am Stützpunkt Der Geologe und zuletzt noch das vorhin während des Sturms Wer oder was kann sich in so einem Sturm vorwärts bewegen Und die Heckluke eines verdammten Panzers verbeulen? O'Connor begreifen Sie doch Unsere Lage hat sich seit gestern nicht geändert Wir sitzen nach wie vor hier auf diesem Planeten fest Solange kein Schiff geht Wir wissen nicht, was hier vor sich geht Der Einweiser denkt nur an ihre Karriere Bedenken Sie, welcher Druck auf ihr lastet Sie trägt die Verantwortung für Anlagen im Wert von einer Milliarde Ehr Was soll sie denn ihrer Meinung nach tun? Sie den Planeten räumen Und der Marine später sagen, sie weiß nicht warum Wegen ungeklärter Vorkommnisse Das wäre gleichbedeutend mit einem Todesurteil für sie Was schlagen sie sonst vor? Wir verstecken uns in Porto Necro Und kapern ebenfalls eine Fähre Und an ein Schiff oben auf der Station Die Minenarbeiter waren 20 Mal so viele wie wir Und es ist ihnen trotzdem nur unter enormen Verlusten gelungen Sie wissen selbst, dass die Kreuzritter jetzt auf der Hut sind So ein Vorhaben hat eine verschwindend geringe Aussicht auf Erfolg Aber wir müssen doch irgendwas tun O'Connor Stimme klang fast weinerlich Vielleicht ergibt sie später eine Chance, sich abzusetzen Im Moment können wir nichts weiter tun, als unsere Befehle zu befolgen O'Connor blickte sie eine ganze Weile an Dann senkte er seinen Kopf und schien sich in sein Schicksal zu fügen Wir gehen zusammen Sichern in alle Richtungen Äußerste Vorsicht, Gentlemen Sie stiegen aus und näherten sich vorsichtig dem Bunker Das Gebäude war kastenförmig mit einer Grundfläche von 20 Mal 20 Metern Und ragte 5 Meter über den Boden hinaus Außer dem Haupteingang war nichts Bemerkenswertes an dem Gebäude zu sehen Sie erreichten das Eingangstor und fahrten Kelly sagte Auf dem Motion Scanner sind keine Bewegungen zu sehen Den Bereich ganz hinten kann ich von hier aus nicht scannen Der Motion Scanner war ein absolutes Muss Im Häuserkampf des 23. Jahrhunderts Er reagierte auf Veränderungen der Molekularstruktur der Luft Und konnte so Bewegungen durch Wände hindurch sichtbar machen Einziges Mittel einem Motion Scanner zu entgehen War sich nicht oder nur sehr langsam zu bewegen Seine Reichweite war auf einen 15 Meter langen 45 Grad Kegel beschränkt Darrell befahl Derringer die Schleuse zu öffnen Der versuchte es zuerst ganz simpel Indem er den Summa an der Tür betätigte Sie warteten eine Minute ohne dass etwas passierte Derringer scannte das Gebäude Und erklärte, dass die Energieversorgung komplett ausgefallen war Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als wieder mal zu kurbeln Nach gut 15 Minuten und einiger Körperflüssigkeit Die sie in ihre Rüstungen geschwitzt hatten War das Tor endlich offen Dahinter sahen sie einen dunklen Gang Farrell ging diesmal voraus Er arbeitete sich langsam und vorsichtig zu den ersten Türen im Gang Nach einigen Metern blieb er stehen und schaute sich um Reaktorraum und hier drüben haben wir die Wachstube Las Farrell ihnen vor Er ging weiter vorsichtig den Gang entlang Bei den nächsten Türen blieb er wieder stehen und las vor Waffenkammer und Sanitärbereich Kelly, kommen Sie zu mir Und scannen Sie von hier aus nochmal auf Bewegung Kelly tat wie ihm geheißen und scannte gründlich in alle Richtungen Farrell stand dabei reglos da, um das Ergebnis nicht zu verfälschen Nicht, Sir, keine Bewegung im Gebäude Farrell ging schließlich zu den letzten beiden Türen des Ganges und las Wohnbereich und Kantine Taylor, komm rüber und mach mal diese Tür hier auf Der Ranger versuchte die Tür wieder auf herkömmliche Weise zu öffnen Doch sie war verschlossen Er tastete die Wand ab nach der mechanischen Öffnungskurbel Walter sah, wie O'Connor sich in Bewegung setzte und in den Gang eintrat Er sagte, das ist doch sinnlos hier alle Türen aufzukurbeln Schlagen wir einfach die zum Reaktorraum ein Dann können wir den Bunker wieder in Betrieb nehmen Walter sah, wie O'Connor einige schnelle Schritte machte Und mit beiden Beinen absprang Mit einem gewaltigen Satz flog er auf die Tür zu Und trat mit beiden Beinen hart dagegen Die Tür ging ruckartig auf Und im selben Moment erschütterte eine Explosion den Bunker O'Connor wurde von der Wucht der Detonation hart nach hinten geschleudert Und prallte gegen die Wand hinter ihm Im gleichen Moment flogen dutzende Splitter der zerberstenden Tür in seine Rüstung ein Walter war vor Schreck hochgesprungen Die leichte Druckwelle, die ihn traf Reichte aus, um ihn vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen Er kippte nach hinten Seine Beine zuckten hoch Und er fiel ziemlich hart auf seinen Hosenboden Kelly, der noch in der Mitte des Ganges gestanden hatte Erreichte O'Connor als erster Vorsichtig schlugte er in den Reaktorraum Und trat ein Einige Augenblicke später rief er Hier drin sieht alles soweit okay aus Farrow und Derringer waren bei O'Connors zusammengesunkenen Körper Kommen Sie her, Zwiebel, der Mann braucht Hilfe Walter ganz steif vor Schreck Troch mehr zu O'Connor hinüber, als dass er lief Er beugte sich über den Liegenden und scannte O'Connor schien keine schweren Verletzungen davongetragen zu haben Sein Kopf, sein Rückgrat und seine Organe waren okay Einige der Splitter waren zwar tief eingedrungen, aber keiner davon steckte an einer kritischen Stelle Nur seiner schweren Tiepler-Rüstung verdankte er, dass er so glimpflich davongekommen war Walter schaute Farrow und Derringer an und sagte »Wir müssen ihn ins PTF tragen. Ich muss seine Rüstung öffnen, um die Splitter zu entfernen. Wer weiß, was für Keime es hier gibt. Ich wage angesichts der Bedingungen hier auf dem Planeten nicht, ein Antigraf zu benutzen. Ein Sturz aus einem Meter Höhe in einer schweren Rüstung ist das, was er im Moment am wenigsten braucht. Bitte helfen Sie mir, ihn zu tragen.« »Kelly, Sie bleiben nicht alleine hier. Kommen Sie und geben Sie uns Deckung«, wie Farrow in den Reaktoraum hinein Sie packten zu dritt an und hoben O'Connor hoch Trotz der geringeren Schwerkraft auf Transfall war der Mann in seiner Rüstung beträchtlich schwer Nur mit Mühe gelang es ihnen, ihn zum PTF zu tragen und durch die Schleuse in den Innenraum zu schaffen Walter öffnete vorsichtig die Rüstung und entfernte nach und nach alle Rüstungsteile Er begann die Splitter zu entfernen Er injizierte Gewebeplasma in die betroffenen Stellen und klebte anschließend Mettpflaster über die Wunden Walter dachte während seiner Arbeit flüchtig daran, wie er sich vorgestellt hatte, O'Connor würde irgendwann auf ihn angewiesen sein und er würde die Situation auskosten Doch im Moment war ihm danach nicht zumute Walter nahm den Eid sehr ernst, den er geleistet hatte, menschliches Leben zu schützen und zu bewahren ohne dass die Gesinnung, der soziale Status oder die Vorgeschichte seines Patienten in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hätten Zum Schluss initiierte er O'Connor noch eine Medikamentenkombi, die ihn stabilisieren und wecken würde Zwei Minuten später schlug O'Connor die Augen auf und starrte die anderen entsetzt an Er stammelte schwach Was ist passiert? Kelly antwortete Jemand hat die Tür mit einer Haftmine präpariert Scheint allerdings ein Amateur gewesen zu sein Oder jemand, der nicht davon ausging, dass sein Kreuzritter sich an der Tür zu schaffen macht Er meinte in scharfem Ton O'Connor Keiner von uns hätte mit sowas rechnen können Trotzdem sind sie ein hitzköpfiger Nah und sie haben eigenmächtig gehandelt Das war die dümmste Aktion, die sich je ein Marine geleistet hat, seit es die Marine gibt Der einzige Grund, warum ich sie dafür nicht vors Kriegsgericht bringe, ist, dass außer ihnen selbst niemand zu Schaden gekommen ist Machen Sie das nicht noch einmal Reißen Sie sich endlich zusammen, Soldat Ich warne Sie zum letzten Mal meine Güte noch länger zu strapazieren Damit war das Thema für Farrell erledigt Wer mag die Haftmine gelegt haben? fragte Walter Vielleicht die Minenarbeiter, entgegnete Derringer Sie kamen hier vorbei Vielleicht haben sie die Soldaten hier auch überraschend angegriffen Aus Angst, sie würden die Flucht melden Sie könnten auch die Funktürme sabotiert haben Walter schaute ihn ungläubig an und auch die anderen drei machten nicht den Eindruck, als würden sie diese Erklärung so recht Glauben schenken Farrell sagte Genug der Diskussion Ab jetzt unterstellen wir, dass sich hinter jeder der Türen ein Sprengsatz befindet Taylor, du bist unser Mann für solche Situationen Wir durchsuchen erst den ganzen Bunker, bevor wir irgendwas von den Anlagen hochfahren Abmarsch Sie verließen den PTF und gingen erneut hinüber zum Bunker Nichts schien sich verändert zu haben Während Derringer sich daran machte, die Türen zu entschärfen sollten nur Connor und Walter draußen Wache halten Kelly und Farrell gingen in den Reaktorraum und begannen, diesen systematisch, aber vorsichtig zu untersuchen Walter benutzte den Zoom in seinem Helm, um zu sehen, was Derringer machte Er sah, wie Derringer zuerst einige Scans durchführte und sich dann vorsichtig daran machte, langsam ein kleines Loch in die Tür zu bohren Als er fertig war, führte er eine Sehhilfe ein Es handelte sich um eine Minikamera, die an einem dünnen Stiel befestigt war Derringer konnte die Kamera schwenken und sich so den Raum und die Tür von innen anschauen Er zog den Stiel zurück und befestigte am entgegengesetzten Ende der Kamera eine Haltung mit Sorgnapf und stöpselte ein Kabel ein, das er mit seinem Helm verbannt Selbst in dieser Situation lag Derringer fern mit einer Funkverbindung zu arbeiten Im 23. Jahrhundert gab es eine Vielzahl von Drohnen die zum Beispiel von Schiffen im Orbit oder von Bodenforce ausgesetzt werden konnten Diese waren in der Lage, die Quelle einer Funkverbindung in wenigen Sekunden zu orten und eine darauf justierte Zielverfolgungsrakete abzufeuern Auch große Panzerfahrzeuge, schwere Geschütze oder Fahrzeuge und Personen, die Antigrafgeneratoren einsetzten setzten sich einem hohen Risiko aus, von einer solchen Drohne erfasst zu werden In den Bodenkriegen des 23. Jahrhunderts war Infanterie wieder das Maß aller Dinge Wenn man per Funk eine Nachricht unbedingt übermitteln musste, zeichnete man sie auf wandelte sie in eine mathematische Gleichung um und verschickte sie in einem ultrakurzen Funkenpuls der nicht so genau angepeilt werden konnte, sondern nur die ungefähre Position des Senders verriet Derringer bohrte an einer anderen Stelle ein weiteres Loch in die Tür Er führte nun in das andere Loch ebenfalls seinen dünnen Stiel ein Diesmal mit einer Düse am oberen Ende Walter wusste so viel von Minenentschärfung, dass er sich ungefähr vorstellen konnte, was Derringer da tat Er würde Kühlmittel einsetzen und die Mine auf der anderen Seite vereisen Dann würde er entweder die Zündträte der Haftmine kappen und die Tür aufbrechen, um die Mine an Ort und Stelle zu entschärfen Oder, wenn ihm das zu riskant erschien, würde er einfach ein scheibenförmiges Stück der Tür ausschneiden und es nach draußen schaffen, wo er die Mine kontrolliert zur Explosion bringen konnte, ohne dass jemand zu Schaden kam Derringer entschied sich für letztere Methode Wohl auch, weil O'Connor's Missgeschick seinen Eindruck bei ihm hinterlassen hatte, wie bei den anderen Walter und O'Connor hielten den Atem an, als Derringer an ihnen vorbeikam mit der gefrorenen Mine und um den Bunker ging, um sich der Schlucht zu nähern Erfasste die Scheibe, die er aus der Tür der Waffenkammer geschnitten hatte, wie einen Diskus und schleuderte sie weit nach draußen in die Schlucht Sie verschwand außer Sicht Eine Explosion hörten sie nicht Das Wetter hatte sich deutlich gebessert in der Zwischenzeit Für die Verhältnisse auf Transwall, die sie bisher gekannt hatten, war es geradezu mild Die Windgeschwindigkeit lag bei gerade mal 45 kmh Der Staubschleier in der Atmosphäre war so dünn, dass man gut 30 Meter weit sehen konnte Und am Himmel war ein heller, fahler Fleck zu erkennen, der die Sonne von Transwall sein musste Sie tauchte diese kalte, bizarre Welt in ein trübes Zwielich Als Derringer wieder bei O'Connor und Walter vorbeikam, lieb er kurz stehen Musterte O'Connor und fragte diesen Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet, Sir Ich bin in Topform und nehme gerade einen Sonnenbad antwortete O'Connor trocken Derringer lachte laut Und auch Walter konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen Vielleicht war O'Connor jetzt nervlich über den Berg und hatte die Situation akzeptiert Vorhin, während sie Derringer zugesehen hatten, hatte er sich knapp bei Walter bedankt Walter hatte nicht schlecht gestaunt Es war das erste Mal gewesen, dass O'Connor Stimme nicht voller Verachtung gewesen war Walter kannte das nur zu gut Vor allem junge Breen's behandelten die Medics oft mit Geringschätzung Bis es sie selbst das erste Mal richtig erwischte Derringer rief Sehr gut, weitermachen, Soldat Und ging wieder in den Bunker, um sich an die nächste Tür zu machen Sie saßen mittlerweile in der Kantine Ruten sich aus und nahmen meine Mahlzeit zu sich Derringer hatte alle Türen geöffnet Jede davon war mit einer Haftmine präpariert gewesen Doch es war alles gut gegangen Carol und Kelly hatten alle Räume sorgfältig untersucht Aber keine weiteren Fallen entdeckt Allerdings fehlten in der Waffenkammer sämtliche laut Inventarliste gelagerten Sprengstoffe In einem Schlafraum hatten sie einen Soldaten in seinem Bett tot aufgefunden Alles deutete darauf hin, dass der Mann im Schlaf überrascht und stranguliert worden war Ohne eine Chance sich zu wehren Der letzte Raum, den sie geöffnet und durchsucht hatten, war die Kommandozentrale gewesen Dort hatten sie einen weiteren Toten in einem großen Sessel hinter dem Kommandopult gefunden Der Mann trug die Dienstabzeichen eines Sergeants Nachdem sie nach dem Essen noch etwas zusammengesessen hatten, machten sie sich wieder an die Arbeit Derringer startete den Reaktor und nahm den Bunker wieder voll in Betrieb Carol nahm Kontakt zu Steinbeißer auf und erstattete Bericht Die Nachricht über den Tod zweier weiterer Soldaten wurde dort mit Bestürzung aufgenommen Der Verlust so vieler Menschenleben unter ihren Untergebenen machte Steinbeißer sichtlich zu schaffen Wenn es ihr nicht gelang, am Ende einen lückenlosen Bericht ans Oberkommando zu übermitteln und Antworten zu liefern, würde sie wohl den Rest ihrer militärischen Laufbahn auf solchen Außenposten wie Transval verbringen und das sicher nicht in leitender Position Entsprechend eisig war sie gewesen Immerhin hatte sie auch diesmal drauf verzichtet, sie zu beschimpfen und den Befehl gegeben, alle Spuren zu sichern und herauszufinden, was genau passiert war Sie erfuhren noch von Schulz, dass laut Dienstplan drei Soldaten im Bunker hätten sein müssen Nachdem Carol ihm erklärt hatte, dass sie keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des dritten Mannes gefunden hatten bat Schulz sie, nach ihm die Augen offen zu halten und fügte hinzu, er würde den Mann als abgängig eintragen und einen Hinweis an alle Siedlungen auf Transval schicken, ebenfalls nach ihm Ausschau zu halten Carol beendete das Gespräch und sagte zu den anderen Sie haben Steinbeißer gehört, da hier sonst keine weiteren Hinweise sind beziehungsweise, wie sie vielleicht auch übersehen haben weil wir nicht wissen, wonach zu suchen ist müssen wir unbedingt den Speicherkristall des Zentralkomputers finden und die Logbücher einsehen an die Arbeit Carol meinte Tja, ich würde mich gerne draußen in der Umgebung ein wenig umsehen wenn sie einverstanden sind vielleicht finde ich Spuren, wohin der dritte Mann verschwunden sein könnte das Wetter ist immer noch ausgesprochen günstig gut, aber gehen sie nicht alleine Zwiebel, sie gehen mit und halten ihm den Rücken frei O'Connor sie legen sich hin und ruhen sich aus es gibt keinen Grund, ihre Gesundheit über Gebühr zu strapazieren ich und Derringer werden alles hier nochmal durchsuchen vielleicht haben wir doch etwas übersehen O'Connor fragte Sir, ist es in Ordnung, wenn ich einen der bequemen Sesseln im PTF einem der Betten hier im Bunker vorziehe? diese Bude ist mir genauso unheimlich wie der ganze Planet drumherum Carol gab's ein Okay und sie trennten sich als sie draußen waren verzog sich O'Connor ins PTF und Walter folgte Kelly der begann sich den Boden rund um den Bunker genauer anzuschauen glaubst du wirklich du findest was Kelly? was auch immer hier passiert ist wird schon ein bis zwei Tage her sein wenn man bedenkt was hier für Winde herrschen und der Orkan von vorhin meinst du nicht, dass alle Spuren lange verweht sind? fragte Walter hmmm ein Versuch ist es wert, sagte Kelly ohne Walter anzusehen er ließ sich in seiner Konzentration scheinbar nicht beirren für seine jungen Jahre schlug Kelly sich auffallend gut, dachte Walter er zeigte alle Eigenschaften die für eine Offizierskarriere vonnöten waren nur seine Morphinabhängigkeit stand einer Laufbahn als Offizier im Wege Walter beschränkte sich darauf Kelly mit der Waffe in der Hand zu folgen und die Umgebung zu beobachten nach geschlagenen zwei Stunden in denen sie bis auf kurze Anweisungen von Kelly kein Wort gewechselt hatten wurde Kelly fündig er kniete sich hin und begann in dem Staub zu wühlen nach wenigen Augenblicken zog er einen Tipler-Helm aus dem Staub wie er von Marinesoldaten getragen wurde bingo nicht das was ich erwartet hatte, aber eine Spur sagte er zu Walter sie gingen in einer gedachten Linie vom Bunker zum Fundort des Helms weiter den Kelly Walter gegeben hatte vor ihnen in ca. 500 Metern Entfernung erstreckte sich eine Hügelkette auf die sie sich nun langsam zubewegten eine weitere Stunde später hatten sie diese erreicht Walter sah, dass es ziemlich steil nach oben ging der Sturm hatte Staub angelagert der Hügel aus der Entfernung wie Sanddünen wirken ließ dort hoch? fragte Walter zweifelnd Kelly nickte nur und machte sich an den Aufstieg der feine Staub gab keinen Halt und rutschte unter Walters Füßen weg was den Aufstieg zu einer Tortur für Walter machte der hochgewachsene, schlanke, athletische Kelly kam wesentlich schneller voran als der dickliche Walter der sich wesentlich ungeschickter anstellte und deutlich schlechter in Form war nach einigen Minuten hatte Kelly den Hügel bestiegen und blickte sich um Walter hingegen hatte noch nicht mal die Hälfte des Aufstiegs geschafft und mühte sich keuchen als er bemerkte, dass Kelly plötzlich nicht mehr zu sehen war drehte er den Lautsprecher seines Helms voll auf und rief Kelly, warte auf mich Walter hatte Angst und versuchte hektisch schneller voranzukommen er setzte wieder an verzweifelt nach Kelly zu rufen mitten in seinem langgezogenen Schrei trat Walter auf etwas Weiches der Boden gab unter seinem linken Fuß nach und er verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden Walter versuchte verzweifelt etwas zu greifen doch seine Finger fanden keinen Halt in dem feinen Staub und er rutschte sich überschlagend schnell nach unten weg ganz unten überschlug er sich noch einige Male und kam erst auf ebenem Boden zum Halt Walter blieb völlig orientierungslos liegen konnte sich nicht bewegen aus der Ferne hörte er Kelly rufen Walter, Walter, wo bist du? Walter versuchte zu antworten aber er brachte nur ein Krächzen hervor er hob leicht seinen Kopf was seinen Körper mit einem sengenden Kopfschmerz getierte und sah wie Kelly dabei war kontrolliert den Hang nach unten zu rutschen er ließ den Kopf wieder sinken und der Schmerz ließ langsam nach er hörte Schritte neben sich und Kelly kniete sich neben ihn Mensch, Walter, was ist mit dir? was ist denn passiert? komm, ich helfe dir hoch Walter wollte protestieren doch er brachte wieder nur ein Krächzen zustande Kelly zog ihn ruckartig hoch und augenblicklich war der sengende Kopfschmerz in voller Stärke wieder da und er hatte Sterne vor Augen plötzlich brüllte Kelly begeistert los mein Gott, Walter, du hast ihn gefunden du hast ihn tatsächlich gefunden da ist der dritte Mann Walter, du bist ein Genie Kelly ließ ihn los und gab ihm einen kräftigen, anerkennenden Klaps auf den Rücken während er schon wieder weglief um zu der Stelle zu klettern, auf die er eben gedeutet hatte Walter, der nicht allein in der Lage gewesen wäre sich auf den Beinen zu halten fiel vornüber und schlug mit voller Länge in den Dreck er stöhnte jämmerlich auf und verfluchte sein Schicksal wenigstens ließ der Kopfschmerz wieder etwas nach es gelang Walter nach einigen schmerzhaften Versuchen sich auf den Rücken zu drehen er fummelte an seinem Gürtel herum seine Finger ertasteten den Punkter der noch immer an seinem Platz war es gelang Walter einen Stimpeck aus dem Gürtel zu ziehen und einzulegen Kraftlos drückte er sich den Punkter in die Seite und löste die Injektion aus nach wenigen Sekunden begannen seine Kopfschmerzen abzuebben er wartete eine Minute, dann zog er seinen Medikomper vor den er ebenfalls ertastet hatte und klappte ihn auf der Scanner gab keine schweren Verletzungen er hatte sich einige Hämatome zugezogen und eine Quetschung der Nackenwirbel die der Grund für seine Kopfschmerzen war plötzlich stand Kelly wieder neben ihm komm Walter, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit der Mann ist tot, soweit ich sehen kann ich hab ihn kaum angefasst seltsamerweise ist er völlig nackt von Walter war nur ein Grunzen zu vernehmen mühsam kam er mit Kellys Hilfe wieder auf die Beine Walter setzte sich noch eine Injektion in den Hals um die Schmerzen weiter zu verringern und den Heilungsprozess zu beschleunigen dann machte er sich mit Kelly an den qualvollen Aufstieg um die Leiche zu untersuchen Kapitel 8 der Nackte Tote Walter hat ihn gefunden, sah Kelly strahlte über das ganze Gesicht und deutete auf Walter Peryl und Devanger tauschten Blicke aus und nickten anerkennend sehr gut, Zwiebel wenn sie so weitermachen, wird noch ein echter Killer aus ihnen grinste Devanger spöttisch Ja, danke, Sir Walter trat verlegen von einem Bein aufs andere er überlegte, ob er die beiden nicht aufklären sollte, wie es wirklich gewesen war doch Kelly schien die Details für sich behalten zu wollen und Walter gefiel das neue Ansehen, in dem er nun bei seinen Kameraden stand, viel zu gut um sich als Tolpatsch und Glückspilz zu outen er entschied sich zu schweigen Kelly berichtete, wie sie zunächst großflächig die Gegend abgesucht und den Helm gefunden hatten wie sie anschließend zu der Hügelkette gegangen waren und dass Walter einen menschlichen Arm entdeckt hatte, der aus dem Staub ragte Sie hatten die Leiche eines Mannes aus dem Staub ausgegraben und festgestellt, dass dieser seit über 30 Stunden tot war Der Körper war völlig unbekleidet gewesen und der Mann hatte auch sonst nichts bei sich getragen bis auf einen Speicherkristall, um den sich seine linke Hand auch im Tode festgekrallt hatte Walter hatte die Leiche gewissenhaft untersucht und festgestellt, dass er den Erfrierungstod gestorben war Das Blut hatte sich zuletzt aus den Gliedmaßen in den Rumpf zurückgezogen und er war beim Aufstieg auf die Hügelkette zusammengebrochen Walter hatte noch eine Wunde im Nackenbereich des Toten entdeckt knapp unter dem Haarensatz, direkt neben der Wirbelsäule die bis in die tieferen Regionen des Hirns führte Walter konnte sich diese Verletzung, wie so vieles auf diesem Planeten, gar nicht erklären Es war, als hätte ihm jemand durch den Hinterkopf einen stumpfen Gegenstand ins Hirn gerammt und ihn dann mit einem brutalen Ruck wieder rausgerissen Er war zum Austrittszeitpunkt schon tot gewesen wie am Fehlen einer Blutung rund um die Wunde leicht zu erkennen war Im oberen Bereich der Wunde hatten sich Ablagerungen, die hauptsächlich aus Calcium bestanden, gebildet Anschließend auf dem Rückweg hatten sie noch einen Waffengurt und zwei Rüstungsteile im Staub entdeckt Kelly schloss seine Ausführungen mit den Worten Wie es aussieht, ist der Kerl einfach weggelaufen vom Bunker in westliche Richtung Unterwegs hat er sich nach und nach seiner Ausrüstung und sämtlicher Kleidung entledigt und die Sachen einfach weggeworfen Ich bin mir sicher, wenn man den Staub absuchen würde, geben noch mehr seiner Sachen zutage Zuletzt haben ihm beim Aufstieg seine Kräfte verlassen und er ist dort auf dem Hang erfroren Nur der Kristall war ihm wichtig, so dass er sich bis zuletzt daran geklammert hat Vielleicht war ihm einfach nur warm Derringer lachte los wie ein alberner Schulbube Harry blickte ihn streng an und Derringer verstummte Was können Sie uns über die mysteriöse Wunder in seinem Hinterkopf sagen, Zwiebel? fragte Derringer Gar nicht, Sir, entgegnete Walter und fügte rasch hinzu, als er sah, wie Farrell eine Augenbraue hochzog Es gibt absolut keine sinnvolle Erklärung dafür, Sir Die Wunde ist gewaltsam entstanden, so viel weiß ich Aber von wem, wodurch und warum, dazu kann ich gar nicht sagen Sehen wir uns das Logbuch der Wachstation an, sagte Farrell Und Derringer erhob sich, um den Speicherkristall wieder in den Computer einzulegen Den er von Kelly ausgehändigt bekommen hatte Er nahm einige Einstellungen am Computer vor Und die Aufzeichnung von vor 80 Stunden begann abzulaufen Dienstag 0800 Eintrag von Sergeant Watson Danach hörten sie eine menschliche Stimme, die vermerkte, dass die Nachtwache ruhig verlaufen war Keine Fahrzeuge hatten den Checkpoint passiert Private Finkel hatte sich krank gemeldet Private Chromico war angewiesen worden, die Schicht von Finkel zu übernehmen Dienstag 1 600 Eintrag von Private Chromico Ein Kontrollgang bei Finkel hat gezeigt, dass es ihm schlechter geht Klagt über die Hitze im Bunker und verlangt nach besserer Kühlung des Schlafraums Peter versuchte Finkel, den Stützpunkt unbefugt zu verlassen Jeder Versuch, ihn diplomatisch von seinem Vorhaben abzubringen, ist gescheitert Finkel hat mich angegriffen, war leider genötigt, ihn zu betäuben und wieder in sein Bett zu bringen Bericht an Sergeant Watson Dienstag 22 48 Eintrag von Sergeant Watson Finkel ist wahnsinnig geworden und hat Chromico erwürgt Habe versucht, ihn zu stellen Er hat sofort geschossen und mich schwer verletzt Ist anschließend nach draußen geflohen Habe eine tiefe Wunde im Brustbereich, die vermutlich tödlich verlaufen wird Und Kontakt mit Porto Negro und den anderen Siedlungen abgerissen Hier war die Aufzeichnung von einem Hustenanfall unterbrochen Dienstag 22 50 Eintrag von Sergeant Watson Ich fühle, wie meine Seele langsam hinüberzugleiten beginnt In die nächste Welt Ich habe meine Pflicht bis zum Letzten erfüllt Gott der Herr sei mein Zeuge Ich trete vor sein Angesicht reinen Herzens Bereit, meinen Platz bei meinen Ahnen An seiner Tafel einzunehmen Von Ewigkeit zu Ewigkeit Sagt meiner Frau Dass sie das Beste ist, was mir je passiert ist Und dass sie Und meine Kinder Immer das Wichtigste für mich im Leben waren Ich habe damals einen Fehler gemacht Aber ich habe dafür gebüßt Mit meinem Dienst auf Transwahl Und letztlich sogar mit meinem Leben gezahlt Ich bin und war nie ein schlechter Mensch Und sie sollen sich so etwas nie einreden lassen Walter war erschüttert Er war schon immer nah am Wasser gebaut gewesen Watson war jetzt keine einfache Leiche mehr Sondern ein Mensch Er hatte eine Frau und Kinder gehabt Wahrscheinlich war sein Vergehen Dessen wegen er hier versetzt worden war Keine große Sache gewesen Nun hatte er auf diesem verfluchten Planeten Sein Leben gelassen Wie so viele andere auch Doch Watsons Schicksal Ruck für Walter schwerer Als das der anderen Toten Weil er für einen kurzen Moment Einblick gewonnen hatte Er seufzte und sagte Die Symptome, die der Mann bei Finkel beschreibt Sagen mir nichts, Sir Eine Krankheit oder irgendwas anderes dieser Art Gibt es in den Datenbanken einfach nicht Perel nickte Und Walter fuhr fort Sir, wenn sonst nichts weiter anliegt im Moment Würde ich mich gerne schlafen legen im PTF Perel nickte Gut, wir legen eine Schlafphase von 8 Stunden ein O'Connor soll sich in den Geschützturm des PTFs klemmen und Wache halten Wir treffen uns alle wieder hier Im Wachraum Um 1.900 planetarer Zeit Während die anderen mit den Schlafräumen im Bunker vorlieb nahmen ging Walter hinüber zum PTF Ebenso wie O'Connor War ihm dieser Bau nicht geheuer Er umrundete das Fahrzeug Und sah, dass die hintere Ladeklappe offen stand Er runzelte die Stirn Und trat näher Könnte O'Connor das vergessen haben? Fragte sich Walter Wohin war ihm nichts aufgefallen Als er und Kelly zurückgekommen waren Das hätten sie sicher nicht übersehen Walter erreichte die Ladeklappe Und schaute in den PTF hinein Drinnen brannte Licht Und der Innenraum zeigte nichts Auffälliges Von O'Connor war nichts zu sehen Vielleicht war er in den Bunker gegangen Auf der Suche nach Nahrung Oder um die sanitären Einrichtungen Dort zu benutzen Die des PTFs waren mehr als spartanisch Walter entdeckte eine An einer der Sitzbänke gelehnte AK-240 Das musste O'Connors Gewehr sein Dachte Walter Keiner der anderen benutzte eine 240er Walter machte auf dem Absatz kehrt Und lief eilig zum Bunker Das Schleusenschott glitt automatisch zur Seite Als er näher kam Und Walter eilte hinein Auf dem Gang Rief er nach Farrell, Derringer und Kelly Als er die Tür erreichte Und diese aufglitt Blieb er wie angewurzelt stehen Farrell, Derringer und Kelly Hatten in dem Raum Aufgeschreckt von seinen Rufen Deckung gesucht und zielten mit ihren Waffen Auf die Tür Walter rief Alles klar, keine unmittelbare Gefahr Er sah, wie die drei sich entspannten Und ihre Waffen einsteckten Farrell fragte in einem leicht säuerlichen Unterton Was denn los, Zwiebel? Was machen Sie für einen Aufstand? O'Connor ist weg, Sir Die Heckluke des PTF steht offen Drin liegt seine heißgeliebte AK-240 Sonst war nichts zu sehen Durchsuchen Sie alles Ich gehe in den Wachraum Und versuche ihn über Funk zu erreichen Rief Farrell, während er schon auf dem Weg Zur Wachstube war Derringer verließ ebenfalls den Raum Um sich auf die Suche zu machen Kelly stand unschlüssig da Und schaute Walter zu Der tief in Gedanken versunken Immer noch im Gang an der Tür zum Schlafraum stand Walter sagte Kelly, du musst mir helfen Ich habe einen schrecklichen Verdacht Lass uns nach draußen gehen Und nach O'Connor suchen Kelly schien nicht zu verstehen Aber er folgte Walter Draußen war es mittlerweile völlig dunkel geworden Walter marschierte auf den Panzer zu Ging hinein und setzte sich in den Waffenturm Er hatte nur theoretische Kenntnisse Im Umgang mit Bordwaffen Aber das war hier auch nicht vonnöten Walter schaltete den Scheinwerfer ein Und stellte den Lichtkegel auf maximale Reichweite Dann begann er, die Umgebung abzuleuchten Ob er irgendwo O'Connor zu sehen bekommen würde Kelly schaute sich derweil in der Umgebung des Panzers um Nach einigen Minuten kam er zu Walter in den PTF Walter sah, dass er einen Raummarine-Helm in der Hand hielt Kelly setzte an Denkst du, dass O'Connor... Walter unterbrach ihn Ja! Kelly meinte Lass mich mal ran, Walter Walter rutschte von dem Sitz und ließ Kelly einsteigen Dieser richtete den Lichtkegel In die Richtung, in der er den Helm gefunden hatte Und suchte Meter für Meter des Geländes ab Walter nahm Funkkontakt zu Farrell auf Und bat ihn, mit Derringer zum PTF zu kommen Zwei Minuten später traten die beiden ein Und Walter erklärte ihnen seinen Verdacht Carol nahm an der Steuerung des PTFs Platz Startete den Motor und fuhr los Er wendete das PTF Und hielt Kurs auf die Richtung, in der Kelly den Helm gefunden hatte Kelly erweiterte den Sichtkegel und ließ ihn in einem Bereich von 100 Metern hin und her schwenken Während sich das PTF mit 20 Kilometern die Stunde vorwärts bewegte Wenn O'Connor in diese Richtung gelaufen war, würden sie ihn finden Nach ca. 20 Minuten rief Kelly Da, ich glaube da ist er Er verengte den Lichtkegel wieder und leuchtete die Stelle aus, an der er O'Connor vermutete Sie sahen im Lichtkegel eine nackte Gestalt von ihnen wegstolpern und folgten ihr Farrell rief nach hinten Kelly, Sie nehmen Hand und Fußstellen aus dem Waffenschrank Und Zwiebel, Sie benutzen Ihren Punkte Gehen Sie kein Risiko ein Sie betäuben ihn und legen ihn in Ketten Dann schaffen Sie ihn hinten in den Panzer und wir kehren zum Bunker zurück Die beiden bestätigten und gingen durch die Schleuse in den hinteren Teil des PTFs Sie gaben Farrell ein Zeichen, als sie bereit waren Dieser gab Gas und holte schnell zu dem Flüchtenden O'Connor auf Farrell fuhr an ihm vorbei, machte eine scharfe Linkskurve und schnitt ihm den Weg ab O'Connor wandte sich um und floh in die entgegengesetzte Richtung Als hinter ihm die Heckklappe hart auf die Planetenoberfläche schlug Kelly und Walter rannten so schnell sie konnten hinter O'Connor her Der verzweifelt aber chancenlos versuchte zu fliehen Er kam gerade mal halb so schnell voran wie seine Verfolger Seine Glieder mussten steif vor Kälte sein, dachte Walter, der mühelos aufschloss Als er O'Connor erreichte, der verzweifelt keuchte wie ein wildes Tier und mit jedem Schritt kämpfen musste, drückte er ihm den Punkter in den Rücken und drückte ab O'Connor schien zu fallen, doch Kelly war zur Stelle und fing ihn geschickt auf und ließ ihn sanft zu Boden gleiten Er legte ihm sogleich die Hand- und Fußschellen an und gemeinsam schleppten sie O'Connor zum PTF zurück und legten ihn hinten auf die Ladeklappe bevor sie selbst einstiegen Die Ladeklappe schloss sich, das PTF wendete und fuhr zurück Richtung Checkpoint Alpha Walter blickte O'Connor ratlos an Der Mann war mittlerweile nach einer Injektion wieder erwacht Er hatte sofort angefangen zu zetern und Walter zu beschimpfen Unablässig forderte er, dass, da ihm die Temperatur zu warm sei, die gesenkt werden müsse Walter hatte sich seinen Helm übergezogen und die Außenmikrofone stumm geschaltet Dann hatte er O'Connor gründlich untersucht Der Mann war krank Daran bestand kein Zweifel Er zitterte jämmerlich und sein Kreislauf hatte die Versorgung der Muskeln gedrosselt wie bei einer schweren Infektion Nur konnte Walter beim besten Willen keine Infektionserreger finden Die Breitbandantibiotika, die er O'Connor danach injiziert hatte hatten ebenfalls keine Wirkung gezeigt Auch sonst war nichts festzustellen Laut dem Medikon hätte der Mann eigentlich gesund sein müssen Walter hatte mehrfach die Temperatur gedrosselt soweit die Klimaanlage das zuließ Bei 6 Grad Celsius war im Regler der Klimaanlage Schluss gewesen Die Symptome bei O'Connor hatten sich daraufhin gebessert und er zitterte nicht mehr ganz so unerträglich als Walter die Außenmikrofone wieder einschaltete Doch an sich hatte sich nichts geändert Er war immer noch krank Es schwerte sich nach wie vor über die Hitze und Walter war kein Deutschschlauer Er beschloss den anderen im Wachraum Bericht zu erstatten Vielleicht hatten sie eine Idee, was zu tun war Er trat auf den Gang hinaus Die Tür schloss sich hinter ihm Nach den 6 Grad Celsius der letzten halben Stunde war der Gang unerträglich warm Walter verharrte einen Augenblick und versuchte sich zu akklimatisieren Was ihm nur unzureichend gelang Für einen Moment beschlich ihn wieder ein entsetzlicher Gedanke Er fummelte hektisch an seinem Gürtel Endlich hatte er den Medikon zur Hand und begann sich selbst nach einer Veränderung im Stoffwechsel oder Anzeichen von Schüttelfrost zu scannen Beruhigt klappte er den Medikon zu Alles schien in bester Ordnung Seine Werte lagen im akzeptablen Bereich Eine kleine Abweichung war nach dem Stress und den Mühen der letzten Tage durchaus tolerierbar Er betrat den Wachraum Hier war es wohltuend kühler als im Gang Was Walter dankbar zur Kenntnis nahm Die anderen blickten ihn erwartungsvoll an Doch Walter schüttelte den Kopf Wenn Sie jetzt von mir eine Erklärung erwarten Was mit O'Connor nicht in Ordnung ist muss ich leider passen Er zeigt Symptome einer Infektion Aber er hat weder Erreger im Blut noch irgendwelche anderen unbekannten Stoffe Die Temperatur ist der Knackpunkt bei der Sache Seine Symptome hängen damit kausal zusammen Darren Joe und Mia ist ebenfalls unnatürlich warm Seit ungefähr einer Stunde Meinen Sie? Wir haben das gleiche wie der tote Marine und O'Connor Meinte Farrell Walter war soeben sein Herz wieder tief in die Hose gerutscht Mit einem Schlag war es vorbei mit seiner neu gewonnenen Selbstsicherheit der letzten Stunden Höchstwahrscheinlich, Sir Kelly und ich werden vermutlich bald dieselben Symptome zeigen Wir müssen dringend zurück nach Porto Negro fahren und uns unter Quarantäne in Behandlung begeben Bevor wir den Verstand verlieren wie O'Connor Und auch irgendwo, zwei bis drei Kilometer von hier nackt im Dreck krepieren wie der Marine Zum Schluss wird keiner mehr in der Lage sein, die anderen zurückzuhalten Hmm, da haben Sie zweifellos Recht, Zwiebel Also los Wir packen zusammen und ab ins PTF Paul Farrell Was ist mit Steinbeißer? fragte Kelly Vergessen Sie Steinbeißer Sie bringt es fertig, drei Stabsbesprechungen abzuhalten bevor sie uns das Okay gibt, diese Stellung aufzugeben Wir riskieren nichts Abmarsch Sie packten hektisch zusammen Anschließend schleppten sie O'Connor in aller Eile ins PTF Dann holten sie im Laufschritt ihre Sachen und die Hinweisstücke, die sie gesammelt hatten Das PTF brauste schon los während die Heckklappe noch nicht geschlossen war Walter begann zu beten Er bat den Herrgott, er möge sie beschützen Keinen Sturm aufkommen lassen und Farrell durchhalten lassen, bis sie wieder in Porto Negro waren Kapitel 9 Gib Gas oder Verreck Farrell fuhr wie ein Wahnsinniger Hatte er auf der Herfahrt noch das Tempo an Hügelsenken Bodenwellen angepasst um den Insassen eine bequeme Fahrt zu ermöglichen bretterte er jetzt mit Vollgas durch dick und dünn Der PTF schaukelte quasi nahezu ununterbrochen Walter kauerte hinten auf den Boden Ihm war übel und er hatte blanke Todesangst Er klammerte sich an seinen Punkten in denen er Betäubungsmittel gelegt hatte um die anderen sofort zu punkten wenn es kritisch werden sollte Walter versuchte fieberhaft einen klaren Gedanken zu passen Die Fahrt nach Porto Negro würde vier Stunden dauern selbst wenn alles glatt ging Er überlegte wie er ihre Chancen verbessern oder zumindest seine Zeit sinnvoll nutzen konnte Er zückte seinen Medikon und begann so gut es bei dem Geschaukel möglich war O'Connor zu scannen um mehr über den Verlauf seiner mysteriösen Krankheit zu erfahren Nach einigen Minuten war er sich sicher dass O'Connors Zustand sich seit der letzten Untersuchung vor ca. einer Stunde schnell verschlechtert hatte Seine Körperwerte waren deutlich abgesackt Walter überlegte eine Weile und rief da nach vorne Tja, erhöhen Sie die Temperatur auf Maximum Die drei anderen empörten sich sofort über seinen Vorschlag Er musste einige verletzende Kommentare einstecken bevor er sich erklären konnte Verstehen Sie doch Die Symptome werden bei Hitze stärker das ist ja richtig aber der körperliche Verfall wird langsamer Vorhin während der Untersuchung war die Temperatur bei O'Connor im Raum bei 22 Grad Später habe ich sie auf 6 Grad gesenkt Äußerlich ging es ihm besser Doch der Verfall seiner Körperfunktion hat sich seitdem um den Faktor 3 beschleunigt Wir müssen es zumindest versuchen Derringer und Kelly schauten Walter an Man konnte sehen wie es hinter ihrer Stirn arbeitete Derringer wandte sich schließlich den Konsolen zu und machte einige Eingaben Anschließend kam er nach hinten zu Walter und ließ sich neben ihm zu Boden sinken Kelly, nehmen Sie meinen Platz ein Bei Ihnen und Walter scheint die Krankheit nicht so fortgeschritten zu sein wie bei Farrell und mir Wenn wir schlapp machen müssen Sie uns im Notfall ausschalten Ein Schwall warmer Luft kam aus der Klimaanlage und es wurde von Minute zu Minute heißer Zu Walters Angst und der Übelkeit kam noch ein viel tiefer sitzendes Gefühl des Unwohlseins hinzu Am liebsten hätte er Kelly gebeten die Temperatur wieder nach unten zu regulieren Nur mit äußerster Willenskraft konnte er sich zurückhalten Auch Kelly und Derringer schienen einen Kampf mit sich auszufechten Farrell fuhr nun langsamer Seine Hände zitterten und es machte ihm sichtlich mehr Mühe das PTF zu steuern Walter fragte sich, wie lange ein Mensch das aushalten konnte Die Krankheitssymptome würden ihren Willen langsam zersetzen Was würde dann passieren? Würden sie sich gegenseitig umbringen? Die Minuten verstrichen quälend langsam Die Zeit dehnte sich endlos Derringer hatte sich neben ihm in Embryonalhaltung auf dem Boden zusammengekauert Er zitterte erbärmlich und klapperte mit den Zähnen Er schien kaum noch Herr seiner Sinne zu sein Vorne ging es Farrell wenig besser Walter staunte, dass er überhaupt noch in der Lage war das Fahrzeug zu bedienen Ein lauter Knall war zu hören der Walter hochschrecken ließ Das PTF schrammte auf einer Seite an der Festkante entlang Farrell stieß einige unartikulierte Echtslaute aus und es gelang ihm mit Mühe das Fahrzeug von der Kante weg wieder zur Mitte der Piste zu steuern Nach 15 Minuten passierte es ein weiteres Mal Walter kniff die Augen zusammen und versuchte anhand der Bildschirme auszumachen wie weit sie schon gekommen waren Die Erkenntnis traf ihn wie ein Vorschlaghammer Sie waren in der Nähe der beiden Funktürme die sie gestern repariert hatten Gerade ein Drittel der Strecke nach Porto Negro Sie würden es niemals schaffen, dachte Walter Er musste etwas tun Farrell würde nicht mehr lange durchhalten Walter kroch über den Boden des PTFs nach vorne zu Farrell und Kelly Er hatte eine Theorie und wollte sie ausprobieren Wenn er sich irrte, würden sie alle qualvoll sterben Wenn nicht, hatten sie vielleicht eine reelle Chance Er lag jetzt zwischen den Sitzen der beiden auf dem Boden Kelly blickte zu ihm runter Sein Gesicht war bleich Um seine Augen hatten sich tief eingefallene dunkle Ringe gebildet und sie waren stark gerötet Ich brauche Morphin, Walter sagte Kelly Ihre Blicke trafen sich für einen Moment Walter nickte und legte die Ampulle ein die vermeintlich für O'Connor in Wahrheit aber für ihn selbstbestimmt gewesen war Am Ende war alles ganz anders gekommen Walter legte nun eine neue Ampulle in seinen Punkten ein und bevor einer der beiden hätte reagieren können hielt er Farrell den Punkten an den Oberschenkel und drückte ab Darrell schien es gar nicht bemerkt zu haben Kelly schaute ihn fragend an Walter sagte Ich hoffe, das unterdrückt die Symptome Dreh die Temperatur fünf Grad runter Bist du sicher, Walter? So kann er bald nicht mehr weiterfahren Was nutzt es sonst, wenn wir länger leben und unseren qualvollen Todeskampf in die Länge ziehen Wenn wir Porto Negro nicht erreichen und hier draußen am Straßenrand verrecken Kelly nickte und stellte die Temperatur um fünf Grad Celsius nach unten Walter spürte, wie ein Schwall kühlerer Luft ihn traf und sein gequälter Körper sich etwas entspannte Aber das war noch viel zu wenig Walter halluzinierte für einige Sekunden von einer wunderschönen Eiswüste mit einem Wasserloch aus zwei Grad Celsius kaltem Wasser und wie er nackt dort hineinsprang um einfach nur zu genießen Plötzlich verwandelte sich der Tagtraum in einen Albtraum Walter wurde unter Wasser gezogen Seine Glieder waren so schwer Er versuchte dagegen anzukämpfen Doch er hatte nicht die geringste Chance Er versank im Zwielicht Eines kalten, einsamen Todes Walter schreckte auf Das war noch nicht sein Ende Er würde kämpfen bis zum letzten Atemzug Er schaute zu Farrell, dem es um einiges besser zu gehen schien Farrell hatte sich gefasst Und seine Bewegungen wirkten sicherer als vorher Und er fuhr auch wieder deutlich schneller Walter hatte ihm eine kleine Dosis Kreislauf verlangsamender Mittelfarbreich Weil er vermutete Dass diese paradoxerweise seinen körperlichen Verfall bremsen würden Wenn sie die Temperatur wieder etwas senken Er scannte Farrell einige Minuten lang immer wieder Und fand seine Überlegung bestätigt Walter krabbelte durch den PTF Und gab auch O'Connor, Devanger Und zum Schluss Kelly und sich selbst eine solche Dosis Eine halbe Stunde verging In der sie gut Fahrt machten Und zu hoffen begann Dass sie es so schaffen konnten Aber so einfach sollte es nicht werden Farrell begann wieder abzubauen Und hatte circa 15 Minuten später Erneut einen Zusammenstoß mit der Kante Er fuhr wieder langsamer Walter war klar Dass er bestenfalls noch 30 Minuten aushalten würde Sie hatten bis dahin bestenfalls die halbe Strecke geschafft Walter gab Farrell noch einmal eine Injektion Und sagte zu Kelly Er sollte die Temperatur um weitere 15 Grad Celsius senken Jetzt wurde es im PTF richtig kalt Das Zittern bei Farrell ging stark zurück Und es gelang ihm wieder, sich zu fangen Doch nach zwei Minuten klagte er über starke Müdigkeit Walter kramte aus seinem Rucksack Ein Präparat hervor Das eher selten genutzt wurde Es hielt den Menschen wach Jedoch ohne seinen Kreislauf zu stimulieren Walter verdrängte alle Zweifel und drückte ab Er beschüttelte sich für einen Moment Und richtete sich wieder ein wenig auf Walters Plan schien aufzugehen Dann machte er sich daran Auch den anderen mehr von seinem Beruhigungsmittel zu spritzen Bei Derringer und O'Connor gab er die volle Dosis Die beiden hatten es hinter sich, so oder so Bei Kelly und sich selbst ging er maßvoller vor Und setzte auch den Schlafblocker ein Damit sie handlungsfähig blieben Die Minuten verstrichen wieder quälend langsam Sie hatten die T-Kreuzung vor einer halben Stunde passiert In 80 Minuten konnten sie Porto Negro erreichen Konnten Walter hatte arge Zweifel, ob sie es schaffen würden Wenn Farrell wieder zusammenklappte Wäre er mit seinem Latein am Ende Sie konnten die Temperatur Nur noch um 2 Grad Celsius senken Und Medikamente Gleich welcher Art Würden auch nicht mehr viel ausrichten Walter und Kelly Die selber schon fast am Ende ihrer Kräfte waren Starrten Farrell jetzt ununterbrochen an Sie erwarteten jede Sekunde, dass es soweit sein würde Doch Farrell war zäher, als Walter es für möglich gehalten hätte Das war wohl einer von diesen legendären Piloten Die nach einem direkten Treffer der Kommandozentrale Wer verletzt ihr Raumschiff noch sicher landeten Dachte Walter Farrell fuhr noch ca. 40 Minuten weiter Bevor er endgültig auf seinem Sessel zusammensackte Walter scannte ihn und sagte verbittert Er ist ins Koma gefallen So weit gekommen Und doch bleibt Porto Negro für uns unerreichbar Walter hatte genug Er wollte sich nur noch zusammenrollen Und auf den Tod warten Nicht so hastig, Zwiebel Sagte Kelly Hilf mir, Farrell aus dem Sessel zu heben Und auf den Boden zu legen Machst du Witze, Kelly? Es ist aus Vorbei, Ende Wir sind fertig Gefallen im Dienst So wird es auf unseren Grabsteinen stehen Walter krümmte sich hysterisch lachend auf den Boden Kelly stand auf und gab Walter einen heftigen Tritt in die Seite Steh auf, du wertlose Missgeburt Und hilf mir, ihn aus dem Sitz zu heben Oder ich schwöre dir Deine letzte Stunde Wirst du in unerträglichen Schmerzen verbringen Walter war geschockt Kelly klang sehr aggressiv und meinte es anscheinend ernst Er würde keine Ruhe geben, wie es schien Walter riss sich also zusammen Und kam irgendwie auf die Beine Er packte Farrell am Kragen Und zog ihn aus dem Pilotensessel seitlich raus Schon nach drei Schritten Wiel Walter auf seinen Hosenboden Und Farrell halb auf ihn drauf Er stemmte beide Beine gegen den Boden Und schob sich weiter von den Sesseln weg Dann ließ er Farrell von sich seitlich runterrollen Und sah nach vorne Kelly hatte auf dem Pilotensitz Platz genommen Und schnallte sich gerade mühsam fest Du kannst das Ding fahren? Fragte Walter ungläubig Nur theoretisch, antwortete Kelly Ich hatte einen zwei Wochen Lehrgang in der Grundausbildung Das ist sieben Jahre her Bin damals durchgefallen, weil ich zu schlecht war Und hab das Zertifikat nicht bekommen Weswegen ich mich auch nie wieder an ein Steuer setzen durfte Du siehst also, Zwiebel, es kann nichts schief gehen Er lachte dreckig Walter schöpfte neue Hoffnung Vielleicht würde Kelly es schaffen Er spürte, wie der PTF anrollte und Fahrt aufnahm Walter erwartete insgeheim Jede Sekunde einen Knall zu hören Wenn sie gegen etwas prallten Aber der blieb aus Nach fünf Minuten hatte Walter wieder neuen Mut gefasst Kelly schien den Panzer doch irgendwie fahren zu können Und an den Geräuschen gemessen nicht mal so langsam Walter kroch über Farrell hinweg auf den freien Sessel nach vorne zu Er zog sich mit letzter Kraft nach oben Und ließ sich hineinplumpsen Nach zwei Minuten hatte er sich wieder so weit gefasst Dass er nach vorne zu der Konsole griff Und die Temperatur um weitere 2 Grad Celsius senkte Kelly hatte ein einfaches Makro aus dem Bordcomputer ausgesucht Und ließ es auf dem Hauptschirm anzeigen Es zeigte die Geschwindigkeit des PTFs an Die verbleibende Entfernung nach Porto Negro Und die durchschnittliche Zeit Gemessen an der augenblicklichen Geschwindigkeit Die sie noch brauchten Um den Stadtrand zu erreichen 32 Minuten stand dort Für Walter in seiner augenblicklichen Verfassung eine Ewigkeit Aus Minuten wurden gefühlte Stunden Dann Tage Walter hatte metaphysische religiöse Visionen Er träumte vom Tod Von der Wiedergeburt Vom Himmelreich Und auch vom Fegefeuer Unzählige Gesichter Zogen an Walter vorbei Immer wieder Hatte er das Gefühl durch ein Loch Im Raumzeitkontinuum zu fallen Endlose verwirrende Bilder und Emotionen Fluteten ihn Irgendwann war da ein Engel Der vor ihm stand Eine übergroße Androgyne Schlanke und hochgewachsene Weiße Gestalt In strahlend weißen Gewändern Die in einem imaginären Wind Zu flattern schienen Ganz in Licht geflutet Voller Reinheit und Schönheit Blickte das Wesen Walter an Und streckte ihm eine Hand entgegen Sie rief Walter, komm zu mir Walter, lasse diese Welt Der Qualen und Entbehrungen hinter dir Und tritt ins Licht, Bruder Walter spürte den unbändigen Wunsch Einfach loszulassen Alle Viere von sich zu strecken Und eins mit dem Licht zu werden Wieder hörte er Walter Er zog seine Hände wieder von dem Licht zurück Und schüttelte stumm den Kopf Er war noch nicht bereit zu gehen Der Engel rief erneut nach ihm Diesmal drängender Walter Er stammelte Nein Ich werde nicht gehorchen Der Engel schaute jetzt sehr böse Und Walter bekam einen Schlag ins Gesicht Der Engel begann zu verblassen Und Walter fand sich wieder hinter dem Steuerpult des PTFs Neben ihm brüllte Kelly Walter, du nutzlose Missgeburt, wach auf Einen Moment später Trug er ihn mit seinem Handrücken mit voller Wucht ins Gesicht Walter war so erschrocken und entsetzt Dass er sich nicht rühren konnte Wieder brüllte der Mann neben ihm Walter Walter sah geschockt zu Wie der Mann seine rechte Hand zur Faust ballte Und ihm sehenden Auges mit voller Wucht ins Gesicht schlug In diesem Moment erwachte Walter zu neuem Leben Und brüllte langgezogen und mit voller Lungenkraft Aufhören Kelly ließ von ihm ab Walter erschrak, als er verspätet registrierte Wie fertig der Mann aussah In seinem Zustand hätte er ungeschminkt In jedem Zombiesblätter Holowit Das Monster im Keller überzeugend spielen können Er vermutete, dass er selbst nicht besser aussah Was verdammt nochmal willst du, Kelly? Ich brauche Stoff Gib mir irgendeine hammerharte Kombo Das mieseste, dreckigste, illegalste Aufputschmittel, das du hast Wir sind weniger als 15 Minuten von der Stadt entfernt Ich brauche einen allerletzten ultimativen goldenen Burn Der mich über die Ziellinie trägt Und drück dir selber auch ein Los, mach schon, Mann! Den letzten Satz brüllte er wieder Walter fummelte an seinem Gürtel herum Und suchte nach einer Wirkstoffkombination Die er noch nie eingesetzt hatte Wie jeder gute Medic, der was auf sich hielt Hatte auch er Sein Geheimrezept einer ultimativen letzten Aufputschdrönung Die man sich setzte Wenn man das Ende noch ein wenig hinauszögern wollte Es enthielt alle Arten von Adrenalin und Dopamin Über Wiederaufnahmehemmer und Schmerzkiller Bis hin zu Muskelstimulantien und Schlafblockern Und vielem mehr Walter trug diese Kombi wie einen Fetisch mit sich rum Er hätte nicht gedacht, dass er sie jemals freiwillig einsetzen würde Vor allem nicht bei sich selbst Er drückte ab und mit einem leisen Zischen Wurde das Mittel in seine Blutbahn gepumpt Wut kochte in ihm hoch Von einem Moment zum nächsten Riss Walter seine Augen weit auf Sein Puls begann zu rasen Sein Herz klopfte heftigst Er sah rot Und fühlte, wie seine Muskeln sich wie Stahlseile unter der Haut spannten Bis der Schmerz dieser Anspannung Alle anderen Leiden Walters in den Schatten stellte Und bedeutungslos werden ließ Brutal drückte er seinen punkter Kelly in die Seite Der vor Schmerz aufschrie Und pumpte ihm die andere Hälfte der Ampulle in die Blutbahn Walter, schau im Hauptcomputer nach Ob es einen zivilen Arzt in Porto Negro gibt Sagte Kelly Walter konnte sich nur schwer konzentrieren Umständlich arbeitete er sich durch das Personenregister der Stadt Sie waren über den letzten Hügelkamm gefahren Die Lichter der Stadt waren schon sehr nah Als Walter einen Eintrag fand Er las laut Dr. McCombe, Facharzt für Innere Medizin Kerner Allee 37 Da hinten rechts Dann an der ersten Hauptstraße links rein Keine drei Minuten später Hielten sie mit quietschenden Panzerketten vor dem Haus Kelly ließ die Heckklappe runter Und die beiden erhoben sich zittrig von den Sitzen Sie zogen ihre Waffen und gingen raus auf die Straße Jeder, der sie in diesem Moment auch nur schief angesehen hätte Wäre mit Sicherheit niedergeschossen worden Kelly hämmerte mit seiner eisenbewährten Faust Gegen die Vordertür des Hauses und rief immer wieder laut Doktor, wir haben hier einen Notfall Es dauerte gut zwei Minuten Bis die Tür des Hauses sich öffnete Walter befürchtete, dass er jeden Moment zusammenbrechen würde In der Tür sahen sie einen korpulenten farbigen um die 50 In einem bequemen Hausanzug Und weichen Schlappen Der sie entsetzt und entgeistert anstarrte Hinter ihm Lugte eine Frau gleichen Alters Und zwei hübsche junge Mädchen Ängstig zu ihnen rüber Beide traten einige Schritte zurück Was der Mann Mit einem Stirnrundzeln quittierte Walter sagte Es handelt sich um einen Notfall Vermutlich um eine infektiöse Krankheit Bringen Sie Ihre Familie in Sicherheit Und treffen Sie für sich geeignete Maßnahmen Unsere Zeit läuft ab, Doktor Wir legen unser Leben hiermit in Ihre Hände Walter sprach die letzten Worte fast feierlich Dass er schwer vom Begriff war Konnte man Doktor Makombe nicht vorwerfen Auch schien er kein Mann langer Reden zu sein Er deutete nach links Gehen Sie dort lang ums Haus Und nehmen Sie die Treppe nach unten Meine Praxis ist im Keller Ich lege einen ABC-Schutzanzug an Und bin sofort bei Ihnen Er schloss die Tür wieder Walter und Kelly eilten in den PTF Und packten O'Connor Der Mann schien eine Tonne zu wiegen Walter mühte und plagte sich verbissen Bis sie den Mann ums Haus Die Treppe hinunter geschafft Und auf den Behandlungstisch gelegt hatten Makombe war vor Ihnen eingetroffen Und trug jetzt einen hellgrünen Schutzanzug Er begann sofort mit der Untersuchung von O'Connor Während Walter und Kelly Derringer holten Sie schleppten ihn in den Raum Und ließen ihn an einer freien Wand zu Boden gleiten Dann machten sie sich ein letztes Mal auf für Farrell Nach einem erneuten Ausschweifenden geächtzigen Zerre und Gestöhne Schafften sie es Auch Farrell sicher auf den Boden des Raumes gleiten zu lassen Während Kelly Noch die Tür schloss Um dann an ihr zu Boden zu rutschen Und wie betäubt liegen zu bleiben Schaffte es Walter Noch einen Stuhl zu erreichen Und sich reinfallen zu lassen Mit stockender, krächzender Stimme Immer wieder von starken Hustenanfällen unterbrochen Berichtete er alles Was er hatte in Erfahrung bringen können Dr. Makombe hatte O'Connor in die Röhre Seines großen stationären Metzgerners geschoben Der mehrere Tonnen wog Und den jeder niedergelassene Arzt Heutzutage besitzen musste Walter wusste Dass Makombe damit O'Connors Körper um ein Vielfaches Genauer und aussagekräftiger Scannen konnte Als es sie mit seinem Handscanner Je möglich gewesen wäre Er war ihre letzte Hoffnung Makombe rief Da ist etwas Er hat einen Fremdkörper Der an seiner Hirnanhangdrüse wächst Könnte natürlich ein Geschwür sein Aber ich halte es eher für einen Fremdartigen Parasiten Von diesem Planeten Warten Sie Ich versuche mal etwas Makombe tipselte auf einer Tastatur Und drehte an einem Regler O'Connors Körper krümmte sich sofort Unnatürlich nach hinten zusammen Er stemmte sich in der Röhre hoch Und sah aus Als würde sein Rückgrat gleich brechen Unter der Anspannung Makombe drehte den Regler sofort wieder zurück Und er sackte wieder auf die Liege Und entspannte sich Makombe studierte die Messwerte Des Medscanners Und sagte nachdenklich Der Parasit scheint die Ursache zu sein Ich habe versucht ihn mit Hitze zu töten Aber er ist mit den Nerven ihres Freundes verbunden Mit der Temperatur Ist auch die Aktivität Seines zentralen Nervensystems angestiegen Fast synchron und nur mit einer winzigen Verzögerung Ich fürchte Jeder Angriff auf den Parasiten Wird den Patienten töten Walter versuchte verzweifelt sich zu konzentrieren Obwohl die Wirkung des allerletzten Mittels Dass er sich und Kelly injiziert hatte Fast verschwunden war Und er zitterte Als hätte ihn jemand an ein Stromkabel angeschlossen Können Sie denn nichts tun, Doktor? Der Arzt überlegte Es gibt vielleicht eine Möglichkeit Ich kann versuchen ihn operativ zu trennen Und dann zu entfernen Er zog mit Hilfe eines Antigrafgeschirrs O'Connor aus der Röhre Und wollte ihn auf einen OP-Tisch Auf der anderen Seite des Raumes legen Walter deutete schwach auf Derringer Und flüsterte Wenn Sie Erfolg haben bei O'Connor Dann nehmen Sie den als Nächsten Danach den anderen dort Dann den an der Tür Und zuletzt mich Machen Sie schnell, Dok Unsere Zeit läuft aus Walters Körper zollte endgültig seinen Tribut Er fiel ebenso wie die anderen in ein tiefes Koma Und sagte schlaff und wie tot Auf seinem Stuhl zusammen Kapitel 10 Auge um Auge Zahn um Zahn Walter öffnete seine Augen Alles, was er um sich herum erkennen konnte War trübe und verschwommen Er begriff, dass er in einem Stasistank schwebte Der Tank war ein Wunderwerk Terranischer Technik Egal wie stark ein Körper verletzt oder verstümmelt war Selbst wenn er schon tot war Solange das Hirn keine irreparablen Schäden erlitten hatte Konnte der Tank nach wenigen Sekunden alle Körperfunktionen übernehmen Und stabilisieren Nach einer Diagnose der Verletzungen begann der Tank das Gewebe zu erneuern Selbst abgetrennte Gliedmaße wuchsen nach einiger Zeit wieder vollständig nach Der Patient verließ den Tank völlig geheilt Eine völlige Entschlüsselung des menschlichen Genoms und seiner Funktionsweise war die Voraussetzung gewesen Vor einem Verlust an geistigen Fähigkeiten als Folge eines Schadens am zentralen Nervensystem War man durch diese Technik, die sicher die größte Errungenschaft der terranischen Zivilisation darstellte, weil ich nicht gefeit Walter hörte ein Klopfen auf Glas Er öffnete wieder die Augen und versuchte, sich zu orientieren Er ließ sich mit leichten Schwimmbewegungen nach vorne zur Glaswand des Tanks gleiten, um besser sehen zu können Dort war die dunkle Silhouette einer Gestalt zu erkennen Plötzlich wurde die Silhouette größer und von einem Moment zum nächsten konnte Walter die abstoßende, wutverzerrte Fratze von Kerstin Steinbeißer hinter der Glasscheibe sehen Die mit erhobenem Finger lautlose Drohungen und Beschimpfungen ausstieß Walter atmete vor Schreck zu schnell aus Und die Luft trat seitlich an seiner Atemmaske aus und stieg in Form von großen Blasen nach oben Er paddelte so schnell er konnte von der Scheibe weg Bis er mit dem Rücken ans andere Ende des Tanks stieß Die Silhouette bewegte sich seitlich um den Tank herum und kam jetzt zur Rückseite Walter warf einen Blick über die Schulter und floh wieder zurück zur Mitte des Tanks Rechts von ihm schrebten die anderen vier aus seinem Team in der Flüssigkeit Er hatte einfach das Pech gehabt, als erster aufgewacht zu sein Die Luke über Walter schwang auf und es wurde etwas heller im Inneren Steinbeißer wollte ihn wohl nach draußen locken, um ihn durch den Fleischwolf zu drehen Ha, dachte Walter, da war sie an den Falschen geraten Er würde hier im Tank die Stellung halten, bis alle anderen draußen waren Er schloss die Augen und stellte sich schlafend Nach wenigen Sekunden führte Walter, wie der Sauerstoffzufluss seine Atemmaske versiegte Wut stieg in Walter hoch Dieses psychopathische Miststück Steinbeißer Während er sich hochsteigen ließ, wappnete er sich innerlich schon für das Kommende Walter stieß durch die Oberfläche und das dickflüssige Fruchtwasser des Stasistanks lief langsam an ihm herunter Er hielt die Augen geschlossen und wartete auf das große Donnerwetter, aber es kam nicht Vorsichtig öffnete er ein Auge ganz leicht und schaute sich um Einige Meter entfernt stand Schulz und schien geduldig auf ihn zu warten Kommen Sie raus, Zwiebel, Steinbeißer ist weggegangen Ich habe den Auftrag, sie alle fünf einzusammeln, sobald ihre Regeneration beendet ist und sie in einen der Konferenzräume zu bringen Walter kletterte aus dem Tank auf die Oberfläche und blieb einen Moment stehen Die von ihm tropfende Flüssigkeit würde durch die durchlässige, membranartige Decke des Stasistanks nach innen abtropfen und dabei von allen schädlichen Einflüssen gereinigt werden Walter schritt zum Ende des Stasistanks und kletterte über die kleine Leiter nach unten direkt in einen an den Stasistank angeschlossenen Duschraum Dort wusch er sich ausgiebig, trocknete sich ab und trat ins Freie Schulz gab ihm ein Bündel, in dem sich eine Raummarine-Uniform in seiner Größe befand Walter kleidete sich an, nahm auf einem der Sessel der Medical Station Platz und atmete tief durch Er sagte zu Schulz Was ist passiert? Einer der Posten von einem der Wachtürme hat gemeldet dass ein PTF in die Stadt gekommen und in die Kernerallee abgebogen ist Er sagte, das Fahrzeug habe geschlingert, als sei der Pilot betrunken Ich habe mich selbst auf den Weg gemacht, um zu schauen, was da los ist Ich fand das PTF vor dem Haus von Dr. Makombe Seine Frau erzählte mir, vor wenigen Minuten seien zwei Männer dort gewesen und hätten medizinische Hilfe ersucht Sie wies mir den Weg in den Keller des Hauses Makombe ließ mich ein Er sagte, sie sei als Letzter bei Bewusstsein gewesen und kurz vor meiner Ankunft ebenfalls komatös geworden Ich assistierte Makombe so gut, meine bescheidenen medizinischen Kenntnisse es mir ermöglichten Zuerst spritzte Herr O'Connor ein Mittel, welches wohl bei neurologischen Operationen verwendet wird um das motorische und sensorische Nervensystem kurzzeitig außer Gefecht zu setzen Naja, anschließend schnitt er den Hals von O'Connor auf, wandte sich seinen Weg weiter nach oben zu den Parasiten Dann trennte er diesen mit einem Spezialwerkzeug von den Nerven und dem restlichen Gewebe ab Es war sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig, die Nervenstränge nicht unnötig zu verletzen Das war sogar für einen Laien wie mich offensichtlich Anschließend belebte Herr O'Connor einfach wieder und wir verbrachten ihn in den Stasistank Dann wiederholte er den Vorgang bei den anderen Das war's eigentlich schon Sie hatten großes Glück Dass Makombe während seines Studiums als sein Schwerpunktfach die Neurologie gewählt hatte Ein Medic der Raummarine und die meisten anderen Ärzte hätten weder die nötigen Kenntnisse gehabt diese OP so durchzuführen, noch die erforderliche Hardware Warum ist Steinbeißer dann so wütend? fragte Walter Wir haben überlebt und wichtige Informationen gesammelt Sie ist nicht wütend wegen ihnen Sie kriegen es nur ab Wir haben den Funkkontakt zu den beiden PTFs verloren, die wir zu Grube 1 geschickt hatten Unter den gegebenen Umständen müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen Die Informationen, die sie gesammelt haben, sind ein Fortschritt Gar keine Frage Aber von einer Erklärung der Vorgänge sind wir immer noch weit entfernt Die amoklaufenden Minenarbeiter hatten ihren Parasiten jedenfalls nicht Walter überlegte Schulz hatte recht Der Parasit war bestenfalls ein Bindeglied Walter fragte Sind Fälle der Erkrankungen in Porto Negro bekannt geworden? Bislang nicht Steinbeißer hat eine Quarantäne verhängt Den Zivilisten ist es bis auf wenige Sondergenehmigungen bis auf weiteres nicht gestattet, ihre Häuser zu verlassen Sie hofft, so eine möglicherweise drohende Epidemie zu unterbinden Den Übertragungsweg oder was überhaupt den Parasiten ausgelöst hat konnte McCombe bisher nicht erklären Aber es muss sich wohl um eine Art von Bakterien, Viren oder Sporen handeln Walter überlegte laut O'Connor ist vermutlich als Erster durch seine Verletzungen bei der Explosion im Checkpoint infiziert worden Harold und Derringer waren die meiste Zeit im Gebäude Während Kelly und ich stundenlang draußen waren um den dritten Kreuzritter zu suchen Wir haben erst beim Essen im Checkpoint das erste Mal unsere Helme abgenommen Harold und Derringer sind beide Raucher Vermutlich haben sie sich bei einer Zigarettenpause angesteckt Haben sie den Parasiten denn untersucht? Haben welche die Entfernung überlebt? Die Parasiten haben die Entfernung nicht überlebt Wir haben fünf Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien Soweit wir wissen, handelt es sich um eine außerirdische Lebensform die sich auf diesem Planeten entwickelt haben könnte Warum wir bisher nichts von ihr wussten, können wir im Moment nicht sagen Der Planet ist erst vor 18 Monaten besiedelt worden Vielleicht waren die Viecher im Winterschlaf oder so Wie dem auch sei Es handelt sich um eine Lebensform, die nicht auf Kohlenstoff, sondern auf Silizium basiert Ihr Blut ist ein Gemisch mit dem Hauptbestandteil flüssiges Helium Walter runzelte die Stirn Verzeihung, Sir, aber diese Erklärung erscheint mir abwegig Schult schaute ihn an und meinte Lassen Sie mich teilhaben an Ihren Überlegungen Tja, die Tatsache an sich, dass wir auf eine silikonide Lebensform gestoßen sind Ist schon eine Sensation, die ein episches Erdbeben in der Wissenschaft auslösen wird Bisher hat man die Möglichkeit solchen Lebens nur theoretisch angenommen Es wurden zwar Überlegungen angestellt, wie ein Planet aussehen müsste, der solches Leben hervorbringen könnte Aber Transval entspricht diesen Annahmen in keinster Weise Es handelt sich hier um eine parasitäre Lebensform, die sich anscheinend nur mit Hilfe wesentlich größerer Werte fortpflanzen kann Solche Werte gab es aber auf Transval nicht, bevor wir kamen Weiterhin ist bemerkenswert, dass eine silikonide Lebensform kompatibel ist zu einer Kohlenstoffbasierten, wie wir Menschen es sind Damit sowas sich unter natürlichen Bedingungen entwickeln kann, hätte es auf dem Planeten eine doppelte Evolution mit beiden Lebensformen geben müssen Das ist aber biochemisch gesehen völlig unmöglich Dass die Anpassung in den letzten 18 Monaten eingetreten sein könnte, ist theoretisch denkbar Allerdings auch denkbar unwahrscheinlich Wie auch immer am Ende des Rätsels Lösung aussehen könnte Es wird unser Weltbild enorm erschüttern Und der allkatholischen Kirche wird es mit Sicherheit nicht schmecken Okay, dann sagen Sie mir, wie der Parasit entstanden sein könnte, entgegnete Schulz Eigentlich gar nicht Ansonsten höchstens im Labor gezüchtet, erwiderte Walter Schulz lachte Zwiebel, nun drehen Sie aber durch Ich bitte Sie, wer hätte in der TSU so etwas züchten können und wozu? Ich sage nicht, dass jemand in der TSU so etwas züchten kann Und auch nicht, dass es das Werk von Terranern war Es könnte sich zum Beispiel um ein Waffensystem handeln Das von einer weitentwickelten, baumfahrenden Spezies hier installiert wurde Um das beträchtliche Lesungvorkommen unbefugend zu schützen Schulz lachte jetzt lauthals Entschuldigen Sie, Zwiebel, aber Sie erzählen mir hier was von geringen Wahrscheinlichkeiten Und tischen mir dann so eine Theorie auf Sie sollten Science-Fiction-Autor werden bei Ihrer blühenden Fantasie Sie hatten sich in einem der Konferenzräume im Stützpunkt versammelt Alle Informationen zusammengetragen und diskutiert Steinweißer war als Letzte gekommen Sie war völlig ruhig und gefasst Walter überlegte, ob sie vielleicht Morphin genommen hatte Schulz sagte gerade Die Situation ist untragbar geworden Wir haben nur noch drei Halbzüge zur Verfügung Eine effektive Garnisonspräsenz ist unter diesen Umständen nicht mehr aufrechtzuerhalten Dein Beißer sagte mit fast resigniert klingender Stimme Vorschläge? Carol räusperte sich Ma'am, ich möchte hier auf ein noch viel wichtigeres Problem hinweisen Als den Dienstplan von Mr. Schulz Wir fünf haben unsere Infektion nur durch großes Glück überlebt Erstens, weil es uns gelungen ist, schnell genug nach Porto Negro zurückzukommen Zweitens, weil wir uns direkt an einen Arzt gewandt haben Der zufällig ein Experte für Neurologie ist Und nicht zu vergessen, wir waren nur zu fünft Dein Beißer und Schulz blickten ihn fragend an Caval fuhr fort Was passiert, wenn die gesamte Besatzung eines Terraformers infiziert wird? Nehmen wir an, ein paar Stunden später klingeln 60 Mann bei Macombe Und sind kurz davor, ins Koma zu fallen Er wäre nicht in der Lage, alle 60 so schnell zu operieren, wie es nötig wäre Für die meisten Leute käme jede Hilfe zu spät Und Macombe stünde vor der Wahl, entscheiden zu müssen, wer weiterleben soll und wer nicht Außerdem haben wir bei dem infizierten Kreuzritter Am Checkpoint Alpha eine Wunde im Hals-Nacken-Bereich gefunden Siebel konnte sich die Wunde zuerst nicht erklären Doch es handelt sich wahrscheinlich um eine Austrittswunde Der Parasit ist also geschlüpft, nachdem er voll ausgewachsen war Und es liegt nahe, dass dieser Parasit auf irgendeine Weise Die Erreger dieser Krankheit reproduziert und verbreitet Mit anderen Worten, was wir unbedingt verhindern müssen Ist, dass ein Infizierter hier in der Stadt von uns unbemerkt stirbt Sonst erleben wir eine Tragödie von biblischen Ausmaßen Die Anwesenden waren während seiner Ausführungen blass geworden Ihnen allen stand das Entsetzen deutlich ins Gesicht geschrieben Was schlagen Sie vor, Farrell? fragte Steinbeißer So wie ich das sehe, haben Sie keine Wahl Solange der Übertragungsweg nicht geklärt ist Und wir weitere Infektionen bei dem Personal in den Siedlungen außerhalb der Stadt nicht ausschließen können Müssen wir die Leute alle nach Porto Negro zurückziehen und in kleinen Gruppen isolieren? Entgegnete Farrell Steinbeißer antwortete gelangweilt Sie wissen, dass das unmöglich ist Wir können die Besatzungen der Terraformer nicht abziehen Und wir können sie auch nicht schutzlos lassen Lassen Sie die Terraformer abschalten antwortete er knapp Was? Sie haben völlig den Verstand verloren? Das Terraform-Projekt stoppen Und die Arbeit der letzten zwölf Monate verlieren? Niemals! Wir werden eine Warnung an die Siedlungen rausgeben zu denen wir noch Kontakt haben und eine planetare Quarantäne verhängen Die Patrouillen außerhalb der Stadt stellen wir vorerst ein Und die Männer bleiben hier im Stützpunkt Ich werde einen Kurier hoch nach Heaven's Gate schicken Er wird meinen Bericht an die Randstation C-37 übermitteln Mit der Anweisung, diesen als Hyperfunk-Nachricht an die Marine zu senden Ich werde eine massive Aufstockung von Personal anfordern Vor allem Ärzte mit neurologischen Kenntnissen Und die nötige medizinische Ausrüstung Und in der Zwischenzeit? fragte Walter Erfüllen wir unseren Eid Den wir vor Gott dem Allmächtigen auf Terra geschworen haben Und halten unsere Stellung nach besten Kräften Antwortete Steinbeißer tonlos Der Fahnenleid der Kreuzritter Auch Walter hatte ihn geschworen Bis zum letzten Blutstropfen Bis zum letzten Atemzug Auge um Auge Zahn um Zahn Hatte er geschworen, seine Pflicht zu tun Und nicht zu weichen im Angesicht der Feinde Konnte diese Eid hier als Begründung genügen? fragte er sich Steinbeißer fuhr fort Diesmal in einem versöhnlicheren Tonfall Meine Herren, glauben Sie mir Ich habe in den letzten Tagen oft genug gezweifelt Auch mir kam der Gedanke Die Kolonie aufzugeben Und die Konsequenzen für meine Entscheidung später Vor einem Militärgericht zu verantworten Aber das ist keine Option Das wissen Sie selbst Die Menschheit braucht Lesum auf ihrem Weg in die Zukunft Dieser Planet Stellt das mit Abstand wichtigste Vorkommen dar Das in der TSU bekannt ist Was denken Sie wohl, warum seine Besiedlung und die Erschließung der Vorkommen so sehr forciert worden ist Dass man sogar freiwillig einen PTI-Konzern mit ins Boot geholt hat Um die Investitionen zu stemmen Das Projekt Transvaal ist so wichtig für die Menschheit Dass davor sogar die Rivalität zwischen PTI und der Marine zur Bedeutungslosigkeit verblasst Dieses Sonnensystem Das Existenzminimum auf den Kolonien dahin Weil der interstellare Handel nahezu zum Erliegen gekommen ist Die Menschheit braucht Transvaal mehr als dringend Ich fordere von ihnen in den Tagen die vor uns liegen alles Wenn es nötig werden sollte Sogar ihr nacktes Leben Ich werde jedem der versucht zu fliehen Ohne Gnade in den Rücken schießen Und ich werde wenn es nötig ist Die Disziplin mit äußerster Härte aufrechterhalten Sie können mich dafür verachten Dass ich das tue, was ich tue Aber das ist mir gleich Steinbeißer verließ nach dieser Ansprache ohne ein weiteres Wort den Raum Die Anwesenden hingen alle noch einige Minuten schweigend ihren Gedanken nach Bevor Walter als erster das Schweigen brach Ich kann sie verstehen Und sie hat recht Wir müssen hierbleiben Und dürfen die Anlagen und den Planeten auf gar keinen Fall preisgeben Egal was es kostet Peril sah Schulz an und fragte Schulz, wussten Sie davon? Dass sich auf Transwall das größte bekannte Lesungvorkommen der TSU befindet Das eben war hoffentlich nicht nur leeres Gerede, um uns zu motivieren Schulz sagte Nein, es stimmt Die Mine hier ist nur das größte zusammenhängende Vorkommen, das leicht abzubauen ist Es gibt noch unzählige Peril entgegnete Wieso dann nur so wenig Personal? Und warum ein einfaches Regiment anstelle irgendwelcher Eliteeinheiten? Schulz seufzte Naja, die Mittel sind knapp Man musste PTI mit ins Boot holen, um den Planeten überhaupt in so kurzer Zeit zu erschließen Und mit dem Abbau zu beginnen Dann liegt das System weit draußen Die Nachschubwege sind lang Außerdem wollte man das Projekt unauffällig halten Wenn sich herumspricht, was hier zu holen ist Werden sämtliche Piraten, Söldner, Gangster und was sonst noch an Gesock sich hier auf Jahrzehnte einlisten Die Marine wäre gezwungen, erhebliche Truppen hier zu stationieren Das würde sie in arge Bedrängnis bringen Solange die Mine noch keine großen Gewinne abwirft Es ist ein gewagtes Spiel, was die Raummarine hier spielt Aber es hat seine Berechtigung, dass so vorgegangen wurde Gut, Schulz, das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Sache Was können wir tun, um uns nützlich zu machen? Schulz erwiderte O'Connor, Kelly und Zwiebel können vorerst wegtreten Gehen Sie in Ihr Hotel und halten Sie sich bereit Es könnte sein, dass wir Sie erneut heranziehen müssen für irgendwelche Aufgaben Sie und Mr. Derringer erhalten eine Unterkunft hier im Stützpunkt Ich habe Sie der Flugbereitschaft und Mr. Derringer der technischen Bereitschaft zugewiesen Wir werden uns in kleinen Gruppen bis auf weiteres hier in der Stadt isolieren Den Kontakt der Gruppen untereinander auf ein absolut unvermeidliches Minimum reduzieren und abwarten Falls in den nächsten Tagen keine neuen Krankheitsfälle auftreten, haben wir es geschafft Und müssen die Situation nur noch aussitzen, bis Nachschub kommt Und wenn doch, dachte Walter, er stellte diese Frage nicht laut Weil im Moment wohl niemand eine Antwort darauf hatte Sie erreichten das Haus von Dr. Macombe Kelly betätigte den Türsummer und sie mussten eine Minute warten Bis ein junges Mädchen ihnen öffnete Sie schrak zurück, als sie die drei bewaffneten Männer sah Keine Sorge, Miss Wir möchten uns nur mit ihrem Vater unterhalten Alles ganz entspannt, sagte Kelly Sie bat sie in der Praxis Platz zu nehmen Und versprach, dass sie ihrem Vater Bescheid geben würde Sie warteten fünf Minuten Bis von ihnen die Tür geöffnet wurde Dr. Macombe bat sie einzutreten Verzeihen Sie meiner Tochter, meine Herren Ihr Auftritt gestern hat sie verängstigt Sie ist ein sehr feinfühliges Kind Walter antwortete Kein Problem, Doktor Wir wollen uns erstmal persönlich bei Ihnen bedanken Auch im Namen unserer beiden abwesenden Kameraden Ohne sie hätten wir es nicht geschafft Was sind wir Ihnen für die Behandlung schuldig? Macombe entgegnete Die Marine hat alle Behandlungskosten übernommen Machen Sie sich darüber keine Gedanken Darf ich Ihnen etwas anbieten? Sie nahmen dankend an Macombe erhob sich und schritt zu einem Möbelstück Das wie ein hölzerler Globus von einem Meter Durchmesser aussah Der auf vier Säulen ruhte Durch sanften Druck öffnete sich der Globus am Äquator Und die obere Hälfte klappte weg Im Inneren befand sich eine kleine Hausbar Macombe entnahm vier Gläser Und eine Flasche zwölf Jahre alten Scotch Er schenkte ihn großzügig ein Und reichte jedem ein Glas Walter schnupperte vorsichtig Und ein feines Aroma stieg in seine Nase Er nahm vorsichtig einen kleinen Schluck des wohligen Tropfens Wir haben noch ein weiteres Anliegen, Doktor Begann Walter Der Mann schaute ihn fragend an Sie haben die Parasiten untersucht Mich würde interessieren, ob es möglich ist Ein Handscanner so zu programmieren Dass er frühzeitig die Infektion eines Wirtskörpers feststellen kann Ferner, ob es nicht möglich ist Die Operation, die sie an uns vorgenommen haben Auch in die Automatik eines Stasistanks einzubauen Ersteres ist kein Problem Ich habe die Messergebnisse, die ich an ihnen machen konnte, ausgewertet Es gibt einige Verfallstoffe in der Blutbahn eines Infizierten Die in dieser Zusammensetzung typisch sind Ich habe ein kleines Update für den Medscanner entwickelt Und schon zur Weiterverbreitung an die Marine gesandt Sie können das Update dann mal im Terminal runterladen Walter tat dankbar, wie ihm geheißen Er fuhr fort Die andere Frage ist, fürchte ich, mit unseren Mitteln hier nicht zu lösen Ich werde alle Messergebnisse sammeln und an die Gesundheitsministerien der TSU übermitteln lassen Ein Update für einen Stasistank erfordert ein großes Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren Das wir hier nicht haben Walter war halb zufrieden Immerhin konnten sie jetzt die Infektion frühzeitig feststellen Und infizierte Personen sofort zum Akombe schicken Die Gefahr einer Massenepidemie war dadurch jedoch nur teilweise gebannt Sie plauderten noch eine Weile mit dem Doktor Und machten sich dann auf den Weg zur Pizzeria da Salvo Kapitel 11 Kerner LTD Sie hatten gerade ihre Bestellung aufgegeben Und warteten schon sehnsüchtig auf ihre XXL-Pizzen Als sein Mann eintrat und sich umblickte Er war gekleidet wie ein Manager, der eine hohe Position bekleidete Und bei der Wahl seines Schneiders nicht aufs Geld zu schauen brauchte Der Mann blickte zu ihnen rüber und trat an ihren Tisch Entschuldigen Sie, meine Herren Mein Name ist Ilhan Baschküs Ich bin der Direktor der Kerner LTD-Miengesellschaft hier auf Transwar Darf ich mich zu Ihnen setzen? Keiner widersprach Und Baschküs war so frei, das als Aufforderung zu interpretieren Kelly fragte Was können wir für Sie tun, Mr. Baschküs? Nun, wir haben da ein kleines Problem mit einer unserer Liegenschaften hier in der Stadt Unsere Mitarbeiter sind durch die Gerüchte der letzten Tage verständlicherweise stark verunsichert Da die Mine bis auf weiteres ihre Arbeit eingestellt hat, habe ich die meisten von ihnen nach Hause geschickt Heute Morgen kam es zu einem kleinen Zwischenfall, bei dem es leider zwei Tote zu beklagen gibt Was hat das mit uns zu tun? fragte Kelly Verstehen Sie mich nicht falsch, Baschküs Aber wir sind in den letzten Tagen mehrfach durch den Fleischwolf gedreht worden Unser Bedarf an Problemen, Zwischenfällen und Begegnungen mit Leichen ist vorerst gedeckt Waschküs ließ sich nicht wehren Durch den Vertrag mit der Marine ist es uns leider untersagt Mitarbeiter hier auf dem Planeten zu beschäftigen die qualifiziert sind, Probearbeiten auszuführen Andererseits dürfen wir als PTI-Konzern uns gegenüber der Marine keine Blöße erlauben Was es mir im Moment leider unmöglich macht offiziell bei der unvergleichlichen Madame Steinbeißer anzufragen Sie sind die einzigen mir bekannten Herrschaften in der Stadt die für den Auftrag, den ich anzubieten habe, geeignet sind O'Connor schlug mit der Hand leicht auf die Tischplatte Trotzdem gab es ein unangenehm lautes Geräusch Du kapierst es nicht, Lackaffel Wir haben kein Interesse Mach dich unsichtbar Walter konnte wieder das Eis in seinen Augen sehen Auch diesmal machte Waschküs keine Anstalten sich zu erheben Wären 500 EH pro Nase für einige Stunden Arbeit geeignet, ihr Interesse zu wecken? Walter hielt die Luft an 500 EH Er verdiente bei der Marine mit allen Zuschlägen, Gefahren, Zulagen etc. im Schnitt 21 EH im Monat Er versuchte ruhig zu bleiben Jetzt bloß keinen Fehler machen Kelly fragte gelassen Wen müssen wir dafür umlegen? Wir haben ein Bürogebäude hier in der Stadt, in dem auch unsere Konzernzentrale für Transfall untergebracht ist Man fand es beim Direktorium wohl sehr witzig, uns zur Eröffnung einen lebenden Tigris Löwen zu schenken Es gab eine Fehlfunktion am Käfig und das Tier konnte ausbrechen Es hat zwei meiner Mitarbeiter gerissen Ich wurde über das Sicherheitssystem des Hauses Zeuge der Szene und es gelang mir schnell und unbemerkt das Gebäude zu verlassen Ich habe die Verriegelung aktiviert Soweit ich weiß, sollten sich keine Mitarbeiter mehr darin befinden Aber sicher bin ich nicht Wie dem auch sei, der Zustand ist untragbar Ertäuben oder töten Sie den Tigris Löwen und die 500 EH pro Person gehören Ihnen Nicht so hastig Wir werden es uns überlegen Treffen Sie uns in zwei Stunden vor Ihrem Gebäude Wenn wir nicht erscheinen, ist die Antwort Nein sagte Kelly Baschgüs nickte Ich hoffe, Sie lassen sich diese einmalige Chance nicht entgehen Guten Tag, meine Herren Sie warteten schweigend Bis sich die Eingangstür der Pizzeria hinter Baschgüs geschlossen hatte O'Connor platzte hervor Ein Tigris Löwe? Für wie blöd hält dieser Bonze uns eigentlich? Erinnert ihr euch an den Bodentransporter auf der Brücke? fragte Walter Die anderen beiden nickten Der hatte einen Stasis-Container hinten auf der Ladefläche Und ich finde, die Stimme von dem Kerl, der sich mit Farrell kurz unterhalten hat Hat doch ziemliche Ähnlichkeit mit der von Baschgüs Schon möglich, wir werden es rausfinden, entgegnete Kelly Der heute die Ruhe in Person zu sein schien Du spinnst doch komplett, Kelly Was, wenn sie da draußen bei der Mine irgendwas eingefangen haben Und nun haben sie die Kontrolle darüber verloren Willst du unbedingt draufgehen? fragte O'Connor in gehässigem Tonfall Du denkst mal wieder viel zu kurz, mein Freund Entgegnete Kelly Wir sitzen immer noch auf diesem Planeten fest Falls du es vergessen hast Irgendwo hier in der Stadt In einem der Gebäude Läuft ein Vieh frei herum Das wohl möglich eine ausgewachsene Version des netten Parasiten ist Den Makombe uns entfernt hat Und es hat zwei Menschen getötet Ich denke nicht, dass Baschgüs sich das ausgedacht hat Mit den zwei toten Mitarbeitern Wir haben nicht nur eine einmalige Gelegenheit, es zu studieren Ohne uns von Dr. Makombes Praxis entfernen zu müssen Wir kriegen sogar noch 500 EH Bei deinem mickrigen Gehalt solltest du das nicht so leicht abtun Walter fügte hinzu Er hat recht, Angus Wenn das Wesen aus dem Kernergebäude flieht Wird Baschgüs bei Steinbeißer Farbe bekennen müssen Dann müssen wir auf ihren Befehl das Wesen jagen Und kriegen nicht einen müden EH extra Im schlimmsten Fall löst es noch eine Massenepidemie hier in der Stadt aus Wenn diese Gefahr nicht bestünde, würde so eine Krämerseele wie Baschgüs Sicher nicht so tief in die Tasche greifen Seit wann bist du so mutig, Zwiebel? Ein Anflug seiner alten Herablassung war wieder zu hören Ich war noch nie besonders mutig Aber ich bin bekennend geldgeil Entgegnete Walter mit einem Grinsen Außerdem haben wir wieder einmal keine Wahl Denk nach, O'Connor Lass uns die fette Prämie einsacken Den Ärger werden wir so oder so kriegen Solange wir den Planeten nicht verlassen können O'Connor machte es sichtig Mühe einzulenken Dann lasst uns wenigstens Feral und Derringer mitnehmen Kelly antwortete Da spricht nichts dagegen Ich bin sicher In seiner Not wird Baschgüs die 1000 EH mehr zähneknirschend akzeptieren Signore Dasalvo brachte ihre Pizzen Und sie begannen sich mit Heißhunger darüber herzumachen Das war so nicht abgemacht peterte Baschgüs Kelly grinste ihn freundlich an und sagte Wir können gerne wieder gehen Wenn sie unsere Dienste nicht mehr benötigen Von einer Sekunde zur nächsten Änderte Baschgüs seine Taktik Und versicherte ihnen Dass Kerner gerne weitere 1000 EH zahle Um die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten Und dass man doch unter Freunden über alles reden könne Keiner von ihnen ging darauf ein Perel und Derringer hatten Nachdem sie erfahren hatten worum es ging Schuld zu meiner Bereitschaftspause gebeten Er hatte ihnen 10 Stunden freigegeben Sie standen jetzt alle mit Baschgüs vor der großen Eingangstür des Kernergebäudes Es handelte sich um einen völlig unscheinbaren grauen Kasten Wie alle Gebäude hier in der Stadt Es ragte zwei Stockwerke aus dem Boden Und nur durch das Schild über dem Eingang Auf dem Kerner L.T.D. Minengesellschaft stand Konnte man seinen Verwendungszweck zuordnen Perel fragte Baschgüs, wie geht es jetzt weiter? Baschgüs räusperte sich kurz und erklärte Ich werde hier auf sie warten Sie gehen rein und schalten die Bestie aus Es wäre natürlich schön, wenn sie überleben würde Aber gehen sie kein Risiko ein Im Mehrziel ist das Gebäude zu säubern Dann kommen sie wieder her Kriegen ihr Geld Und vergessen, was passiert ist Geld jetzt, sagte Perel knapp Und hielt seinen Kretschstab hin Baschgüs wollte schon protestieren Aber er besann sich eines Besseren Er nahm seinen Kretschstab zur Hand Es dauerte zwei Minuten Bis er jedem von ihnen die Summe transferiert hatte Kelly öffnete vorsichtig die schwere Flügeltür Während die anderen sich bereit hielten Ihm Feuerschutz zu geben Er leuchtete in den dunklen Raum Und blickte nach einigen Sekunden vorsichtig hinein Hier sieht alles soweit sicher aus Die Scheibe von der vierten Alloge ist zerbrochen Die Energieversorgung scheint zusammengebrochen zu sein Meldete er Baschgüs erklärte, er habe die Energieversorgung stillgelegt Sonst hätte das Sicherheitssystem des Gebäudes Ein Öffnen der Vordertür unmöglich gemacht Sie traten nacheinander durch die Tür Hinter ihnen schloss Baschgüs die schwere Tür Und sie hörten das Geräusch schwerer Metallbolzen Die in den Rahmen der Tür einrasteten Sie blickten sich erstaunt im Licht ihrer Scheinwerfer an Im nächsten Moment frang die Energieversorgung des Gebäudes an Und ein tiefrotes Licht erhellte den Raum Eine Stimme erklang aus unsichtbaren Lautsprecher Warnung, Warnung Sicherheitsverriegelung im Biolabor Außer Funktion Gebäude ist kontaminiert Sterilisation des Gebäudes In T-52 Minuten Oconner stürzte zur Tür Er schlug mit der Faust mehrfach mit voller Wucht dagegen Und brüllte hysterisch aus voller Lungenkraft Baschgüs, du Bastard Dafür mach ich dich kalt Sie alle wussten, was das bedeutete Wenn eine gefährliche Substanz Aus der Sicherheitsversiegelung eines Labors austrat Wurde eine solche Prozedur eingeleitet Gelang es dem Personal in einer bestimmten Zeit nicht Die Sicherheitsversiegelung wieder herzustellen Und die Lage unter Kontrolle zu bringen Wurde das Gebäude für einige Minuten mit starken Mikrowellen geflutet Die alles Leben vernichteten Wenn sie es nicht schafften Das Biest in den nächsten 52 Minuten zu finden und auszustalten Würden sie in einer übergroßen Mikrowelle gegrillt werden Perl befahl ihnen auszuschwärmen Er selbst machte sich eilig daran Die letzten Teile der zerbrochenen Glasscheibe der Förtner Loge wegzuschlagen Und kletterte anschließend durch das Fenster hindurch Wenige Augenblicke später sprangen die Normalbeleuchtung an Und die vielen Bildschirme innerhalb der Förtner Loge erhellten sich Auf ihnen waren diverse Kameraansichten Aus dem ganzen Gebäude zu sehen Auf dem Terminal hier in der Loge ist ein Administrator eingeloggt Der Vollzugriff auf die Systeme des Gebäudes hat Sofern sie nicht von der Sicherheitsautomatik gesperrt sind Zumindest darin hat Baskus uns nicht in die Pfanne gehauen Meinte Ferrell Er befahl ihnen zum Antigrafluft vorzurücken Er selbst koordinierte die Aktion von der Loge aus Und nutzte geschickt die Kameras des Gebäudes Um den Weg vor ihnen auszukundschaften Sie durchquerten einen luxuriösen, marmorgefließten Warteraum Der mit echten Pflanzen und holographischen Kunstwerken Vielvoll eingerichtet war Sie erreichten, ohne irgendwas Ungewöhnliches zu sehen, den Antigrafluft Wenn das rote Licht, das sich in die Beleuchtung mischte Nicht gewesen wäre Und der Spruch, dass das Gebäude bald sterilisiert werden würde Nicht alle 30 Sekunden wiederholt worden wäre Hätte alles ganz normal gewirkt im Kernergebäude Sie fuhren nach oben und betraten vorsichtig den ersten Stock Nach und nach öffneten sie alle Türen Und durchsuchten eilig die Räume Bewegungen oder gar Spuren Fanden sie dort keine Die Büros auf dieser Ebene sahen aus Als hätten die Angestellten sie vor wenigen Minuten verlassen T-45 Minuten Harold drängte zur Eile Sie fuhren wieder ins Erdgeschoss Und begannen sich dort umzusehen Der größte Teil dieses Stockwerks bestand ebenfalls aus Büros Im rechten Flügel war ein großer Raum In dem ein Lesumreaktor stand Der die Energieversorgung des Gebäudes übernahm Auch auf dieser Ebene entdeckten sie keine Bewegungen Und auch sonst nichts Außergewöhnliches Und kehrten schließlich zum Antigrafluft zurück T-39 Minuten Das erste Kellergeschoss hatte in der Mitte zwei Labore Die von einem Rundgang umgeben waren Um diesen Rundgang angeordnet Waren diverse kleinere Räume Manche davon wurden als Lager genutzt Andere waren Unterkünfte oder Aufenthaltsräume für das Personal Das auf dieser Ebene arbeitete Sie begannen die Ebene zu durchsuchen Das geologische Labor sah absolut sauber und aufgeräumt aus Alles war fein säuberlich an seinem Platz Es schien, als sei hier in den letzten Tagen nicht gearbeitet worden Die Räume auf dieser Seite des Stockwerks waren ebenfalls unauffällig Sie erreichten die Tür des Biolabors Der Ringer scannte auf Bewegungen und schüttelte den Kopf Kelly öffnete vorsichtig die Tür Und spähte rein Er schlüpfte geduckt in den Raum und die anderen folgten ihm Walter bot sich ein Bild des Chaos Es roch merkwürdig nach kronischen Gasen Der Raum war total verwüstet Viele der Konsolen und der Bildschirme entlang der Wände waren zerbrochen Sämtliche Schränke und Tische lagen kreuz und quer über die Halle verteilt auf dem Boden Manche davon zerbeult und verbogen, andere völlig zerschmettert Ein Meer von Glasplittern war über den Boden verteilt So dass sie keinen Schritt tun konnten, ohne das typische Knirschen zermahlenen Glas Zwei tote Wissenschaftler in weißen Kitteln und mit Atemmasken lagen in dem Raum Auch ihre Körper waren zerschmettert worden Einer davon bis zur Unkenntlichkeit entstellt Jetzt wissen wir zumindest, was mit den Funktürmen passiert ist Und was unsere Heckluke zerbeult hat Meinte Devin Jay in die Stille hinein Hier waren dieselben brutalen mechanischen Kräfte am Werk Walter schaute ihn betroffen an Würden ihre Waffen überhaupt etwas ausrichten können Gegen ein Wesen, das solche Zerstörungen anrichten konnte Kelly schien dieselben Überlegungen angestellt zu haben Er meinte, was auch immer hier ist Wenn jemand was Verdächtiges sieht, voll draufhalten und keine Munition sparen Sie hielten sich nicht lange auf und suchten die letzten Räume dieser Ebene ab Jedoch ohne etwas zu finden Walter hätte die Aufzeichnungen der Biologen gerne durchgesehen Doch die Zeit war knapp Die Minus 26 Minuten Sie fuhren hinunter zur zweiten Kellerebene Auf den ersten Blick bot sich das gleiche Bild wie auf der Ebene zuvor Einer der beiden großen Räume in der Mitte war ein Rechenzentrum Es schien vollkommen intakt zu sein In dem anderen großen Raum dieser Ebene befand sich ein Medical Center Auch hier schien alles normal zu sein Auf einem der Tische lagen ein Dutzend Med-Scanner Walter nahm geistesgegenwärtig einen der Scanner an sich Er vermutete, dass Kerner vielleicht mit seinen Untersuchungen weitergekommen war als Makombe Das Equipment in diesem Raum war um klassenumfangreicher und fortschrittlicher als das von Makombe Und Kerner hatte einen ausgewachsenen lebenden Parasiten als Versuchsobjekt gehabt Wenn er großes Glück hatte, waren diese Scanner schon mit den Erkenntnissen der Kerner Wissenschaftler geupdatet worden Er nahm sich vor, bei Zeiten das Gerät auszuprobieren Sie verloren kostbare Minuten beim Durchsuchen aller Räume dieser Ebene Die Minus 13 Minuten Kerner sagte über Funk Unsere Zeit wird knapp Wir müssen ein höheres Risiko eingehen Halt euch in zweier Gruppen auf Kelly und O'Connor nehmen die dritte Kellerebene Derringer und Zwiebel die letzte Versucht das Wesen aufzuscheuchen, sonst sind wir verloren Kelly und O'Connor stiegen unterwegs aus Während sich Derringer und Walter bis zum Boden des Antigrafschachtes schweben ließen Diese Ebene war ein zusammenhängender, großer und von mächtigen Säulen gestürzter Raum Die eine Hälfte nahm eine Parkebene für Bodenfahrzeuge ein Auf dieser Seite gab es auch ein stellernes Tor Durch das man auf die Straße vor dem Gebäude gelangen konnte Auf der anderen Seite war eine Werkstatt untergebracht Außerdem zwei Lastenaufzüge Die Steuerung für das Transportsystem Das sich über die beiden untersten Ebenen erstreckte Es ermöglichte Container und andere Lasten auf diesen beiden Ebenen beliebig zu bewegen Fahrzeuge zu be- und entladen Und außerdem Güter in den großen Containerschränken auf der vorletzten Ebene einzulagern oder zu entnehmen Derringer und Walter eilten in die Mitte des 60 Meter langen und 30 Meter breiten Raums Und blickten sich gehetzt um Zwischen den unzähligen Fahrzeugen, Werkzeugbänken, Tischen, Schränken und herumstehenden Frachtcontainern Hätte sich eine Armee verstecken können T-minus 10 Minuten Derringer rief über Funk Jake, bitte maximales Licht hier unten Wenige Sekunden später erstrahlte der Raum heller Leuchte Walter konnte immer noch nichts ausmachen Er drehte sich zu Derringer um und sagte Hör, ich schlage vor Während Walter noch sprach Veränderte sich der Ausdruck in Derringers Gesicht Von einem Moment zum nächsten Zu einer aggressiven, wutverzerrten Maske Alles geschah wie in Zeitlupe Während er seine Abacus und Geist Minigang ruckartig hochzog und auf Walter richtete Öffnete sich sein Mund Und er brüllte aus voller Lunge Kontakt Walter war das Herz stehen geblieben Und er hatte sich instinktiv nach hinten fallen lassen Noch bevor er den Boden berührte Sah Walter eine 40 cm lange Stichflamme Aus der Mündung der Minigang austreten Während die Rohrtrommel Sich mit unglaublicher Geschwindigkeit drehte Ergoss sich ein Gewitter aus heißen Patronenhülsen Auf den am Boden liegenden Walter Er versuchte sich seitlich wegzurollen Er hatte dabei seine Walter Meteor aus dem Gürtel Und gab einen langen, ungezielten Energiestoß ab Der einen saftigen Brandfleck an der Decke hinterließ Er glaubte ebenfalls seine Bewegung An einem der Fahrzeuge gesehen zu haben Walter kniff die Augen zusammen Und versuchte mehr zu erkennen Wieder war Bewegung an einem der Fahrzeuge Während Walter zu zielen versuchte Deckte Derringer alles mit einem Stahlgewitter ein Von der anderen Seite löste sich eine Art Schuss Walter konnte eine blaue Energiewelle sehen Die ein wenig an die Ringe erinnerte Die Raucher manchmal machten Die Rasen schnell näher kamen Und sich ausdehnte Bis sie als Wolke den am Boden liegenden Walter traf Im nächsten Moment war es Walter Als griff er eine eiskalte Hand nach seinem Herzen Er war nicht mehr sicher Ob er lebte oder schon tot war Sein Geist Schwebte entrückt von seinem Körper In zwei Metern Höhe Und konnte auf den toten oder sterbenden Körper Von Walter hinuntersehen Derringer hatte Deckung gesucht Immer wieder zuckten blaue Blitze Zur einen Seite des Raumes Und ergoss sich ein Stahlgewitter Auf die andere Keiner der beiden Kontrahenten Schien bislang im Vorteil zu sein Walter meinte Im Antigraf-Lüft Geräusche zu hören Im nächsten Moment tauchte O'Connor kurz auf Aus seiner AK-240 Löste sich eine Explosivgranate Die genau an der Stelle einschlug An der Walter die Bewegung Eines großen schwarzen Wesens gesehen hatte Das so bizarr anmutete Dass Walters Verstand sich schlicht noch weigerte Diese Bilder zu verarbeiten Eine Explosion erschütterte das getroffene Fahrzeug Kelly hatte die Gelegenheit genutzt Schnell seitlich aus dem Antigraf-Lüft zu hechten Und arbeitete sich zu einer erhöhten Schussposition Mit guter Deckung Von der aus er die Fahrzeugebene ins Visier nehmen konnte T-6 Minuten Von einem Moment zum nächsten verschwamm Walters Sicht Er befand sich jetzt nicht mehr in der Halle Sondern sein Geist schwebte irgendwo draußen Auf dem trostlosen, kalten, finsteren Planeten Über Sturm umtosten Felsen Es war jedoch absolut still Plötzlich setzte eine gewaltige Flut von Bildern und Gefühlen ein Die sich kalt, bizarr und völlig fremd anfühlten Walter öffnete die Augen Die Kälte war weitestgehend wieder verflogen Er versuchte seine Gliedmaßen zu bewegen Was ihm auch gelang Er richtete sich auf und versuchte auf die Beine zu kommen T-2 Minuten Von einem Moment zum nächsten setzte die Geräuschkulisse wieder ein Die anderen vier feuerten aus allen Rohren Sich gegenseitig Deckung gebend Versuchten sie, das fremde Geschöpf einzukreisen und in die Enge zu treiben Nur noch zwei Minuten Walter brüllte über Funk Feuer einstellen Seine Stimme überschlug sich in Panik Und er musste mehrfach brüllen Bevor Farrell den Befehl wiederholte Und tatsächlich alle das Feuer einstellten T-90 Sekunden Ich habe eine Übereinkunft mit dem Wesen erzielt Es ist sich der Situation wohl bewusst Und will genauso überleben wie wir Ich weiß, es hört sich völlig verrückt an Aber wir müssen schnell machen Connors ungläubige Stimme war zu hören Walter, du Schnauze, O'Connor Und alle Mann in das schwere Transportfahrzeug dort einsteigen Das den Stasis-Container auf der Ladefläche hat Macht schnell, wenn euch euer Leben lieb ist T-60 Sekunden Tut, was er sagt Rief nur noch Farrell Walter hatte es mittlerweile geschafft aufzustehen Und stand wackelig auf seinen Beinen Sobald alle drin sind, aktivieren Sie den Stasis-Tank, Sir Walter hoffte, dass wenigstens Farrell begriffen hatte Er musste alles auf eine Karte setzen Für Erklärungen blieb keine Zeit Die anderen waren zu dem Transportfahrzeug gerannt Und stiegen nun hastig ein T-30 Sekunden Farrell startete den Motor Er fuhr so schnell es möglich war den Stasis-Container hoch Und ließ die Luca am oberen Ende aufklappen T-20 Sekunden Die kalte, monotone Stimme der KI Begann nun, die erbarmungslos verstreichenden Sekunden runterzuzählen Walter sei etwas auf sich zukommen Eine Sekunde lang stand er von Angesicht zu Angesicht mit dem Alien Einem Insektoiden, schwarzen, glänzenden und mit Hornplatten bewährten, lebendig gewordenen Albtraum Es bewegte sich unvorstellbar schnell galoppierend auf ihn zu Walter wurde von den Armen des Wesens gepackt Ihn durchflutete grenzenloses Entsetzen Und für einen Moment dachte er, sein Herz würde vor Schreck einfach stehen bleiben Das Wesen sprang mit einem gewaltigen Satz Mit Walter in den Armen auf den Stasis-Tank Dort, wo Walters Rüstung den Körper des Aliens berührte Bildete sich auf der Oberfläche seiner Rüstung dichter, schwerer, weißer Dampf Der ein wenig an Trockeneis erinnerte Das Alien hielt Walter fest umschlungen Als es sich in den Tank gleiten ließ Farrell aktivierte die Versiegelung des Stasis-Tanks 5, 4, 3 Quarantäneverletzung beseitigt Sterilisationsprozedur abgebrochen Versiegelung aufgehoben Danke für Ihre Aufmerksamkeit Einen wunderschönen und produktiven Arbeitstag bei Kerna-LTD Wünscht Ihre freundliche KI Walter hatte das Gefühl in der Flüssigkeit des Stasis-Tanks immer tiefer zu senken So als gäbe es keinen Boden, der dies verhindern könnte Immer tiefer und tiefer Stank Walter in den dunklen, kalten, bodenlosen Ozeanen Der von hellschimmernden Luftblasen, die nur durch das Licht der sich immer weiter entfernen Oberfläche angestrahlt wurden, erfüllt war Die am absinkenden Walter vorbei nach oben schwebten Je tiefer er sank, desto zahlreicher wurden die Blasen Immer weniger Licht drang nach hier unten Ein nackter, perfekt geformter Frauenkörper schmiegte sich an Walter In dem fahlen Licht glänzte ihre Haut wie edle Alabaster Eine graue, urwüchsige Haarpracht umrahmte die feinen Züge ihres Gesichts Ihre Augen waren geschlossen, ihre Lippen zogen Walter magisch an Sie küssten sich lange und voller Hingabe Es war ein vollkommener Augenblick tiefen Friedens Und es schien, als wolle er niemals enden Walter öffnete seine Augen wieder Um nun in die der Frau, die er so abkürtisch liebte, zu blicken Es waren die leblosen, fremdartigen Facettenaugen eines Insekts Mit allem Ruck stieß Walter sie von sich Das war alles nicht richtig Er versuchte verzweifelt wieder nach oben zu paddeln Über ihm wurde es heller Und er stieß durch die Oberfläche der Staseflüssigkeit Über sich konnte er noch für einen kurzen Moment den Rumpf des Aliens sehen Das aber sogleich außer Sicht sprang Walter kletterte, so schnell er konnte, an der Leiter nach oben Und zog sich aus dem Stasistank ins Freie Während an seiner Rüstung die Flüssigkeit abtropfte, blickte er sich um Aber von dem Fremden war weit und breit nichts mehr zu sehen Sie waren außerhalb der Stadt Auf der Straße Richtung Süden Walter konnte im Norden die mittlerweile vertrauten Lichter von Porto Necro und den Stützpunkt erkennen Das Bodenfahrzeug war stehen geblieben Kelly und Devanger stiegen aus, um nach ihm zu sehen Der Sturm peitschte wieder mit hoher Geschwindigkeit über die schroffen Felsen Sie hätten schreien müssen, um sich zu verständigen Walter schloss die Luke des Stasis-Containers und kletterte nach unten Er ging zur Beifahrertür und stieg zu den anderen in die Kabine Erl wendete das Fahrzeug und fuhr zurück zum Stützpunkt Sie würden einiges zu besprechen haben Kapitel 12 Der Fremde Sagen Sie mal, Farrell, schämen Sie sich eigentlich nicht? Mir so eine unglaubliche Geschichte aufzutischen ist... Ist... Steinbeißer brach ab Nachdem sie auf das Gelände des Stützpunktes gefahren und vor dem Eingang gehalten hatten So waren sie augenblicklich von Kreuzrittern umstellt worden Schulz hatte ihnen sein Bedauern mitgeteilt aber seine Befehle waren klar gewesen Ohne Widerstand hatten sie sich von Schulz zu den Arrestzellen der Anlage bringen, entwaffnen und einkerkern lassen Schulz hatte ihnen mitgeteilt, dass Baschgüssi bei Steinbeißer wegen Einbruch, Industriesabotage und Mord an zwei seiner Wissenschaftler angezeigt hatte Wenige Minuten später war Steinbeißer aufgetaucht und hatte Farrells Bericht der Ereignisse mit wachsender Ungeduld gelauscht und ihn schnell unterbrochen Nun mischte Schulz sich in für ihn ungewöhnlich forscher Manier ein und sagte Ma'am, die Aufzeichnungen aus dem Kernergebäude sind gelöscht worden Wir können im Moment nicht sagen, welche Version der Wahrheit entspricht Ach Unsinn! Ich bitte Sie, Schulz! Eine außerirdische Lebensform? Wie lächerlich! Farrell und seine Männer haben von Anfang an nichts als Ärger gemacht Das steht fest. Ich werde dafür sorgen, dass Sie alle den Rest Ihres erbärmlichen, wertlosen Lebens auf einem Gefängnisplaneten verbringen Sie stampfte wutschnaubend davon Für einen Moment herrschte Schweigen im Raum Schulz sagte Siebel, ich würde gerne die Ereignisse aus Ihrer Sicht hören Sir, über die äußere Darstellung der Ereignisse im Kernergebäude und unsere Flucht Gibt es dem Bericht von Mr. Farrell nichts Wesentliches hinzuzufügen Allerdings Der erste Kontakt mit dem Alien erfolgte sozusagen telepathisch Als ich getroffen von seiner Kältewaffe am Boden lag Es war wie eine Stimme in meinem Kopf Jedoch formte sie keine richtigen Worte Es waren vielmehr manifestierte Bilder, Begriffe und Emotionen, in denen es zu mir sprach Außerdem scheint es, als habe es Erinnerungen in meinem Gedächtnis zurückgelassen Seit der Begegnung mit dem Alien fallen mir immer mehr Details ein Die ich nun weiß, ohne dass ich mich daran erinnern kann Dass mir je jemand diese Informationen gegeben hätte Oder wie ich sonst an sie gelangt sein könnte Immer mit der Ruhe, Walter Ordne deine Gedanken und erzähl uns von ihnen Sagte Kelly Die anderen schauten ihn überrascht an Er schien instinktiv zu begreifen, was mit Walter passiert war Also Diese Spezies nennt sich selbst Runengur Sie vermissen ihre große Mutter, die sie erschaffen hat Und mit der sie in einer telepathischen Symbiose gelebt haben Es scheint sich dabei wohl nicht um eine Gottheit Sondern um ein real existierendes Wesen zu handeln Auf jeden Fall ist dieser Kontakt abgebrochen Die Runengur waren verwirrt, verloren und antriebslos Obwohl sie nicht altern und theoretisch unsterblich sind Zogen sie es vor, sich selbst in eine Art Winterschlaf zu versetzen In der Hoffnung, ihre Mutter würde eines Tages einfach wieder auftauchen Ich glaube, das muss so um 4000 vor unserer Zeitrechnung gewesen sein Durch einen unwahrscheinlichen Zufall Haben die Minenarbeiter von Grobe 1 diesen Kälteschlaf unterbrochen Durch eine Sprengung ist ein Erdspalt entstanden Der zu einem Temperaturanstieg in der Behausung der Runengur führte Sie sind erwacht und sahen sich mit Menschen konfrontiert Sie wussten anfangs nicht, dass die Minenarbeiter sie keineswegs entdeckt hatten Und von ihrer Existenz nach wie vor nichts wussten Aus Angst vor einem vermeintlichen Angriff Flogen sie als Erste gegen die Minenarbeiter los Diese flohen in der Folge voller Panik von der Grube Und letztlich auch vom Planeten Die Aliens versuchten sich neu zu orientieren Und zu begreifen, was geschehen war Sie kannten die Terraner aus ihren Datenbanken Als eine primitive Zivilisation Die auf einem Planeten in relativer Nähe zu Transval existierte Und bestenfalls die Bronzeverarbeitung beherrschte Sie erkannten, dass diese Spezies in den 6000 Jahren ihres Winterschlafs Einen enormen technologischen Fortschritt gemacht hatte Und ihnen nun gefährlich werden konnte Das ist nur ein kleiner entlegener Außenposten Den sie im Auftrag ihrer Mutter hier errichtet haben Woher sie jedoch genau kommen Und an weitere Hintergründe zu ihrer Spezies und Geschichte Kann ich mich nicht erinnern Ich vermute, dass Alien hielt es zur Überwindung dieser Krise nicht für nötig Mir diese Daten zu geben Wie dem auch sei Die Runen-Gur sandten einen ihrer Krieger als Kundschaft aus Um sich ein Bild von der Stärke und Anzahl der Terraner zu verschaffen Dieser geriet jedoch in einen Hinterhalt und wurde getötet In seinem Todeskampf versprühte er einen Nebel aus Sporen Mit deren Hilfe sich die Runen-Gur fortpflanzen Einige der Terraner wurden anscheinend davon angesteckt und verstarben Nicht ohne, dass aus jedem von ihnen ein Runen-Gur-Junges schlüpfte In meinen Erinnerungen ist eine deutliche Warnung enthalten Diese Jungtiere sind schon nach wenigen Stunden Wenn sie geeignete Nahrung finden, voll ausgewachsen Jedoch verfügen sie quasi über das Bewusstsein eines Säuglings Und sind sozusagen Raubtiere Deren ganzes Interesse sich um Dinge wie Jagen, Fressen und Fortpflanzung dreht Ich kann es nicht anders in Worte fassen Wenn so ein Runen-Gur-Junges ausgewachsen ist Sollte es von der Mutter in einer Art Initiationsritual ein Bewusstseinsupdate erhalten Von diesem Moment an würde es auch quasi seine Rolle im Kollektiv Als Krieger, Wissenschaftler oder Arbeiter zugewiesen bekommen Da Mutter aber nun seit 6000 Jahren verschwunden ist, bleibt dies in unserem Fall natürlich aus Die ausgewachsenen Runen-Gur bewerten diese Situation als unkontrollierten und von ihnen ungewollten Ausbruch Sie warnen nachdrücklich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen Sonst würden unsere Siedler von diesem ihrer Spezies angeborenen Abwehrmechanismus ausgelöscht werden Diese ausgewachsenen Runen-Gur sind uns nicht feindlich gesonnen Fragte Schulz Walter entgegnete Anscheinend nicht Ich kann nicht viel zur Ethik, Moral oder Einstellung der Runen-Gur sagen Ich denke aber, solange Ihre Mutter Ihnen keinen Verhaltenskodex in Bezug auf uns Terraner vorgibt Sind Sie weitestgehend neutral Sie werden uns nicht aktiv schaden Und sind auch nicht nachtragend wegen der Opfer, die Sie durch Missverständnisse beim Erstkontakt hatten Oder noch haben werden Jedoch werden Sie uns auch kaum helfen Den Ausbruch Ihrer Brut haben wir in Ihren Augen selbst verschuldet Und müssen ihn auch selbst in den Griff kriegen Dem Alien, das mir diese Erinnerungen eingepflanzt hat Scheint es in erster Linie darum zu gehen, Missverständnisse auf unserer Seite zu vermeiden Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mein Instinkt sagt mir Dass diese Aliens eine Art hochentwickelte biologische Roboter sind Paradoxerweise sind sie Lebewesen Die aber zu einem bestimmten Zweck erschaffen wurden Ihr Denken ist nach unseren Maßstäben sehr rational Sie sagten vorhin, Terraner hätten ihren Scout getötet und sich an ihm angesteckt Wir haben überhaupt keine Berichte Die auch nur ansatzweise solche Ereignisse schildern Wer hat ihn getötet? Und wer genau hat das Alien, das ihnen diese Informationen gegeben hat, eingefangen? Fragte Schulz In diesem Punkt sind meine Erinnerungen nicht ganz klar Das Alien, mit dem ich Kontakt hatte, ist von Baschküs und seinen Männern in der Nähe von Grube 1 In eine komplizierte Falle gelockt und betäubt worden Danach wurde es in einen Stasistank eingesperrt und nach Porto Negro gebracht Der Kundschafter ist von Kreuzrittern erschossen worden Allerdings nicht von Angehörigen des 731. Raumlanderegiments Sondern von einer anderen Truppe Es gibt auf Transvaal keine andere Truppe als das 731. Raumlanderegiment Sind Sie sicher, Zwiebel? Ich bin mir nicht nur sicher, Sir Sondern ich weiß, vorausgesetzt das Alien hat mir keine falschen Erinnerungen eingepflanzt Dass es noch weitere Kreuzritter hier auf dem Planeten gibt Außerdem weiß ich, dass diese Kreuzritter von den Runen-Gur wussten Und sich auf dem Planeten befinden, um nach ihren Überresten zu suchen Perel entgegnete bedeutungsschwer Gibt es keine andere Truppe, Schulz? Oder hat man sie nur nicht informiert? Schulz schaute ihn nachdenklich an Sie müssen zugeben, diese Geschichte ist schwer zu verdauen Eine geheimarme hier auf dem Planeten, von der wir nichts wissen Zudem noch eine, die von der Existenz von Aliens weiß und nach ihnen sucht Damit brauche ich nicht zu Steinbeißer zu gehen, das ist Ihnen doch klar Die Frage war rhetorisch Ich werde versuchen, Ihre Freilassung zu erwirken Sobald Steinbeißer sich etwas beruhigt hat Ich weiß nicht, was ich von der Geschichte halten soll Aber Baschke spielt mit uns ein doppeltes Spiel So viel ist sicher Schlafen Sie sich erstmal in Ruhe aus, dann sehen wir weiter Kelly meldete sich zu Wort Da, noch eine Sache Ich bitte Sie, mal einen Blick in die Loks meines Kretschstabs zu werfen Ich habe da vor kurzer Zeit eine großzügige Überweisung von Baschküs erhalten Ebenso wie meine Kameraden So viel zu der Theorie, wir sind bei Kerner eingebrochen Walter lag noch eine ganze Weile wach Nachdem Schulz gegangen war Irgendwann fiel er in einen unruhigen Schlaf Seine dunklen Traumbilder verfolgten ihn mittlerweile jedes Mal Sobald er die Augen schloss Er wälzte sich in dieser Schlafphase viele Male hin und her Er meinte eine Alarmsirene Und zahlreiche Schritte irgendwo im Gebäude gehört zu haben Doch es war sicher wieder nur ein Albtraum wie so viele Die er in letzter Zeit gehabt hatte Irgendwann erwachte er schließlich endgültig Und schaute sich um Schulz schloss gerade die Gittertür zu ihrer Zelle auf Und die anderen waren schon dabei sich anzukleiden Walter musste sich beeilen nicht den Anschluss zu verlieren Sie eilten zur Kommandozentrale des Bunkers Schulz erklärte ihnen unterwegs Dass sich die Sicherheitslage in den letzten Stunden drastisch verschlechtert habe Steinbeißer hatte einen Terror-Track ausgesandt Um auf Heaven's Gate nach dem Rechten zu sehen Und zu erfahren, warum bisher keine Antwort vom Oberkommando Auf ihren Bericht und das Nachschubersuchen übermittelt worden war Die Station hatte mit einem Fächerlaser einen Warnschuss abgegeben Bevor Funkkontakt hergestellt worden war Dem Piloten des Terra-Tracks war unmissverständlich klargemacht worden Dass er sofort zerstört werden würde Wenn er jetzt oder in Zukunft auch nur versuchen sollte Sich der Station zu nähern Oder den nahen Orbit des Planeten zu verlassen Erklärungen hatte es nur wenige gegeben Die Orbitalstation war von Truppen von der Randstation C-37 Auf Befehl des Oberkommandos besetzt worden Ihr Auftrag war es, seine komplette Quarantäne über den Planeten zu kontrollieren Jeder Versuch, diese zu verletzen Sollte mit äußerster Härte unterbunden werden Informationen über Nachschub oder eine mögliche Evakuierung Hatte er keine erhalten Wie es aussieht, lassen Sie uns hier einfach verrecken Sagte Schulz bitter Oh, machen Sie sich keine Sorgen Die Raummarine wird kommen Daran gibt es keinen Zweifel Wenn nicht für uns Dann um Ihre kostbaren Anlagen zu retten Die Frage ist nur Ob wir da noch am Leben sein werden Lachte der Ninja Er war wie Sie alle Seit Ihrem Erlebnis am Checkpoint Alpha stiller geworden Nur noch selten blitzte sein Humor Und seine natürlich gute Laune auf Schulz blieb auf dem Gang stehen und fuhr fort Hören Sie Wenn wir gleich in die Kommandozentrale eintreten Dann halten Sie alle um Gottes Willen die Klappe Vor etwa 45 Minuten ist einer der Funktürme 15 Kilometer vor der Stadt explodiert Wir haben ein PTF geschickt, um nach dem Rechten zu sehen Die Besatzung hat etliche Bewegungsmuster in unmittelbarer Umgebung der Ruine ausmachen können Das PTF ist direkt attackiert worden und konnte sich nur mit Mühe und beschädigt zurückziehen Wir haben nur sehr schlechtes Bildmaterial, weil der Sturm wieder massiv zugenommen hat Aber die Angreifer vergleichen, soweit ich beurteilen kann, ihrer Beschreibung des Aliens, mit dem sie Kontakt hatten Steinbeißer plant einen massiven Vorstoß zur Ruine Sie will eine Entscheidung erzwingen und hofft, die Brut dort auszurotten, bevor sie die Stadt erreicht Es ist also alles wahr, stöhnte Walter Revolent gegnete In Ordnung, Schulz Wir werden die Kommentare über Steinbeißers Taktik und ihre Kompetenzen als Offizierin unterlassen Ich nehme an, sie hat Ihnen nur erlaubt, uns freizulassen, damit wir in ihrer Abwesenheit Ihnen helfen, die Basis zu sichern Und damit sie umso mehr Männer bei ihrem sogenannten Vorstoß mitnehmen kann Schulz nickte Sie betraten die Kommandozentrale Einen großen, halbkreisförmigen Raum Mit einem riesigen, gewölbten Bildschirm und unzähligen Konsolen und Arbeitsplätzen Bis auf Steinbeißer, einen Sergeanten, der bei ihr stand Beide in voller Kampfmontur und mit ihren Helmen unter dem Arm Und einem einsamen Kommunikationstechniker war keiner anwesend Das Nervenzentrum der Raummarine auf Transwall Wirkte erschreckend leer und verlassen Nichts hätte die katastrophalen Verluste unter den Garnisons-Truppen in den letzten Tagen drastischer dokumentieren können, als sein Blick in diesen Raum Steinbeißer wandte sich ihnen zu Errol, ich hoffe, Mr. Schulz hat Ihnen klargemacht, wie ernst die Lage ist Enttäuschen Sie mich nicht Ich möchte meine Entscheidung nicht bereuen müssen Ma'am, wir werden unser Bestes geben Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute Er zog die Schultern hoch und salutierte respektvoll Walter und die anderen folgten Steinbeißer schaute einen kurzen Moment leicht überrascht Unterwiderte dann den militärischen Gruß Die Szene hatte für Walter etwas Rührendes Das ihn tief bewegte Er hatte in seiner militärischen Laufbahn schon einige Feindkontakte gehabt und Schlachten geschlagen Gegen Piraten, Schmuggler und marodierende Kolonisten Das hier war etwas völlig anderes Nachdem Steinbeißer und der Sergeant den Raum verlassen hatten Verabschiedete sich Devanger und machte sich auf den Weg zwei Ebenen tiefer Wo der Maschinenraum und die Werkstatt des Stützpunktes sich befanden Farrell nahm hinter den Konsolen Platz und nahm seine Arbeit auf Der übernächtigte Kommunikationstechniker machte sich dankbar davon Um sich schlafen zu legen Kelly, O'Connor und Walter hielten sich nach Absprache mit Schulz als Reserve bereit Falls irgendwas in der Stadt vorfallen würde Walter setzte sich an eine der Konsolen Und begann, sich in den medizinischen Computer der Station einzuarbeiten Er übernahm die Kontrolle über einen Teil des übergroßen Bildschirms der Zentrale Und blendete die medizinischen Daten Die von den Rüstungen der Soldaten, die sich vor dem Bunker versammelt hatten Übertragen wurden, nach und nach ein Nach dem Verlust des Halbzuges, der auf Heaven's Gate stationiert war Blieben Steinbeißer nur noch 26 Mann Einschließlich Schulz und ihr selbst Vier davon musste sie als Besatzung für die Wachtürme zurücklassen Dazu den Kommunikationsoffizier und Schulz Als stellvertretenden Kommandanten 20 Kreuzritter waren erschreckend wenig, dachte Walter Wer konnte schon wissen, wie viele ausgewachsene Aliens dort draußen schon auf sie warten mochten Einziger Trost, den sie hatten, war, dass die Jungtiere offensichtlich sehr geringe technische Kenntnisse hatten Er erinnerte sich daran, dass sie einige Fragmente aus den Erinnerungen der Wirte mitnahmen, aus denen sie schlüpften Walter hoffte, dass es nicht allzu viele waren Über überlegene Alien-Technologie verfügten sie jedoch sicher nicht Während Walter die medizinischen Daten von Steinbeißers Truppe checkte, hielt dieser eine Rede voller Pathos über Mut, Ehre und den Schwur der Kreuzritter stets ihre Pflicht zu erfüllen Walter fand, dass es eine gute Rede war Trotzdem war er sehr froh, hier drin und nicht dort draußen bei diesen armen Teufeln zu sein Schließlich stiegen die Männer in ihre PTFs und fuhren nach einigen Sekunden los Richtung Süden In der Kommandozentrale herrschte atemlose Spannung, während man die Fahrt der PTFs verfolgte Keiner der Anwesenden sagte etwas Und nur die sporadischen Meldungen des vorauseilenden Fahrzeugs und die knappen Bestätigungen von Steinbeißer unterbrachen die Stille Nach einer Viertelstunde passierte der Konvoi den letzten Funkturm, zu dem sie von der Station aus noch Kontakt aufnehmen konnten Der Sturm tobte nun dermaßen aufbrausend, dass die Funksignale ohne den zerstörten Funkturm keine Verbindung mehr zu dem übernächsten in der Kette aufbauen konnten Der Empfang wurde jetzt immer schlechter Immer wieder zuckten Blitze durch die sturmgepeitschte Atmosphäre Und es entluden sich statische Ladungen, die so stark waren, dass die Systeme der Station für Sekunden nur noch statisches Rauschen und zerlaufene Zerrbilder übertrugen Am letzten Hügelkamm passiert Die Ruine des Funkturms müsste in wenigen Sekunden in Sicht sein Die Meldung des vorderen PTFs war wegen des Rauschens kaum zu verstehen Haben jetzt Sichtkontakt Was ist das? Kontakt! Wir sind umstellt, brauchen dringend Hilfe Walter konnte hören, dass die Stimme des Sprechers beim letzten Teil seiner Meldung deutlich gestresst war Für einen kurzen Moment bekamen sie ein klares Bild auf einem der Schirme Das vom zweiten PTF übermittelt wurde Das Fahrzeug an der Spitze war umzingelt von gut 15 Runengur Von denen einige sich mit Anlauf gegen das PTF warfen Während die übrigen mit ihren langen Gliedern dagegen schlugen Die Wucht der Schläge war deutlich zu hören Und die Zelle des PTFs schwankte und vibrierte bedrohlich Deinbusters ruhige Stimme drang durch den Lärm Feuer! Volle Breitseite nach eigenem Ermessen Ich wiederhole Volle Breitseite nach eigenem Ermessen Rache für unsere toten Kameraden Nur beim letzten Satz waren Emotionen in ihrer Stimme zu vernehmen gewesen Die schweren Turm-MGs der zwei hinteren PTFs traten in Aktion Walter konnte deutlich erkennen Die ganze Körperpartien der Wesen von den Großkalibergeschossen weggefetzt wurden Sechs von ihnen starben innerhalb weniger Sekunden neben den PTFs Die übrigen flohen mit einer Agilität und Geschwindigkeit Die geradezu unfassbar auf Menschen wirken musste In Richtung der Ruine des Funkturms Und verschwanden zwischen den schroffen Felsen Walter vermutete Dass die Aliens selbst in dieser unwegsamen Felsenlandschaft Bis zu 80 kmh schnell laufen konnten Die drei PTFs setzten sich wieder in Bewegung Und hielten jetzt auf der 50 Meter breiten Piste In einer defensiven Dreiecksformation Steinbeißer befahl den Marines auszusteigen Zwischen den Fahrzeugen in Deckung zu gehen Und sich auf einen Angriff vorzubereiten Sie war offensichtlich ermutigt Von der Effizienz der großen Turmkanonen Und bereit ein hohes Risiko einzugehen Um ihren Plan umzusetzen Die Alienmeute hier in eine Schlacht zu verwickeln Und entscheidend zu dezimieren Bevor sie womöglich die Stadt erreichte Kapitel 13 Im Namen des Herrn Einige Minuten vergingen Während die Kreuzer da draußen in ihrer Stellung verharrten Ohne dass eins der Wesen sich zeigte Steinbeißer befahl einem der PTFs Einige Salven in Richtung der Ruine abzufeuern Trotzdem vergingen noch einige Minuten Bis eins der Aliens kurz auftauchte Es schlug ihm sofort Ohne dass Steinbeißer ein Befehl dazu hätte geben müssen Ein wütendes Feuer von den Kreuzrittern entgegen Das Wesen war sogleich wieder verschwunden Es hatte sich so flink zwischen den Felsen bewegt Dass keiner von ihnen sagen konnte Ob sie überhaupt getroffen hatten Weitere Minuten vergingen Bevor sich der Zwischenfall wiederholte Mit dem gleichen Ergebnis Walter überlegte ob das Zufall war Oder ob die Aliens vielleicht schon in der Lage waren Taktisch zu denken Und Steinbeißers Pläne zu durchschauen Um ihnen koordinierte militärische Aktionen entgegenzusetzen Steinbeißer schien langsam die Geduld zu verlieren Alles aussteigen und Sturmformationen einnehmen Walter blickte zu Farrell Der mit diesem Befehl augenscheinlich nicht einverstanden war Und sehr besorgt reinblickte Farrell zögerte einige Sekunden und schien zu überlegen Dann jedoch drückte er die Sprechtaste an seiner Konsole Und sprach über Funk zu Steinbeißer So dass die anderen Soldaten es nicht hören konnten Ma'am Wenn Sie mit Ihren Männern in das Felsenmeer gehen Und sich aus der Sichtweite der PTFs entfernen Werden Sie innerhalb weniger Minuten Vollständig aufgerieben werden Bitte überlegen Sie sich das nochmal Die Antwort kam prompt und so Dass alle Anwesenden in der Zentrale es hören konnten Schulz, nehmen Sie Mr. Farrell unter Arrest Wenn er noch einen Ton sagt Erschießen Sie ihn Wegen Feigheit vor dem Feind Haben Sie das verstanden, Schulz? Sie hatte gebrüllt Und Schulz beeilte sich ihr zu versichern Dass er verstanden hatte Und wandte sich sogleich an Farrell Der keine Anstalten machte, sich zu rühren Er faltete seine Hände wie zum Gebet Und schaute Farrell fast flehend an Der ließ resigniert den Kopf sinken Und fügte sich in das Unvermeidliche Nach dieser kurzen Pause Wandte sich Steinbeißer wieder den Soldaten zu Auch die zwei Mann, die in den PTFs gesessen hatten Waren nun in voller Kampfmontur nach draußen gekommen Und hatten sich der Formation angeschlossen Steinbeißer befahl allen Die Stimmpacks A bis E einzunehmen Diese Stimmpacks wurden durch eine Vorrichtung In den Anzügen der Marines In die Blutbahn der Träger gepumpt Sie steigerten die Kampfkraft des Betreffenden enorm Wurden jedoch nur kurz vor Schlachten eingesetzt Weil Dauerkonsum schnell sehr negative Gesundheitliche Folgen haben würde Konzentration, Reflexe, Schmerztoleranz und Ausdauer Stiegen signifikant an Während Ängste und die Hemmung zu töten gänzlich verschwanden Außerdem konnte der Betroffene tagelang ohne Schlaf auskommen Steinbeißer schritt nach vorne Und wandte sich dann ihren Männern zu Sie riss die Arme hoch und ballte ihre Hände zu Fäusten Ihr ganzer Körper streckte sich und sie schaute nach oben Als sie mit voller Inbrunst und fanatischer Überzeugung rief Im Namen des Herrn Und die Männer donnernd den Ruf erwiderten In seinem Namen Von der Woge chemischer Kampfstoffe gepusht Und sich immer mehr reinsteigern Rief sie wieder und wieder das Mantra der allkatholischen Kreuzritter Und die Männer antworteten mit den rituellen Worten Die seit dem Bestehen des Ordens eine ebenso sakrale Heiligkeit erlangt hatten Wie das Vaterunser Walter konnte auf den Monitoren verfolgen Wie die Pegel der Botenstoffe in den Gehirnen der Marines schnell anwuchsen Es war Wahnsinn, dachte Walter Jede Sekunde konnten die Aliens wieder angreifen Doch Steinbeißer und ihre Truppe standen zwischen den PTFs Und zelebrierten ein christliches Ritual Er war erleichtert, als er sah, wie die Ansammlung sich auflöste Und die Marines sich in kleinen Gruppen von je vier Mann neu formierten Auf Steinbeißers Befehl Begannen die Trupps nach und nach vorzurücken Das war ein Standardprozedere der Raummarine Der erste Trupp bewegte sich unter den Augen der anderen Die jederzeit Feuerschutz geben konnten nach vorne Bis zur nächsten guten Deckung Dort angekommen Hatte der Trupp den nachrückenden Kameraden Feuerschutz zu geben Während die Soldaten die Ruine des Funkturms erreichten Und sich anschließend immer weiter in das Gelände dahinter arbeiteten Schaute Walter besorgt auf die Bildschirme Die Verbindung wurde von Minute zu Minute schlechter Je weiter sie sich von den PTFs, die quasi als Relais dienten, entfernten Das Rauschen hatte stark zugenommen So dass sie in der Kommandozentrale oftmals nicht verstanden, was gesprochen wurde Und die Bildübertragung lieferte so gut wie kein Bildmaterial mehr Auf dem etwas zu erkennen gewesen wäre Nach einer besonders langen Übertragungspause von gut 15 Sekunden Hörten sie plötzlich Schüsse, Explosionen und vielstimmiges Durcheinander von Rufen und Schreien Die Sekunden verstrichen in atemloser Spannung Während sie versuchten zu begreifen, was dort draußen geschah Die Lebenszeichen der Soldaten, die Walter vor sich auf dem Bildschirm anzeigen ließ Waren in den letzten Minuten nur noch sehr sporadisch übertragen worden Die meiste Zeit stand dort anstelle irgendwelcher sinnvollen Werte nur schlicht unbekannt Trotzdem erkannte Walter mit Schrecken Dass Steinbeisters Truppe schnell zu schrumpfen schien Bei immer mehr Soldaten zeigte der Monitor jetzt, dass sie entweder tot oder sehr schwer verwundet waren Vor allem die Zahl der Verwundeten schien immer weiter zu steigen Je länger die Schlacht andauerte Auch die Geräuschkulisse wechte sich immer mehr ab Gut fünf Minuten, nachdem sie die ersten Schüsse gehört hatten, war kaum noch Kampflärm zu hören Eine Stimme rief panisch über Funk, alle Überlebenden dazu auf, zu den PDFs zu fliehen Es folgte einige Sekunden ein wildes, kurzatmiges Keuchen Das plötzlich mit einem dumpfen, lauten Schlag sein Ende fand Danach war nur noch Stille Schulz begann zu klagen Oh mein allmächtiger Gott Sie sind alle tot oder in den Klauen der Bestien In wenigen Stunden werden junge Aliens aus ihnen schlüpfen Und schon morgen greifen sie uns mit dem Rest der Meute an Perel entgegnete lakonisch Das ist im Moment eins unserer kleineren Probleme, Schulz Schulz nahm sich sichtig zusammen und sagte Dein Beissart hat auf ganzer Linie versagt Sie hat einfach die Nerven verloren Und die Situation völlig verkannt Was sollen wir jetzt tun, Sir? Ich unterstelle den Planeten hier mit ihrem Kommando Das fällt ihnen aber früher in Schulz Perel holte tief Luft und seufzte Bevor er fortfuhr Unser Spielraum ist denkbar klein Wir haben nur noch eine Handvoll Soldaten An eine Verteidigung der Stadt ist nicht zu denken Ich bin mir nicht mal sicher Ob wir unter den Umständen den Stützpunktwerden lange halten können Sollten wir die Bewohner nicht schnell in den Stützpunkt evakuieren, Sir? fragte Walter Nein, Zwiebel Wir würden sie den Aliens nur auf dem Präsentierteller servieren Falls die Anlage fällt Außerdem können wir längst nicht mehr sicher sein Ob sich nicht schon Infizierte unter ihnen befinden Entgegnete Farrell Was sollen wir dann tun? Wir können doch nicht tatenlos abwarten, sagte Schulz Er schien immer noch kämpfen zu wollen Sie werden eine Nachricht aufzeichnen In der Sie die Vorgänge der letzten Tage Und die momentane Lage schonungslos offenlegen Sagen Sie den Menschen, Sie sollen sich bewaffnen Und mit Lebensmitteln versorgen So viele Sie tragen können Danach sollen Sie sich sichere Verstecke Wie abschließbare Räume Keller Wartungsschächte und ähnliches suchen Und versuchen die Lage auszusitzen Bis die Marine eintrifft Senden Sie anschließend diese Nachricht über alle Lautsprecher Und die Monitore in der Stadt Und schicken Sie sie auch an alle Haushalte und Firmen Und an sonst jeden, den Sie erreichen können Ich werde nach draußen zum Landefeld gehen Und einen Terra-Track stark klar machen Kelly O'Connor und Zwiebel gehen zum Haus von Dr. Macombe Und holen ihn und seine Familie hierher Mit seiner medizinischen Ausrüstung, soweit sie tragbar ist Und mit allen Daten, die er bisher sammeln konnte Dann igeln wir uns hier ein Und versuchen die Anlage so lange wie möglich zu halten Wenn wir Glück haben Konzentrieren sich die Aliens zuerst darauf Uns hier auszulöschen Wenn ich richtig liege Und die Aliens nicht nur eine dumme Meute sind Sondern schon über eine sich schnell entwickelnde Telepathische Intelligenz verfügen Und koordiniert arbeiten Werden Sie versuchen, die letzte Bedrohung, die für Sie noch besteht Zu eliminieren Bevor Sie sich auf die Suche nach den einzelnen Bewohnern machen Diese letzte Bedrohung sind wir Und diese Anlage Walter zog seine Energiepistole Und hielt sie einen Moment lang unschlüssig in der Hand Kelly fragte Alles klar, Walter? Er schaute zu O'Connor hinüber Der schon vor einigen Minuten angefangen hatte, nervös herumzuwippen O'Connor redete fast überhaupt nicht mehr Und schien in jeder freien Minute die Geistesübungen zu machen Die in der heutigen Zeit zum Standard-Repertoire der Marinesoldaten gehörten Sie sollten den Soldaten dabei helfen Neben den obligatorischen Drogen Mit Stresssituationen besser zurecht zu kommen Obwohl sie mittlerweile wesentlich mehr über die Bedrohung des Planeten wussten Und die lebende Ungewissheit teilweise von ihnen abgefallen war War O'Connor mit der Situation nach wie vor überfordert So viel war klar Walter signalisierte den beiden Männern Dass er bereit zum Aufbruch war Geduckt, rannten sie aus dem Eingang des Bunkers nach draußen Und überquerten das Landefeld Farrell, der über die Außenkameras ihren Weg genau verfolgen konnte Öffnete im richtigen Moment das Tor in den Spaltbreit So dass sie ihn durchschlüpfen konnten Kelly, der als erster nach draußen trat Überquerte schnell die Straße Und drückte sich am gegenüberliegenden Haus an die Hauswand unter einem schmalen Sims O'Connor erreichte ihn einige Sekunden später Und drückte sich ebenfalls mit dem Rücken an das Haus Sie schauten sich hektisch um und sicherten jeder in eine Richtung Und jeweils nach oben Während Walter keuchend hinterhergelaufen kam Farrell bestätigte über Funk, dass weder er noch die Männer in den Wachtürmen Etwas Verdächtiges sehen konnten Kelly lief schnell die Straße nach unten Richtung Pizzeria da Salvo Bis sein Befehl von Farrell kam Er versuchte, so gut es ging an dem Haus Deckung zu finden Hier befand er sich am letzten Abschnitt der Straße Wo der Kanonier des nordöstlichen Wachtturms noch mit Sperrfeuer hätte helfen können O'Connor rannte los und Walter atmete tief durch Er würde als nächster die Strecke zu überwinden haben Ein kurzer Summton in seinem Helm war das einzige Signal Walter sprang auf und rannte, als wären alle Dämonen der Hölle hinter ihm her Er erreichte die Häuserecke, wo die beiden Hauptstraßen der Stadt sich kreuzten Vor ihm lagen 20 Meter, die er völlig ungeschützt und ohne Deckung überwinden musste Er blieb einen Moment an der Wand vor der Ecke stehen und atmete einige Male tief durch Er verfluchte sich und seinen schwachen Willen Wenn es um gutes Essen und Faulenzen ging In solchen Situationen wünschte er sich jedes Mal aufs Neue vergeblich In so guter Form wie die anderen zu sein Nach einem letzten tiefen Durchatmen rannte Walter wieder los Er war beruhigt, dass bisher noch keine Aliens in der Stadt gesichtet worden waren Als Walter die Hälfte der Straße überquert hatte sah er links im Augenwinkel eine verdächtige Bewegung und schaute in nördlicher Richtung die Hauptstraße entlang In 250 Metern Entfernung sah er den schwarzen Schatten eines Runengur Der sich rasend schnell mit gut 100 kmh Walter näherte Walter riss die Augen weit auf Schlug einen Haken und rannte auf den Wachtturm zu Der wenige Meter südlich von ihm war Ihm war klar, dass er nichts entkommen konnte Das fremdartige Wesen war viel zu schnell Und das rettende Tor des Stützpunktes schon viel zu weit weg Als dass der dickliche, aus der Puste geratene Walter es noch hätte erreichen können Er drehte sich um und presste sich mit dem Rücken mit aller Macht gegen den Turm Als könne er so durch die Wand auf die andere Seite schlüpfen Er sah das Wesen jetzt 50 Meter von sich entfernt immer noch rasend schnell näher kommen Sein Arm mit der Energiepistole kam hoch und er gab einen Feuerstoß ab Der eine lange Brandnarbe auf der Straße hinterließ Der Runengur mit seinen übermenschlichen Reflexen Hatte einfach im Laufen seitlich einen großen Satz gemacht Und näherte sich nach wie vor rasend schnell Er war jetzt nur noch 20 Meter entfernt Walter hatte schon mit seinem Leben abgeschlossen Und versteifte sich innerlich in der Erwartung eines mörderischen Aufpralls Der seinem jungen Leben ein jähes Ende bereiten würde Plötzlich erklang das tiefe, an Donnerkrollen erinnernde Geräusch Einer Rockwell MG42 Autokanone Das Walter nur zu gut aus seinem Dienst bei der Raummarine kannte Das Alien wurde in einer Millisekunde von den 20 Millimeter Parabolgeschossen geradezu zerrissen Einen winzigen Augenblick später wurde Walter von Teilen der Überreste getroffen Und ebenso von einer Wolke flüssigen Heliums Die in der deutlich wärmeren Atmosphäre von Transval Augenblicklich zu verdampfen begann Walter, der nichts mehr sehen konnte Und für einen Moment in einer Säurehölle gefangen zu sein schien Schrie wie am Spieß Sein Verstand brauchte einen Moment, um zu begreifen, was geschehen war Er verstummte abrupt und blieb steif vor Schreck liegen Über Funk hörte er die Stimme von Farrell Die immer wieder nach ihm rief Ohne dass Walter antworten konnte Einige Augenblicke später Der starke Wind hatte die Heliumwolke längst davongetragen So dass nur noch vom Boden und seiner Rüstung schwache Dämpfe aufstiegen Beugte sich O'Connor über ihn Und rief mit besorgter Stimme Walter, was ist mit dir? Geht es dir gut? Ich bin jetzt bei ihm, Sir Er weist keine sichtbaren äußeren Verletzungen auf Nur seine Rüstung ist etwas angehetzt Komm, Walter Ich lass dich hier nicht liegen Mit diesen Worten stemmte er Walter hoch Und schulterte den schweren Mann samt seiner Rüstung in einem gewaltigen Kraftakt Er lief die Straße weiter nach unten Walter wollte protestieren Aber seine Stimme versagte ihm noch immer den Dienst Er hörte Kelly Stimme über Funk Sir, was sollen wir jetzt tun? Harold antwortete Hoffen wir, dass unsere Freunde durch den jenen Tod ihres Artgenossen eine Weile verunsichert sind Rücken Sie weiter vor und holen Sie Makombe Während Kelly vorausging, folgte O'Connor ihm mit Walter auf dem Rücken Nach gut 100 Metern klopfte Walter gegen O'Connors Helm Und bedeutete ihm, ihn runterzulassen Walter schwankte sogleich und O'Connor musste ihn festhalten, damit er nicht zu Boden ging Nach einigen Sekunden fand Walter sein Gleichgewicht wieder Er versuchte einige Schritte zu laufen, was ihm auch gelang Kelly ging jetzt weiter vorne Während die anderen beiden ihm folgten Sie verließen die Zone, in der ihnen der Wachtturm hätte Deckung geben können Die Pizzeria da Salvo war noch gut 100 Meter die Straße runter Ab hier waren sie auf sich allein gestellt Nach der Schlacht zwischen den Aliens und Steinbeißer und ihren Männern, die so katastrophal verlaufen war Gab sich keiner von ihnen großen Illusionen hin, was geschehen würde, wenn eine größere Gruppe von Aliens sie überraschend angriff Trotz aller Anspannung, eignete sich wieder Erwarten nichts Und sie erreichten die Pizzeria ohne Zwischenfälle Kelly hämmerte gegen die verschlossene Tür der Pizzeria und rief wiederholt Aufmachen, Raum, Marine! Endlich öffnete Signore da Salvo Sie schlüpften hinein und schlossen sofort die Tür Der Wirt schaute sie an und fragte Was zum Gotteswillen wollen Sie? Wir kommen, um unsere Sachen aus dem Zimmer zu holen Machen Sie sich keine Sorgen Entgegnete Kelly leicht hin Walter hatte sich auf einen der Stühle gesetzt Und ruhte sich ein wenig aus Von der Oberfläche seines Anzugs stieg immer noch ein schwacher weißer Dampf auf Kelly und O'Connor eilten nach oben und packten alles schnell ein Sie kamen nach fünf Minuten wieder in die Stube Walter hatte sich mittlerweile etwas gefangen und sagte Es geht schon wieder Es war wohl mehr der Schock, der mich zuerst umgehauen hat Was ist dir passiert? fragte der Salvo Alle drei antworteten gleichzeitig und versicherten ihm, dass nichts weiter geschehen sei Der Salvo schaute sie ungläubig an und öffnete die Tür Kelly spähte nach draußen, bevor er losrannte Walter und O'Connor folgten ihm mit einigen Sekunden Abstand Hinter ihnen schloss der Salvo hastig die Tür Sie eilten weiter die Straße runter Jeden Augenblick erwarteten sie eins der Aliens zu sehen, das sie angreifen würde Doch auch dieses Mal hatten sie Glück Sie erreichten die Straße, in der Makombe wohnte und bogen links ab Sie liefen jetzt auf gleicher Höhe, so schnell sie konnten Makombes Haus war nicht mehr weit Aus einer Lücke zwischen zwei Häusern weiter vorne Kam ein Runen-Gur hervor und eilte auf sie zu O'Connor reagierte blitzartig, zog sein Gewehr hoch und gab einen kurzen Feuerstoß ab Das Alien, das nur noch sechs Meter von ihnen entfernt war, wurde in vollem Galopp am linken Bein getroffen Das fußähnliche Gebilde am Ende der Extremität wurde von den Kugeln zerfetzt Das Wesen verlor das Gleichgewicht Er kam etwas längstrall und segelte sich überschlagend auf Kelly zu Der Mann warf sich nach vorne Rollte sich am Boden ab Während der Leib des Runen-Gur über ihn hinwegflog Um von seiner hohen Geschwindigkeit getragen, hart auf der Straße aufzuschlagen Walter war vor Schreck wie angewurzelt stehen geblieben Und tastete hektisch nach seiner Walter-Meteor Als sie mit Schrecken bewusst wurde, dass er sie beim Wachturm verloren haben musste In der Aufregung hatte er gar nicht mehr an seine Pistole gedacht Walter fühlte sich von O'Connor gepackt Und von der Straße weggerissen in einen Durchgang zwischen zwei Häusern Gleichzeitig vollendete Kelly seine Rolle Drehte sich blitzartig in eine hockende Position Und brachte seine AK-220 in Anschlag Er zielte eine Zehntelsekunde Feuerte eine Explosivgranate ab Und hechtete blind in die Richtung In der Walter und O'Connor in Deckung gegangen waren Walter hörte eine ohrenbetäubende Explosion Und sah, dass die Granatsplitter Kelly nur um Haaresbreite verfehlten Während er auf sie zusegelte Sie griffen zu und verhinderten, dass Kelly unkontrolliert irgendwo aufschlug Sofort sprangen O'Connor und Kelly wieder aus der Deckung hervor Und öffneten das Feuer Walter spähte eine Sekunde später vorsichtig um die Häuserecke Und sah das Alien auf der Straße liegen Es war von der Granate schwer getroffen worden Und nun wälzte es sich über den Boden und zuckte Während die Projektile in seinen Leib einschlugen Nach einigen Sekunden lag es endlich still Und die Männer stellten das Feuer ein Walter schaute anerkennend zu seinen beiden Begleitern Der Zwischenfall hatte ihm bewiesen Dass trotz all ihrer Schwächen und Ängste Die sie gemeinsam durchgestanden hatten Er hier mit echten Profis zusammenarbeitete Die ihr blutiges und brutales Kriegshandwerk verstanden Der Gedanke hatte etwas Tröstliches Kelly gab wollte einen angetäuschten Schlag gegen den Helm Und meinte nur trocken Räumst du Zwiebel? Schnell weiter, bevor noch mehr kommen, du lahme Ente In weniger als einer halben Minute erreichten sie das Haus In dem Makom bewohnte Sie hielten sich nicht damit aufzuklingeln Sondern eilten gleich ums Haus zur Rückseite Sobald es entsetzten, stand die Tür zur Praxis des Arztes weit offen In dem Raum brannte Licht Und sie konnten sehen, dass die Möbel teilweise umgestoßen waren Und allerhand Zeug wahllos auf dem Boden verstreut lag Die Männer blickten sich kurz an Wie es aussah, waren sie zu spät gekommen Kelly sagte zu Farrell über Funk Sind im Haus des Doktors, Sir Die Tür hinten steht weit offen Und der Raum weist Verhüstungen auf Sollen wir unter diesen Umständen das Objekt trotzdem untersuchen? Walter fiel ein Sir, ich würde das Haus gerne inspizieren Makomber hat seit unserem letzten Besuch Vielleicht über lebenswichtige neue Erkenntnisse gesammelt Einige Sekunden herrschte Schweigen in der Leitung O'Connor und Kelly blickten Walter überrascht an Dann kam von Farrell ein knappes Roger Siebel Kelly schlich vorsichtig die Treppe hinunter O'Connor zielte mit dem Gewehr im Anschlag auf die offene Tür Unter diesen Umständen auf so engen Raum Würde ein Feindkontakt verheerend sein Die Aliens mit ihrer übermenschlichen Geschwindigkeit Kämpften ausschließlich im Nahkampf Für die Terraner mit ihren Reichweitenwaffen War die Ausgangslage im Häuserkampf denkbar schlecht Kelly spähte in den Raum und meinte über Funk Ich sehe Dr. Makomber Er liegt schlaff auf seinem Stuhl Und ist voll eingetrocknetem Blut Jemand hat ihm die Halsschlagader durchtrennt Soweit ich sehen kann Und jetzt halten sie sich fest, Sir Jemand hat ihm ein großes Schild umgehängt Auf dem das Wort Verräter steht Verlieren Sie keine Zeit, gab Farrell knapp zurück Walter ging die Treppe hinunter und betrat die Praxis Er war erschüttert vom Anblick Makombes Er brauchte nur wenige Augenblicke, um zu erkennen Dass er hier nichts finden würde Das tragbare Terminal von Makombes medizinischem Computer War aus seiner Dockingstation entfernt worden Sämtliche externen Speicher fehlten ebenfalls Während Kelly und O'Connor die Tür schlossen Und von innen verriegelten Um sich im Haus umzusehen Inspizierte Walter den Stasistank Jemand hatte mit einer weit gefächerten Energiewaffe Den Stasistank über mehrere Minuten beschossen Und Teile zum Schmelzen gebracht Dieses teure Gerät war unwiederbringlich zerstört Walter fragte über Funk Können Sie das sehen, Sir? Roger Zwiebel, ich hab ein gutes Bild Entgegnete Farrell Walter überlegte Offensichtlich ist das hier das Werk von Menschen Jemand hat ein Interesse daran Uns die einzige Chance zu nehmen, Infizierte zu retten Oder hat etwas zu verbergen, Zwiebel? Kam die Antwort Waschgüs ist noch da draußen, Sir Vielleicht ist ihm der Ernst der Lage nicht bewusst Und er versucht, sich das Genmaterial der Aliens quasi exklusiv zu sichern Farrell überlegte einen Moment, bevor er sagte Möglich Vergessen Sie nicht Ihre Erinnerung an diese anderen Marines Die ihn das Alien eingeimpft hat Tausende Gedanken überschlugen sich in Walters Kopf Die wärsten Theorien kamen ihm in den Sinn Er sagte Sir, denken Sie, die Marine ist schon hier auf Transphal mit einem starken Kontingent? Aber schaut bloß zu und will uns nicht helfen? Möglich Kelly O'Connor, wie weit sind Sie? Wir haben das Haus oberflächlich untersucht, Sir Die Frau und die Tochter von Macombe sind hier Auch Ihnen wurden die Kehlen durchgeschnitten Außerdem Kelly stockte einen Moment der Atem, bevor er fortfahren konnte Hat jemand Ihnen Gewalt angetan? Harrell fragte scharf Was meinen Sie, Kelly? Drücken Sie sich gefälligst klar aus Es dauerte einige Sekunden, bis Kelly zögerlich fortfuhr Es schien ihm schwer zu fallen Ich bin kein Experte für Spurensicherung, Sir Aber es sieht so aus, als seien die Frauen vor ihrer Tötung vergewaltigt worden Auch die Kleine Was? Walter war außer sich vor Wut Macombe hat uns das Leben gerettet Wer auch immer das war Wenn ich ihn finde, wird er sich wünschen Schnauze halten, Ziebel Wenn es so weit ist, lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf Aber im Moment reißen Sie sich zusammen Harrell hatte ungewöhnlich scharf geklungen Er fragte O'Connor, teilen Sie Kellys Einschätzung Roger, Sir kam die knappe Antwort Ziehen Sie sich dort sofort zurück und kommen Sie hierher zum Bunker zurück Sie bestätigten alle drei und machten sich eiligst bereit zum Abmarsch Kapitel 14 Kontakt Sie passierten gerade wieder die Pizzeria da Salvo Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hatten sie es ohne Zwischenfälle bis hierher geschafft Nur noch wenige hundert Meter und sie konnten sich in die trügerische Sicherheit des Stützpunktes flüchten Walter rannte keuchend so schnell er konnte Auf geducktes Laufen und Deckung verzichteten sie dieses Mal völlig Er hörte hinter sich ein seltsames Kreischen und Quietschen wie von Metall das sich unter enormer Belastung verbog Walter warf einen besorgten Blick über die Schulter und sah eine Gruppe von fünf Runen Gur die aus einer Seitenstraße auf die Hauptstraße bogen Die Wesen bewegten sich schnell doch sobald sie die Männer sahen fielen sie in einen mörderischen Galopp und stürmten heran Walter fühlte augenblicklich einen Schwall Adrenalin in sich hochsteigen und rannte in blanker Todesangst so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gelaufen war Kelly und O'Connor, die vor Walter gelaufen waren, blieben stehen wandten sich um und zielten Walter lief an ihnen vorbei als er hinter sich die Granaten einschlagen hörte Das entsetzliche Kreische nahm noch zu Er lief immer weiter während immer mehr Explosionen zu hören waren und anschließend Gewehrfeuer Er überschritt die imaginäre Linie und befand sich jetzt im Schussfeld des Wachturms Mit letzten Kräften rannte Walter direkt auf den Turm zu und schaute sich verzweifelt nach seiner Walter-Meteor um die er vorhin hier verloren hatte Er erblickte die Waffe, stolperte auf sie zu und ergriff sie mit Mühe während er über den Boden rollte Walter war einen Augenblick lang schwindelig und er brauchte einen Moment sich zu orientieren Er sah Kelly und O'Connor die nun ebenfalls um ihr Leben rannten Einer der Runen-Gur war ihnen dicht auf den Fersen während die anderen vier die anscheinend mit ihren Verletzungen durch die Granaten zu kämpfen hatten zurückgeblieben waren Walter zielte auf das Alien und schickte ein kurzes Stoßgebet zum Himmel Bitte, bitte, lieber Gott lass mich einmal treffen nur ein einziges Mal in meinem Leben lass mich treffen O'Connor und Kelly würden das Schussfeld des Wachtturms in wenigen Sekunden erreichen doch das Alien würde schneller bei ihnen sein O'Connor, der begriffen hatte, was er vorhatte rief panisch Nein, Zwiebel! Walter drückte kurz ab Der Energieblitz durchschnitt die eisige Luft von Transval fuhr zwischen O'Connor und Kelly hindurch und traf den Runen-Gur frontal in den Leib Das Wesen zuckte heftig fiel zu Boden und überschlug sich einige Male unkontrolliert bevor es aufsprang und den beiden Männern hinterher eilte Kelly und O'Connor hatten diese winzige Pause genutzt und erreichten sicher das Schussfeld Nur eine Sekunde nach ihnen überschritt der Runen-Gur die imaginäre Linie Augenblicklich erwachte die Rockwell MG 42 des Wachtturms oben über Walter zu infernalischem Leben Das Alien wurde buchstäblich in zwei Hälften gerissen und erneut sieg eine dichte weiße Dampfwolke auf die der Wind jedoch schnell fortrug Walter dachte einen Moment dass der Schütze oben im Turm ein Meister seines Fachs sein musste Beide Male hatte er, was Reaktionsvermögen, Schnelligkeit und Treffsicherheit anging perfekt reagiert und sie vor dem sicheren Tod gerettet Walter verdrängte diesen tröstlichen Gedanken und sprang auf die Beine Die vier Aliens, die zurückgeblieben waren, kamen jetzt schnell näher O'Connor und Kelly packten ihn im Vorbeilaufen von beiden Seiten am Arm und zogen ihn halb mit Während sie erneut um ihr Leben liefen hörten sie hinter sich wieder das dumpfe Donnergrollen der Rockwell MG 42 Kurze tödliche Feuerstöße waren das die der unbekannte Schütze dort oben dem Feind entgegensetzte Sie blickten sich nicht um und liefen immer weiter auf das Tor zu das sich erneut im richtigen Moment öffnete, um sie reinzulassen Als Walter gerade hindurch lief hörten sie vom Dach des Hauses gegenüber das Kreischen Kelly und O'Connor blieben stehen und drehten sich ruckartig um Walter stieß gegen Kelly, fallte von dem größeren Mann ab und fiel zu Boden Er konnte gerade noch sehen, wie ein Runengur mit einem weiten Satz vom Dach des nächsten Hauses auf der anderen Seite zu ihnen hinübersprang und nur wenige Meter vor dem Tor auf der Straße aufsetzte O'Connor eröffnete sofort das Feuer Das Alien wurde von den Kugeln direkt getroffen und einige Meter zurückgeschleudert Im nächsten Moment zerfetzte eine Salve des nordöstlichen Wachtturms das Wesen Das Tor hatte sich hinter ihnen geschlossen Während Walter sich müde auf die Beine zu kommen, sah er wie Schulz vom Eingang des Bunkers zu ihnen gelaufen kam Er trug ein tragbares Dekontaminationsgerät bei sich und begann sogleich, sie alle drei großzügig mit der Flüssigkeit einzusprühen Walter verstand sofort Mehrere Aliens waren in ihre Nähe gekommen und in ihrer Nähe gestorben Sicher waren sie mit den geheimnisvollen Sporen, die den Alienparasiten wachsen ließen, über und über verseucht So konnte Schulz sie nicht in den Bunker lassen Jetzt, da Dr. McCombin nicht mehr am Leben war, um sie im Notfall zu operieren wäre das der sichere Tod für alle gewesen Kelly meinte Unsere Freunde scheinen jetzt ernst zu machen, Vorsicht Walter sah, was Kelly meinte Vor der Nordmauer des Stützpunktes hatten sich gut 30 bis 40 Aliens versammelt und versuchten erbittert, die Mauer zu überwinden Der hochelektrisierte Stacheldraht oben an den massiven Stahlgittern, aus denen die Mauer bestand beeitelte diese Versuche jedoch bisher erfolgreich Offensichtlich vertrugen die Aliens Elektrizität nicht besonders gut Sobald sie den Stacheldraht berührten und Stromstöße erhielten, die einen Menschen höchstwahrscheinlich auf der Stelle getötet hätten zuckten sie für einen Moment unkontrolliert verloren den Halt, stürzten ab und schlugen auf der Straße auf Nach einer halben Minute, in der die beiden nördlichen Wachtürme die Angreifer dramatisch dezimiert hatten erkannten die Wesen die Aussichtslosigkeit ihrer Versuche und zogen sich genauso schnell zurück, wie sie gekommen waren Walter atmete aus und entspannte sich etwas Vielleicht konnten sie den Stützpunkt doch entgegen aller Wahrscheinlichkeit mit den wenigen Männern halten Er verfluchte Steinbeißer, die in ihrem blinden Fanatismus so viele gute Marines in den Tod geführt hatte, die sie jetzt dringend hätten gebrauchen können Im nächsten Moment starrte Walter wieder vor Schreck Die Aliens, die sich eben noch zurückgezogen hatten, sprangen jetzt vom Dach des gegenüberliegenden Hauses und landeten vor der Mauer Innerhalb einer Sekunde bildeten sie einen Turm aus Leibern, wie Walter das von manchen Insekten wie Ameisen kannte Einige von ihnen stürmten nun an dem Gebilde nach oben Und es war allen sofort klar, was sie versuchten Die beiden Wachtürme hatten sofort das Feuer eröffnet Und fügten den Gegnern, die jetzt dicht an dicht gedrängt standen, währende Verluste zu Trotzdem gelang es drei der Wesen, in hohem Bogen über die Mauer zu springen Ohne den Stacheldraht zu berühren Sie landeten auf dem Landefeld, nur wenige Meter von ihnen entfernt Und versuchten sich über die vier Männer herzumachen Walter und die anderen schossen sofort, während sie versuchten zurückzuweichen Eines der Aliens erreichte Walter, der sich vor Schreck nach hinten auf den Boden fallen ließ Das Wesen stand genau über ihm Walter sah, wie es eines seiner Gliedmaße hob, um ihn zu durchbohren Im selben Moment wurde das Alien von einem der Rockwell MG 42 in Stücke gerissen Und begrub Walter unter sich, während eine Wolke aus weißem, schwerem Dampf emporstieg Das war zu viel für Walter Er verlor vollends die Nerven und schrie nur noch panisch Was seine Lungen und Stimmbänder hergaben Einige Sekunden später verlor er das Bewusstsein Walter erwachte Lange Minuten hielt er die Augen geschlossen Er war desorientiert und nur langsam kam die Erinnerung zurück Er versuchte zu verdrängen, was in den letzten Tagen passiert war Doch es gelang ihm nicht Vorsichtig öffnete er die Augen Und fand sich wie vermutet in der trüben Flüssigkeit des Stasistanks wieder Die anderen mussten ihn dorthin verbracht haben Plötzlich durchzuckte ihn ein entsetzlicher Gedanke Wie lange war er schon hier? Lebten seine Kameraden überhaupt noch? Würden sich gleich die Türen öffnen und hungrige Runen-Gur hereinkommen Um ihn zu zerquetschen? Panik stieg in ihm hoch Wie konnte er nur so närrisch sein zu glauben Wenn er sich in einem Stasistank versteckte, würde das Unheil an ihm vorüberziehen? Er stieß sich hektisch ab und stieg nach oben Dann kletterte er so schnell er konnte nach draußen und eilte in die Dusche Ein kräftiger Schwall Wasser ergoss sich über Walters Körper und spülte die Reste der Stasisflüssigkeit fort Walter eilte nach draußen und trocknete sich eilig provisorisch ab Ersatzkleidung suchte er hier vergeblich Er trat an ein Terminal und nahm Kontakt zur Zentrale auf Ferrells Gesicht erschien auf dem Bildschirm Von Walter fiel bei seinem Anblick eine gewaltige Last ab Er sagte Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen Wie lange war ich außer Gefecht? Wie ist die Lage? Beruhigen Sie sich, Zwiebel Kommen Sie zu mir rauf, Ihre Sachen sind hier Walter fragte besorgt Sind die anderen von meiner Gruppe? Den anderen geht es gut Kommen Sie jetzt zu mir Er will Ende Walter trat halbnackt in die Kommandozentrale Er hatte in einem der Schränke in der Krankenstation einen Laken gefunden Und seine blöße notdürftig bedeckt Ferrell deutete ohne weiteren Kommentar auf Walters großen Rucksack Den er aus der Pizzeria da Salvo geholt und bei sich gehabt hatte Er suchte frische Kleidung raus und zog sie an Ferrell sagte unvermittelt, ohne ihn anzuschauen Sie waren ca. 40 Minuten dort auf der Krankenstation Im Moment ist die Lage ruhig Nach ihrem letzten Angriff haben sich die Aliens zurückgezogen Offensichtlich können Sie Ihre Verluste nicht ohne weiteres ersetzen Nicht ohne mehr von uns zu infizieren Wie es aussieht, hat Schulz gute Arbeit geleistet Soweit ich bisher beurteilen kann, hat keiner von Ihnen einen Infekt Walter überlegte einen Moment und fragte Was ist mit Kelly und O'Connor, Sir? Ferrell fuhr fort Sie sind draußen auf dem Landefeld Wir haben noch einen PTF zur Verfügung Es ist stark demoliert, aber es fährt noch Und seine Turmkanone ist ebenfalls intakt Sie halten sich bereit für den Fall eines erneuten Durchbruchs der Aliens Mit unseren Handfeuerwaffen sind wir diesen Gegnern kaum gewachsen Mit dem PTF haben die beiden eine akzeptable Feuerkraft Und eine viel bessere Überlebenschance Im Notfall sind sie unser letzter Trumpf im Ärmel Falls wir evakuieren und zum Terror-Track auf dem Landefeld fliehen müssen Walter nickte Bei den gegebenen Umständen hatte Ferrell alles getan, was ihm möglich war Für den Augenblick waren sie vermutlich sicher Erst wenn sich die Infektion in der Stadt ausgebreitet hatte Und noch viel mehr Aliens geschlüpft waren Würden diese einen erneuten Vorstoß gegen den Bunker wagen Vermutlich Walter war dabei, eine Fabrik neue Tipler-Rüstung anzulegen Die er aus dem Waffenschrank in der Zentrale genommen hatte Er steckte sich gerade eine ebenfalls Fabrik neue Walter Meteor in Zeifter Als es plötzlich in dem Raum von einem Moment zum nächsten deutlich heller wurde Er blickte zum großen Schirm Er sah, dass die Stadt hell erleuchtet war von einer Lichtquelle Die sich in südöstlicher Richtung knapp über der Planetenoberfläche befinden musste Er schaute Ferrell an, der den Kopf schüttelte und mit den Schultern zuckte Einige Sekunden vergingen Während langsam das Licht schwächer wurde Und die Stadt wieder in das Dunkel Transvars versank Im nächsten Moment rollte eine Art Druckwelle aus Staub und Eiskristallen über die Stadt Von den verschiedenen Kameras in Porto Negro Deren Bilder auf den Hauptschirm übertragen wurden War deutlich zu erkennen Dass Masten, Antennen und andere Objekte Sich noch mehr als sonst unter der brachialen Gewalt des Sturms beugten Jeder Mensch Der in diesem Moment auf den Straßen draußen von der Druckwelle erfasst worden wäre Wäre von den Beinen gerissen Und an eine Hauswand geschleudert Oder hunderte von Metern weit mit dem Wind fortgetragen worden Im selben Moment begann die Erde zu beben Walter musste sich an einer der Konsolen festhalten Um auf den Beinen zu bleiben Nach einigen Sekunden flaute der Wind ab Und auch das Beben ließ nach Walter stöhnte Was kann das gewesen sein, Sir? Ferrell antwortete ganz ruhig und gefasst Ich nehme an, die TSU hat gerade einen ihrer Terraformer verloren, Zwiebel Walter sah ihn fragend an Und Ferrell fuhr fort Überlegen Sie mal Was könnte sonst eine Explosion dieser Größenordnung ausgelöst haben Wäre nicht der außer Kontrolle geratene Lesumreaktor eines Terraformers Denkbar, dass die Marine H-Bomben aus dem Orbit einsetzt Aber irgendwie glaube ich das nicht Walter sagte voller Bitterkeit Wir verlieren, Sir Die Terraformer Den Planeten Und zu guter Letzt unser Leben In diesem Moment öffnete sich das schwere Eingangsschott der Zentrale Und ein gehetzt wirkender Schulz Stolperte halb hinein Er trug lediglich eine Hose Die aussah, als hätte er sie sehr eilig angezogen Seine Schuhe hielt er noch in den Händen Er schaute Walter und Ferrell fragend an Einer unserer Terraformer hat sich gerade verabschiedet, Mr. Schulz Diese Nachricht traf den Neuankömmling wie ein Schlag Walter konnte deutlich sehen, wie die Farbe aus Schulz' Gesicht wich und der Kreide bleich wurde Warum tun Sie das, Sir? fragte Schulz Die Verzweiflung war ihm deutlich anzuhören Ferrell entgegnete abermals ohne jede Gefühlsregung Tun Sie es denn, Mr. Schulz? Ich denke, den Aliens ist unser Terraformprogramm recht egal Der Planet wird auch so ihren Anforderungen genügen Sie haben einfach die Besatzung getötet Die Anlage wird noch eine Weile gelaufen und zu guter Letzt außer Kontrolle geraten sein Wer weiß, wie es um die anderen Terraformer steht Und ob sie uns nicht auch um die Ohren fliegen werden in den nächsten Stunden Schulz ballte seine Hände zu Fäusten Dass die Knöchel weiß hervortraten Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, Sir Ferrell antwortete Vergessen Sie Schulz Es gibt nichts, was wir tun können Sans verlehrt uns alle Demut Walter setzte sich an eine der Konsolen Er klinkte sich in den Zentralcomputer des Stützpunktes ein Die KI informierte ihn darüber Dass über 2000 unbeantwortete Anrufe aus der Stadt im System aufgelaufen waren Er schaute zu Ferrell und fragte Sir, was ist mit den Anrufen aus der Stadt, die noch nicht bearbeitet sind? Ferrell blickte ihn an Und Walter sah, dass sein Gesicht plötzlich fahlgrau und eingefallen wirkte Er sagte Lassen Sie die Finger davon, Zwiebel Wenn die Opfer für sie ein Gesicht bekommen, würde Transfall sie für immer brechen Sie könnten nie wieder ein Auge zumachen Ohne das alles hier wieder und wieder zu durchleben Glauben Sie einem alten Mann, der weiß, wovon er spricht Walter spürte einen Stich in seinem Herzen Er zog die Beine an, legte seine Arme darum und verkrub sein Gesicht Schulz trat zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter Er schaute zu Ferrell und fragte leise Sie haben den großen Krieg miterlebt, Sir Ei, das habe ich Entgegnete dieser ungerührt Walter war viel zu sehr mit sich selbst und seinem Elend beschäftigt Dennoch meinte er, für einen kurzen Moment eine einsame Träne im Gesicht des älteren Mannes gesehen zu haben Walter hatte sich einige Minuten seiner Trauer und seinem Selbstmitleid hingegeben Schulz hatte ebenfalls seinen Gedanken nachgehangen Terrell betrachtete weiterhin seelenruhig den Bildschirm Walter bewunderte diesen Mann Er trotz der Ereignisse, die sein eigenes Leben so sehr aus der Bahn geworfen hatten und all seine Pläne und Ziele nun so lächerlich bedeutungslos erscheinen ließen weiterhin mit so viel Selbstdisziplin seinen Dienst verrichtete Er bewunderte diese historische Ruhe und zugleich fürchtete und hasste er nicht so sehr wie den Gedanken dass er sich auf dem besten Weg befand, selbst so zu werden zu einem innerlich gebrochenen, völlig desillusionierten Soldaten der nur noch aus purer Selbsterhaltung kämpfte Er schreckte auf, als plötzlich die Stimme von Kelly zu hören war Sein Gesicht erschien auf einem kleinen Abschnitt des Schirms Bitte um Erlaubnis mit O'Connor zu Ihnen kommen zu dürfen Wir müssen Ihnen unbedingt etwas zeigen Roger, Mr. Kelly, stellen Sie das PTF direkt vor dem Haupteingang ab Kelly nickte und sein Bild verschwand Walter fand, dass er sehr geheimnisvoll getan hatte Was konnte es sein, das so wichtig war, dass er nicht davon berichten sondern es Ihnen persönlich zeigen wollte, fragte er sich Keine zwei Minuten später betraten Kelly und O'Connor die Zentrale Walter schaute O'Connor mit großen Augen an Er hielt den Transportgürtel, den er nun seit Tagen an sich getragen hatte, in der Hand O'Connor legte den Gürtel vorsichtig auf den Boden Er sagte, er ist irgendwann einfach aufgegangen, Sir Ich habe nichts Besonderes gemacht Vielleicht eine Zeitschaltung, überlegte Schulz O'Connor erklärte, der Transportgürtel war ein Sonderauftrag von Generaloberst Bockner von der Station Excalibur Walter war auch zugegen, als wir den Transportauftrag bekamen und mir zusätzlich dieser Gürtel aufgehalst wurde Walter führte aus Bockner hatte uns erklärt, dass jemand sich bei uns melden würde sobald wir auf Transwall ankommen Diese Person würde wissen, wie der Gürtel zu öffnen ist und ihn anschließend mitnehmen In der ganzen Aufregung habe ich gar nicht mehr daran gedacht Auch O'Connor zuckte mit den Schultern Carol fragte Kelly, haben Sie versucht, die flachen Behälter zu öffnen? Der Mann antwortete Jawohl, Sir, Sie sind unverschlossen Aber einen rechten Reim auf den Inhalt konnten wir uns nicht machen Carol erhob sich von seinem Platz und trat zu dem Gürtel Lassen Sie mal sehen Er öffnete vorsichtig einen der breiten Deckel an der Vorderseite Neugierig drängten sie sich um den Fregatten-Käpt'n und schauten auf den Inhalt der im ersten Moment richtig unspektakulär wirkte Der Container war vollgepackt mit kleineren, nicht gepanzerten Transportbehältern in beiger Farbe die völlig mit winzigen, fremdartig wirkenden Schriftzeichen versehen waren Walter überlegte einen Augenblick ob es sich hier um Technologie der Erwachsenen Rungur handeln konnte Er schüttelte energisch den Kopf und verdrängte diesen absurden Gedanken wieder Er sah, dass Farrell und Kelly merkwürdige Blicke tauschten Ob die beiden wussten, was die Schriftzeichen zu bedeuten hatten? Auch Schulz und O'Connor schienen die Blicke bemerkt zu haben Welches Geheimnis konnte das sein, dass die beiden Männer zu teilen schienen? Ein Sonderauftrag? Walter zwang sich zur Ruhe und verdrängte alle bizarren Theorien, die ihm durch den Kopf geschossen waren Jetzt in Paranoia zu verfallen, würde ihr einen sicheren Tod bedeuten Und bisher hatten die beiden Männer nicht den geringsten Anlass zum Misstrauen gegeben Schulz räusperte sich und fragte Ich habe solche Schriftzeichen noch nie gesehen Wissen Sie, was diese Schriftzeichen zu bedeuten haben, Sir? Oder vielleicht Sie, Mr. Kelly? Es entstand eine kurze Pause Die beiden Männer schauten sich erneut seltsam an und nickten schließlich Kann einer von ihnen uns vorlesen, was da steht? Wir kennen beide diese Schriftzeichen Und nein, wir können sie nicht lesen Aber Mr. Derringer kann Entgegnete Farrell Schulz schaute ihn überrascht an Mr. Derringer? Farrell befahl Schulz, wecken Sie den Kommunikationstechniker Er soll das PTF besetzen Sie, Kelly, O'Connor und Zwiebel Bringen den Container zu Mr. Derringer runter in den Maschinenraum Und zeigen ihm den Inhalt Abmarsch Kapitel 15 Rastaman Vibration Derringer hatte auf ihre Rufe nicht reagiert Walter war mehr als besorgt Ja, geradezu verzweifelt Nicht Derringer Nicht hier unten im Stützpunkt Nahm dieser Schrecken denn kein Ende Sie näherten sich vorsichtig dem Eingangsschott des Maschinenraums über einen langen Gang Hier unten hatte sich außer Derringer in den letzten Stunden niemand aufgehalten Jeden Augenblick erwarteten sie, dass eine der Schleusen sich öffnete und eine todbringende Scharunen Gua ausspuckte, die über sie herfielen Kelly und O'Connor liefen einige Meter vor Walter und erreichten die Schleuse Schulz, der die Nachhut bildete, konzentrierte sich vor allem auf den Gang hinter ihnen Mit ihren Waffen im Anschlag trat Kelly langsam und vorsichtig nach vorne in den Kontaktbereich des Öffnungsmechanismus Doch nichts passierte Walter wagte kaum zu atmen Ihre Nerven waren wie so oft in den letzten Tagen bis zum Zerreißen angespannt Kelly winkte Walter nach vorne und deutete auf die Wartungsluke des großen Schotts Na wunderbar! Sklave Walter darf wieder kurbeln, dachte er bei sich Mit einem stummen Seufzer steckte er seine Walter Meteor ins Halfte und trat auf leisen Sohlen an die Luke heran Vorsichtig entriegelte er die Verschlüsse nahm die Abdeckplatte aus der Halterung und lehnte sie gegen die Wand Auch dabei mühte er sich möglichst wenig Lärm zu machen Er klappte die Kurbel aus und ließ sie sanft einrasten Dann packte er den Griff mit beiden Händen und stemmte sich in die Eisen Langsam begann die Mechanik sich zu bewegen und nach drei Umdrehungen hatte sich ein zwei Zentimeter breiter Spalt aufgetan Kelly signalisierte Walter mit einem stummen Handzeichen zu stoppen Sie sahen mit blankem Entsetzen Wie ein dichter weißer Rauch aus dem entstandenen Schlitz quoll und sich in der Luft des Ganges verflüchtigte Einige Sekunden vergingen in atemloser Spannung Plötzlich entspannte sich Kelly sichtlich und sagte laut Das ist kein Helium-Eisnebel Walter O'Connor und Schulz schauten ihn erschrocken an und Walter fragte Wie kommst du darauf? Der Rauch ist nicht schwerer als Luft und die Konsistenz ist auch anders Analyse bitte! Walter zückte den Medicomp den er bei Kerner hatte mitgehen lassen und ließ seinen Scan laufen Fassungslos starrte er auf den kleinen Bildschirm des Geräts als das Ergebnis nach einer halben Minute angezeigt wurde Entgeistert blickte er die drei Männer an und sagte Der Rauch ist durch die Verbrennung von Biomasse aus Pflanzenresten entstanden Er enthält einen hohen Sättigungsgrad an einer chemischen Verbindung namens THC Es handelt sich um einen schwachen Suchtstoff Der Dopaminausschüttung im Hirn bewegt Sozusagen eine antiquierte Droge Von den Parasitensporen oder anderen komplexen Verbindungen auf Silikonbasis keine Spur Aber Vorsicht! Öffnet keinesfalls die Helme Wenige Atemzüge reichen schon aus um einen starken Rausch und ein Gefühl von Desorientierung auszulösen Die drei schauten ihn fassungslos an O'Connor platzte heraus Hast du sie nicht mehr alle, Walter? Wie passt das denn nun hierher? Walter schaute ihn leicht gekränkt an und sagte Ich kann auch nur ablesen, was der Medicomp sagt, Mr. O'Connor Prophetische Gaben habe ich leider keine, Mr. O'Connor Kelly mischte sich ein Er hob eine Hand und sagte Ist gut Los, Walter, kurbel weiter Ist ein Spalt entstanden, ist groß genug Dass wir den Maschinenraum betreten können Ja, ja, kurbeln, Sklave Walter, kurbeln Immer weiter kurbeln für die feinen Herrschaften Ist ja sonst so nichts gut Häffte Walter Kellys Ton nach Er wusste selbst nicht, warum er das gesagt hatte Die anderen drei schauten ihn einen Moment erstaunt an Und brachen in Gelächter aus Sogar Walter musste grinsen Während er sich weiter in die Eisen legte Unerträglich langsam öffneten sich die beiden Schottflügel Die anderen warteten schweigend Bis die Öffnung groß genug geworden war Kelly schaute in den Maschinenraum Der Rauch im Raum hatte sich etwas gelichtet Schemenhaft waren Umrisse zu erkennen Nacheinander traten sie ein und schauten sich um O'Connor rief Ich hab ihn, hier drüben ist er Sie versammelten sich um einen großen, hochlädigen Sessel Des wachhabenden Technikers Walter sah Derringer Der zusammengesunken auf dem Sessel lag Ohne Scan erkannte er sofort Dass der Mann gewaltige Mengen Flüssigkeit verloren hatte Seine Augenlider bewegten sich schnell Und etwa alle acht Sekunden spannte sich sein Körper für ein bis zwei Sekunden so stark an Dass er sich etwas in dem Sessel aufbäumte Um gleich darauf wieder in sich zusammen zu sacken Auf dem Kopf hatte Derringer Und schaute auf die Bedientafeln Er veränderte einige Einstellungen Und von einem Moment zum nächsten war plötzlich auf einem der Bildschirme der nackten Oberkörper Einer atemberaubend schönen, wohlgeformten jungen Frau zu sehen Die offensichtlich verschlitzt und erregt auf einem Bett lag Und betörnt stöhnte Walter musste sofort an seine Besucher auf der Sansibar denken und grinste Er sah, dass Schulze und O'Connor heftig errötet waren Während Kelly sich prächtig amüsierte Und sich das Lachen kaum verkneifen konnte Walter zückte den Medikom und begann zu scannen Kelly sagte unterdessen Diese Maschine ist in der Lage Erinnerungen zu induzieren Die eine Person zuvor mit einer ähnlichen Vorrichtung aufgezeichnet hat Diese Sequenz wiederholt sich endlos in einem Zyklus von 8 Sekunden Er kann den Höhepunkt dieser Liebesnacht quasi unendlich viele Male erleben Dabei ist das Erlebnis so plastisch Als würde es gerade wieder geschehen Walter fiel auf, dass Kelly recht hatte Die Szene auf dem Bildschirm begann tatsächlich immer wieder von vorne Walter blickte auf seinen Medikomp und plötzlich verstand er O'Connor fragte entgeistert Soll das heißen, dieses Aufbäumen seines Körpers, das wir alle paar Minuten sehen Bedeutet das... Er stockte einen Moment Er einen starken Orgasmus hat Vollendete Walter den Satz Was ist das hier drüben? fragte Schulz In einigen Metern Entfernung sahen sie eine Art Ofen Mit einer rotglühenden dicken Metallplatte auf der Oberfläche Einige Zentimeter darüber war ein Gitterrost angebracht Auf dem eine dunkelbraune Masse lag Die Quelle des weißen Rauchs zu sein schien Der den Raum vernebelt hatte Sie hatten die Klimaanlage des Maschinenraums eingeschaltet So dass der Rauch sich mittlerweile nicht mehr im Raum ausbreiten konnte Sondern größtenteils in einen der Lüftungsschächte an der Decke gesogen wurde Walter scannte die undefinierbare Masse auf dem Gitterrost und meinte Das sind die besagten Pflanzenreste Connor fragte Ich verstehe langsam gar nichts mehr Wieso flutete er in so einer Lage den Raum mit Drogen Und schließt sich an eine Maschine an Die ihm Erinnerungen indiziert Kelly antwortete Ist das nicht offensichtlich Angus? Er will Schluss machen Er glaubt nicht mehr daran, dass wir entkommen können von diesem Planeten Und er will lieber total stoned Von einem stundenlangen Superorgasmus ausgelaugt sterben Als Wirt für eines dieser Parasitenfischer zu sein Oh Kelly fuhr grinsend fort Die Vorstellung so zu sterben hat durchaus hier einen Reiz Ich bin als nächster dran Stellt euch also gefälligst hinten an Schulz fuhr ihn gestreng an Machen Sie keine infantilen Witze, Mr. Kelly Daraus wird nichts Siebel, trennen Sie den Mann von der Maschine Und wecken Sie ihn sofort auf O'Connor Sie machen diesen infernalischen Ofen aus Und entsorgen dieses teuflische Kraut im nächsten Müllschlucker Kelly meinte mit gespieltem Entsetzen Oh, wie schade Was sie meinen zutiefst vorwurfsvollen Blick von Schulz einbrachte Walter sagte zu Schulz gewandt Das Trennen ist kein Problem, Sir Das Aufwecken dagegen sehr Der Ranger liegt hier schon seit über zwei Stunden Sein Körper ist total dehydriert Der Ersäuerungsgrad seiner Muskeln ist extrem hoch Körperlich gesehen ist er in einer Verfassung Wie nach 20 Jahren Zwangsarbeit in einer Strafkolonie Wie sich dieses Erlebnis auf seine Psyche ausgewirkt hat Vermag ich nicht mal zu erahnen Aus ärztlicher Sicht bin ich dagegen, ihn zu wecken Abgesehen davon Weiß ich nicht mal, wie ich das in dem Fall machen soll Schulz schnaubte abfällig Ihre Bedenken interessieren mich nicht Selbstmord ist eine Sünde und eines Offiziers der Raummarine unwürdig Wecken Sie ihn einfach Völlig egal, wie Sie das machen Walter schaute Kelly und O'Connor an Und sah, dass beide leicht nickten Mit einem tiefen Säufzer machte er sich ans Werk Kelly deaktivierte auf sein Geheiß die große Maschine Walter schaute gebannt auf die Werte auf seinem Medikon Seine Hirnströme sind sehr eigenartig Bin mir nicht mal sicher, ob er nicht schon längst hirntot ist Kelly, du hast anscheinend schon mit dieser Technik zu tun gehabt Kennst du einen vergleichbaren Fall? Wieder konnte Kelly sich das Lachen kaum verkneifen Schüttelte aber heftig den Kopf Walter überlegte, was er tun sollte Er entschloss sich für eine gemischte Behandlung Er machte sich zuerst an dem Terminal für die Essensausgabe zu schaffen Zuerst wählte er einen starken Kaffee aus Fügte eine ordentliche Prise Salz und Pfeffer hinzu Da noch einige seiner Geheimzutaten Und rundete das Ganze mit gut zwei Gramm getrocknetem, extra scharfen Chili ab Wie gitt, dachte er bei sich Wenn das Derringer keinen sensorischen Reiz verpasste Der ihn aus seinem induzierten Koma riss, wusste er auch nicht Er trat an den Sessel heran, auf dem Derringer lag Der Mann wirkte jetzt wie tot Walter schloss ein medizinisches Gerät Aus seinem Arztkoffer an die Blutbahn des Mannes an Zuerst reinigte er sein Blut von Giftstoffen Führte Glucose, Vitamine, Mineralstoffe und andere überlebenswichtige Substanzen ein Und gab zu guter Letzt noch einige Medikamente hinzu Die Derringers innere Organe kräftigen sollten Dann nahm er eine große Ampulle Adrenalin aus seinem Koffer Und legte sie in seinen Punkte ein Als er bereit war, meinte er zu den anderen Schulz, O'Connor, pack den an den Armen Caddy, du nimmst den Becher mit meinem Kaffee des Grauens Ich werde ihm das Adrenalin reinpumpen Gleichzeitig halte ich ihm die Nase zu Sobald sein Mund sich öffnet, um einzuatmen Kippst du ihm das Zeug da in den Rachen Okay? Der Mann nickte Gleichwohl konnte Walter deutlich erkennen Dass er und die anderen ihn anstarrten, als sei er verrückt geworden Doch sie taten, was er gesagt hatte Als sie bereit waren, atmete Walter noch mal tief Und dachte bei sich Tut mir leid, Taylor Ich wünschte, ich könnte dir das ersparen Mit Daumen und Zeigefinger hielt der Derringer die Nase zu Und löste gleichzeitig den Punkt aus Der dem Mann eine Dosis Adrenalin reinpumpte Die eine Horde herztoter Saurier wieder zum Leben erweckt hätte Einige Sekunden vergingen, ohne dass etwas geschah Dann öffnete Derringer seinen Mund, um Luft zu holen Kelly hatte den Moment perfekt abgepasst Und kippte ihm geschickt den Inhalt des Kaffeebechers In einem Schwall in den Mund So dass kaum etwas daneben ging Derringer schluckte instinktiv die Brühe runter Zwei weitere Sekunden vergingen, ohne dass etwas geschah Walter hatte sich nicht gerührt Sogar sein Punkter war noch in Derringers Seite gepresst Mit einem Schlag riss Derringer die Augen weit auf Seine Pupillen waren winzig Und seine Augapfel so gerötet Dass Walter dort kein Weiß mehr erkennen konnte Er drehte langsam den Kopf Und schaute Walter an Mit einem unnatürlich angespannten Animalisch-barbarischen Ausdruck im Gesicht Der Zorn, Wut und Unglauben ausdrückte Dabei wechselte seine Gesichtsfarbe In wenigen Sekunden Von sehr bleich Über rötlich Saatgrün und blassblau Wieder zu sehr bleich Er verzog die Mundwinkel Neigte den Kopf leicht zur Seite Wobei Walter deutlich das ausgeprägte Spiel Seine Halsmuskeln sehen konnte Und schaute nach unten auf den Punkter In Walters Hand Walter verfluchte sich Dass er den Punkter nicht schnell weggelegt hatte Der Linger schaute wieder nach oben zu Walter Mit einem mächtigen Ruck stand er auf Und schleuderte Schulz und O'Connor Die immer noch an seinen Armen hingen Im hohen Bogen mehrere Meter durch den Raum Kelly und Walter sprangen von ihm fort In diesem Moment wären sie lieber mit einem rohen Gur in einem Raum gewesen Der Linger stand jetzt aufrecht Jeder Muskel seines Körpers schien zum Zerreißen gespannt zu sein Er hielt die Arme hoch und angewinkelt Die Hände verkrampft wie Clown Er stieß einige langgezogene, ohrenbetäubende, gutturales Schreie aus Walter und die anderen waren durch die Scheuse auf den Gang geflohen Und lugten ängstlich in den Raum Was Derlinger als nächstes anstellen würde Er ließ die Arme sinken Und für einen Moment sah es fast so aus Als wäre er eine antike Dampflok Kurz davor heißen Dampf abzulassen Mit einem Mal drehte er sich um Und rannte zu einer der Wände Er prallte davon zurück Wobei er einen großen Notknopf auslöste Der eine an der Decke befindliche Notfalldusche aktivierte Die bei Unfällen mit heißen oder ätzenden Stoffen Innerhalb von einer Sekunde diese abwaschen sollte Augenblicklich ergoss sich ein gewaltiger Ein Meter breiter Unter Hochdruck austretender Schwall auf Derinder Er wurde im Fallen von dem Wasser getroffen Auf den Boden geschleudert und gegen das Metall gepresst Deringer hatte alle Viere von sich gestreckt Sein Mund war weit aufgerissen Und seine Halsmuskeln arbeiteten Als schluck er das herabkommende Wasser literweise Walter stürzte auf ihn zu Wo einer der anderen ihn daran hätte hindern können Er packte Deringer an den Armen Und riss ihn mit einem Ruck unter der Notdusche fort Während er einige Schritte rückwärts taumelte Deringer immer noch halb mit sich ziehend Drehte dieser sich geschickt wie eine Katze Während er über den Boden rutschte Fäßte seine angewinkelten Beine gegen Walters Brustkorb Walter spürte, wie ihm der Boden unter den Füßen entzogen wurde Mit einem brutalen Ruck Hatte Deringer ihn mit seinen Beinen von sich fortgestoßen Er prallte hart mit dem Rücken in zwei Metern Höhe gegen die Wand Gleich darauf fiel er einen Meter tief Gieß mit seinen Beinen gegen das Bedienfeld eines Terminals Gippte von über Und bekam einen Schuh von Deringer zu fassen Der hektisch versuchte, wieder zu der Dusche zu krabbeln Deringer bemerkte ihn Wandte kurz seinen Kopf Und trat mit seinem anderen Bein kräftig zu Walter wurde hart an der Schulter getroffen Doch er ließ nicht los Deringer zog das Bein diesmal an Er nahm kurz Maß und trat erneut nach Walter Diesmal hatte er ganze Arbeit geleistet Walter wurde von dem mörderischen Tritt nach hinten geschleudert Überschlug sich und prallte hart gegen das Fußteil einer Konsole Für einige Sekunden wurde ihm schwarz vor Augen Walter kniff die Augenlider zusammen Schüttelte den Kopf in der Hoffnung Das Schwindelgefühl loszuwerden Und wieder klar sehen zu können Der Wasserschwall aus der Notfalldusche war versiegt Einer der anderen musste sie abgestellt haben Unter der Dusche auf dem nassen Boden Rangen die anderen drei mit Deringer Der sich heftig mit aller Kraft wehrte Und versuchte freizukommen Während sie ihn auf den Boden drückten Und seine Gliedmaßen festhielten Walter rappelte sich auf Und kam auf die Beine Er trat an das Knäule aus menschlichen Leibern heran Und versuchte beruhigend auf Deringer einzureden Taylor, hör auf Wir versuchen dir nur zu helfen Du kannst nicht unkontrolliert Wasser trinken Das würde deinen eingeweihten schweren Schaden zufügen Und wir müssten dich erstmal in Stase stecken Stecke dir jetzt eine Kapsel in den Mund Davon wirst du erbrechen So kommt mein Kaffeegebräu aus deinem Magen Und der Durst und das brennende Gefühl werden sich legen Okay Von Deringer kam keine Reaktion Die Walter hätte erkennen lassen Ob er einverstanden war Er wehrte sich nach wie vor nach Leibeskräften Und versuchte sich loszureißen Die drei Männer, die an seinen Gliedmaßen hingen Hatten alle Mühe ihn festzuhalten Walter nahm eine Kapsel aus seinem Gürtel Dieses Mittel konnte nicht durch einen Punkt er injiziert Sondern musste wie Nahrung aufgenommen werden Walter hielt die Kapsel vor Deringers Gesicht Doch dieser machte keine Anstalten Sie freiwillig verschlucken zu wollen Nach einigen Versuchen Stieg Walters Frustration langsam aber sicher an Er hielt jetzt die Kapsel an Deringers Lippen Dieser schnappte blitzartig zu Und versuchte Walters Hand zu beißen Nur um Haaresbreite entging Walter Der hastig seine Hand zurückzog Einer schweren Verletzung Die ihn wertvolle Zeit im Stasetank gekostet hätte Walter zog sich ein wenig zurück Und überlegte Er nahm die Kapsel nun zwischen Daumen und Zeigefinger Und streckte die Hand wieder in Richtung von Deringers Gesicht Als dieser wieder zubeißen wollte War Walter vorbereitet Es gelang ihm Genau im richtigen Moment die Kapsel zu zerdrücken Er hatte perfekt gezielt Der Inhalt spritzte genau in den geöffneten Mund von Deringers Dieser konnte Ausgelaugt von der großen Anstrengung Es nicht vermeiden instinktiv zu schlucken Walter zog sich ein wenig zurück Und schaute gebannt auf Deringers Gesicht Er hatte seine Gegenwehr aufgegeben Und lag nun schlaff auf dem Boden Sein Gesicht nahm wieder eine zartrote Färbung an Und er stieß langgezogene Wirklaute aus Die anderen, die ihn festgehalten hatten, ließen nun los Und zogen sich hastig von ihm zurück Deringer kampfte sich zusammen Und kroch über den Boden zu einer geöffneten leeren Kiste Die an einem der großen Tische stand Er griff nach dem Rand der Kiste und zog sich darüber Er regte seinen Hals und begann, sich hemmungslos zu erbrechen Während die Minuten vergingen, ging Deringer gar nicht mehr aufhören zu wollen Lange nachdem er längst nichts mehr im Magen hatte Wirkte er noch weiter Schließlich rollte er sich seitlich von der Kiste weg Kam in Embryonalstellungen zusammengekrümmt Auf dem Boden zum Liegen Er stieß jetzt ein langgezogenes, inbrünstiges Wehklagen aus Abwechselnd mit mannigfaltigen Beschimpfungen und Gejammer Weiter fiel ein Stein vom Herzen Deringer würde hoffentlich den Zwischenfall Und seinen Selbstmordversuch ohne bleibende Schäden überstehen Die Tatsache, dass er widersprach, gab Anlass zur Hoffnung Kelly meinte Oh Mann, das war hart Ich bin fix und fertig mit der Welt Er und die anderen beiden hatten sich hingesetzt Und ruhten sich nach dem kräftezehrenden Gerangel mit Deringer aus Dieser hatte unter dem Einfluss der Aufputschmittel Die Walter ihm zuvor gegeben hatte Kurzzeitig übermenschliche Kräfte entwickelt Walter zückte wieder seinen Medikomp und scannte den am Boden liegenden Deringer Dieser quittierte Walters Aktivität Mit einem Schwall von schwach gemurmelten Beschimpfungen Deringer schien körperlich okay zu sein Er würde die nächsten Tage einen ausgiebigen Aufenthalt in einem Stasistank verbringen müssen Um die Verwüstung, die sein Selbstmordversuch und Walters anschließendes sanftes Wecken angerichtet hatten Auszukurieren Doch im Moment war er stabil Und würde in wenigen Minuten wieder handlungsfähig sein Das hatte im Moment oberste Priorität Nach einigen Minuten war das Wehklagen Deringers abgeflaut Er hatte sich von den anderen aufhelfen lassen Und sich in einen der Sessel gesetzt Nachdem er mit langsamen Schlücken einen halben Liter Wasser getrunken hatte Und Walter ihm noch eine weitere Kur mit lebenswichtigen Nährstoffen Medikamenten und Aufputschmitteln verabreicht Und sein Blut von Giftstoffen gereinigt hatte Ging es dem Mann wieder auffallend besser Walter hatte beschlossen Deringer nicht auf seinen bizarren Selbstmordversuch anzusprechen Und das Thema auch für die Zukunft zu vergessen Auch von den anderen machte keine Anstalten Etwas in die Richtung zu thematisieren Während Schulz und O'Connor nach oben zur Kommandozentrale fuhren Um den Gürtel zu holen Den sie vorsichtigerweise oben gelassen hatten Nachdem Deringer auf ihre Funksprüche nicht geantwortet hatte Warteten Walter und Kelly bei Deringer auf ihre Rückkehr Nachdem O'Connor den Gürtel auf dem Sessel Neben dem Deringer saß abgelegt hatte Blickte dieser den Inhalt und dann die anderen Männer fragend an Kelly räusperte sich und schilderte Diesen Gürtel hat O'Connor die ganze Zeit mit sich getragen Er hat ihn auf Excalibur von einem hochrangigen Offizier bekommen Ein Kontaktmann, der jedoch nicht erschienen ist Sollte ihn hier auf Transwahl in Empfang nehmen Jetzt hat sich der Gürtel von selbst gelöst Die Behälter können geöffnet werden Deringer quittierte diese Ausführungen mit einem Grunzen Kelly fuhr fort Schau dir diese Schriftzeichen mal an Ich denke du bist der Einzige auf dem Planeten Der sie lesen und uns sagen kann Ob uns das hier irgendwie weiterhilft Deringer hatte zuerst schweigend zugehört Und so getan als ginge ihm das alles nichts an Er zog nun eine Augenbraue hoch Deringer drehte sich zu der Konsole die zu dem Sessel auf dem er saß gehörte und begann einige Eingaben zu machen Auf einem der Wandschirme tauchte ein ganzer Text in der unbekannten Schrift auf Deringer las eine Weile und schien zu überlegen Bevor er schließlich sagte Ich kann versuchen es zusammenzubauen Wie lange das dauern wird kann ich nicht sagen In meinem Zustand eher länger Was ist es denn? Fragte Schulz ungeduldig Das kann ich noch nicht genau sagen Es ist in jedem Fall eine leistungsfähige Positronische KI Neuster Bauweise damit drin Es muss sich um ein experimentelles System handeln Die Beschreibungen sind knapp und technisch gehalten Kein übliches Blabla von der Werbe- und Marketingabteilung Auf jeden Fall brauche ich dafür absolute Ruhe Und eine keimfreie Umgebung Mit anderen Worten Je schneller ihr euch verdrückt Desto eher werde ich fertig Schulz runzelte die Stirn Er schien zu überlegen Ob er Einwände dagegen erheben sollte Deringer nach seinem Selbstmordversuch Nochmal hier unten alleine zu lassen Doch er entschied sich dagegen Heilig verließen sie den Maschinenraum Und machten sich auf zu Farrell Um ihm Bericht zu erstatten Kapitel 16 Der Mastermind Farrell hörte sich schweigend den Bericht von Schulz an Er hatte einen Moment lang überlegt Und setzte geradezu eine Erwiderung an Als sein Rufton von weiter unten in der Zentrale erklang Farrell drehte sich überrascht um und meinte Ich dachte alle Anrufe von draußen werden automatisch von der KI des Stützpunkts aufgezeichnet Das dort ist Steinbeißers Platz Sie hatte heiße Drähte zu einigen wichtigen zivilen Entscheidungsträgern auf dem Planeten Die sie jederzeit persönlich erreichen konnten Ohne den Umweg über den Wachhabenden Interessant Kommen Sie mal rüber, Schulz Meinte Farrell Während er aufstand und sich auf den Weg zum Terminal machte Er stellte sich seitlich davon mit dem Rücken an die Wand Walter begriff, dass er nicht im Blickfeld der Kamera des Terminals stehen wollte Da der Anrufer ihn andernfalls während des Gesprächs hätte sehen können Er befahl Schulz den Anruf anzunehmen Im nächsten Moment war die unverkennbare, sich überschlagende und zutiefst verärgert klingende Stimme Von Elan Baschküß in der Kommandozentrale zu hören Schulz, Ihre Inkompetenz ist atemberaubend Diese Videobotschaft schlägt dem fast den Boden ins Gesicht Das war das Todesurteil für uns alle Die Raummarine will nichts unternehmen, um uns zu helfen Sie sagen, unter diesen Umständen lassen Sie die Alienbrut lieber ganze Arbeit leisten Und alle Mitwisser beseitigen Nachdem Sie Ihr Forschungsprojekt dann hier beendet haben Werden Sie die ganze Oberfläche weiträumig mit Haarbomben platt machen Und über das System eine Verbotszone verhängen Das haben wir alles Ihnen und Steinbeißer Und Ihre heben beschreienden Inkompetenz zu verdanken Schulz war während Baschküßs Rede kreidebleich geworden Und hatte mehrfach schlucken müssen Nun entgegnete er energisch Nun halten Sie mal die Luft an, Baschküß Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie wollen Ich weiß nichts von einem Forschungsprojekt Wir sind hier, um den Lesumabbau zu sichern Ha! Die Einfältiger, na! Tönte Baschküß am anderen Ende Das Sesum war nur ein nettes Nebengeschäft, das jetzt leider ins Wasser fällt Weil Ihr Vollidioten von der Marine zu blöd seid Einen Eimer Wasser verdunsten zu lassen Und die Rungur nicht unter Kontrolle halten konntet Nein! Ihr musstet es ja über Funk hinaus posaunen Und 800 Mitwisser schaffen Die wir auf keinen Fall von dem Planeten entkommen lassen dürfen Wir, Mitwisser, Sie haben völlig den Verstand verloren, Baschküß Um was geht es hier eigentlich? Es geht um das Silikonide-Genom, Sie Esel Und um die vielen Milliarden an Forschungsaufträgen, die daran hängen Überlegen Sie mal, Schulz Was das für ein Quantensprung in der Militärführung sein wird Der ultimative Supersoldat Eine Kreuzung aus Mensch und Rungur Eine fast unsichtbare, autonome, mobile Einheit Mit der Kampfkraft eines PTFs Günstig in Produktion und Unterhalt Wer diese Technik als erster kontrolliert Und mit einigen Jahren Vorsprung vor allen anderen nutzen kann Ist in der Lage, die ultimative Macht zu erringen Vielleicht sogar die Herrschaft über die ganze TSU Imperator Baschküß Schulz lachte voller Verachtung Es gibt nur einen kleinen Schönheitsfehler an ihrem tollen Plan Die Weltherrschaft an sich zu reißen, Baschküß Sie sind nicht der große Mastermind, als der Sie sich sehen Der in diesem Spiel die Fäden zieht Vielmehr sitzen Sie hier mit uns in der Falle Und sind Ihren Auftraggebern nicht mal das Risiko wert, Sie ausfliegen zu lassen Sie hätten niemals angerufen, nach allem, was vorgefallen ist Wenn Sie ein Schiff hätten, das den rettenden Orbit erreichen kann Baschküß, der von Schulz verächtigten Worten aus seiner Schwärmerei gerissen worden war und diesen böse angefunkelt hatte zwang sich nach der letzten Bemerkung sichtig zur Ruhe Walter vermutete Schulz hatte Baschküß genau an dessen Nerv getroffen und seine Verhandlungsstrategie wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen Das ganze aggressive, rechthaberische Auftreten hatte wahrscheinlich verdecken sollen dass Baschküß ohne ihre Hilfe den Planeten nicht verlassen konnte Nach einigen Sekunden hörten Sie wieder Baschküß Stimme Ich kann Ihnen helfen Sie lassen mich und meine Begleiter in den Stützpunkt und wir verlassen den Planeten gemeinsam mit einem Terra-Track Wir haben kostbare Forschungsdaten und Gewebeproben als Faustpfand Man wird uns auf Heaven's Gate landen lassen Ich bin ein wichtiger Mann bei PTI Ich kann bewirken, dass man sie nach den obligatorischen Verhören freilässt und sie eine Gehaltserhöhung bekommen werden Klingt, dass wollen Sie mir ein Bodenfahrzeug verkaufen, Baschküß Und weil ich der naive, treudove Schulzi bin der immer brav den Fußabtreter für Steinbeißer gespielt hat bin ich natürlich so dämlich auf Ihr Angebot einzugehen in dem Glauben, Sie würden sich letzten Endes wirklich für uns einsetzen Sie sind nichts weiter als Dreck, Baschküß Sie und ihre gierigen Bosse, die von Reichtum und Macht träumen Ich wurde hierher nicht strafversetzt wie die meisten sondern habe mich freiwillig gemeldet falls Sie das nicht schon meine Akte entnommen haben Ich hatte einen Traum Sie haben diesen Traum in einen Albtraum verwandelt Ich werde Ihnen nicht helfen, Baschküß Verrecken Sie irgendwo für sich allein Wenn Sie hier vor der Anlage auftauchen lege ich Sie persönlich um Nach diesen Worten trennte Schulz die Verbindung bevor Baschküß etwas sagen konnte Sie sind ja ein richtiges Tier, Schulzi Wären Sie bei Steinbeißer so zur Hochform aufgelaufen wäre sicher kein Auge trocken geblieben bemerkte Farrell trocken Schulz sah ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Überraschung an Hätten Sie das Gespräch anders geführt, Sir? Nein, das sicher nicht Wie dem auch sei, Baschküß Ausführungen erhärten meinen Verdacht Irgendwelche Leute innerhalb der TSU wussten schon seit langem von den Aliens hier auf Transwall Das Lesungprojekt trotz all seiner möglichen Profite war im Endeffekt doch nur eine Tarnung Hier auf dem Planeten die nötige Infrastruktur aufzubauen um die Alien-Technologie heimlich zu erforschen und wegzuschaffen ohne dass jemand einschließlich des Personals hier auf dem Planeten etwas davon mitbekommt Sie werden nicht kommen, Sir Farrell und die anderen schauten Walter an, der hastig fortfuhr Ich meine die Marine egal wie lange wir durchhalten Baschküß hat gesagt, man lässt uns alle hier draufgehen und sterilisiert dann den Planeten sobald sie mit ihrem sogenannten Forschungsprojekt fertig sind Sind unsere bisherigen Pläne damit nicht hinfällig geworden? Das ist richtig Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich ich wüsste im Moment nicht, was wir sonst tun sollen Die Liste unserer alternativen Optionen ist kurz um nicht zu sagen, nicht vorhanden Ich bin offen für alle Vorschläge entgegnete Vergnüchterne Nach diesen Worten verfielen sie alle für einige Minuten in ein brütendes Schweigen Walter zermaterte sich das Hirn ohne dass ihm eine rettende Idee gekommen wäre Farrell hatte zweifellos Recht Ihnen blieb kein Ausweg Sie konnten von dem Planeten nicht entkommen so sehr sie auch kämpften am Leben zu bleiben Letzten Endes würde eine Bombardierung aus dem Orbit allem verzweifelten Streben ein Ende bereiten und auch alle Spuren beseitigen Es würde so sein, als hätten sie niemals existiert Die Öffentlichkeit wusste nichts Genaues über das Kolonisierungsprojekt Transval Es würde einfach heißen der Planet habe sich nachträglich als ungeeignet erwiesen Ein lautes Geräusch riss Walter und die anderen aus ihren Gedanken Alle blickten auf die Schirme Nach einigen Sekunden lieferte eine der Außenkameras ein Bild Es handelte sich um einen großen Transportbus in dem nach Walters Einschätzung gut 60 Personen Platz nehmen konnten Der Bus fuhr mit gut 80 kmh die Hauptstraße Richtung Süden Farrell befahl Hört auf zu glotzen, rüstet euch mit Stunnern und Desinfektionsmitteln aus und dann ab nach draußen ans Tor Walter und die anderen schauten zu Farrell der Fortfuhr Sie sind auf dem Weg hierher Sollen wir dabei zusehen, wie sie vor dem Tor der Anlage abgeschlachtet werden? Ihr bringt die Leute zu einem der Frachtcontainer mit Lebenserhaltungsanlage auf dem Landefeld Sonst macht ihnen klar, dass sie sich vom Bunker und unseren Leuten fernhalten sollen Sonst müssen wir sie erschießen Wenn sie nicht hören wollen, macht uneingeschränkt von einem Stunnern Gebrauch Walter und die anderen taten wie ihn geheißen Nachdem sie alle einen nagelneuen Stunner aus dem Waffenschrank genommen hatten eilten sie nach draußen auf das Landefeld Unmittelbar nachdem Walter die große Außenschleuse passiert hatte hörte er wieder das Feuer an der Rockwell MG42er Maschinengewehre oben auf den Wachtürmen Er konnte sehen, dass der Bus jetzt unmittelbar vor dem Haupttor stand Der Fahrer versuchte verzweifelt durch kurzes Vor- und Zurücksetzen des Busses die Angreifer zu überrollen Nur der Tatsache, dass der Bus wie auf Transfall üblich keine Fenster hatte sondern eine geschlossene massive Konstruktion war war es zu verdanken, dass noch keiner der Runen-Gur in das Innere gelangt war um unter dessen Insassen zu wüten Die beiden MG-Schützen gaben nur vorsichtige kurze Feuerstöße ab um die Fahrgäste des Busses nicht zu töten Als sie das Tor erreicht und sich halbkreisförmig davor aufgestellt hatten ließ Farrell die beiden Türflügel zur Seite gleiten Schulz, der einen Militärflammenwerfer umgeschnallt hatte gab einen kurzen Feuerstoß ab und setzte die ganze Straße vor dem Tor und den Bus selbst lichterloh in Flammen Farrell rief über Funk Feuer einstellen, was machen Sie da, Schulz? Sie haben wohl völlig den Verstand verloren Nur eine spontane Idee von mir, Sir Die geringe Menge an Brandbeschleuniger wird nur wenige Sekunden brennen und den Insassen des Busses schlimmstenfalls seinen Schrecken einjagen Wenn diese Fischer Kälte lieben und Hitze hassen ist das vielleicht genau das richtige Mittel, sie zu vertreiben Farrell antwortete nicht Und tatsächlich brannten die Flammen, die für einen Moment die komplette Sicht versperrt hatten nach einigen Sekunden herunter und es blieb nur schwarzer Rauch, der vom Bus und der Straße aufstieg Die Angreifer schienen blitzartig geflohen zu sein Nicht schlecht, Schulz, kommentierte Farrell knapp Der Busfahrer schien nun ebenfalls zu neuem Leben zu erwachen Der Bus setzte sich in Bewegung Er rollte einige Meter zurück und bog dann in das breite Tor des Stützpunktes ein Die Männer wischen zurück und eilten von dem Tor fort Nun donnerte Farrells Stimme aus den Lautsprechern auf dem Landefeld und er klang parallel auch über Funk Bleiben Sie dort am Tor direkt stehen Kommen Sie anschließend in kleinen Gruppen aus dem Bus und wir werden Sie in Empfang nehmen und für Ihre Unterbringung sorgen Entgegen Farrells Anweisungen strömte eine große Schar von Menschen nach draußen und versuchte sogleich, zum Bunker zu eilen Schulz gab einige Warnschüsse ab und musste einen besonders aggressiven Zeitgenossen mit seiner Betäubungswaffe stammen bevor die Menge sich beruhigte Er rief Seien Sie vernünftig Wir können Sie nicht alle in den Bunker lassen Wir bringen Sie jetzt zu einer geagneten Unterkunft und versorgen Sie mit Vorräten und Lebensmitteln aus den Beständen der Marine Außerdem arbeiten wir mit Nachdruck daran Sie so schnell wie möglich von Transwall aus zu fliegen Diese Erklärung schien die rund 50 Menschen aller Schichten und Arbeitsklassen die sich hier versammelt hatten, sehr zu beruhigen Walter war selbst da einen Moment lang versucht daran zu glauben dass alles ein gutes Ende nehmen würde Sie lotsten die Menschen zu einem großen Frachtcontainer den Farrell ihnen zugewiesen hatte Er war kompatibel mit dem Terra-Track und für den Transport von Personen gedacht Neben sanitären Einrichtungen war auch eine autonome Lebenserhaltung enthalten Nach einigen Rangeleien waren irgendwann alle Bewohner, die mit dem Bus gekommen waren in den Frachtcontainer eingestiegen Schulz kam zu Walter herüber und meinte Zwiebel, du musst da rein zu den Leuten und feststellen, ob Infizierte darunter sind Hast du verstanden, Walter? Walter schüttelte während Schulz' Ausführungen die ganze Zeit langsam den Kopf Schulz, ich kann das nicht tun, was du verlangst Soll ich jetzt da reingehen und jeden Infizierten abknallen, den ich dort antreffe? Und was, wenn sich die Krankheit dann trotzdem weiter ausbreitet? Soll ich sie dann im Zweifelsfall nach und nach alle abknallen? Teddy, der ebenfalls zu ihnen gekommen war und gelauscht hatte, richte sich nun ein Immer langsam, Walter Wir wissen alle, dass du ein bekennendes Weichheit bist Aber hier musst du handeln wie ein Soldat Wir können die Leute weder hier so lassen, noch können wir sie einfach im Container einsperren Wenn Kranke darunter sind, müssen wir sie rausholen, um den anderen eine Chance zu geben Da wir die Kranken nicht heilen können, seit Makombe tot ist Wird uns nichts anderes übrig bleiben, als sie zu exekutieren Bevor wir uns noch mehr Aliens züchten, die uns morgen töten wollen Walter schüttelte immer noch den Kopf Er wollte einfach keine Unschuldigen töten müssen oder irgendwas damit zu tun haben Hör mir gut zu, Zwiebel Es tut mir leid für dich Und ich wünschte zu gerne jemand anderem diesen Auftrag zu geben Nur haben wir im Moment keinen anderen als dich Wenn du nicht da reingehst und checkst, ob Kranke darunter sind Werde ich den Container von außen verschließen lassen Die Leute bekommen Lebensmittel für zwei Wochen mit rein Und nach mir die Sintflut Es liegt an dir, was du jetzt machst Walter fühlte sich hundeelend Und alles in ihm rebellierte gegen die Vorstellung, was er nun würde tun müssen Doch in seinem Inneren wusste auch er, dass die beiden Männer recht hatten und Farrell es genauso gesehen hätte Er ließ den Kopf hängen und nahm seinen Mettkoffer zur Hand und ging nach drinnen Kelly trat mit ihm in den Container Walter war sich in dem Moment gar nicht so sicher, ob Kelly hier war, um ihm Beistand zu leisten Oder um ihn zu überwachen, dass er die Anweisungen von Schulz herausführen würde Er blickte sich einige Sekunden um Er sahen die verängstigten Gesichter dieser Zivilisten, die es bisher geschafft hatten Er räusperte sich und setzte zu sprechen an Mein Name ist Walter Zwiebel Ich bin Marinearzt und werde Sie jetzt alle einer Untersuchung unterziehen Sollten unter Ihnen welche sein, die sich mit der mysteriösen Krankheit der Aliens angesteckt haben Werden wir sie von den anderen trennen müssen Er überlegte einen Moment und musste schlucken, bevor er fortfahren konnte Die Kranken werden wir in einen stares Kälteschlaf versetzen müssen, um sie später zu behandeln Er verachtete sich selbst von diesem Moment an Angesichts der infamen Lüge, die er erfunden hatte, um es sich leichter zu machen Ein dünner älterer Mann mit einem gepflegten grauen Bart erhob sich und begann mit einer weichen, warmen Stimme zu sprechen Mein Name ist Pater Jeremiah Brown Ich bin der Hüter der hiesigen allkatholischen Herde hier in der Stadt Können Sie uns sagen, wie das geschehen konnte? Erhobt theatralisch beide Arme, bevor er fortfuhr Wie konnten wir so scheitern und dem Teufel anheimfallen? Die Heilige Schrift sagt ganz klar, dass es außer Gottes gesegneter Schöpfung keine zweite geben kann Keine Erlösung jenseits der Heiligen Schrift Nun tauchen diese entsetzlichen Geschöpfe der Hölle auf und wüten im heiligen Heim des Herrn Und niemand vermag ihnen Einhalt zu gebieten Welche Sünden haben wir begangen, dass der Allmächtige die Apokalypse über uns kommen lässt? Bevor Walter etwas sagen konnte, platzte Kelly hervor Ha! Da drückt sie also der hoch ehrwürdige Schuh Ihre größte Sorge in diesem Moment In all dieser Scheiße, die ihr passiert Ist, wie ihre Schrift dabei wegkommt Hören Sie, Mann Wir sind Marines Mit anderen Worten also sowas wie Metzger im Namen der göttlichen Vorsehung Wir sind keine Philosophen Und ihre Schrift interessiert uns auch nicht Sie können diese hochwichtigen Fragen Bei Zeiten mit dem Papst auf dem Planeten Vatikan diskutieren Und sich überlegen, ob es nicht an der Zeit wäre Ihre Schrift mal in neu überarbeiteter Auflage rauszubringen Aber jetzt halten sie ihr Maul Und lassen Walter seine Arbeit machen Walter legte Kelly eine Hand auf die Schulter und signalisierte ihm, sich zu beruhigen Diese Reaktion hatte er von dem mutigen Und ansonsten beherrschten Mann nicht erwartet Er zückte wieder seinen Medikomp Und machte sich daran, die Leute zu scannen Bei jedem der 52 Menschen aufs Neue Darb er einen kleinen Tod Bis endlich feststand, dass der Patient nicht infiziert war Wie durch ein Wunder waren sie alle gesund Walter konnte es kaum fassen Freudig rief er Farrell über Funk an Und teilte ihm das Ergebnis mit Auch Farrell nahm das Ergebnis freudig auf Aber entschied, dass die Leute mindestens 12 Stunden in dem Container bleiben sollten Und Walter die Untersuchung dann zu wiederholen habe Sollte das Ergebnis wieder bei allen negativ sein Würde Farrell die Leute in den Bunker lassen und ihnen Waffen austeilen Soweit sie bereit und in der Lage waren, damit umzugehen Ansonsten berichtete Farrell, dass sie in den zwei Stunden Die Walter mit der Untersuchung verbracht hatte Einige Bewegungen der Aliens beobachten konnten Jedoch hatten die Runen-Gur auf alle weiteren Angriffe verzichtet Farrell meinte, sie würden sich wohl für den großen Sturm rüsten Er wies Walter, O'Connor und Kelly an Sich in die medizinische Station zu begeben Und sich in einem Stasistank schlafen zu legen Farrell spekulierte darauf Dass die Runen-Gur sich noch einige Stunden ruhig verhalten würden Solange ihre neue Generation von Kriegern Die aus den Bürgern Porto Negro schlüpfen würde Noch nicht voll ausgewachsen war Dann würden sie mit einer überwältigenden Übermacht Den Stützpunkt angreifen Und vermutlich einfach überrollen Walter versank wieder ins Land der Träume Langsam driftete er in die stille, kalte Dunkelheit ab Die Wasseroberfläche entfernte sich immer mehr Während er tiefer und tiefer sank Doch dieses Mal Taten sich keine Schrecknisse vor ihm auf Irgendwann meinte er Von Ferne einen Runen-Gurkrieger zu erblicken Der sich in einer Art Höhle An bizarren Gerätschaften zu schaffen machte Die Kreatur wandte sich nach einigen Sekunden Walter zu Es war, als würde ihr Blick Durch eine unendliche Entfernung zu ihm dringen Und ihn durchbohren Walter fühlte sich seziert Bis in jede Faser seines Körpers Im nächsten Augenblick sah Walter eine Szene Die sich irgendwo auf der Oberfläche von Transval abspielen mochte Im Hintergrund war ein schwarzes glänzendes Raumschiff zu sehen Das ein leichter Kreuzer sein konnte Er setzte gerade auf der Planetenoberfläche auf Die große seitliche Ladeluke wurde ausgefahren Zwei schwarze PTFs und ein mittlerer Panzer Rollten über die Rampe und kamen ein Stück vom Schiff entfernt zum Stehen Danach spuckte das Schiff Halbzüge an Infanterie aus Die aussahen wie Einheiten der Raummarine Wäre die ungewöhnliche tiefschwarze Farbe nicht gewesen Achthalbzüge, die in strenger Formation marschiert waren Nahmen vor dem Schiff Aufstellung Danach verblasste die Szene Dennoch meinte Walter im Hintergrund eine riesige Pyramide zu erkennen Die ihn an einen Terraformer erinnerte Danach war nur noch Sturm, Eiskristalle und Dunkelheit Walter war in seinen Träumen schon so weit Über die eisigen Weiten von Transval gewandert Langsam begann sein unterbewusstes Traum Ich, sich hier zu Hause zu fühlen Kapitel 17 Das letzte Gefecht Walter erwachte und sofort durchvor ein Gefühl des Schreckens seinen Körper Er stieß sich ab und durchbrach sogleich die Oberfläche der Staseflüssigkeit Nachdem er sich hastig geduscht hatte Allte er zu seiner Rüstung und seiner anderen Ausrüstung Und begann hektisch diese anzulegen Kelly stieg gerade aus der Dusche Und überließ O'Connor seinen Platz, während er sich abtrocknete Walter sagte zu den beiden Männern gewandt Er hat uns die vollen acht Stunden schlafen lassen Sicherlich sind schon hunderte Runen-Gur um den Stützpunkt versammelt Und werden uns in Kürze angreifen Dann haben wir es bald hinter uns Gib mir eine doppelte Injektion Morphin, Walter Will meine Haut heute teuer verkaufen Meinte Kelly äußerlich gelassen O'Connor schaute einen Moment zu Und bedeutete Walter, ihm ebenfalls seine Injektion zu verpassen Walter tat wie ihm geheißen Überlegte einen Moment und zuckte mit den Schultern Sie hatten es so weit geschafft Und so viele entsetzliche Dinge gesehen Warum nicht stilvoll abtreten Mit einem großen finalen Knall und sauberen Unterhosen Fragte er sich Er hat blut Walter eine frische Ampulle Morphin in seinen Punkten Und gab sich selber eine Dosis Nahtlos begann das Mittel zu wirken Walter fühlte sich von einer Sekunde zur nächsten ganz leicht und beschwingt Er blickte in die albern grinsenden Gesichter von Kelly und O'Connor Die beiden waren ebenso ausgelassen, entspannt und heiter wie er selbst Walter piekte mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand O'Connor in den Bauch Eddie quittierte diese Aktion mit einem Lachanfall und krümmte sich zusammen O'Connor musste ebenfalls lachen Er streckte seine Hand nach Walters Kopf aus Und schnippte ihn mit dem Zeigefinger leicht gegen das Ohr Alle drei mussten herzhaft lachen und alberten noch eine Weile rum Plötzlich hörten sie über Funk eine harte maskuline Stimme mit einem Akzent Achtung, hier Oblomo von Wachtturm 2 Habe auf dem Motion Scanner starke Feindbewegungen in unmittelbarer Nähe Großangriff könnte unmittelbar bevorstehen Nun war Fowelt Stimme zu vernehmen Alarm! Alle Mann auf Gefechtsstation! PTF besetzen und bereit machen! Die drei liefen nun wie vom Teufel gehetzt nach draußen Und eilten den Gang entlang Sie stürmten aus der Hauptschleuse und eilten in das PTF Das sich noch direkt vor dem Eingang befand Nachdem sie über die hintere Heckklappe ins Innere des Fahrzeugs gesprungen waren Schloss der Kommunikationstechniker die Luke Gab Vollgas und schwenkte Richtung nordöstlichen Wachtturm Kelly setzte sich hastig in den Sitz des Turmkanoniers O'Connor besetzte das kleinere Front-MG zur Abwehr von Infanterie Er rief nach hinten zu Walter Siebel, schnapp dir das hintere Infanterie-MG Mit deiner Energiewaffe richtest du hier nichts aus Aber pass auf, wen du wegballerst Walter setzte sich auf einen der hinteren Sitze Klappte die Wandkonsole aus Holte sie zu sich an und fixierte ihre Position Als Richtschützer hatte er nur begrenzte theoretische Kenntnisse während der Grundausbildung erworben Seine Ergebnisse waren so schlecht gewesen, dass er keine weiterführenden Kurse mehr erhalten hatte Er überlegte einen Moment, ob er das Hilfe-Menü abrufen sollte Um die Funktionen der kleinen Bordkanone nochmal durchzugehen Aber entschied sich dagegen So viel Zeit würden die Runen Goem nicht lassen Es gelang ihm, nach einigem Herumprobieren Das Signal der Außenkamera, die dem Lauf der Kanone folgte Auf den Schirm zu kriegen und auch die Waffe zu entsichern Die Finger seiner rechten Hand schlossen sich um den kleinen Stick Mit dem Walter die Kanone schwenken konnte Und seine linke Hand ruhte auf dem Eingabefeld mit dem großen roten Feuerknopf oben links Er fühlte, wie seine Handflächen unter seinen Panzerhandschuhen schwitzten Im nächsten Moment brach draußen die Hölle los Ganze Scharen von Runengur Frangen von den Dächern der Häuser Rund um den nordöstlichen Wachtturm Und bildeten an mehreren Stellen Türme aus Leibern Über die die nachfolgenden Krieger rasend schnell nach oben kletterten Um über den Sicherheitszaun in die Anlage zu springen Im selben Moment waren die Geschütze der Wachtturme und des PTFs zum Leben erwacht Und hämmert mit infernalischem Lärm ihre schweren Geschosse gegen die Angreifer Dutzende wurden in Sekunden getroffen und stoben auseinander Walter konnte in dem hektischen Hin und Her Nur schwer erkennen, was da draußen vor sich ging Sein Gehirn war mit der Flut von Bildern und Eindrücken schlicht überfordert Dennoch meinte er zu erkennen, dass die überlebenden Aliens vor dem Zaun Sich immer wieder blitzartig zu Türmen aufbauten Um ihren Artgenossen den Weg ins Innere zu ermöglichen Für die kollektive telepathische Intelligenz der Fremden Waren Verluste einzelner Drohnen anscheinend nicht relevant Solange sie ihre Feinde nur auslöschen konnte Die gut 40 auf das Gelände eingedrungenen Krieger Dürzten sich sofort auf das schon beschädigte PTF Ivel hatte das vorausgesehen Und dem Nordwestturm befohlen, im entscheidenden Augenblick dem PTF Feuerschutz zu geben Als Walter die wimmelnden Leiber der Runen-Gur auf seinem Bildschirm sah, drückte er die Taste nieder und schwenkte großzügig den Stick Da er sowieso eine Niete im Zielen war, hielt er das für die beste Option Nach 20 Sekunden setzte für eine Sekunde das Feuer aus und eine neue Munitionsrolle wurde automatisch eingelegt Walter war sich sicher, dass er einige der Gegner erwischt hatte Wie effektiv sein Feuer insgesamt gewesen war, konnte er nicht beurteilen Trotz des ohrenbetäubenden Lärms konnte Walter deutlich die wuchtigen Schläge der Angreifer gegen das Chassis des PTFs hören Er warf einen kurzen Blick nach hinten und sah, dass die Heckluke des PTFs sich an einer Stelle aus ihrer Halterung gelöst hatte Und die Angreifer sie immer weiter zurückgebogen hatten Kelly hatte seine Stellung am MG verlassen und war nach hinten geeilt Er versuchte verzweifelt, aus kürzester Distanz die Angreifer mit seinem Sturmgewehr abzuwehren Zu zielen brauchte er dabei nicht Die Projektile fraßen sich in den glänzenden schwarzen Leib eines rohen Gurs, der mit aller Macht versuchte, sich durch die Öffnung ins Innere zu winden Walter dachte mit Panik daran, dass in wenigen Sekunden die Munition in Kellys Magazin verbraucht sein würde Was in der einen Sekunde passieren mochte, die er brauchen würde, um nachzuladen, war Walter nur allzu klar Eines der Aliens würde ihn überwältigen und sie alle in wenigen Sekunden zu Brei schlagen In der engen Kabine des PTFs gab es keine Deckung und keinen Platz zum Ausweichen Walter stieß seinen entsetzten Schrei aus, als die Stichflamme an Caddys Sturmgewehr versiegte Innerlich wappnete er sich für den Moment seines Todes Seinen letzten Atemzug und die große Dunkelheit, die danach kommen mochte Doch es kam ganz anders Einen Moment später schob sich O'Connor seitlich in Walters Gesichtsfeld Der Mann hatte goldrichtig reagiert und die Gefahr erkannt Just in dem Moment, dass Kellys Feuer versiegt war, hatte er seinerseits begonnen, die Öffnung mit einem Kugelhagel zu belegen Kelly lud hastig nach und legte ebenfalls wieder an auf die Öffnung Walter erwachte wieder zum Leben und erinnerte sich daran, dass die anderen ihn ursprünglich nicht als Ballast mitgenommen hatten Verzweifelt fingerte er an der Konsole vor ihm Er schwenkte seinem Geh hastig hin und her, doch er konnte kaum noch Feinde ausmachen Er gab einige Salven ab, von denen er sicher war, dass keine irgendwas getroffen hatte Doch zu seiner Beruhigung leisteten die Schützen oben auf den Wachtürmen hervorragende Arbeit Wenige Sekunden später stellten Kelly und O'Connor das Feuer ein Der Techniker hatte das PTF angehalten Die Männer schauten sich einige Sekunden schweigend an und atmeten tief durch Sie waren alle schweißgebadet und bis zum Äußeren angespannt Draußen waren nur noch vereinzelte Salven zu hören Plötzlich drang aus den Lautsprechern Favils Stimme Achtung, Statusbericht bitte Diablomov, Sir, nordöstlicher Turm Die Außenpanzerung hier bei mir ist schwer beschädigt Ich bin mir sicher, dass sie einen weiteren Angriff dieser Art nicht standhalten wird Walter war klar, was das bedeutete Sobald einige Aliens ins Innere des Turms eindrangen Würden sie entweder in den ganzen Turm einreißen Oder, wenn sich ihnen die Möglichkeit bot, Oblomov persönlich ausschalten So oder so verloren sie damit entscheidenden Feuerkraft an der nordöstlichen Flanke der Anlage Gerade dort, wo die Häuser der Stadt sich am dichtesten an den Komplex schoben Und die Aussicht, die Anlage durch einen Bodenangriff zu überrennen, am größten war Kelly hier, Sir Bei uns sieht es nicht besser aus Die Hecklu kam, PTF ist schwer beschädigt Und auf die Schnelle nicht zu reparieren Verdammt, das ganze Fahrzeug ist im Eimer Wir waren gegen Ende mehr damit beschäftigt, die Gegner am Eindringen in den Panzer zu hindern Als dass wir mit unseren Bordwaffen auf sie geschossen haben Ich empfehle, das Fahrzeug aufzugeben, Sir Die nächste Hiobsbotschaft Selbst Walter mit seinen begrenzten taktischen Kenntnissen war klar Dass sie unter diesen Umständen die äußeren Verteidigungsanlagen des Stützpunktes Nicht würden halten können Carol blieb nur die Wahl zwischen zwei Übeln Evakuierte er nur sie und Oblomov Oder auch gleich die anderen drei Kanoniere mit Wenn das PTF und der nordöstliche Wachturm ausfielen Gab es etliche Stellen dicht am Bunker Die von keinem der anderen drei Türme ausgesehen werden konnten Dann war es nur noch eine Frage der Zeit Bis die Fremden auch die Außenpanzerung des Bunkers knacken würden Einige Sekunden blieb der Funk still Bevor Farrell befahl Die Männer aus dem PTF kommen in den Bunker Oblomov, sie bleiben vorerst vor Ort Aber halten sie sich bereit, sich wenn nötig unverzüglich dort abzusetzen Sir, vielleicht ist es ein Fehler Dass sie die Verteidigungsmaßnahmen über Funk koordinieren Wer weiß, ob unser Feind mittlerweile nicht einen Weg gefunden hat Nicht nur unsere Sprache zu verstehen Sondern auch unseren Funkverkehr abzuhören Gab Schulz zu bedenken Sie waren mit dem Kommunikationstechniker Vor wenigen Augenblicken in der Kommandozentrale angekommen Das halte ich für völlig ausgeschlossen, Mr. Schulz Gegnete Ferrell ruhig Verzeihen Sie, Sir, aber woher wollen Sie das so sicher wissen? Fragte Schulz Soweit das Überraschung platzte O'Connor mit der Antwort heraus Man, Schulz, diese Aliens kommunizieren, indem Sie sich gegenseitig Ihre Gedanken lesen Denken Sie, dass Sie Ihre oder meine Gedanken nicht auch lesen können? O'Connor schließt einen Lacher aus, der ihm unter normalen Umständen ein Disziplinarverfahren und eine saftige Strafe eingebracht hätte Zu seinem Glück waren die Umstände alles andere als normal Und Schulz so perplex, dass er die Respektlosigkeit eines ihm Untergebenen gar nicht zu bemerken schien Haben Sie wirklich noch nicht daran gedacht, Schulz? Fragte Ferrell mit leicht spöttischem Unterton Wie können Sie nur so ruhig bleiben? Wir sind erledigt, Sir! Ende, aus! Wie soll man einen Gegner bekämpfen, der alles über einen weiß? Schulz schien kurz vor einem Nervenzusammenbruch zu stehen Ferrell packte ihn an den Schultern und begann ihn heftig zu schütteln Dieser ließ es einen Moment wie willenlos mit sich geschehen Bevor er sich aufrichtete und sich sichtlich zusammenzunehmen schien Ferrell sagte Niemand hat behauptet, dass die Aliens alles wüssten Aber da sie sich telepathisch verständigen Glaube ich, dass sie das Konzept der Sprache schlicht und ergreifend nicht verstehen Und somit auch nichts damit anfangen können Aber Walter hat doch gesagt, dass ein Alien zu ihm gesprochen hat Entgegnete Schulz trotzig Bei diesem einen Exemplar handelte es sich sozusagen um einen Erwachsenenruhengur Außerdem hat dieser mit Walter in Form von Bildern kommuniziert Erwiderte Ferrell Sir, meinen Sie etwa, wenn ich nicht will, dass die Aliens meine Gedanken lesen? Er stockte einen Moment und schien zu überlegen Dann sollten Sie vermeiden, bildhaft zu denken Vollendete Walter seinen Satz Schulz fragte Denken Sie, die Angreifer können durch unsere Augen sehen? Diesmal war es Kelly, der Einwurf Nein, das können die definitiv nicht Und unsere Position mithilfe unserer Gedanken ausmachen, können sie auch definitiv nicht Sonst hätten sie uns schon unzählige Male drangequickt Genug jetzt davon Schulz, Sie wollten uns einen Vorschlag machen Also ich höre Fiel Farrell leicht ungehalten ein Schulz räusperte sich kurz bevor er ansetzte Ja, ich würde gerne bei Mr. Oplomoff Stellung beziehen mit meinem Flammenwerfer Ich denke, ich könnte ihm die Angreifer eine ganze Weile vom Hals halten Vielleicht lang genug, um einen weiteren Angriff abzuwehren Perel runzelte die Stirn, bevor er fragte Lassen Sie mich das verstehen, Mr. Schulz Wenn die Aliens das nächste Mal angreifen Wollen Sie also den Wachturm, seine innere tragende Struktur und die Umgebung in Brand setzen Und das, während Oplomoff und Sie auf der Spitze desselbigen in einer engen Geschützkanzel sitzen Schulz erwiderte trocken Ganz richtig, Sir Ich bin der Meinung, wenn man das richtig anstellt Und ein perfektes Timing einhält Kann ich die Umgebung in Brand halten Und die Hitzeentwicklung trotzdem so kontrollieren Dass die Klimaanlage der Kanzel uns schützen wird Sie dürfen nicht vergessen, dass der Turm, der Sicherheitszone Das Sandefeld dahinter und auch die Straße aus Materialien gebaut sind Die selbst nicht brennbar sind Der ganze Trick ist, die Menge an Brandbeschleuniger richtig zu timen Sie überlegten einige Sekunden, bevor Ferel fragte Sind Sie sich da sicher? Ich meine mit den Materialien Und dass Sie so viel davon verstehen Schulz erwiderte Ganz sicher, Sir Ich habe die Konstruktionspläne der Stadt und vor allem der Basis genau studiert Vergessen Sie nicht, ich bin hierher gekommen Weil ich an dieses Projekt geglaubt habe Außerdem Schulz senkte ein wenig den Kopf Und seine Lippen umspielte ein schuldbewusstes, fast knabenhaftes Lächeln Er fuhr fort Ich bin pyromanisch veranlagt, Sir Ich habe als Kind eine Menge Brände gelegt Auch einige, die meine Eltern und unsere Gemeinde viel Geld gekostet haben Ich war deswegen zwei Jahre auf Gantenheim im Zentralinstitut für geistige Gesundheit untergebracht Während der Marina-Ausbildung habe ich mich auf Flammenwerfer spezialisiert Ich verstehe was von Feuer, Sir Und ja, ich bin mir sicher So sicher, dass ich meinen eigenen qualvollen Tod in Kauf nehme Sollte ich mich irren Oblomov, Ihr Feral Mr. Schulz hat mir gerade einen ziemlich haarströmenden Vorschlag unterbreitet Sind Sie ein Spieler, Mr. Oblomov? Ein Grenzgänger Lieben Sie das Risiko? Wenn ich all das nicht wäre, Sir Verzeihen Sie mir bitte die Bemerkung Dann würde ich jetzt nicht hier mit Ihnen auf diesem Planeten in dieser Scheiße stecken Entgegnete Oblomov Ich sehe schon, Sie sind der richtige Mann für den Plan Sie werden in wenigen Minuten Besuch bekommen Perlende Das war genug für Leutnant Schulz Ohne weitere Worte Nahm er seinen Flammenwerfer Den er in einem der Waffenschränke verstaut hatte Und schnallte ihn sich um Dann nahm er noch zwei schwere Ersatztanks mit Brennstoff Es war offensichtlich, dass sie so schwer waren Dass Schulz sie nur mit Mühe tragen konnte Doch voller Elan Und mit glänzenden Augen Machte er sich auf den Weg Walter schaute zweifelnd zu Ferrell Dieser zuckte unmerklich mit den Schultern Als wollte er fragen, ob Walter einen besten Vorschlag hätte Walter hatte keinen Und entschied sich zu schweigen Die vergangenen Stunden waren ein zermürbender Nervenkrieg gewesen Sie alle waren nur noch müde Und sehnten sich nach Ruhe Ununterbrochen hatte ihr bizarrer Gegner Die kollektive Ruden-Gur-Intelligenz Von deren geistigen Fähigkeiten, Motiven und Gedankengängen Sie kaum eine Vorstellung hatten Seine Drohnen wieder und immer wieder umgruppiert Unzählige Male hatte er Kämpfer zusammengezogen So dass sie glauben mussten Ein Großangriff stünde unmittelbar bevor Doch nichts dergleichen war geschehen Immerhin hatte der Gegner es geschafft Sie bei einem langen Zeitraum In extremer Anspannung zu halten Terrell hatte Walter beauftragt Die wenigen Soldaten, die ihnen noch zur Verfügung standen Entsprechend zu medikamentieren Im Moment beschränken sie sich noch auf die Einnahme von Stimpec E Der Wirkstoff dieses Stimpecs Bewirkte, dass man endlos und hochkonzentriert wach bleiben konnte Die Grenze lag bei den meisten Menschen bei knapp einer Woche Wurde das Mittel über diese Grenze hinaus eingenommen Kam es zu einem schweren Organversagen Was nicht selten zum Tode führte Vor den Folgen körperlicher Erschöpfung Stimpec E nicht Man musste darauf achten, Ruhepausen einzulegen Um nicht vorzeitig abzubauen Wie lange würden die Aliens dieses Spiel noch treiben Bevor sie zum großen Endschlag ausholten Es schien fast so Als wollten sie diesmal auf Nummer sicher gehen Gut 200 von ihnen Waren bei den Angriffen auf die Basis bisher umgekommen Noch 500 Drohnen Konnten die Runen-Gur ausbrüten Wenn sie sich die Mühe machten, alle Häuser systematisch zu durchsuchen Und möglichst viele Bewohner einzufangen Es machte den Anschein, als hätten sie genau das vor Die Minuten verstrichen unerträglich langsam Walter ertappte sich dabei, dass er immer wieder auf die Uhr schaute Als bestünde die Hoffnung, dass sich ihre Lage bessern würde, wenn sie nur lang genug durchhielten Er war schon so in seiner Anspannung und der Erwartung des bevorstehenden Angriffs gefangen Das er einen Moment brauchte, das gehörte zu begreifen Ihr Derringer, ist da oben noch jemand am Leben? Er tönte es über Funk Bitte keine seichten Witze, Taylor Die Lage ist bitte ernst Wir rechnen jede Minute mit einem Großangriff Gab Farrell wenig amüsiert zurück Dann solltest du am besten mal ganz schnell hier runterkommen Und dir anschauen, was ich hier zusammengebaut habe Erwiderte Derringer Warum zeigst du es mir nicht einfach? Oder beschreibst es? Fragte Farrell Die Neugier in seiner Stimme war unüberhörbar Was konnte so geheimnisvoll sein, dass Derringer es ihnen unbedingt selbst zeigen wollte? Ich brauche mindestens zwei weitere Marineangehörige hier unten Bitte Jake, keine langen Diskussionen Schick mir einfach zwei Leute, wenn du selbst nicht kommen kannst Derringer unterbrach die Verbindung Kapitel 18 Der seidene Faden Farrell schien einen Moment zu überlegen Kelly O'Connor und Walter hatten sich in der Kommandozentrale eingefunden und blickten Farrell erwartungsvoll an Farrell sagte zu Kelly Sie übernehmen hier das Kommando Wir gehen runter zu Taylor und schauen, was so wichtig ist Abmarsch, Tempo Das mussten sie sich nicht zweimal sagen lassen So schnell sie konnten, eilten sie den Gang entlang In Richtung Antigrafschacht Eilig ließen sie sich nach unten gleiten und betraten einige Ebenen tiefer den Gang der sie zum Maschinenraum führte Taylor wartete schon ungeduldig von einem Bein auf das andere schaukelnd auf sie Endlich Kommt, folgt mir Ohne weitere Worte wandte er sich ab und lief zu einer der Türen des Maschinenraums O'Connor fragte Ist das, was du gebaut hast, nicht hier? Doch Derringer blieb die Antwort schuldig und verschwand durch die Tür in einen Gang Farrell lief ihm eilig nach und winkte ihnen zu folgen Sie durchquerten einen Gang und kamen in ein riesiges unterirdisches Gewölbe das die Marine in den Fels unter der Anlage gefräst hatte und das jetzt als überdimensionierter Lagerraum genutzt wurde Überall standen Gruppen von großen Frachtcontainern teilweise zu Türmen aufgestapelt die bis zu 30 Meter hoch bis fast an die Decke der Halle ragten Derringer, der gut 10 Meter Vorsprung vor ihnen hatte durchquerte rennend die Halle und eilte der gegenüberliegenden Felswand entgegen Schon von Weitem sahen sie ein mächtiges in die Wand eingelassenes Tor aus Titanenplast Es war gut 4 Meter hoch und 7 Meter breit In seiner Mitte frankte ein mächtiges Symbol das eine kunstvolle, üppige Interpretation des Wappens der TSU darstellte Was immer das sein mochte, zu dem dieses Tor den Zugang versperrte Es musste für irgendwen sehr wichtig sein Derringer eilte zur Felswand rechts neben der Tür und begann, sich an einer kleinen Konsole zu schaffen zu machen Walter erreichte ihn als letzter ganz außer Atem Sie mussten einige Sekunden warten bevor das Tor sich so weit gehoben hatte dass sie hindurchschlüpfen konnten Walter konnte einen breiten Gang vor ihnen erkennen Das Ende, an dem sie sich befanden war von Leuchtkörpern gut ausgeleuchtet Weiter vorne verlor sich der Gang im Dunkeln Walter sah, dass Derringer eine Art eingezäunte Plattform betrat und ihnen winkte ihm zu folgen Hastig stiegen sie alle auf die Plattform und Derringer klappte hinter ihnen eine Stange seitlich herunter sodass sie wie eine Barriere wirkte Im nächsten Moment rief er nach einem kleinen Hebel der sich auf einer winzigen Konsole befand die seitlich an der Umzäunung auf einer Metallstrebe angebracht war Mit einem sanften Ruck setzte sich die Plattform in Bewegung und gewann schnell an Fahrt Walter schaute nach hinten Er sah, dass die Rampe, über die sie die Plattform betreten hatten rasch kleiner wurde Als sie sich gut 30 Meter weit entfernt hatten erlosch das Licht direkt am Tor Er blickte nach vorne und sah, dass dort immer wieder Lampen angingen wenn sie mit der Plattform näher kamen Sie fuhren jetzt mit gut 40 kmh durch den Tunnel Der Fahrtwind, der ihnen entgegenschlug, roch staubig und abgestanden Nach circa sechs Minuten Walter schätzte, sie hatten gut vier Kilometer zurückgelegt kam die Plattform an einer Rampe zum Stehen die identisch war mit der, von der aus sie gestartet waren Nur das Tor dahinter schien sich von dem auf der anderen Seite zu unterscheiden Es handelte sich in dem Fall mehr um eine sehr massive Tür die, nachdem Derringer sie geöffnet hatte den Zugang freigab zu einem sehr engen Gang in dem zwei Männer in Kampfmontur sich nicht hätten aneinander vorbeizwängen können Walter kannte solche Gänge nur zu gut aus diversen Bunkeranlagen der Marine Ihr Zweck war es, als Zugang zu einem Bunker zu dienen der im Ernstfall leicht zu verteidigen war und notfalls schnell und sauber gesprengt werden konnte Nach circa 30 Metern verbreiterte sich der Gang zu einem Raum so dass sie nebeneinander stehen konnten Wieder musste Derringer ein Passwort eingeben Walter traute seinen Augen kaum als er in den dahinterliegenden Raum trat Es handelte sich um ein gangähnliches Gewölbe von einem Typ, den er nur allzu gut kannte Der Raum war gut 100 Meter lang und auf Bodenhöhe circa 4 Meter breit Die Wände liefen in einer Höhe von circa 6 Metern spitz zusammen Diese Bauweise sollte verhindern dass solche Anlagen unter schwerem Bombardement einstürzten Es handelte sich hierbei um ein verstecktes Depot das als Nachschubquelle für mehrere Züge mobiler Infanterie dienen konnte Solche Depots wurden häufig in der Nähe von strategisch wichtigen Siedlungen errichtet Sie erlaubten den Marines falls der Planet, auf dem sie stationiert waren, überrannt wurde den Gegner durch Kommandoaktionen weiter zu bekämpfen Walter wusste, dass ursprünglich Shark Industries diese Taktik ganze Armeen unter den Füßen seiner Feinde zu verstecken entwickelt und perfektioniert hatte Die Marine steckte mit Depots wie diesem bestenfalls noch in den Kinderschuhen Peril fragte Gut Taylor, wo ist der Witz? Hast du uns hier runter geschafft? Nur um uns dieses Depot zu zeigen Wenn die ganze Anlage hier in dem Gürtel verpackt war den O'Connor die ganze Zeit mit sich rumschleppen musste ist das natürlich krass Aber... Wer macht jetzt seichte Witze? entgegnete Devanger Ich hab dich hierher gebracht weil ich dir zwei Optionen anzubieten habe und du eine Wahl treffen musst Ich befürchte du wirst die erste Option nicht mögen und ich weiß sicher dass ich die zweite nicht mag Mach es nicht so spannend entgegnete Feral knapp Also Die erste Option wäre wir ziehen uns hier in dieses Depot zurück und sprengen die Zugänge Dann setzen wir den Mist hier aus und warten darauf dass die Marine uns ausgräbt Ich schlage mich immer noch tausendmal lieber mit irgendwelchen Geldsekten in unserem grobten Oberkommando herum oder friste mein Leben in einer Strafkolonie als hier auf Transwald zu verrecken oder schlimmstenfalls als Erinnerungsfetzen in irgendeinem mistigen Käfer weiterzuleben führte Devanger aus Ich gebe zu dieser Vorschlag hat was für sich aber er mundet mir bei weitem nicht so vorzüglich dass ich nicht wissen will was Option Nummer 2 ist antwortete Feral Devanger ließ die Schultern hängen Dies sah in tiefen Seufzer aus und bedeutete ihn ihm zu folgen Der größte Teil des Depots lag zu ihrer Rechten Devanger führte sie einige Meter nach links zu einer weiteren massiven Tür Nachdem diese geöffnet war betraten sie eine Art Kontrollraum Dieser gehörte definitiv nicht zur Standardausführung dieser Anlage Es musste sich hier um eine besondere Erweiterung des Depots handeln Derringer setzte zu einer Erklärung an In dem Gürtel den O'Connor getragen hat befand sich eine positronische KI neuster Bauweise Es muss sich um ein experimentelles Modell handeln Außerdem waren da noch einige weitere Bauteile In den Unterlagen fand ich alle Informationen über diese Anlage und darüber was mit der KI und den Bauteilen geschehen sollte Sie sind Teil eines hochmodernen Waffensystems das in seinen meisten Komponenten hier als Teil des Depots schon vor einem Jahr installiert worden sein muss Ob diese neuen Bauteile damals noch nicht fertig waren oder ob jemand sie bewusst zurückgehalten hat um das Waffensystem unbrauchbar zu halten Solange es aus seiner Sicht nicht benötigt wurde kann ich nicht sagen Es handelt sich hierbei um einen ausgereiften vollendeten und vollautonomen Kampfroboter Er basiert eindeutig auf den Arbeiten die seiner Zeit bei Shark Industries aufgenommen wurden Es würde mich nicht wundern wenn PTI damals nach Sharks Kapitulation die Wissenschaftler gefangen nahm und zwang das Projekt abzuschließen und weiterzuentwickeln Das hier geht über alles hinaus was damals bei Shark entwickelt worden ist Farrell ließ ein undefinierbares Geräuschvernehmen Walter war ganz schwindelig von dem Gehörten Shark-Technologie hier auf Transwall? Der Konzern war vor vier Jahren nach seiner Niederlage im Krieg aufgelöst worden Wieso kannten Derringer, Farrell und Kelly diese geheimnisvolle Schrift? Hatten sie für Shark gearbeitet? War Derringer wohlmöglich bei Shark ausgebildet worden? Vom Alter her hätte das passen können Nur Kelly war ein wenig zu jung Oder doch nicht? Der Konzern war weithin für seine hohen technologischen Standards bekannt gewesen Nur durch die Mobilisierung maximaler Ressourcen und durch den überraschenden Eintritt der Marine in den Krieg zugunsten von PTI hatte PTI es geschafft, seinen verhassten Konkurrenten auszuschalten Walter beschloss, dass es an der Zeit war, einen Tisch zu machen Er fühlte sich just in diesem Moment besonders mutig Was vielleicht auch auf die mannigfaltigen Drogen zurückzuführen war Die er in den letzten Tagen hatte einnehmen müssen Die seinem Urteilsvermögen sicher nicht gut getan hatten Er sagte offen heraus Sie haben früher für Shark gearbeitet Die anderen drehten sich zu ihm um O'Connor schaute ihn seltsam an Dann die beiden anderen Männer Langsam bewegte er sich in Walters Richtung Ohne die beiden anderen aus den Augen zu lassen Für einen Moment sah es so aus als würde es zu einer Schießerei kommen Doch Walter schob diesen lächerlichen Gedanken beiseite Er ging um O'Connor herum und stellte sich vor ihn und breitete die Arme aus Immer mit der Ruhe, Angus Wir sind hier unter Freunden Jetzt Streit anzufangen wäre die dümmste Aktion aller Zeiten Beryl sagte Sehr vernünftig, Zwiebeln Was auch immer wir früher einmal waren Nachdem wir uns auf Uranien ergeben hatten hatten wir ebenfalls zwei Optionen Die eine war lebenslänglich in einer Strafkolonie Die andere ehrenvoller Dienst für die Marine Da fiel uns die Wahl echt schwer Daringer und ich waren damals in derselben Einheit und sind zusammengeblieben Ja, die haben wir irgendwann im Laufe der Jahre aufgelesen Ich habe dafür gesorgt, dass er unter mein Kommando kam Wir sind keine besonders glühenden Anhänger der Raummarine und der allkatholischen Kirche Aber wir tun unsere Pflicht und wollen genauso hier raus wie ihr beiden Diese Erklärung muss für den Moment reichen Derringer legte seine Handfläche auf eine lange Konsole Die eine ganze Seite des Kontrollraums einnahm und nicht aktiviert zu sein schien Keine Lichter leuchteten dort und es war noch keine Knöpfe, Schalter oder ähnliches zu erkennen Als Derringers Hand auf der Oberfläche auflag erwachte diese plötzlich zum Leben Unter der Handfläche erschien die dunkelblaue Abbildung einer menschlichen Hand Die ein wenig zitterte und seine Hand wie eine Flüssigkeit zu umfließen schien Eine weiche Frauenstimme erklang Autorisierte Person Erkannt Bitte zwei weitere Autorisationen durchführen Bevor der Vorgang fortgesetzt werden kann Carol und O'Connor legten ihre Handflächen ebenfalls auf die Konsole Für einen Moment erschienen ebenfalls dunkelblaue Handabbildungen unter ihren Handflächen Dann verschwanden alle drei Abbildungen und die Konsole wurde aktiv Nun leuchteten unzählige Tasten, Bildschirme und sonstige Bedienfelder auf Die Stimme war wieder zu hören und verkündete feierlich Pometheus Technical Industries Dankt ihnen für den Kauf eines R4-357-Hel PTI Höchste Qualität und modernste Innovation Zum fairen Preis Nachdem die Stimme verklungen war ertönte aus den Lautsprechern so eine Art klassische Musik Es klang pompös und triumphal Geradezu pathetisch Zu den Klängen fuhr die vermeintliche Wand langsam zu beiden Seiten in die Wände hinein Und gab die Sicht frei auf einen Raum dahinter Der angefüllt mit dichtem schweren Dampf schien Der von der Decke des Raumes mit düsterem dunkelblauem Licht angestrahlt wurde Die Show war für die Präsentation eines Hightech-Waffensystems vergleichsweise schlicht Aber dennoch schüchterte sie Walter gehörig ein Gebannt starrten er und die anderen in den trüben, dichten Nebel In der Hoffnung, irgendwas darin erkennen zu können Nachdem der Sichtschutz vollkommen eingefahren war Änderte sich auf einen Schlag das Licht von dunkelblau zu dunkelrot Der Nebel begann sich langsam zu lichten Und majestätisch schwebte etwas Dunkles, Massiges nach vorne Walter hatte vieles erwartet Doch das, was in dem Nebel allmählich vor seinen Augen Gestalt annahm, verschlug ihm die Sprache Fassungslos starrte er den drei Meter hohen und zwei Meter breiten Kampfroboter an Er schien ganz aus seiner Titanplast-Spezialregierung zu bestehen Und mochte gut zwei Tonnen wiegen Sein ganzes äußeres Erscheinungsbild war darauf ausgelegt, martialisch böse und finster zu wirken Und dem Betrachter panische Angst einzuflößen Bei Walter gelang dies im Sinne der Erbauer ganz vortrefflich Sie alle schreckten auf, als die Stimme plötzlich wieder erklang Und verkündete Bitte Arbeitsroutine starten An einer Stelle der Konsole erschien ein Auswahlfeld mit einer grünen Taste Mit der Aufschrift bestätigen Und einer roten mit der Aufschrift verwerfen Walter fragte Was bedeutet das, Taylor? Ganz einfach Der Roboter hat eine Programmierung, die seine Aufgaben hier auf dem Planeten betrifft Welche das ist, kann ich nicht sagen Wenn wir die Routine starten, wird er seine Arbeit aufnehmen Egal wozu auch immer man ihn programmiert hat Es besteht auch die Chance, dass er uns direkt umlegt Ich bin dagegen, ihn zu aktivieren Ich bin dafür Rock'n'Roll Lies O'Connor vernehmen Feryl schaute weiter an Siebel, was sagen Sie? Walter überlegte einen Moment Aber es gab keine sinnvollen Daten oder Erfahrungswerte Aufgrund derer er seine Entscheidung hätte begründen können Sie musste aus dem Bauch herauskommen Er horchte in sich hinein Er hoffte auf eine Eingebung Sie waren nun schon so weit gegangen Sollten Sie noch weiter gehen oder sich lieber hier verstecken Ich bin auch dafür, Sir Walter hörte Derringer tief durchatmen Feryl sagte Also schön Er schritt zu dem Bedienfeld und legte seine Hand auf das grüne Feld Die Stimme ertönte wieder Identifikation läuft Der Abdruck seiner Handfläche wurde ebenso überprüft Wie die Oberflächenspannung seiner Haut, seine Hirnwellenmuster und nicht zuletzt sein Netzhautmuster Schließlich wurden die Daten mit der Datenbank der Station abgeglichen Nach wenigen Sekunden ertönte die Stimme erneut Feryl Jake Frau Marine Begatten, Captain Bitte nennen Sie Ihre Dienstnummer Nachdem Feryl diese genannt hatte, bestätigte das System seine Autorisation Es erschien auf einem der Bildschirme die Meldung, das System würde hochgefahren In Kombination mit einem Fortschrittsbalken und einem Counter In zehn Minuten würde der Kampfroboter einsatzbereit sein und in Aktion treten Walter war er sich ganz und gar nicht sicher, ob es gesund war, da noch hier zu sein Feryl fragte Derringer, ob sie von hier aus Kontakt zu Schulz in der Zentrale herstellen konnten Doch dieser verneinte und erklärte, sie müssten dafür mindestens zum Maschinenraum zurückfahren Eine Minute später standen sie schon wieder auf der Plattform und fuhren zurück Richtung Stützpunkt Wohlbehalten erreichten sie die andere Seite und eilten zum Tor, das in den Felsendom führte Während Derringer wieder mal das Passwort eingab, witzelte er Was, wenn in den 30 Minuten, die wir hier unten waren, die Runengur den Stützpunkt überrannt haben Und gerade in diesem Moment 50 ihrer Krieger auf der anderen Seite vor diesem Tor auf uns warten Und ihre Steakmesser wetzen Walter hatte auch schon daran gedacht, jedoch erschien ihm die Wahrscheinlichkeit extrem gering Trotzdem war ihm gar nicht wohl zumute, als das Tor hochzufahren begann Auf der anderen Seite war nichts Ungewöhnliches zu sehen Eilig durchquerten sie den Lagerraum und eilten in den Gang, der sie in den Maschinenraum führen würde Feryl nahm unverzüglich über eins der Terminals Kontakt zu Kelly auf Es war jedoch Schulz, der sich meldete Er musste seinen Platz auf dem Wachtturm wieder verlassen haben Wo waren sie so lange, Sir? Wir dachten schon, es hätte sie erwischt Schulz, sehe ich das richtig, dass die Aliens bisher nicht angegriffen haben? Direkt, Sir Ha! Feryl unterbrach die Verbindung und sie eilten weiter Richtung Kommandozentrale Taylor, kannst du einen Terminalzugang zu dem Kampfroboter herstellen und auf den Bildschirm hier in der Zentrale legen? Ich vermute mal, wir können die nicht steuern Aber es sollte doch für zahlende Kunden und glückliche Besitzer eines R4-357-Hel möglich sein, genau zu verfolgen, was ihr Prunkstück so treibt Sollte kein Problem sein, ich arbeite daran Antwortete der Winger knapp Schulz warf ein Sir, sagten Sie eben Kampfroboter? Wollen Sie uns nicht aufklären, um was es hier genau geht? Später, Schulz Lenkte Feryl ab Noch 90 Sekunden, bis er in Aktion tritt Wir müssten ein Bild bekommen, sobald er draußen ist Schulz blickte sie ratlos an und schüttelte den Kopf Keiner schien Zeit oder Lust zu haben, ihm zu erläutern, was hier vor sich ging Sie starten gebannt auf die Bildschirme, während die Sekunden verrannen Plötzlich poppte auf dem Hauptschirm der Zentrale ein Bild auf Derringer hatte alle übertragenen Monitorwerte auf den Schirm gelegt Sie sahen unzählige Statusanzeigen Die Vielfalt der übertragenen Daten war so immens, dass Walter hilflos auf den Schirm starte Er konnte erkennen, dass der Roboter sich irgendwo außerhalb der Stadt befinden musste Nach wenigen Sekunden schwenkte das Bild herum Und die Lichter von Porto Negro kamen ins Blickfeld der Maschine Der Hehl näherte sich der Stadt von Süden, über die breite Schotterpiste Er erreichte die Bunkeranlage und flog die Hauptstraße entlang weiter in nördliche Richtung Die Männer in der Kommandozentrale hielten die Luft an In der Erwartung, dass die Runengur den Roboter attackieren oder sonst eine Reaktion zeigen würden Doch nichts geschah Unbehelligt erreichte der Hehl die erste Kreuzung und bog nach links ab An den Farbspielen und Mustern des Displays war deutlich zu erkennen, dass der Hehl die Kampfspuren und Schäden an den Zäunen und Türmen der Bunkeranlage analysierte Nach einigen Sekunden hatte er seine Inspektion beendet Ein Balken links oben am Bildschirmrand, der das Bedrohungslevel der Umgebung anzeigte, flackerte kurz auf Und wurde von Grün auf Gelb gesetzt Zugleich blinkte kurz sein Schriftzug in der Mitte auf Er signalisierte, dass der Hehl diesen Straßenzug als Unruheviertel einstufte Er setzte seinen Flug fort und bog nach rechts in eine der Straßen ein, die in nördliche Richtung führte Kapitel 19 Ich bin Hehl Nach gut 100 Metern blieb der Hehl plötzlich stehen und schwenkte seine Kamera nach rechts Zwischen zwei Häusern war eine Ansammlung von Containern aufgestapelt Der Hehl scannte die Container genauer Nach einigen Sekunden intensiver Betrachtung des Bildes sahen sie, dass sich zwischen den Containern ein Runengur versteckt hatte Der wahrscheinlich den Hehl beobachten sollte Wie der Roboter den Runengur entdeckt hatte, war Walter schleierhaft Basisch schnell liefen jetzt diverse Umrissprofile über den Bildschirm Es war eindeutig, dass der Hehl versuchte, das Lebewesen anhand seiner Datenbanken zu identifizieren Nach einigen Sekunden gab der Hehl seine Bemühungen auf Er erfasste das Wesen in seinen körperlichen Umrissen und Merkmalen genau Und legte es in seiner Datenbank als unbekannter Bürger eins ab Der Roboter schlebte einen Meter auf das Alien zu Und sagte mit einer Stimme, die Walter an einen Holowitz-Sprecher erinnerte Der als lieber Onkel kleinen Kindern Geschichten vorließ Guten Abend, Bürger Ich bin Hehl, dein freundlicher Helfer und Ordnungshüter Kann ich dir in irgendeiner Weise behilflich sein? Bei diesen Witterungsbedingungen solltest du eine warme Behausung aufsuchen Ich begleite dich gern Walter traute seinen Ohren kaum Welcher drogenbekiffte PR-Berater hatte sich diesen Mist ausgedacht Der letzte Gedanke, auf den er beim Anblick des übermächtigen schwarzen Roboters gekommen wäre, war Es hier mit einem Freund und Helfer in Titanplast zu tun zu haben Der Runen-Gur reagierte auf seine ganz eigene Art und Weise Und stieß einige Geräusche aus Die an das Quietschen und Kreischen von Metall unter hoher Belastung erinnerten Der Hehl versuchte es erneut und sagte Geht es dir gut, Bürger? Das schien für den Runen-Gur zu viel zu sein Walter konnte deutlich erkennen Wie das Wesen sich anzuspannen schien Im nächsten Moment raste ein blauer Blütze auf den Hehl zu Mit dem Walter schon seine schmerzlichen Erfahrungen gemacht hatte Der Roboter versuchte seitlich auszuweichen Doch die Energiewelle greifte ihn seitlich am Rumpf So schnell, dass sie der Bewegung mit bloßem Auge nicht folgen konnten Zog der Hehl sich gut 15 Meter zurück Die Schnelligkeit, mit der der Roboter sich bewegte, war unglaublich Angriff auf einen Polizeibeamten Als er nun sprach, hatte seine Stimme sich verändert Sie klang jetzt hart, rau, eisig und unerbittlich Noch während er sprach, hörten sie das Feuer einer dreifach Automatik-Schrotflinte Die der Hehl in seinem rechten Arm eingebaut hatte Die Ladungen hämmerten unablässig in den Körper des Aliens Das zuckend und sich windend zu Boden ging Nach wenigen Sekunden bewegte es sich nicht mehr Der Bedrohungsbalken blinkte wieder kurz auf Und veränderte sich von gelb zu orange Der Hehl untersuchte noch einige Sekunden die Umgebung Und setzte seinen Weg weiter die Straße entlang fort Gut 100 Meter weiter in Flugrichtung des Hehl Kam ein Runengur zwischen den Häusern hervor Und blieb reglos am Straßenrand stehen Bald erschien es, dass auch das kollektive Runengur-Bewusstsein Der neugierig geworden war auf den Neuankömmling und versuchte sein Verhalten auszutesten Anders war das Verhalten des Aliens kaum zu erklären Der Hehl schwebte näher und blieb in gebührendem Abstand stehen Er analysierte eine Sekunde lang den Fremden Und sagte dann wieder mit seiner netter Onkelstimme Bürger Das Hinterlassen von schleimigen Substanzen Auf den Gehsteigen einer Ortschaft ist deine Ordnungswidrigkeit dritten Grades Ich verwarne dich hiermit Im Wiederholungsfall wird Weiter kam er nicht Aus dem Stand sprang das Alien mit einem mächtigen Satz auf den Roboter zu Der wieder mit übermenschlichen Reflexen zurückwich Noch in dieser Bewegung Und diesmal ohne weiteren Kommentar Trat die Automatik-Schrotflinte in Aktion Diesmal brauchte es deutlich weniger Schüsse Bis das Alien regungslos liegen blieb Es schien, als habe der Roboter aus seiner ersten Begegnung gelernt Wo die verwundbaren Körperpartien des Runengur lagen Und wandte dieses Wissen sogleich an Sie konnten sehen, dass der Roboter für einen winzigen Moment Daten analysierte und abspeicherte Dann blinkte der Bedrohungsbalken erneut auf Und wechselte die Farbe zu Rot Gleichzeitig verschwand das bisherige Display-Design Und wurde durch ein neues ersetzt Wo vorher die Farben Blau, Grün, Weiß und runde Formen dominiert hatten Waren jetzt die Farben Schwarz, Dunkelrot und Weiß zu sehen Außerdem war das neue Display-Design eckiger Und wirkte durchgehend viel bedrohlicher Dort, wo vorher im Statusfeld Protect und Surf gestanden hatte Lasen sie jetzt Urban Tactical Warfare Zugleich schienen der Hehl weitere Waffensysteme hochzufahren Die bisher deaktiviert gewesen waren Sie konnten jetzt bei den Waffenanzeigen neben der Dreifach-Automatik-Schrotflinte Noch einen Inferno-Napel-Flammenwerfer, eine Robokanone und einen Doppelraketenwerfer sehen Der Hehl setzte seine Patrouille fort Und schien nun auch mit Motion-Scannern viel aktiver als zuvor Nachkombatanten zu suchen Er flog dicht an den Häuserwänden entlang Und wechselte ständig die Flughöhe Um auch höhere Häuser ganz zu erfassen Und umrundete größere Objekte Sobald Aliens in Sicht kamen Eröffnete er nun augenblicklich und ohne Umschweife das Feuer Innerhalb der nächsten fünf Minuten Fanden so sieben weitere Runen-Gur ein schnelles Ende Danach vergingen wieder einige Minuten, in denen nichts geschah Walter konnte nur vermuten, dass die Runen-Gur verunsichert waren Auf einen so starken, perfekt agierenden Gegner Konnten auch sie sich nicht ohne weiteres einstellen Als nächstes versuchten sie es mit einem massiven Angriff von mehreren Seiten Der Hehl wich geschickt nach oben aus Aber musste einige von den Kälteblitzen einstecken Bevor er sich aus ihrer Reichweite entfernt hatte Die Innentemperatur des Kampfroboters war deutlich gefallen Unverwundbar ist er für die Kälte Waffen der Aliens also nicht Dachte Walter Grimmig Nach einer halben Minute hatten die Wärmetauscher des Hehl's die Temperatur im Inneren des Roboters Wieder soweit stabilisiert Zugleich hatte der Hehl auf seine Art das Angriffsverhalten seiner Gegner analysiert Und einen Plan gefasst Im nächsten Moment blinkten auf dem Display in der zentrale Begriffe wie Siege-Mode Und Psychological Warfare auf Aus den Lautsprechern in der ganzen Stadt Erklang plötzlich eine antiquierte Musik Unterlegt vom Geräusch von Luftschutzsirenen Farrell meinte Agnes Valkyrenritt Der Winger erwiderte Geil Der Blechkamerad hat Stil Nun erklang auch die Stimme des Hehl's dazu Mal drohend, mal donnernd Mal fanatisch kreischend oder auch irre lachend Unablässig malträtierte er das Gehör seiner Zuhörer mit seinen Tiraden Die eben menschlichen Soldaten hätten bei dieser Geräuschkulisse nach wenigen Minuten Die Nerven total blank gelegen Während der Hehl in einem spiralförmigen Kurs nach unten schwebte Feuerte er aus seiner Brust eine Rakete ab Die in einem der Gebäude einschlug Aus denen er zuvor beschossen worden war Im nächsten Moment machte der Roboter einen Satz auf das Gebäude zu Und visierte die Stelle an, wo seine Rakete ein Loch in die Außenwand gerissen hatte Mit seinem Flammenwerfer gab er einen kurzen Feuerstoß in das Innere des Gebäudes ab Und hatte eine Sekunde später schon wieder an Höhe gewonnen Die blauen Blütze, welche die Aliens aus anderen Häusern auf ihn abgefeuert hatten Waren alle mehr oder minder knapp am Ziel vorbeigegangen Wenige Sekunden später vollen Rauch und Flammen aus dem Gebäude Und einen Moment darauf flogen drei Runengurt zum Teil brennend aus dem Haus Die Robokanone des Hehl trat von oben in Aktion Und machte mit den Gegnern kurzen Prozess Der Hehl bewegte sich nun rasend schnell durch die Straßen und Gassen zwischen den Häusern Er merkte sich, von wo aus ihm Feuer entgegenschlug Immer wieder setzte er aus großer Höhe seine Raketen ein Um die Wände dieser Häuser zu beschädigen Und anschließend im Vorbeiflug das Innere mit seinem Flammenwerfer in Brand zu setzen Sobald die Runen Guren's freie fliehen mussten War der Hehl zur Stelle Und zerfetzte sie von oben mit der ultimativen Feuerkraft seiner Robokanone Die Minuten verstrichen langsam während dieser bizarren Schlacht Immer wieder versuchten die Aliens durch ihre Kältewaffen den Hehlentscheiden zu schwächen Doch der Roboter agierte vorsichtig und ließ sich nicht hinreißen Zwischen seinen Angriffen legte er immer wieder Pausen ein Und ließ seine Innentemperatur sich wieder normalisieren Bevor er seine Angriffe fortsetzte Walter und die anderen in der Kommandozentrale Starrten gebannt auf die Bildschirme Seit Tagen wagten sie es das erste Mal wieder Hoffnung zu schöpfen Vielleicht konnte der Roboter diese Bedrohung wirklich beseitigen Und sie und die wenigen Bewohner Die sich vielleicht noch in der Stadt versteckt hielten retten Nach einer halben Stunde und weit über hundert Opfern Die die Runen Guren zu beklagen hatten Änderten die Aliens abrupt ihre Taktik Es schien, als hätten sie sich tiefer in die Schächte unter den Gebäuden zurückgezogen Keine blauen Blitze waren mehr zu sehen Der Hehl zog Minute und Minute seine Bahnen zwischen den Häusern Ohne ein Angriffsziel zu finden Sieß sich stieg der Roboter wieder nach oben Und beobachtete das Stadtgebiet Fast schien es, als sei der Roboter ein wenig ratlos Er verharrte einige Minuten schwebend über der Stadt Schließlich flog er einen weiten Bogen und näherte sich im Tiefflug von der Nordseite Mit über 200 kmh raste er durch die Straßen und scannte nach Bewegung Zuerst schien es, als seien die fremdartigen Gegner spurlos verschwunden Der Hehl hatte sich dem einzigen Hochhaus der Stadt genähert Plötzlich schlug ihm von dort ein wütendes Feuer entgegen Hunderte von Energieblitzen zogten in Richtung des Roboters Der trotz seiner phänomenalen Reflexe und Manövrierfähigkeiten schwere Treffer einstecken musste Seine Temperaturanzeige im Inneren sank innerhalb von Sekunden weit in den tiefroten Bereich der Skala Mit sichtlicher Mühe gelang es dem Hehl in einem wilden Zickzackkurs zwischen den Häusern abzutauchen und sich zurückzuziehen Minuten verstrichen, während die Wärmetauscher des Hehl seine inneren Systeme wieder auf eine optimale Betriebstemperatur brachten Wieder versuchte der Hehl seine bisher erfolgreiche Ausräucherungstaktik Er feuerte einige seiner Raketen aus großer Entfernung ab Und näherte sich im Tiefflug zwischen den Häusern, um Teile des Hochhauses auszuräuchern Sogleich schlug ihm wieder geballtes Abwehrfeuer entgegen Nach einigen erfolglosen Versuchen, bei denen er nicht mal in die Nähe der Hauswand gekommen war, brach der Roboter ab und zog sich zurück Verdammt! Scheint, als hätten wir ein Patt! Was nun? fragte Schulz mit leicht hysterischer Stimme Abwarten! antwortete Ferrell mit ruhiger Stimme Wir haben keinen Einfluss auf den Roboter Im Moment können wir nur beobachten und das Beste hoffen Der Hehl schwebte jetzt wieder hoch über der Stadt Auf dem Display stand jetzt Tactical Analysis Sie warteten gebannt, was als nächstes passieren würde Die Meldung verschwand und der Roboter setzte sich in Bewegung Walter schien es, als näherte er sich jetzt in einem Bogen dem Stützpunkt Wenige Sekunden später öffnete sich hinter ihnen das große Eingangsschott der Bunkerzentrale Der Roboter bewegte sich so schnell, dass sie ihm mit bloßem Auge kaum folgen konnten Sein Körper war eingehüllt in den diffusen Nebel aus Heliumkristallen Walter konnte erkennen, dass der Roboter an einer Konsolenwand zum Stehen gekommen war Sein rechter Arm war ausgestreckt Und eine Art Stachel war ausgefahren und steckte in einer Schnittstelle der Konsole Der ganze Raum erwachte von einem Moment zum nächsten zum Leben Überall blinkten Lichter Zahlenkolonnen und Text flackerten über die vielen Bildschirme Und unzählige Anzeigen waren zum Leben erwacht Wenige Sekunden später erloschen alle Lichter im Raum Die dunkelroten rotierenden kleinen Scheinwerfer der Notbeleuchtung sprangen an Sie hörten von unten aus den tiefer gelegenen Etagen des Bunkers ein bedrohliches Brummen Und Walter spürte, dass sein Sitz vibrierte Aus den Lautsprechern der Zentrale sprang eine weibliche Stimme Warnung! Warnung! Orbitalangriff steht unmittelbar bevor Bitte treffen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen Der Spruch wurde unablässig wiederholt und zerrte an ihren Nerven Schulz musste brüllen, um den Lärm zu übertönen Hehl, was machst du? Die Panik in seiner Stimme war nicht zu überhören Der Hehl erwiderte knapp mit seiner donnernden, ehrfurchtgebietenden Stimme Ich schütze und ich diene Sie hörten jetzt über sich ein neues, lautes Geräusch Es klang, als wären mächtige hydraulische Systeme am Werk Die eine tonnenschwere Last bewegten Da! Die Stimme des Technikers überschlug sich Er aktiviert das Ionen-Orbital-Geschütz Walter folgte dem ausgestreckten Arm zu einer Ecke des großen Bildschirms Dort war das Bild einer Außenkamera, die sich auf dem Bunkerdach befinden musste zu sehen Man konnte erkennen, dass sich die große Kuppel auf dem Dach zu öffnen begann Dahinter erkannte Walter schemenhaft die Umrisse einer Rockwell Diabolo, Kaliber 666 Es war die größte in der TSU serienmäßig gefertigte Ionenkanone Sie wurde nur in überschweren Raumträgern und großen Bodenforst verbaut Zugleich erschien eine Anzeige, die eine schematische Darstellung eines Lasiumreaktors zeigte Die Statusbalken der Reaktorleistung und des Kühlsystems stiegen schnell und stetig der Höchstlast entgegen Schulz brüllte nun wieder Hehl, nein! Die Diabolo ist nicht konzipiert worden für den Beschuss von Bodenzielen in unmittelbarer Nähe Du wirst die ganze Stadt vernichten und uns alle umbringen! Wieder antwortete der Hehl völlig ungerührt Das menschliche Leben ist vergänglich Der Ruhm des Kriegers wird ewig nicht Das war zu viel für Walter Voller Panik versuchte er, die Gurte seines Sitzes zu lösen und die Flucht zu ergreifen Bildhämmerte er auf den Verschlussmechanismus Aber es geschah nichts Im Hintergrund vernahm er Ferrell Stimme, die laut und doch ruhig über den Lärm hinwegtönte Der Roboter hat alle Kontrollen der Station blockiert Bleiben Sie auf Ihren Plätzen und bewahren Sie Ruhe Was geschehen soll, wird geschehen Walter gab seine Versuche auf und fielen sich zusammen Er wagte einen Blick auf die Statusanzeigen des Reaktors Es war klar, dass der Hehl feuern würde, sobald die Maximalleistung erreicht war Der Ringer stieß einen langgezogenen Freudenschrei aus, der an einen Adrenalin-Junkie erinnerte Die anderen schienen sich ebenso wie Walter in ihr Schicksal zu fügen Nur Schulz begehrte noch ein letztes Mal auf Hehl, als dein kommandierender Offizier, befehle ich dir aufzuhören Hast du gehört? Ich befehle es dir! Wir werden alle sterben! Zuletzt hatte seine Stimme sich panisch überschlagen Der Hehl erwiderte auf seine unnachahmliche Art Es ist besser, für Terra zu sterben, als für sich selbst zu leben Schulz verlor völlig die Fassung und begann wie am Spieß hysterisch zu schreien Die Sekunden verstrichen und Walter spannte sich innerlich Als die Balken dem Ende der Skala unauffällig näher rückten Er hörte und sah, wie der Hehl das Orbitalgeschütz herumschwenken ließ und das Hochhaus keine 400 Meter vom Bunker entfernt ins Visier nahm Als der Statusbalken das Ende erreichte, gefror Walters Blut in seinen Adern Für eine Sekunde ebbte der Lärm ab und es wurde völlig still Sogar Schulz hatte aufgehört zu toben Der Hehl sprach mit einer Unerbittlichkeit Zu der wohl nur ein Roboter fähig war Brennt, ihr Ketzer! Sie hörten ein Surren, das im Ultraschallbereich liegen musste Es war, als würde die Realität vor ihren Augen in die Länge gezogen werden Die Kommandozentrale und alles, was sie draußen sehen konnten schien immer länger zu werden Es war, als wäre das Hochhaus jetzt kilometerweit weg Selbst die Kommandozentrale schien plötzlich hunderte Meter lang zu sein Eine bläulich-weiße Lichtbrücke hatte sich zwischen dem Dach des Bunkers und dem Hochhaus gebildet an der entlang eruptionsartige Entladungen flossen Walter konnte nicht genau erkennen, was auf der anderen Seite geschah Der Lichtbogen hatte das Gebäude an der Spitze getroffen und war bis nach unten gewandert Ohne Vorwarnung erlosch das Licht und der Lärmpegel ebbte schnell ab und er starb Die Notbeleuchtung erlosch und die Normalbeleuchtung nahm ihren Dienst wieder auf Walter hing schlaff in den Gurten seines Sitzes und fühlte sich, als sei er jahrzehntige Altert Auf dem Hauptschirm der Zentrale sah er dass das Hochhaus glühte wie flüssiger Stahl Er schien sich dem Bunker langsam entgegenzuneigen Unter einem infernalischen Krachen, Kreischen und Bersten neigte es sich immer schneller Als es einen Winkel von 45 Grad erreicht hatte, schien es einen Moment zum Stehen zu kommen Doch dann stürzte es abrupt nach unten und begrub etliche Häuser und Straßenzüge unter sich Walter war sich sicher, dass dort nichts überlebt haben konnte Während er noch nach Atem rang, konnte er sehen dass der Hirsch schon wieder in Aktion getreten war Der Roboter scannte einige Sekunden lang entlang des Gebäudes nach Bewegungsmustern Dann stieg er unter den pompösen Klängen klassischer Musik, behebig in einer Spirale nach oben Er stieß wieder seine üblichen Drohungen, apokalyptischen Unheilsprüche und teils irres, teils triumphierendes Gelächter aus Schließlich ging er unter Sirenengeholz zum Sturzflug auf das Gebäude über Auf halbem Wege feuerte er eine seiner Raketen ab Sie schlug in der immer noch glühenden Ruine ein die nun auseinanderbrach An der Stelle, wo die Rakete eingeschlagen war trat enorme, unter der langsam erkalktenen Oberfläche aufgestaute Hitze aus und eine mächtige Feuerlohe blug kurzzeitig 60 Meter hoch in den Himmel über der Stadt Der Hehl verschwand für einen Moment in diesem Feuer Walter überlegte, wie lange er dieser Hitze wohl würde standhalten können Doch schon einige Sekunden später tauchte er an der Spitze der schnell in sich zusammenfallenden Stichflamme auf wie ein finsterer diabolischer Rachengel Er schwebte majestätisch über dem Schauplatz seines Triumphes über seine Feinde Als er seine ehrfurchtgebietende Stimme ein letztes Mal erhob donnerte es aus allen Lautsprechern der Stadt Ich bin hier Walter wusste nicht, wie lange er teilnahmslos und schlaff in seinem Sessel gehangen hatte Erl hatte ihn mit sanftem Nachdruck schließlich aus seiner Liturgie gerissen Nun waren sie in Steinbeißers Büro versammelt immer noch unter dem Eindruck der zurückliegenden Ereignisse Schulz durchbrach das anfängliche Schweigen und sagte Seitdem der Hehl seinen brachialen Schlag gegen die Aliens ausgeführt hat haben wir von ihnen nichts mehr zu sehen bekommen Wir können davon ausgehen, dass die meisten von ihnen vernichtet wurden Jedoch gibt es sicher noch vereinzelte Runengur die noch nicht ausgewachsen sind oder erst nach der Zerstörung des Gebäudes geschlüpft sind Es ist fraglich, ob sich unsere Situation wirklich verbessert hat Perl entgegnete Wir müssen so schnell wie möglich den nordöstlichen Wachturm reparieren und neu befestigen Derringer wird sich im Anschluss an das Gespräch darum kümmern Derringer nickte gedankenversunken Perl fuhr fort Schulz, Sie werden eine neue Aufzeichnung anfertigen und den Endlosschleife in der Stadt aussenden lassen Die überlebenden Bewohner sollen versuchen, sich zum Bunker durchzuschlagen Sie kommen wie gehabt in Quarantäne und werden, sofern sie sich als gesunderweise, in den Stützpunkt gelassen Was ist mit dem Hehl, Sir? fragte O'Connor Perl blickte zu Derringer und dieser nahm die Frage auf Der Roboter ist in seine Versorgungseinheit zurückgekehrt Sobald dieser alle Reparaturen abgeschlossen hat und seine Munitionsvorräte aufgefüllt sind wird der Roboter seine Mission wieder aufnehmen und in der Stadt für Ordnung sorgen Ich habe versucht, ihm mündlich Befehle zu erteilen die er jedoch ignoriert hat An seiner Programmierung herumzuforschen, traue ich mich nicht Nicht auszudenken, was passieren würde wenn er darin eine kriminelle Handlung sehen und sich gegen uns wenden würde Walter konnte deutlich sehen dass er nicht der Einzige im Raum war, der bei dieser Vorstellung erschauderte Ich bin deiner Meinung, Taylor Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren Perl so körbar den Rauch einer Zigarette ein Wenn wir den Bunker wieder gesichert haben und alle kurzfristig erforderlichen Maßnahmen getroffen sind Was sollen wir dann tun? fragte Kelly Einige Sekunden herrschte Schweigen Perl atmete tief durch und sagte Dann werden wir hier unsere Zelte abbrechen und zur Lesermine fahren mit dem PTF, das wir noch haben Was ist mit den Zivilisten, Sir? fragte Walter erschrocken Perl erwiderte Die Zivilisten bleiben hier Der Hehl wird bald wieder einsatzbereit sein Der Roboter hat Zugriff auf die Sensoren des Bunkers Sobald der Zaun wieder befestigt ist, ist die Anlage völlig sicher Jeder Versuch, den Zaun zu überwinden, ist aus der Sicht des Roboters ein schweres Verbrechen Er wird alle Eindringlinge unverzüglich auslöschen Aber was soll uns das bringen? Sein Beisser hat doch schon etliche Soldaten zur Mine geschickt Seitdem ist jeder Kontakt mit ihnen abgerissen gab Schulz zu bedenken Perl fuhr fort, ohne auf seinen Einwand einzugehen Wir können uns sicher sein dass zur Stunde etliche Experten des wissenschaftlichen Dienstes der Marine dabei sind unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen diesen Planeten zu untersuchen Sie beobachten, nehmen Gewebeproben sichern Spuren etc. Sobald man der Meinung ist, genug Material zu haben wird man die Siedlungen des Planeten auslöschen um Spuren zu beseitigen Aber auch letztlich, um den Planeten irgendwann wieder neu zu besiedeln Das Lesungvorkommen von Transval ist einfach zu bedeutend Worauf wollen Sie hinaus, Sir? fragte Schulz Es gibt da einen Jackpot bei dieser ganzen Geschichte der Ihnen fast in die Hände gefallen wäre wenn Baschküs es nicht vermasselt hätte Da werden wir ansetzen Walter schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn Natürlich, das ausgewachsene Alien, mit dem ich Kontakt hatte Wenn die Erinnerungen, die das Alien mir hinterlassen hat, richtig sind Müsste sich in unmittelbarer Nähe der Mine So was wie die Basis der Aliens befinden Aber glauben Sie nicht, die Marine hat längst versucht, ein solches Exemplar einzufangen Möglich, aber mal ehrlich, Zibel Wir können hier sitzen und auf den sicheren Tod warten Oder wir raffen uns auf und fangen an, in diesem Spiel wieder aktiv mitzuspielen Anstatt immer nur zu reagieren Ich sage ja nicht, dass bei der Mine ein aufgetanktes AKB auf uns wartet Und dass wir einfach rein spazieren und den Planeten verlassen Aber hier sind wir definitiv abseits vom Geschehen Und können nur abwarten Der Ranger sagte Jake, ich bin dabei Ich werde den Zaun und das PTF in Ordnung bringen Das wird ein schönes Stück Arbeit Morgen um die Zeit sind wir startbereit Farrell schaute sie der Reihe nach an Ich werde Ihnen nicht befehlen, uns zu begleiten, meine Herren Entscheiden Sie selbst Aber überlegen Sie sich das gut Eine schwache Chance ist immer noch besser als gar keine Kapitel 20 Exodus Nach der Besprechung hatten sie sich alle wieder ans Werk gemacht Walter hätte todmüde sein müssen nach den Strapazen, die hinter ihm lagen Doch die Drogen hielten ihn wach Vorerst war das auch nötig Solange der Hehl seinen Dienst nicht wieder aufgenommen hatte Er hatte sich zu den Zivilisten begeben und mit ihnen gesprochen Wie Farrell es ihm befohlen hatte Walter und Kelly hatten sie ausführlich zu ihren Berufen und Kenntnissen gefragt Und in Gruppen eingeteilt Einigen hatten sie Waffen ausgegeben und sie angewiesen Stellung in den Wachtürmen zu beziehen Sollte der Hehl erneut so beansprucht werden Dass er sich in seine Wartungseinheit zurückziehen musste Würden ihnen diese Maßnahmen vielleicht das Leben retten Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aliens genügend Artgenossen für einen zweiten Großangriff würden ausbrüten können War zwar eher gering Aber man konnte nicht wissen Ob die Fremden nicht doch noch Überraschungen für sie auf Lage hatten Walter hatte einige Leute um sich geschart Die medizinische Kenntnisse hatten Er hatte ihnen das Prozedere der Dekontamination noch einmal mit dem nötigen Nachdruck eingetrichtert Und ihnen erklärt, dass ihr Leben davon abhing Dass sie keinen der Überlebenden von Porto Negro einfach so in den Bunker ließen Dann hatten sie sich die modifizierten MedScanner vorgenommen Und ausgiebig getestet, wie man einen Infizierten von einem Gesunden unterscheiden konnte Nachdem er sicher war, dass alle Beteiligten alles richtig beherrschten War er zur Kommandozentrale gegangen Um zu sehen, wie weit die anderen gekommen waren Als er eintrat, war nur Farrell zugegen Walter meldete, dass er seinen Auftrag ausgeführt hatte Farrell nickte und schlug vor Er solle sich schlafen legen Er und Derringer würden diese Wache übernehmen Und sich erst danach hinlegen Walter blickte auf die Monitore Und sah, dass der Hehl seinen Dienst wieder aufgenommen hatte Seit dem Einsturz des Hochhauses hatte sich keiner der Runen-Gur mehr gezeigt Abwegs beruhigt suchte er sich ein Bett in einem der Schlafräume Und ließ sich dankbar darauf niedersinken Er hätte einen Stasistank vorgezogen Doch alle Tanks waren belegt mit verwundeten Zivilisten Bevor er sich traute, einzuschlafen Injizierte er sich mit seinem Punkter noch ein Mittel Welches in die Chemie des menschlichen Hirns eingriff Und jede Form des Träumens unterband Sein letzter Gedanke Bevor er in das Reich des Sandmanns hinüberglitt War, ob er sich je wieder trauen würde Seine Augen zu schließen Ohne sich vorher eine solche Injektion zu setzen Als Walter neun Stunden später in die Kommandozentrale trat Hörte er, wie Schulz und Farrell heftig stritten Hören Sie mal Schulz, Ihre Emotionen in allen Ehren Aber wir brauchen jede Information, die wir kriegen können Vergessen Sie nicht, abgerechnet wird zum Schluss Also, wenn Sie die Verbindung gleich wieder einschalten Gehen Sie zum Schein auf sein Angebot ein Schulz raufte sich in einer Geste der Verzweiflung des Haar Und räusperte sich Farrell wandte sich Walter zu Und bedeutete ihm, mit einer energischen Geste zu schweigen Walter war erschrocken, wie fertig Farrell aussah Der Mann hatte anscheinend immer noch keine Minute geschlafen Wir ziehen es in Erwägung, Ihr Angebot anzunehmen Mr. Baschküs Ich werde also das Tor öffnen, damit Sie und Ihre Begleiter sich in den Schutz des Bunkers begeben können Sie bleiben im Fahrzeug und jemand von uns kommt zu Ihnen für weitere Verhandlungen Aber ich warne Sie, Baschküs Schulz machte eine Pause, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen Er beugte sich näher zur Kamera, die sein Bild zu Baschküs übertrug und reckte energisch sein Kinn vor Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich Wie gut, dass jemand das Kommando hat mit mehr Grips als Sie, Schulz Baschküs war wieder ganz der eiskalte Geschäftsmann Ersparen Sie mir Ihre Platten, Tiraden und öffnen Sie das Tor, wenn wir vorfahren Baschküs Ende Schulz ballte für einen Moment die Fäuste und stieß lauter der Verzweiflung aus Farrell beobachtete ihn misstrauisch von der Seite Walter hielt sich im Hintergrund und stellte keine Fragen Farrell hatte sich bisher als fähiger Kommandant erwiesen unter extremen Bedingungen Walter beschloss, etwas zu tun, was er bisher in seiner militärischen Laufbahn noch nie getan hatte seinem Vorgesetzten vorbehaltlos zu vertrauen Walter eilte hinter Farrell über das Landefeld vor dem Bunker Die Stürmer auf Transval, die nach der vermuteten Explosion eines Terraformers ungewöhnlich abgeflaut waren, hatten sich mit Macht wieder zurückgemeldet Sie erreichten den überschweren Kerner-Transporter Die Seitentür schwang auf und Farrell kletterte nach oben in die Kabine Walter folgte ihm sogleich und war froh, nicht länger dem Wind ausgesetzt zu sein In der großen Kabine des Transporters waren Baschküs und vier seiner Leute Sie alle waren mit Energiepistolen bewaffnet Und im Hintergrund konnte Walter eine Kiste mit Explosivgranaten erkennen, die offen stand Er überlegte, dass sie wohl demonstrieren wollten, dass sie nicht wehrlos waren Wer sind's hier endlich? Sie überschätzen Ihre Wichtigkeit, Mr. Farrell Was denken Sie, wie viel Zeit wir mit Ihnen und Ihren Männern noch verschwenden sollen Aber Mr. Baschküs Er ließ sich in jovialem Tonfall die Worte förmlich auf der Zunge zergehen Wir sind doch beide Profis und verstehen unser Geschäft Es sollte uns doch möglich sein, hier beide gesund, lebendig und vor allem reich aus der Sache rauszukommen Baschküs nickte heftig und Walter hätte fast laut aufgelacht, angesichts dieser ungewohnten Töne Wir sind gekommen, um uns ihr Angebot anzuhören Also bitte, fügte Farrell hinzu Baschküs ließ einige Sekunden verstreichen, bevor er antwortete Walter konnte deutlich sehen, wie wichtig dieser Mann sich vorkam Langsam fing er an zu verstehen Warum Schulz jedes Mal das nicht vorhandene Klappmesser in der Tasche aufging, sobald der Baschküs Stimme hörte Mein Auftrag war es hier quasi unter dem Deckmantel einer Minengesellschaft Eines der ausgewachsenen Rungur-Exemplare einzufangen und in Stase zu lagern Mein Auftraggeber wollte den Stasetank bei nächstmöglicher Gelegenheit von einem Sagen wir mal Transportunternehmer abholen lassen Die ganze Sache lief soweit gut an Aber in meiner Abwesenheit haben sich meine Männer als genauso inkompetent erwiesen wie sie Und die ihren beim Anschließenden wieder einfangen Baschküs machte wieder eine Pause Und? fragte Farrell in einem Tonfall Der Walter an einen Studenten der Betriebswirtschaftslehre bei seiner ersten Werksbesichtigung ernährte Nun ja, der Erfolg steht offensichtlich immer noch aus Wenn Sie und Ihre Männer mir helfen, sorge ich für Ihren Abtransport Ha! Das könnte Ihnen so passen, Baschküs Farrells Ton und seine Körperhaltung hatten sich schlagartig verändert Nach allem, was meine Männer und ich hier durchgemacht haben, ist das nicht genug Wir wollen Geld sehen und das nicht zu knapp Ich für meinen Teil stelle mir einen netten kleinen Nachtclub in einem der Vergnügungszentren auf Daipan vor Und ich bin mir sicher, auch der gute Walter ist ein kreativer Mensch Wenn es um einen geruhsamen, luxuriösen Lebensabend geht Baschküs runzelte die Stirn Nun gut, ich kann Ihren Standpunkt verstehen Und ich werde Ihnen von meinem Bonus für diese Mission die Hälfte abgeben Ich gebe Ihnen mein Wort als Gentleman Farrell demonstrierte wieder sein Joviales Grinsen Baschküs, ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann, dem man trauen kann Ich schlage ein Überrascht ergriff Baschküs die hingehaltene Hand und schlug ein Aber ein kleiner Punkt bleibt noch zu klären Ich habe das Kommando über die Operation Sie und Ihre Männer tun, was ich sage Baschküs überlegte einen Moment und nickte Sie und Ihre Männer bleiben hier Wenn Sie etwas brauchen, melden Sie sich bei mir Und ich lasse es Ihnen bringen Sobald wir abmarschbereit sind, folgen Sie uns mit Ihrem Transporter Sie halten sich im Hintergrund Und sind bereit, unseren Gefangenen aufzunehmen, sobald wir ihn haben Danach beginnt Ihr Part Ihre Vorgesetzten überzeugen, dass Ihr Fang etwas taugt Und dass man uns abholen soll Farrell öffnete die Tür Und er und Walter stiegen aus Sir, glauben Sie wirklich, dass man ihm trauen kann? Fragte Walter ungläubig Als Sie wieder im Inneren des Bunkers Auf dem Weg zur Kommandozentrale waren Nein, natürlich nicht Er wird bei der nächstbesten Gelegenheit versuchen, uns zu betrügen Aber er verschafft uns zeitweilig Eine gewisse Bewegungsfreiheit, die wir brauchen Ich verstehe nicht, Sir, sagte Walter Nach dem, was hier passiert ist Werden die Befehlshaber oben im Orbit extrem vorsichtig sein Das Risiko, dass sich die Aliens wie eine Infektion Auf den Schiffen im Orbit und darüber hinaus ausbreiten, ist real Kein Soldat ist gern an einer Operation wie dieser beteiligt Baschgüs hat zwar in den Augen seiner Auftraggeber versagt Aber er hat immer noch etwas zu bieten Solange Baschgüs glaubt, dass er uns an der Angel hat, weil wir uns bereichern wollen Und seine Auftraggeber glauben Dass wir in dem Gebiet der Lesumine in ihrem Sinne unterwegs sind Wird man darauf verzichten, Maßnahmen gegen uns zu ergreifen Ich weiß, dass unsere Chancen mager sind Aber vielleicht gelingt es uns Während des Abtransports ein Schiff zu kapern Und in eigener Regie aus diesem Sonnensystem zu entkommen Erklärte Farrell Ich verstehe es, Sir Nehmen wir an, das klappt Was wird danach? Fragte Walter Danach werden wir in den Untergrund abtauchen müssen Vielleicht als Piraten, Schmuggler oder Söldner Aber so weit sollten wir jetzt nicht denken, Junge Im Moment sind wir hier Und das Einzige, was zählt Ist den jeweils nächsten Tag zu überleben Ei, Sir Farrell ließ den Antrieb des PTFs warmlaufen Sie besetzten wieder ihre Positionen Devinger übernahm das Funkgerät Kelly saß in der Geschützkanzel O'Connor und Walter saßen auf den Bänken hinten im Heck Und hielten sich bereit Bei ihnen auf den Bänken saßen noch sechs weitere Kreuzritter Schulz, der Kommunikationstechniker und die Schützen aus den Wachtürmen Mit elf Mann brachten sie es fast auf die Stärke eines Halbzugs der mobilen Infanterie An ihre Stelle waren Zivilisten getreten Der Ranger hatte vor ihrer Abfahrt noch das Terra-Track Mit dem sie auf den Planeten gekommen waren durchgecheckt Betankt und gewartet Zwei der Zivilisten waren qualifiziert, ihn zu fliegen Sollte wie der Erwartende der Stützpunkt Trotz der Feuerkraft des Heels in Bedrängnis geraten Hatte Walter sie angewiesen zu starten Und die Zivilisten im Orbit um Transval in Sicherheit zu bringen Walter machte sich keine Illusionen über das Schicksal dieser armen Teufel Letztlich würde die Marine sie beseitigen Sobald ihre Untersuchungen beendet waren Trotzdem fühlte Walter sich zur Abwechslung nicht schuldig Sie hatten alles getan, was sie konnten Der Panzer setzte sich in Bewegung und rollte in Richtung des Tores Nach einem kurzen Dialog mit Baschküs Nahm der Kerner-Transporter Fahrt auf und folgte ihnen Sie passierten das Tor und bogen nach rechts ab Am Hartung kämpften Nordostturm, bogen sie erneut nach rechts ab Und fuhren in südlicher Richtung Die Ruinen von Porto Negro blieben bald in der Dunkelheit hinter ihnen zurück Walter dachte an das letzte Mal Als sie über diese Straße gefahren waren Und wie er und Kelly es letztlich geschafft hatten Die anderen zu Dr. Macombe zu bringen Der Mann hatte ihnen das Leben gerettet Und dann ein so tragisches Ende gefunden Frontan kam ihm eine Idee Und er fragte Mr. Devanger? Ist der Funkkanal offen? Negativzwiebel, warum fragen Sie? Ich musste nur gerade an Dr. Macombe und seine Familie denken Sie sind nicht von den Aliens massakriert worden Ich frage mich, ob Baschküs das veranlasst hat Er oder die Leute, für die er arbeitet, denke ich Warf Kelly ein Danach sprachen sie nicht mehr Walter hatte es sich so bequem wie möglich gemacht Und versuchte zu meditieren Was auch immer sie erwarten würde, wenn sie ans Ziel kamen Er würde seine Kräfte brauchen Kilometer um Kilometer Halten sie ihrem Ziel entgegen Viele der Funktürme, an denen sie vorbeifuhren Waren wahrscheinlich von den Aliens zerstört worden Von manchen blieben nur Ruinen übrig Sie erreichten die Kreuzung und bogen auf die Straße nach Westen ab Bisher hatten sie keine Aliens und auch sonst nichts Besonderes gesehen Einige Stunden später erreichten sie die Schlucht In der Nähe von Checkpoint Alpha Die Fahrzeuge fuhren über die mächtige Metallbrücke Und näherten sich dem Checkpoint Alpha Plötzlich sagte Derringer Jake, wir bekommen Besuch Was meinst du? Fragte Farrell erstaunt Walter reckte seinen Hals, um besser zu sehen, was vorne vor sich ging Kellys Stimme war aus der Geschützkanzel zu vernehmen Positiv, Sir Ich kann drei PTFs erkennen Die sich uns vom Checkpoint nähern Es handelt sich bei allen um die Nashorn-Klasse Nashörner waren Panzerjäger Mit einer schweren Autokanone Die besonders gut geeignet waren Gepanzerte Fahrzeuge oder auch Bunker zu knacken Wenn die anderen ihnen feindlich gesonnen waren Hatten sie keine Chance Ihr schweres M.G. war bestenfalls in der Lage Die Panzerung der Nashörner anzukratzen Farrell brachte das PTF zum Stehen Er bedeutete Derringer, ihm einen Funkkanal zu öffnen Achtung, unbekannte Panzerkolonne Ihr spricht Fregatten Captain Farrell Wir kommen aus Porto Negro Und sind auf der Suche nach Überlebenden Können Sie mich hören? Eine Sekunde geschah nichts Kelly meldete, dass die PTFs weiter auf sie zuhielten Im nächsten Moment konnten sie die PTFs auf den Monitoren sehen Ob sie vielleicht von Aliens besetzt sind? Fragte O'Connor Nicht durchdrehen, Junge Soweit ich die Kennungen bestimmen kann Hören diese Fahrzeuge nicht zur Steinbeißers Truppe Das muss die andere Einheit sein Schauen wir mal, ob der Deal mit Baschgüs etwas taugt Der Kerner-Transporter war neben ihnen zum Stehen gekommen Sie konnten mithören, wie Baschgüs seinerseits versuchte Kontakt zu den Panzern aufzunehmen Ihr Ilhan Baschgüs CEO von Kerner auf Transwall Ich sende Ihnen meinen Autorisationscode jetzt Die Sekunden verstrichen, ohne dass seine Antwort kam Auf den Monitoren konnten sie sehen Dass die drei PTFs sie erreicht hatten Und jetzt ein Umfassungsmanöver ausführten Die ganze Zeit waren die Rohre ihrer Turmkanonen Perfekte auf ihr PTF ausgerichtet Das ist ja wie aus einem Rekrutierungsvideo für die Raumlandetruppen Kelly ließ sein raues Lachen vernehmen Das müssen irgendwelche Eliteeinheiten sein Die sie hier nachträglich abgesetzt haben Das muss nicht heißen Die Komponenten des Heels waren ja auch schon zum Großteil vor Ort Ich vermute eher, dass es sich um diese andere Einheit handelt An die Walter sich erinnern konnte Nach seiner Begegnung mit dem Alien im Kernergebäude Zwiebel, tauchen Sie sich die Fahrzeugkennung mal genau an Und sagen Sie uns, ob das zutreffen könnte Sagte Farrell Walter stand auf und drängte sich nach vorne durch Um bessere Sicht auf die Monitore zu haben Er konnte die Abzeichen der Panzer Trotz der schlechten Sichtverhältnisse gut erkennen Ich würde sagen, ja, Sir An dieses merkwürdige schwarze Kreuz auf rot-weißem Grund Daran kann ich mich erinnern Sagte Walter nach einigen Sekunden Wir werden gerufen, Jake Soll ich eine Verbindung aufbauen? Fragte Derringer Farrell nickte Im nächsten Moment hörten Sie zuerst ein Knacken Und eine Stimme erklang Überlebende von Porto Negro Der Planet steht unter Kriegsrecht Sie werden uns zu Terraforma 1 begleiten Stellen Sie keine Fragen Und befolgen Sie unverzüglich alle Anweisungen Die ich Ihnen gebe Andernfalls werden wir Sie ohne Vorwarnung auslöschen Sie und Ihr Begleitfahrzeug fahren voraus Und halten eine konstante Geschwindigkeit von 60 kmh ein Durchsageende Die Verbindung wurde unterbrochen Eine Sekunde später Setzten sich zwei der Nashörner in Bewegung Und bildeten eine Formation mit dem dritten Von dem die Funkverbindung ausgegangen war Farrell ließ das PDF anfahren Und auch der Kerner Transporter setzte sich in Bewegung Keiner von ihnen zweifelte auch nur im geringsten daran Dass die andere Seite ihre Drohung unverzüglich wahrmachen würde Wenn sie nicht kooperierten Als sie den Kamm des Hügels erreicht hatten Tauchte der Terraforma vor ihnen auf 90 Minuten waren vergangen Seit sie das Gebiet bei Checkpoint Alpha verlassen hatten Das Gebäude war gigantisch Und ragte gut einen Kilometer in die Höhe Es glich einer Pyramide Bei der man zwei der gegenüberliegenden Kanten abgerundet hatte An diesen abgerundeten Seiten zogen sich lange dunkle Schlitze Entlang des Bauwerks bis fast zum Planetenboden Aus diesen Schlitzen drang ein nicht enden wollender Strom von diversen Gasen Die nach oben in die Atmosphäre des Planeten stiegen Durch die Statik der Atmosphäre und die Höhe des Gebäudes Schlugen fast ununterbrochen Blitze in das Bauwerk ein In Kombination mit den Edelgasen, die der Terraforma produzierte Sorgte dies für atemberaubende Lichtspiele rund um die Spitze des Gebäudes Der Terraforma war in der Mitte eines Gebirgskranzes erbaut worden Der das Gebäude und die Umgebung vor den Stürmen des Planeten schützte Zugleich war die Gegend wie eine Insel In der die zukünftige Ökosphäre des Planeten sich schon einmal in Ruhe entwickeln konnte Der Terraforma filterte zugleich den Staub und unerwünschte Stoffe aus der Luft Außerdem wirkte er wie eine gigantische Seemaschine Die in der ersten Phase der Terraformung spezielle Kleinstlebewesen verbreitete Diese würden sich nach und nach über den ganzen Planeten ausbreiten Und die nachhaltig verändern Später wurden dann Pflanzen und schließlich Tiere geschaffen Die hatten schon vor einigen Kilometern die ersten Flecken von Vegetation ausmachen können In unmittelbarer Nähe der Anlage konnte man schon mal einen Blick in die Zukunft Transvals werfen Es gab kleine Gewässer, eine dichte Vegetation Und erste Bäumchen wuchsen auch schon Für einen Moment hätte Walter in diesem vermeintlichen Paradies fast vergessen Das Transval wohl eher eine Hölle war Und wahrscheinlich immer bleiben würde Sie fuhren in das Tal Und machten einen weiten Bogen um die gewaltige Anlage Hinter dem Terraforma kam ein weiträumiges Landefeld in sich Walters Herz schlug höher Als er drei AKBs auf dem Landefeld ausmachen konnte Daneben noch eine ganze Reihe von PTFs und anderen Bodenfahrzeugen Zwischen denen Techniker und Wartungspersonal Emsik hin und her liefen Sogar zwei Halbzüge der mobilen Infanterie waren zu sehen Die in Formationen im Laufschritt ihre Runden um den Platz drehten Ferbel brachte das PTF am Rande des Landefeldes An einem dafür vorgesehenen Platz zwischen zwei Markierungen zum Stehen Der Kerner-Transporter fuhr an ihnen vorbei Und hielt nahe dem Terraforma auf eine Lücke zu Zugleich war das Fahrzeug von Bewaffneten umringt Sie konnten sehen, wie Baschküs und seine Männer unsanft aus dem Fahrzeug geholt Und abgeführt wurden Kapitel 21 Professor Nüklein Ihnen näherte sich ebenfalls sein ganzer Zug von Infanteristen Über die Außenlautsprecher des PTFs wurden sie aufgefordert Den Antrieb des Panzers abzustellen und auszusteigen Ihre Waffen sollten sie im Fahrzeug lassen und keine Dummheiten machen Sie haben es gehört, meine Herren, sagte Ferry knapp Walter zog seine Meteor aus dem Halfter und legte sie auf seinen Sitzplatz Er konnte sehen, dass Sir Connor seine AK-240 sehnsüchtige Blicke zuwarf Bevor er sie weglegte Sie traten einer nach dem anderen nach draußen Pärbel machte den Anfang Durch die offene Ladeluke konnte Walter erkennen, dass man ihn sehr genau beobachtete Bevor der nächste von ihnen aufgefordert wurde auszusteigen Ihre Wärter hielten überraschenderweise ihre Waffen auf den Boden gerichtet Und nicht im Anschlag Wie weit er es erwartet hätte Auch sonst verzichteten ihre Bewacher auf unnötig rüdes Verhalten Wie man es bei Baschküs und seinen Männern an den Tag gelegt hatte Sie wurden zum Terraformer geführt Es folgte eine ausgedehnte Untersuchung und anschließend eine Dekontamination Wobei sie ihre gesamte Ausrüstung und Kleidung zunächst ablegen mussten Und anschließend wieder ausgehändigt bekamen Zuletzt fanden sie sich in einem Labor wieder Schulz und seine Leute hatte man gleich von ihnen getrennt Wo sie nun sein mochten, wussten Walter und seine Gefährten nicht Einige Wissenschaftler unterhielten sich leise in einer Ecke Wachen waren nun nicht mehr zu sehen Einer der Wissenschaftler kam schließlich auf sie zu und sagte Gentlemen, ich werde ihnen jetzt eine kleine Injektion setzen Es tut auch nicht weh O'Connor zuckte wie von der Tarantel gestochen zurück Und sagte in scharfem Ton Rück mir von der Pelle, du Quacksalber Sonst breche ich dir das Genick Der Mann tauchte ein wenig irritiert und sagte schließlich Wenn sie auf eine Impfung verzichten wollen, bitte sehr Aber dann muss ich sie nach den bestehenden Bestimmungen In einen Langzeit-Kälteschlaf versetzen und einkapseln Hätte ich grundsätzlich nichts dagegen Ein nettes Studienobjekt für Langzeitversuche zu haben Was ist ihre Entscheidung? Walter runzelte die Stirn und fragte Sie sagten eben etwas von einer Impfung Bitte erklären Sie das genauer Wir arbeiten seit graumer Zeit an einem Impfstoff Der eine Übertragung von Alien-DNA auf Menschen blockieren soll Vor einigen Wochen haben wir entscheidende Fortschritte erzielt Wir haben einen sechs Wochen langen Test An einigen bedauernswerten Testpersonen durchgeführt Glauben Sie mir, Herr Kollege Ich war damit nicht einverstanden Aber in dieser Angelegenheit scheint das Oberkommando Alle ethischen und medizinischen Grundsätze außer Kraft gesetzt zu haben Ein Langzeitversuch steht natürlich noch aus Aber meine Kollegen und ich sind uns sicher Dass wir eine wirksame Impfung in den Händen halten Die möglicherweise sogar lebenslangen Schutz verleiht Und vernachlässigbare Nebenwirkungen zeigt O'Connor ließ sein Geräusch vernehmen Das deutlich zeigte, was er von den Zusicherungen des Wissenschaftlers hielt Walter fragte Welches Prinzip verwenden Sie, um den Zyklus zu unterbrechen? Der Mann schien ehrlich erfreut zu sein über Walters Interesse Nun, wir haben ein Enzymkomplex geschaffen, der... Moment bitte, Doktor Ich unterbreche Ihre fachlichen Gespräche nur ungerne Aber wenn ich das richtig verstehe Wissen Sie über die Runengur seit langem Bescheid Auch schon vor den Ereignissen bei der Lesungmine Und dem Angriff auf die Minenarbeiter Mischte Farrell sich ein Nun, ja Der Mann lachte verlegen Walter konnte deutlich sehen, dass er verunsichert war Mochte er etwas verraten haben, das Sie nicht wissen sollten? Meine Herren, nach der Impfung werden Sie zu Nüglein gebracht Er ist der Befehlshaber hier im System Und wird Ihnen solche Fragen beantworten Und der Impfstoff trat in die Halsschlagader ein Und wurde sofort im Körper verteilt Sie werden sich in den nächsten Stunden vielleicht ein wenig unruhig fühlen Aber keine Sorge Wir haben das gesamte Personal hier schon dieser Behandlung unterzogen Außerdem uns selbst natürlich Alle haben es gut überstanden Der Mann wandte sich ab und schaute die anderen erwartungsvoll an Einer nach dem anderen traten vor Und ließen die Impfung an sich vornehmen Auch O'Connor überwand sich zuletzt Und ließ sich impfen Walter überlegte Dass die Vorstellung in Kälteschlaf versetzt zu werden Und dann alleine auf irgendeiner Forschungsstation der TSU Als Versuchskaninchen zu dienen Ihm sicher noch weniger behagte Als mögliche Nebenwirkungen eines kaum erprobten Impfstoffes Anschließend sprach der Wissenschaftler kurz über Funk mit jemandem Eine Minute später betrat ein Offizier der mobilen Infanterie den Raum Und nickte ihnen zu Folgen Sie mir, meine Herren Sie warteten schon einige Minuten Als die Tür auf der anderen Seite des Raumes sich öffnete Walter fiel die Kinnlade runter Als er Nüglein das erste Mal sah Er hatte sich bei der Erwähnung dieses Namens Einen schmächtigen kleinen Bürokraten oder Akademiker vorgestellt Doch was er sah, machte ihn fassungslos Nüglein war gut zweieinhalb Meter groß Und mochte locker 350 Kilo wiegen Alles an ihm schien übernatürlich breit zu sein Seine Beine erinnerten an massive Säulen Selbst die Muskulatur seiner Arme Stellte locker die Beinmuskeln jedes Kraftsportlers in den Schatten Den Walter bisher gesehen hatte Sein Körper schien nur aus völlig überdimensionierten Knochen Und Muskelmasse zu bestehen Soweit Walter das einsehen konnte Hatte er kein einziges Härchen an seinem Körper Auch keinerlei Augenbrauen oder Wimpern Was ihm ein breites Mondgesicht verlieh Seine Haut wirkte irgendwie ölig Und als er zu sprechen ansetzte War seine Stimme rau Rob und wirkte undeutlich Was ihm eher den Anschein eines etwas primitiven Zeitgenossen verlieh Der sprachlich unterentwickelt war Und so gar nicht zu einem Systemkommandanten passte Hallo Ich bin Prof. Dr. Dr. Egbert Nüklein Guten Abend, meine Herren Ich freue mich, dass Sie es bis hierher geschafft haben Wir hatten schon Wetten auf das Überleben Der einzelnen Akteurin Porto Negro abgeschlossen Ich freue mich, dass meine Favoriten es geschafft haben Guten Abend, Sir Möchten Sie uns erklären, was hier vor sich geht Und wieso Sie hier eine solch geballte Militärmacht versammelt haben Und es trotzdem nicht für nötig hielten Zum Wohle der Zivilisten und des Kolonieprojekts einzugreifen Fragte Fowl in scharfem Ton Ganz zu schweigen von den vielen Kameraden Die es nicht geschafft haben Pah Nüklein wischte die Kritik von Fowl einfach beiseite Er sprang auf und ging auf und ab Während er sprach Sie verstehen überhaupt nicht, um was es hier geht Transwahl ist mehr als nur ein Kolonieprojekt Oder eine Lesungmine Es ist die einmalige Chance Die menschliche Spezies einen Evolutionssprung machen zu lassen Für den sie sonst Millionen Jahre gebraucht hätte Sehen Sie sich doch das Menschengeschlecht an Es ist schwach Zerrissen Ohne Hoffnung Und gänzlich unvollkommen Sehen Sie dort Er deutete auf ein Bild an der Wand Adolf Hitler War das nicht so ein Massenmörder Der den größten und verlustreichsten Krieg in der Epoche Vor der Erschließung des Weltraums verursacht hat Fragte Walter Nükleins mächtige Faust sauste auf seinen Schreibtisch nieder Die Wucht des Schlages war enorm Und der massive Tisch sprang einige Zentimeter nach oben Bevor er klappernd wieder zur Ruhe kam Er brüllte Ein genialer Visionär war er Seiner Zeit weit voraus Er beruhigte sich etwas und fuhr fort Mag sein, dass er damals gescheitert ist Ihm stand nur das Mittel der aktiven Selektion zur Verfügung Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten Sehen Sie mich an Mein Körper ist das Beste, was das Programm Zur genetischen Optimierung der Marine bisher hervorbringen kann Doch was ist das schon im Vergleich Zur tödlichen Eleganz und Perfektion Der Rungur Selbst ein Säugling dieser Spezies Ist jedem Elite Soldaten der TSU Haus hoch überlegen Er schwieg einen Moment Und Färbel erwiderte ruhig Da haben Sie fraglos recht, Nüklein Walter konnte nicht erkennen, was der Mann dachte Shark war seiner Zeit schon viel weiter als wir heute Deswegen mussten sie auch ausgelöscht werden Ich habe damals die Verantwortung auf mich genommen Und gehandelt, während die Politiker Sonntagsreden hielten Und was war der Gang? Den Schlechter von Oranien haben sie mich genannt Mein Rang als General haben sie mir genommen Nüklein wurde schlagartig weinerlich und zerfloss vor Selbstmitleid Sie waren das also, der den Befehl gegeben hat, Oranien und die anderen Wohnkolonien zu bombardieren Ich war damals übrigens auch bei der Schlacht um Oranien dabei, Sir Perel war ganz ruhig und ohne jede Spur von Emotionen Walter rutschte schlagartig das Herz in die Hose Perel, Derringer und Kelly hatten im großen Krieg für Shark gekämpft Und wahrscheinlich mit ansehen müssen, wie ihre Familien, Freunde und sogar die Planeten, auf denen sie gelebt hatten, ausgelöscht wurden Nüklein schien das nicht zu wissen Sonst hätte er wohl kaum so enthusiastisch erzählt Er versuchte verzweifelt, sich nichts anmerken zu lassen Und musterte verstohlen die drei Männer Er ahnte, dass sie voller Hass auf Nüklein sein mussten Und hoffte, sie könnten sich zurückhalten, ihn nicht einfach mit bloßen Händen anzugreifen Auch O'Connor rutschte nervös auf seinem Stuhl herum Er schien die gleichen Gedanken zu haben Aber hielt Gott sei Dank den Mund Nüklein fuhr fort Einige Exemplare der optimierten Shark-Soldaten Sind uns nach dem Krieg in die Hände gefallen Und wir konnten sie untersuchen Trotzdem hat uns das nicht entscheidend vorangebracht Aber das hier Er machte mit seinen mächtigen Armen eine weitausladende Geste Wird der Beginn einer neuen Ära sein? Wie immer haben Sie fraglos recht, Sir Antwortete Farrell mit einer leichten Spur von Unterwürfigkeit Ich erkenne gute Leute und Offiziere von Format, Mr. Farrell Unter normalen Umständen müsste ich sie und ihre Männer sofort hinrichten lassen Aber angesichts ihrer hervorragenden Leistungen und ihrer Tapferkeit Biete ich ihnen an, meinem Regiment beizutreten und ihren Dienst am Vaterland fortzusetzen Farrell überlegte einen Moment und sagte Wie können wir ihnen nur je danken, Sir? Ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Männer Wenn ich sage, dass wir stolz und glücklich sind Unter ihnen dienen zu dürfen Nüklein stand auf und erbot ihnen seinen militärischen Gruß Farrell sprang ebenfalls auf Und Walter und die anderen folgten hastig seinem Beispiel Sie salutierten und Nüklein bestand darauf jedem von ihnen persönlich die Hand zu schütteln Und sie feierlich als neue Schützen der Garderaumlandedivision Das Reich willkommen zu heißen Nachdem er ihnen zur Feier des Tages seinen Scotch eingeschenkt hatte, fuhr er fort Nach meiner Pensionierung beschloss ich, eine neue Karriere zu starten Viele meiner damaligen Freunde schüttelten damals den Kopf über mich Doch ich ging an die Universität zurück und begann Humanmedizin und Genetik zu studieren Schon als Kind war ich fasziniert von der Möglichkeit Das menschliche Genom entscheidend weiterzuentwickeln Leider hatte mein Vater, selbst ein General damals, andere Pläne Und schickte mich auf die Militärakademie Nun schloss ich mein Studium ab Verfasste zwei Doktorarbeiten Die bei den Fundamentalisten und christlich-religiösen Spinnern wenig Anklang fanden Doch das ließ mich kalt Ich fand in den folgenden Jahren Gönner Die meine Vision teilten Und bereit waren, mich entsprechend zu unterstützen Es gelang mir, einen Platz im Programm für genetische Optimierung zu bekommen Und Teil der Forschungsarbeiten rund um die ehemaligen Shark-Absolventen zu werden Wie erfohlen Sie von den Runen Gursa? fragte Farrell Das werden Sie zur gegebenen Zeit noch erfahren Walter war klar, dass Nüklein ihn noch längst nicht vertraute Der Mann hätte, trotz seiner überschwänglichen, hemmzärmeligen Art Sicher nicht Karriere gemacht Und sich gegen die Intrigen seiner Kollegen innerhalb der Marine durchgesetzt Wenn er dumm oder vertrauensselig gewesen wäre Für Sie, meine Herren, ist wichtig, die aktuelle Lage zu verstehen Als diese Operation auf Transval anzurollen begann Entschloss man sich Auch auf Betreiben meiner Gönner Mich inoffiziell wieder mit deinem Kommando zu betrauen Ich bin die ganze Zeit über sehr vorsichtig gewesen Trotz der Möglichkeiten, die sich uns hier bieten Bin ich mir wohl bewusst, dass wir hier ein gefährliches Spiel spielen Nicht auszudenken, was passieren würde Wenn die Aliens sich unkontrolliert auf den Planeten der TSU ausbreiten würden Diese Gefahr hat jetzt durch die erfolgreiche Entwicklung unseres Impfstoffes Weitgehend an Schrecken verloren Nun ist es an der Zeit, die nächste Phase einzuleiten Sie schaut Nüklein neugierig an und dieser fuhr fort Wir wissen, dass sich in der Nähe von Grube 1 eine unterirdische Basis der Rungur befindet Nach unseren Erkenntnissen sind dort 6 bis 8 ausgewachsene Exemplare dieser Spezies Die über fortschrittliche Alien-Technologie verfügen Neben meinem besonderen Interesse am überlegenen Genom der Rungur Liegt der zweite Schwerpunkt meiner Mission darin So viel wie möglich von dieser Technologie zu erbeuten Und wenn möglich, auch ihre Funktionsweise zu entschlüsseln Und zugrunde liegende Erkenntnisse zu verstehen Er machte eine Pause, um an seinem Scotch zu schlürfen Bevor er seine Ausführungen fortsetzte Neben dem Infektrisiko, das von den Aliens ausgeht Gilt es noch eine andere Hürde zu überwinden Was uns bisher sehr erfolgreich an einem Eindringen in die Alien-Basis abgehalten hat Ist eine Art Waffe der Rungur Sie haben auf ihrem Weg nach Transfer Kontakt mit den Minenarbeitern gehabt Und ihre Entstellungen gesehen Diese werden verursacht durch eine Art Flächenwaffe der Rungur Sie erzeugt einen Effekt, den wir bisher nicht mal theoretisch verstehen Er ist wie eine kreisförmige Welle, die sich ausgehend von der Mine ausbreitet Alles, was von dieser Welle überrollt wird Unterliegt für einige Sekunden einem spontanen Mutationseffekt In Teilen des Körpers verändert sich das Erbgut auf unerklärliche Weise In einer spontanen Reaktion Im ersten Moment fühlen sich die Betroffenen anscheinend nicht mal schlecht Doch schon nach Minuten zeigen sich starke Krankheitssymptome Das Immunsystem beginnt jetzt, dass das krankhaft eingestufte Gewebe zu bekämpfen Die davon verursachten Missbildungen weisen kein erkennbares Muster in Bezug auf Art und Schwere auf Die Betroffenen sterben zumeist nicht, sondern erleiden Höllenqualen Nach einigen Stunden oder Tagen stabilisiert sich der Körper des Betroffenen wieder Aber er bleibt körperlich und psychisch schwer gezeichnet Entschuldigen Sie, Sir Nüklein schaute weiterfragend an Dieser beilte sich hastig fortzufahren In Porto Negro hatten wir Kontakt zu einem Wissenschaftler Der Opfer dieser Waffe geworden war Ich hatte Gelegenheit, ihn zu studieren Hab aber nicht herausfinden können, was für die Veränderungen verantwortlich sein könnte Nüklein nickte Genau das ist es ja Etwas, das so komplexe biochemische Veränderungen des Erbguts bewirkt Und trotzdem keinerlei Spuren hinterlässt, die für uns nachvollziehbar sind Ist beängstigend Sie sagten etwas von Phase 2, Sir? Fragte Farrell Richtig Wir hatten ausreichend Zeit, die Auswirkungen der Waffe zu beobachten Gleichwohl wir uns nicht wirklich vor ihr schützen können Gibt es Möglichkeiten, den Wirkungsbereich zu überwinden Eine solche Energiewelle, wie ich sie Ihnen beschrieben habe Erfolgt exakt alle 12 Minuten und 41 Sekunden Wir haben Grund zu glauben, dass die Wirkung erst außerhalb des Minengeländes einsetzt Mein Plan sieht vor Eine große Streitmacht in diesem Bereich abzusetzen Und zur Alien-Basis fortzustoßen Wir verwenden zu diesem Zweck ein AKB Und machen das Landemanöver in mehreren Etappen Die erste Gruppe hat hierbei die Landezone zu sichern Und die Landung der folgenden Männer zu decken Mein Beileid für diese armen Hunde Walter hätte sich im selben Moment ohrfeigen können Für seine große Klappe Nur klein überging Walters Respektlosigkeit einfach Und sagte mit einem selbstzufriedenen Grinsen Ich weiß Sie freuen sich auf diese Chance, ihren neuen Kameraden zu zeigen Aus welchem Holz sie gemacht sind Walter blieb die Spucke weg Dieser widerliche Mistkerl Dachte er bei sich Dieses pathetische Geschwätz von Respekt und Tapferkeit War ihm von Anfang an zu schön vorgekommen Um wahr zu sein Lüklein brauchte Kanonenfutter Und hatte keine Lust das Leben seiner Männer zu riskieren Sein eigenes Leben schon gar nicht Würde er einen Trupp seiner Männer losschicken Würde ihm das heimlich Minuspunkte bei seinen Leuten einbringen Einige minderwertige Frontschweine Die zudem noch keiner kannte zu verheizen Würde seinen überlegenen Elite-Soldaten Sicher keine schlaflosen Nächte bereiten Wir können vor Freude kaum an uns halten, Sir Wann soll es denn losgehen? Fragte Farrell tonlos Lüklein grinste breit Ich weiß, mein Lieber, ich weiß Wir starten in einer Stunde Sie begeben sich gleich zu ihrem PDF, mit dem sie gekommen sind Und holen ihre Ausrüstung Danach warten sie im Fahrzeug Bis die Operation anläuft Weggetreten Ich werde das nicht mitmachen Brüllte O'Connor in Farrells Richtung Bevor der Mann antworten konnte Frank Kelly auf und brüllte zurück Erspar uns wenigstens das eine Mal diesen Mistmann Sieh dich doch mal um Energisch schlug er gegen das hintere Bullauge auf der rechten Seite des Panzers Wie viel geballte Feuerkraft siehst du dort draußen? Ich wette ein Jahresgehalt gegen einen Mückenfurz Dass alle Infanteriewaffen der AKBs und alle Bordgeschütze der PTFs in diesem Moment besetzt sind und den Befehl haben, unseren Panzer im Auge zu behalten Nicht zu vergessen die 200 Elite Marines, die da draußen auf den Abtransport ins Zielgebiet warten Halt einfach deine Fresse O'Connor und check deine Ausrüstung Tatsächlich war O'Connor so verdutzt, dass er sich einfach hinsetzte und schwieg Vielleicht können wir nach dem Start des AKB kapern und damit flüchten Sagte Walter in brütender Verzweiflung Er hatte keine Lust unerträgliche Schmerzen zu erleiden und zu sterben Sie hatten es schon so weit gebracht Walter konnte O'Connors Frustration verstehen Es war einfach unfair Unwahrscheinlich Wir werden natürlich die Augen offen halten, Zwiebel Aber ich denke nicht, dass Nüklein so dumm ist, sich nicht abzusichern, was das AKB betrifft Wandte der Ranger ein Checkt eure Ausrüstung und nehmt so viel Munition mit, wie ihr tragen könnt Wir werden sie brauchen Sagte Farrell tonlos Nachdem sie ihre Vorbereitungen abgeschlossen hatten, warteten sie untätig darauf, dass der Angriff begann Es war vielleicht die schlimmste halbe Stunde Seit Walter auf dem Planeten gelandet war Das Ticken der Wortuhr klang überlaut und dröhnte wie ein Hämmern in Walters Kopf Endlich ertönte ein Signal vom Kommandopunkt und Devanger stellte die Verbindung her Nükleins Gesicht erschien auf einem der Monitore Der Mann schien bester Laune zu sein Farrell, steigen Sie jetzt mit Ihren Männern aus Beilen Sie sich, unser Timing ist sehr knapp bemessen Alles muss wie am Schnürchen gehen Devanger ließ die Heckklappe des PDFs herunter Und sie stiegen hastig aus Auf dem Flugfeld in ihrer Nähe stand ein handelsüblicher Ladecontainer Wie es sie millionenfach in der TSU gab Walter ahnte, was nun kommen würde In den Container einsteigen, meine Herren Tempo Erklang Nükleins Stimme in ihren Helm-Lautsprechern Ihnen blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen Walter schaute sich verstohlen um Die gut 200 Männer auf dem Landefeld Standen in Reihe und gliedbereit mit ihren Waffen in den Händen Fast wirkten sie wie ein Erschießungskommando Das bereitstand für den Fall, dass einer von ihnen versuchte, aus der Reihe zu tanzen Nüklein hatte wirklich an alles gedacht Ihre Schritte klangen dumpf auf dem Metallboden des Containers Zügig schloss sich hinter ihnen die Luke Und es wurde völlig dunkel Sie aktivierten ihre Helmscheinwerfer Und hörten auch sogleich wieder die verhasste Stimme Nükleins Abflug ist in 30 Sekunden Halten Sie sich gut fest Es wird ein wenig ungemütlich Aber keine Sorge Sie sind in weniger als vier Minuten am Ziel Seine Stimme klang süffisant Ihm machte das Ganze sichtlich Spaß Kapitel 22 Grube 1 Mit einem kräftigen Ruckhub der Container ab Und begann sogleich heftig zu schaukeln Walter und die anderen hatten sich flach auf den Boden gelegt Alte Griffe oder andere Vorsprünge An denen sie sich festhalten konnten, gab es nicht Sogleich spürte Walter, wie er über den Boden des Containers rutschte Einen Moment später Fallte er gegen einen der anderen Männer Und gemeinsam rutschten sie weiter Obwohl Nüklein einen Flug von nur vier Minuten angekündigt hatte Dien dieser endlos zu dauern Immer wieder prallte Walter irgendwo ab Nur um gleich darauf wieder in eine andere Richtung zu rutschen Alle Versuche, sich festzuhalten, blieben fruchtlos Mit einem dumpfen Schlag setzte der Container auf Die Türen, durch die sie gekommen waren, wurden abgesprengt Die anderen sprangen auf und stürmten nach draußen Walter eilte ihnen nach und warf sich sofort zu Boden Nachdem er im Freien war Er konnte erkennen, dass sie sich am Fuß seines großen Berges befanden Der ziemlich steil vor ihnen emporragte Rechts von ihnen waren die Gebäude der Minenanlage zu sehen Und ebenso der große Eingang in den Stollen Schienen führten ins Innere und einige überschwere Kipplaster, die das Rohherz nach oben brachten Stand nachtlos abgestellt am Eingang des Stollens Etwas weiter vom Eingang stand ein PTF Auf den ersten Blick war klar, dass es zur Garnison von Porto Negro gehört hatte Rücken Sie vorher zum PTF und nehmen Sie dort Stellung ein Hörten Sie Nükleins Stimme schwach und vom statischen Knacken und Rauschen verzerrt über ihre Helm-Lautsprecher Was du nicht sagst, Mastermind, antwortete Farrell ohne jeden Respekt Walter konnte trotz der schlechten Verbindung deutlich das diabolische Lachen des Riesen hören Betrachten Sie es als reife Prüfung, Mr. Farrell Wenn Sie es schaffen, sind Sie echte Männer Deine Stimme überschlug sich vor Lachen Kelly und O'Connor erreichten als erste die Heckluke des PTFs Farrell und Derringer folgten dicht auf Walter war gut 20 Meter zurückgefallen und beeilte sich hinterher zu kommen Vorsicht, rief Kelly und warf sich zurück, seitlich hinter dem PTF in Deckung O'Connor, der mehr Schwung gehabt hatte, sprang vorwärts Segelte an der Öffnung vorbei, blokat auf dem Planetenboden auf und rollte sich ab, um hinter der anderen Seite des Panzers zu verschwinden Farrell und Derringer eilten zu Kelly und duckten sich ebenfalls unter das Fahrzeug Walter eilte auf sie zu, rutschte auf den letzten Metern aus und schlitterte mit den Beinen voran unter den Panzer Kelly hatte sich seitlich an den Panzer gedrückt und rief hinein Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden, sonst müssen wir sie erschießen Machen Sie keine Dummheiten Walter spitzte die Ohren, da er von seiner Position nicht sehen konnte Ihm war, als hörte er das Jammern und Wehklagen einer menschlichen Stimme Nun komm schon Soldat, wirf sie weg, wir wollen dir nichts tun Kelly hatte diesmal schon deutlich versöhnlicher geklungen Den Mann im Inneren des Panzers schien das nicht zu beeindrucken O'Connor rief Er hat keine Munition in seinem Gewehr Farrell drehte sich nach hinten Siebel, Ihr Punkter ist hier gefragt Gehen Sie rein und schalten Sie das Ziel aus Ja, Walter Bei Fuß, Walter Erklang wieder die Stimme aus dem Helm-Lautsprecher Halten Sie Ihre Fresse, Nüglein Oder kommen Sie hierher und machen den Mist selber Wenn Sie Ihre behämmerten Witze nicht unterlassen Lasse ich meine Männer die Funkverbindung zu Ihnen unterbrechen hobte Farrell wutendbrannt So war das doch nicht gemeint, Mr. Farrell Sie leisten hervorragende Arbeit dort Erwiderte Nüglein mit einer Spur gespielter Unterwürfigkeit Aber schien sich nach wie vor prächtig zu amüsieren Er hielt vorerst den Mund Walter robbte vorsichtig um den Panzer und kroch die Rampe nach oben Er hob ein wenig den Kopf und konnte einen Mann in der Rüstung der Raummarine erkennen der sich am vorderen Ende des Innenraums zwischen den Sesseln zusammengekauert hatte In den Händen hielt er eine AK-220 und zielte auf Walter schoss jedoch nicht Walter fiel ein, dass Socona gesagt hatte Der Mann habe keine Munition mehr Er hob wieder den Kopf und schaute den Mann an Wieder wurde er nicht unter Feuer genommen Walter raffte sein bisschen Mut zusammen und kroch vorsichtig näher an den Mann heran Jetzt konnte er das endlose Klicken hören das seine AK-220 machte wenn keine Munition mehr im Magazin war Aber jemand den Abzug gedrückt hielt Walter erhob sich und trat näher an den Mann heran der entsetzliche Angst zu haben schien Er entfernte das Betäubungsmittel das er in seinen Punkten eingelegt hatte und ersetzte es durch ein starkes Beruhigungsmittel das den Mann jedoch nicht einschläfern würde Der bedauernswerte Soldat zielte unentwegt auf Walter Das Klicken in schneller Folge war ununterbrochen zu hören Schließlich warf er sich zur Seite und vergrub sein Gesicht hinter seinen Handschuhen und rollte sich in Embryonalstellung zusammen als Walter ihn fast erreicht hatte Er setzte den Punkt darauf den Oberschenkel des Mannes und drückte ab Zugleich überlegte er dass dieser wahrscheinlich den Verstand oder zumindest die Nerven verloren haben musste Beides wunderte Walter nicht nach allem was er bisher auf Transfall gesehen hatte Der Mann entspannte sich und Walter rief den anderen zu dass alles in Ordnung sei Sie kamen hastig in den Panzer Kelly und Doc O'Connor packten den schlaffen Körper des Marines und legten ihn hinten auf eine der Sitzbänke Farrell nahm sofort auf dem Stuhl des Piloten Platz und schloss die Heckluke Sir, sollten wir nicht näher zur Mine fahren um der Abwehrwaffe der Runen Gurt zu entgehen fragte Walter ängstlich Negativzwiebel Das PTF muss seit Tagen hier stehen Wenn es nicht in der sicheren Zone wäre hätte die Waffe den Mann da hinten schon unzählige Male gegrillt Ich will nicht mehr Aufmerksamkeit erregen als nötig ist antwortete Farrell nüchtern Er nahm diesmal über die Systeme des PTFs Kontakt zu Nüklein auf und berichtete diesem was sie bisher entdeckt hatten und dass die Landezone sicher sei Diesmal sparte Nüklein nicht mit Lob für sie Er befahl, dass sie vorerst im PTF bleiben und sich nach einer sicheren Deckung für die nachrückenden Soldaten umsehen sollten Farrell protestierte scharf Aber Nüklein ließ sich nicht beirren Bevor sie keine geeignete Stellung gefunden und abgesichert hatten in der die nachfolgenden 200 Männer in Deckung gehen konnten wollte Nüklein keine weiteren Männer absetzen lassen Farrell ließ einige deftige Flüche vernehmen Also schön, Gentleman Sie haben den großen Häuptling gehört Daringer hatte neben ihm Platz genommen und spielte an den Kontrollen für die optischen Systeme des Panzers Er unterzog die Umgebung einer intensiven Untersuchung die sich mehrere Minuten hinzog Dann fragte er Was meinst du, Jake? Ich bin für die Erdschmelze da drüben Sie liegt etwas abseits, bietet ein gutes Schussfeld auf der Längsseite und die Außenwände sind sehr robust Farrell nickte und sagte Da ist eine Bodenwelle rechts vom Panzer die Deckung zur Anlage hinbietet Kelly O'Connor und Zwiebel, ihr nutzt diese Deckung und nähert euch dem Gebäude Daringer und ich werden euch mit dem PTF Deckung geben Geht kein unnötiges Risiko ein Im Zweifelsfall zieht euch sofort zurück und wir versuchen das Problem mit der Feuerkraft des PTFs zu lösen Die Funkstille wird nur im Notfall gebrochen Solange wir nichts von euch hören Verhalten wir uns ruhig In den Kriegen des 23. Jahrhunderts war die Wahrung der Funkstille für einen Infanteristen eine noch wichtigere Lebensversicherung als die Rüstung, die er trug Es war ein leichtes, die Position eines Funkgeräts anzupeilen und das Ziel auszuschalten In Porto Negro gegen die Jungkrieger der Runengur war das nicht so wichtig gewesen Aber hier draußen lagen die Dinge anders Sie mussten davon ausgehen, dass ihr Gegner sehr wohl in der Lage war ihren Funkverkehr zu lokalisieren und sich ein genaues Bild ihrer Bewegungen zu machen Das war ein taktischer Vorteil den sie ihm keinesfalls leichtfertig zugestehen durften wenn sie mit heiler Haut davon kommen wollten Die drei Männer überprüften kurz ihre Ausrüstung und bezogen Stellung an der Heckluke Daringer ließ die Luke runter und sie stürmten nach draußen um sich hinter der besagten Bodenwelle zu Boden zu werfen und abzurollen Als sie sich neu orientiert hatten signalisierte Kelly ihnen per Handzeichen dass er als erster vorrücken würde Sie sollten ihm Feuerschutz geben Kelly koch dicht am Boden entlang ohne den Kopf zu heben Sie mussten einige Minuten warten bis er seine Position in der Nähe des Gebäudes erreicht hatte O'Connor bedeutete Walter es, Kelly gleich zu tun Walter war gar nicht wohl bei der Sache aber mittlerweile wussten sie erheblich mehr als am Anfang über ihre Gegner So war aus dem unbekannten Schrecken ein kalkulierbares Risiko geworden das für Walter erträglich wurde Er machte sich auf den Weg Es dauerte erheblich länger als bei Kelly bis er die Strecke zurückgelegt und den Mann erreicht hatte Kelly signalisierte ihm O'Connor genau im Auge zu behalten während er sich auf das Gebäude konzentrierte Die Minuten verstrichen, ohne dass etwas geschah Wieder verständigten sie sich per Handzeichen Kelly sprang auf und stürmte in Richtung Hauswand die wenige Meter von ihnen entfernt war Für wenige Sekunden brot Kelly dabei ein gutes Ziel für Aliens die möglicherweise irgendwo auf der Lauer liegen mochten Im selben Moment richteten O'Connor und Walter sich auf und brachten ihre Waffen in Anschlag um Kelly Feuerschutz zu geben Doch auch dieses Mal hatten sie Glück und der Mann erreichte sicher die Deckung der großen Halle in der die Erdschmelze untergebracht war O'Connor und Walter folgten und gemeinsam drängten sie sich zwischen die Vorsprünge entlang der Gebäudewand Kelly signalisierte O'Connor dass er nun die Führung übernehmen sollte Dieser schlich sich dicht an der Wand gepresst vorwärts bis er nach einigen Metern eine der Eingangstüren erreichte Er ließ ein paar Sekunden vergehen bevor er vorsichtig den Öffnungsmechanismus betätigte Zu ihrer Überraschung glitt die Tür zur Seite und O'Connor sprang kurz entschlossen und todesmutig ins Innere Kelly und Walter sahen sich schweigend an Nach einigen Sekunden glitt die Tür erneut auf und O'Connor winkte ihnen heftig zu Walter lief hastig in Richtung Tür und glitt dann O'Connor vorbei ins Gebäude Wenige Sekunden später hatte auch Kelly es geschafft Sie überblickten den Raum bei dem es sich wohl um eine Art Werkstatt handeln musste allerlei Gerätschaften teilweise in zerlegtem Zustand und eine Vielzahl an Ersatzteilen waren auf den Tischen und Regalen entlang der Wände zu sehen Sie konnten nichts Verdächtiges in dem Raum erkennen Keine Spuren eines Kampfes oder von sonst etwas aus dem ein Besucher hätte schließen können dass hier etwas nicht in Ordnung wäre Sie öffneten die Tür zum Gang die sich ebenfalls anstandslos betätigen lief Nach und nach durchsuchten sie die einzelnen Räume entlang des Korridors ohne dass sie etwas Auffälliges entdeckten oder attackiert wurden Ermutigt und doch vorsichtig wurden sie mit ihrer Durchsuchung fort bis sie das Stockwerk vollständig gesichtet hatten Auch die übrigen drei Stockwerke waren gänzlich unauffällig Die Anlage wirkte als hätten die Arbeiter sie erst vor kurzem verlassen Zuletzt gingen sie in den Kontrollraum zurück und nahmen von dort Funkkontakt zum PTF auf Das Gebäude bestand aus einer beträchtlichen Masse von Metall welche die Funksignale ihrer Helme noch wirksamer zerstreute als die Atmosphäre des Planeten Ihr Kelly, Sir Wir haben das Gebäude so gut es uns möglich war durchsucht Hier scheint alles unberührt zu sein Keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens oder Kampfes Auch keine Leichen oder ähnliches Ich kann es nicht hundertprozentig garantieren weil wir zu wenige sind um alle Schlüsselpositionen im Gebäude permanent im Auge zu behalten Aber soweit wir das sicherstellen können ist das Gebäude sicher für Nüklein und seine Männer Ausgezeichnet, Kelly Hat die Schmelze ein Kamerasystem zur Überwachung des Inneren und der Umgebung? fragte Farrell Jawohl, Sir Aber die Überwachung ist nicht lückenlos Die Umgebung können wir von hier leicht im Auge behalten Aber im Inneren sind die Kameras nur in wichtigen Räumen angebracht Um die Arbeiter zu überwachen und sicherzustellen dass sie sich nicht rumdrücken Eine echte Überwachung nach sicherheitstechnischen Gesichtspunkten hielten diese Krämerseelen von Kerner anscheinend nicht für nötig Wir müssen nehmen, was wir kriegen können Sie verschanzen sich dort in der Kommandozentrale Ich werde mit Nüklein reden Wir haben getan, was wir konnten um eine sichere Landezone zu schaffen Das weitere Vorgehen liegt jetzt bei ihm Öffnen Sie das große Tor der Schmelze Falls es Ärger gibt, kommen wir mit dem PTF kurzerhand dort rein Erlende Jetzt blieb ihnen nur abzuwarten und zu hoffen bis die ganze Verstärkung abgesetzt war Sie belauschten den Funkverkehr zwischen dem PTF und Nüklein Dieser war nun endlich bereit, seine Truppe in Marsch zu setzen Es vergingen mehrere Stunden, bis die 200 Marines abgesetzt waren Noch bevor der letzte Zug gelandet war, ließ Nüklein einen Teil seiner Männer vorrücken und die anderen Gebäude des Minenkomplexes in Augenschein nehmen Dabei trafen diese auf keinerlei Widerstand und fanden wie sie auch keine Spuren einer fremden Präsenz Bisher lief alles glatt Viel zu glatt Gewaltes Geschmack Perel und Devanger waren zwischenzeitlich auch in den Kommandoraum gekommen Nüklein hatte darauf bestanden, dass seine Männer das PTF übernahmen Man hatte ihnen ihre Waffen gelassen Aber ein ganzer Halbzug von Nükleins Leuten hielt sich nun in der Kommandozentrale auf und es war jedem klar, dass diese Männer sie bewachen sollten Außerdem hatten noch einige Techniker an den Konsolen des Kontrollräums Platz genommen Perel und seine Leute waren angewiesen worden es sich in einer Ecke des Raumes gemütlich zu machen und nicht im Weg herumzustehen Walter war das gerade recht Er hatte die letzten Stunden damit verbracht, Musik zu hören und möglichst wenig über seine gegenwärtige Situation nachzudenken Sie konnten verfolgen, wie Nükleins Truppe die ganze Gegend langsam unter ihre Kontrolle brachte Nach wie vor hatten sie nichts Auffälliges gefunden Nun war Nüklein offensichtlich bereit, aufs Ganze zu gehen Ein Halbtrupp seiner Männer sollte einen der Kipplaster, der vor der Mine stand, übernehmen und damit in den Hauptstollen eindringen Hier in der Kommandozentrale auf einem der Schirme konnten sie eine dreidimensionale Karte des Stollensystems einsehen Obwohl die Mine erst vor anderthalb Jahren angelegt worden war hatten die emsigen Arbeiter schon kilometerlange Stollen in den kegelförmigen Berg getrieben Kelly flüsterte Ein taktischer Albtraum Sie wissen nicht, wo der Zugang zur Basis der Aliens ist Wenn Sie in großen Gruppen danach suchen, dauert es ewig Wenn Sie Ihre Linien auseinanderziehen, sind Sie dort unten leichte Beute Farrell lächelte und erwiderte ebenfalls flüsternd Verdammt richtig, jetzt werden Sie die arische Elite mal gehörig schwitzen sehen Seien wir froh, dass Nüklein uns nicht über den Weg traut Sonst müssten wir jetzt da unten im Dreck wühlen Glauben Sie, dass die Aliens verschwunden sind, Sir? fragte O'Connor Schwer zu sagen Aber mein Bauch sagt mir dass Nüklein da unten in den Stollen ein persönliches Stalingrad erleben wird flüsterte Farrell zurück Dein Wasser? Ruhe da hinten Was gibt es da zu tuscheln? Schaute sie einer ihrer Bewacher böse an Walter biss sich auf die Zunge Er hatte schon zu einer Antwort angesetzt Einen Moment schien es Als überlegte O'Connor, was dieses Stalingrad wohl sein konnte Im nächsten Moment hörten sie aus den Lautsprechern eine mächtige Detonation Und das laute Poltern großer Geröllmassen Doch schon nach zwei Sekunden schien die Verbindung zusammenzubrechen Nun folgte hektischer Funkverkehr Aus dem sie entnehmen konnten Dass der Seitenstollen, in dem sich der Kipplaster mit Nükleins Männern befunden hatte Nach einer Explosion eingestürzt war und den Laster unter sich begraben hatte Offensichtlich waren der Kipplaster und der Halbzug verloren Walter musste an die zwölf Männer denken Die da unten gefallen waren Ob sie wohl Familien gehabt hatten Sie konnten deutlich Nükleins Wutschnauben des Gezeter über Funk hören Er hatte wohl einsehen müssen Dass seine Taktik hier nicht sehr erfolgversprechend war Sollten die Stollen alle vermint sein Mochte er auf diese Weise seine gesamte Truppe opfern Ohne dass er auch nur in die Nähe des Eingangs zur Alien-Basis kam Das schmeckte ihm offensichtlich ganz und gar nicht Jake, hast du eine Idee? Flüsterte Derringer Nicht wirklich Und selbst wenn, würde ich sie Nüklein nicht verraten Das mag zynisch klingen Nein, es ist mit Sicherheit durch und durch zynisch Aber je mehr von Nükleins Männern hier unten drauf gehen Desto besser sind unsere Chancen Uns hier doch noch irgendwie abzusetzen Einer ihrer Bewacher näherte sich ihnen wieder Vorher etwas sagen konnte Schnauzte O'Connor Nur halt mal die Luft an, Kamerad Hier sind zwei erfahrene Offiziere Die sich Gedanken machen Wie man da unten das Leben deiner Kumpanen schonen kann Wenn's dir nicht passt Hau dir doch selber eins in die Fresse Der Mann schaute böse, aber sagte nichts mehr Stunde um Stunde verging Und Nükleins Truppe schmolz dahin Obwohl die Marines mit äußerster Vorsicht vorgingen Konnten sie ihre Verluste nur teilweise vermeiden Offensichtlich waren die Gänge nicht nur mit Sprengladungen präpariert worden Sondern es versteckten sich dort auch etliche Runengur Soweit sie bisher gesehen hatten Handelte es sich um Jungkrieger Wie die, gegen die sie in Porto Negro gekämpft hatten Doch diesmal schienen sie von einem Wesentlich intelligenteren Bewusstsein Besteuert zu werden Das vom militärischen Standpunkt aus Geradezu brillant agierte Was immer Nüklein bisher versucht hatte Seine Gegner hatten sich Sogleich perfekt darauf eingestellt Versuchte er es mit kleineren Gruppen In lockeren Formationen Wurden sie meist überrannt Wurden die Gruppen größer Setzte der Gegner Explosivstoffe ein Die in den Stollen verheerende Auswirkungen hatten Letztlich war die einzige Frage Die sich noch stellte Ob Nüklein zuerst die Soldaten ausgehen würden Oder den Runengur die Stollen Die sie zum Einsturz bringen konnten Die Moral von Nükleins Truppe war auf dem Nullpunkt angelangt Selbst seine flammenden Ansprachen Die er schon etliche Male gehalten hatte Hatten sich mittlerweile abgenutzt Einmal war er sogar gezwungen gewesen Ein Mann persönlich niederzuschießen Weil dieser panisch aus dem Stollen gerannt Und geflohen war Nüklein stand jetzt wie ein drohender Rachengel In der Nähe des Stolleneingangs Und drohte jedem mit Kriegsgericht und Tod Der seine Mission verriet Er trug eine überschwere Titanplast-Spezialpanzerung Die für ihn und seinen mächtigen Körper Maßgeschneidert worden war Anstelle der üblichen AK-220 Mit integriertem Ganatwerfer Hatte Nüklein zwei solcher Waffen Er konnte sie in einem Mechanismus An seinen Armen einrasten lassen Und beidhändig feuern Außerdem hatten sie mehrere Male gesehen Dass er trotz der überschweren Rüstung In der Lage war Zehn oder mehr Meter mit einem Satz zu überspringen Alles in allem ein Kommandant Der durchaus in der Lage war Sich Respekt bei seinen Männern zu verschaffen Und Angst zu verbreiten Dies war im Moment doch bitter nötig Wenn sich seine hochfliegenden Pläne Nicht in ein Fiasko verwandeln sollten Plötzlich war Nükleins Stimme Wieder über Funk zu hören Achtung! Alle Mann! Alle Reserven! Egal welche Dienstgrade und Waffengattung In 20 Minuten hier bei mir Am Eingang zur Mine Wer versucht zu fliehen Oder sich zu drücken Ist standrechtlich zu erschießen Nüklein Ende Die Soldaten und Techniker In der Kommandozentrale begannen Hastig zusammenzupacken Man konnte ihnen deutlich ansehen Dass sie ihnen nicht wohl bei der Sache war Walter sah noch ein letztes Mal Auf die schematische Darstellung der Mine Die meisten Stollen waren bei den Kämpfen Der letzten Stunden Auf die eine oder andere Weise eingestürzt Ein Bereich war noch übrig In dem unter anderem auch gearbeitet worden war In den Tagen Bevor der Angriff auf die Minenarbeiter erfolgte Es war offensichtlich Dass Nüklein dort den Eingang Zum Bauwerk der Aliens vermutete Sie eilten hastig nach draußen Nükleins Männer hatten darauf bestanden Dass sie vorausgingen Und das ließ Walter Böses erahnen Sie erreichten den Eingang zur Mine Nach einigen Minuten Hatten sich dort gut 30 Mann versammelt Ein Teil davon technisches Personal wie Walter Die nur über geringe Feuerkraft verfügten Nüklein begann eine seiner großen Reden Er referierte lange über Ehre Treue, Ruhm und Vaterland Er zog alle Register, die er rhetorisch drauf hatte Doch wirklich begeistert Wirkten seine Mannen am Ende trotzdem Dennoch zweifelte Walter nicht daran Dass sie ihre Pflicht tun würden Farrell Sie und Ihre Männer werden unsere Vorhut sein Achten Sie einfach auf alles da unten Wir folgen Ihnen dicht auf Und greifen ein Wenn Sie in Bedrängnis geraten Sagte Nüklein ganz nüchtern Einer von ihnen protestierte Sie waren deutlich in der Unterzahl Hier eine Schießerei mit Nükleins Männern anzufangen Wäre ebenso sinnlos gewesen Wie Protest oder Argumente Selbst O'Connor schien diesmal Keinen Widerspruch erheben zu wollen Walter fühlte sich mittlerweile kraftlos und leer Sein Lebenswille war in den zurückliegenden Tagen Schon so oft strapaziert worden Er überlegte einen Moment Ob es nicht doch besser wäre Das Unvermeidliche hinzunehmen Er hoffte, es würde schnell gehen Kapitel 23 Stalingrad Sie liefen seit einer halben Stunde Durch die endlosen Stollen Überall stießen sie auf diverse Reste Der Feuergefechte Zerschmetterte Körper Liegen gebliebene Ausrüstungsteile Brand- und Explosionsspuren Und unzählige Patronenhülsen Jede Sekunde dieses Weges War Walter darauf gefasst Von einer Explosion zerrissen zu werden Ein kurzer Moment blendender Helle Dann endlose Dunkelheit und Frieden Er war bereit dafür Die immerwährenden Leiden des irdischen Lebens Hinter sich zu lassen Doch es war nichts geschehen Immer tiefer drangen sie vor In die düsteren, unwirklichen Tiefen von Transward Nüklein und seine Männer Hielten sich gut 300 Meter hinter ihn Jedem in seiner Gruppe war klar Dass sie genauso gut von einem anderen Planeten aus Hätten Unterstützung geben können Sollte es hier in der Hänge der Stollen Zu einem Kampf kommen Waren sie auf sich allein gestellt Walter spürte ein Ziehen unter seiner Schädeldecke Mehrfach blickte er sich um Weil er meinte ein Flüstern zu hören Ein Flüstern so leise Dass er sich nicht sicher war Ob es nur Einbildung sein konnte Er blieb stehen und hob die rechte Hand Und machte eine Geste Es handelte sich um ein bekanntes Handzeichen Der mobilen Infanterie Kelly, der hinter ihm gelaufen war, blieb stehen Lopfte zweimal kurz auf den Kolben seines Gewehrs Die anderen Männer hatten das Geräuschen Der angespannten Stille sofort vernommen Und wandten sich um Walters Knie zitterten Und er musste sich an einer der Felswände festhalten Um nicht vorüber zu fallen Langsam sank er zu Boden Und rutschte auf den Rücken Er konnte über sich Die Gesichter von Dellinger und Kelly erkennen Die Besorgnis war ihnen anzusehen Langsam verschwamm das Bild vor seinen Augen Und er glitt hinüber In die kalte, sturmgepeitschte Landschaft von Transwall Walter erwachte abrupt Ihm war, als hätte ein lautes Geräusch Das über Funk von seinem Helm übertragen worden war Ihn aufgeschreckt Wieder war eine starke Explosion zu hören Und anschließend lautes, sich überschlagenes Geschrei Walter riss die Augen auf Schaute sich hektisch um Er lag immer noch auf dem Boden eines Stollens Irgendwo in der Mine Er konnte sehen Dass die anderen Männer Sich an die Wände gedrückt hatten Und versuchten etwas zu erkennen Es muss die Gruppe von Nüklein sein, Sir Ich kann nichts entdecken Rief O'Connor atemlos Walter drehte sich um und kam auf die Beine Er lehnte sich mit dem Rücken an eine der Felswände Und versuchte nach Luft zu schnappen Er signalisierte den anderen Ihre Helmmikrofone stumm zu schalten Und öffnete langsam seinen Helm Die Luft hier unten war noch schlechter Als er erwartet hatte Sie war geschwängert von einem schweren Geruch Der sich ihm sogleich wie ein Druck auf die Brust legte Für einen Moment würde es schon gehen Dachte er Tja, ich hatte eben eine telepathische Konversation mit dem Alien Das durch uns aus dem Kernergebäude fliegen konnte Das Alien hat versucht mit mir einen Handel zu schließen Walter hielt da einen Moment inne Und überlegte wie er das Gespräch wiedergeben sollte Du redest schon, Zwiebel, was hat es gesagt? Rief O'Connor aufgeregt Das ist nicht so einfach zu erklären Wir sind nicht mehr weit von ihrem Stützpunkt entfernt Der Fremde legte mir nahe, hier zu verschwinden Sonst würden wir alle sterben, sagte Walter Ha! O'Connor lachte laut auf Das ist alles? Sag dir doch schon, dass das schwer zu erklären ist Die Aliens werden den Planeten in Kürze verlassen Dabei werden alle, die sich hier unten aufhalten, vernichtet werden Wie genau, kann ich nicht sagen Ich glaube, der Runen-Gur ließ uns diese Warnung zukommen Weil er so eine Art Dankbarkeit empfindet Dass wir ihm geholfen haben, Baschkis zu entkommen sagte Walter Sie hörten über Funk die Stimme von Lüglein Farrell, machen Sie Meldung Harold ignorierte diese Unterbrechung und fragte Sonst noch was, Zwiebel? Ich meine etwas Substantielles, das uns weiterhilft Walter schüttelte den Kopf Harold überlegte einige Sekunden während über Funk schon wieder das Brüllen von Lüglein zu hören war Dann signalisierte er ihnen mit einer Handbewegung ihre Helme zu schließen und den Funk zu aktivieren Hier, Farrell, halten vorläufig Stellung, Sir Was ist bei Ihnen los da oben? Gab er ruhig zurück Lüglein befahl ihnen, Walter vorzurücken und sofort Meldung zu machen wenn es zu einem Zwischenfall kommen sollte Walter blickte Farrell an Der Mann schien einen Moment zu überlegen und bestätigte dann Walter überlegte, was er wohl als Offizier getan hätte Wenn sie Nüklein von Walters telepathischem Kontakt berichteten würde er das Ganze bestenfalls als Lüge, Hingespinst oder Trick abtun Im schlechtesten Fall würde er sie noch gnadenloser antreiben Walter musste innerlich zustimmen Die Angelegenheit auszuschweigen war wahrlich das Beste Vorsichtig rückten sie den Stollen entlang weiter vor Nach 200 Metern tat sich vor ihnen eine große unterirdische Halle auf Sie musste auf natürliche Weise entstanden sein Hatte eine Breite von durchschnittlich 60 Metern und war voll von Stalagmiten, Stalaktiten und großen Felsbrocken die sich durch die Erschütterung der Minenarbeiter von der Decke gelöst haben mussten Im vorderen Teil der Halle hatten die Minenarbeiter den Boden planiert um mit ihren Kipplastern wenden zu können Durch die Mitte der Halle hatten sie eine 5 Meter breite Bresche geschlagen durch welche die Laster sie durchqueren konnten Man konnte sehen, dass auf der anderen Seite der Stollen weiterführte Außerdem sahen sie dass etwa 15 Meter links von dem Stollen auf der anderen Seite ein Feldspalt war durch den ein diffuses blaues Licht schimmerte das Walter sehr an das Leuchten der Energiewaffen erinnerte welche die Aliens benutzten Er war sich sicher dass sie am Eingang zu dem Bereich der Runen-Gur waren Bleibt stehen, zischte Farrell Sofort drückten sie sich wieder so gut es ging an die Wände Farrell nahm einen Brocken vom Boden auf und warf ihn in einem hohen Bogen in die Halle hinein Der Brocken schlug auf dem Boden auf und sofort waren flüchtige Bewegungen zwischen den Felsen zu sehen Zugleich lösten sich einige der blauen Energieblitze von der anderen Seite der Halle und schlugen in den Bereich ein in dem der Brocken Geräusche verursacht hatte Sir, Farrell hier Der Eingang zur Alienbasis ist in Sicht sagte Farrell über Funk Nükleins Euphorie angesichts dieser Meldung war nicht zu überhören Großartig, Farrell, großartig Rücken Sie sofort vor und sichern Sie Machen Sie alles nieder, was sich bewegt Negativ, Sir antwortete dieser knapp Negativ? brüllte Nüklein mit sich überschlagender Stimme Sofort folgte eine lange Tirade übelster Beschimpfungen und Drohungen die weit unter der Gürtellinie waren und bei der weder Farrells bedauernswerte Mutter noch Freunde, Bekannte, Verwandte seine Ahnen oder möglichen Nachkommen Lebende oder Geplante verschont wurden Als Nüklein letztlich Luft holen musste war Farrell ruhig ein Wenn Sie sich einen Moment beruhigen und mich eine ordentliche Meldung machen lassen Sir Er spuckte das letzte Wort fast aus Einige Sekunden herrschte Schweigen im Äther Dann setzte Farrell erneut an und erklärte die Lage Nachdem er geendet hatte herrschte wieder einige Sekunden Schweigen Dann befahl Nüklein ihnen die Stellung zu halten und auf ihn zu warten Nach einigen Minuten hörten sie Schritte hinter sich im Gang Kelly, der ihre Rücken decken sollte signalisierte per Anzeichen dass Nüklein und seine Leute sich näherten Walter konnte sieben Überlebende inklusive Nüklein ausmachen Walter wunderte sich nur nicht mehr dass der Mann solche Nerven zeigte Die Situation drohte ihm zu entgleiten Er würde sich darüber keine Illusionen machen Einige Minuten verharrten sie in dem Stollen Nüklein kroch selber ein Stück weit nach vorne Was ihm bei seiner Leibesfülle gar nicht so leicht fiel Und warf einige Brocken in die Halle mit dem gleichen Ergebnis wie zuvor bei Farrell Mühsam kam er wieder zu ihnen zurück Er blickte sich um und deutete plötzlich auf Walter Sani, du bist heute unsere Nummer 1 Danach deutete er abwechselnd auf Farrell, O'Connor, Kelly und zuletzt auf Derinja Du, Negerlein, suchst dir eine gute Position, sobald du drin bist und nimmst die Halle unter Sperrfeuer Er, ihr geht links rum, meine Gruppe kommt von rechts und deckt euren Vormarsch Walter warf erneut einen Blick in die Halle Ihm war klar, warum Nüklein die rechte Seite bevorzugte Die Deckung auf dieser Seite war wesentlich besser Ihm war ebenso klar dass er selbst keine Chance hatte Nüklein oder welche von seinen Männern mochten vielleicht die Halle überwinden und in den Komplex der Aliens eindringen Aber er, Walter Zwiebel, würde hier sein Leben lassen O'Connor stieß einige Beleidigungen gegen Nüklein aus die ebenfalls weit unter der Gürtellinie waren und fügte hinzu Geh doch selber, wenn du so dringend da rein willst Nüklein erwiderte heftig Sie denken nur an ihr dreckiges, wertloses Leben, Soldat Aber das hier ist wichtiger als jeder Einzelne von uns Jeder, der sich weigert, wird von mir persönlich erschossen O'Connor setzte zu einer Antwort an Doch Walter sagte knapp Ich mache es Die anderen schauten ihn überrascht an Der Winger sagte Du wirst drauf gehen, Walter Ist dir das klar? Ich habe genug Du wolltest dich in Porto Negro umbringen Und ich mache es eben hier sagte Walter tonlos Das war etwas völlig anderes Für einen kurzen Moment schien er ein Lächeln über sein Gesicht zu huschen Genug mit diesem Geschwätz Er hat gesagt, er macht es sagte Nüklein rüde Moment noch sagte Kelly und fügte dann voller Verachtungen zu Ich mache es auch freiwillig Aber ich mache es nicht für sie, Nüklein Sie sind der größte Abschaum der mir je begegnet ist Sie sind eine unerträgliche Schande für die Uniform, die sie tragen Jeder Atemzug von ihnen besudelt das Menschengeschlecht Ich mache das hier für Terra Auf das aus unseren schlechten Taten Gutes verwachsen möge für kommende Generationen So sei es 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 kam von ihnen die Antwort Auch Nükleins Männer hatten das Mantra aufgenommen Erwidert und salutierten so wie es seit der Gründung der Kreuzritter Brauch war Er selbst schwieg und schaute Kelly Hass erfüllt nach Er schon dabei war mit den anderen weiter nach vorne zu kriechen Walter erreichte das Ende des Stollens Noch weiter nach vorne zu kriechen traute er sich vorerst nicht Er schaute sich um bis alle anderen ihre von Nüklein vorbestimmten Positionen eingenommen hatten Pebble hob die Hand streckte drei Finger in die Höhe und signalisierte Drei Zwei Eins Ohne zu überlegen sprang Walter auf und rannte so schnell er konnte in die Halle und auf die Felsen auf der linken Seite zu Er konnte noch die zuckenden Bewegungen zwischen den Felsen sehen und sah für einen Sekunden Bruchteil die blauen Energieblitze auf seinen Körper zu rasen Dann war nichts mehr Walters Bewusstsein schwebte wie beim ersten Mal über seinem Körper Er konnte sich in Ruhe in der Halle umschauen Jetzt brauchte er sich keine Sorgen mehr zu machen Denn er war ja tot Dass die Aliens nur geschossen hatten um ihn zu betäuben wie beim ersten Mal im Kernergebäude Davon wagte er nicht mal zu träumen Er hatte es nur fünf Meter in die Halle hineingeschafft Wenige Meter weiter lag Farrell genau wie er selbst merkwürdig verkrümmt am Boden Der gute Farrell hatte sie so weit geführt Nach allem was er durchgemacht hatte gab er nun hier auf diesem dreckigen kalten Planeten Niemand würde je von ihrem Opfer erfahren Dahinter war auch Connor der Hitzkopf Walter hatte ihm längst seine Respektlosigkeiten und Quälereien verziehen Letztlich war auch er nur ein Getriebener gewesen der besser enden wollte als er begonnen hatte Es war ihm nicht vergönnt An die Felsen gelehnt am Rand des freien Bereiches lag Kelly Er hatte es trotz des Kälteschocks geschafft die Felsen zu erreichen und war erst dort zusammengesackt Doch nun lag er da wie die anderen steif und unbeweglich Vermutlich würde auch er die Kälte nicht überleben Armer Kelly So viel Mut, Geschick und Bescheidenheit Doch das Schicksal dankte es ihm schlecht Nur Damager hatte die Felsen erreicht Walter konnte sehen dass sein linker Arm steif runterhing Auch er hatte mindestens einen Treffer eingesteckt Für einen Moment fingerte er mit der rechten Hand an seiner Minigun Dann zog er den Waffengurt straffer und richtete sich auf und schob sich an einem Stalaktiten gelehnt nach oben Aus der Mündung seiner Waffe rang wieder die 50 cm lange Stichflamme während er den Raum mit einem Stahlgewitter eindeckte Walter konnte sehen dass er nicht wirklich zielte sondern sich damit begnügte den ganzen Bereich ordentlich einzudecken Einige Sekunden später dürmten Nükleins verbliebene Männer aus dem Stollen nach draußen und liefen nach rechts in Deckung Dabei feuerten sie Granaten in den hinteren Bereich der Halle wo sie Gegner vermuteten Walter sah Feuerblumen dort wachsen Keinen Sekundenbruchteil war es ihm als läge er auf dem Boden und könnte die Hitze der Explosionen und die Erschütterungen deutlich spüren Doch es war sicher nur eine kurze Einbildung Ein Erinnerungsfetzen aus seinem alten Leben dass er nun bald endgültig hinter sich lassen würde Walter konzentrierte sich darauf was um ihn herum geschah Er sah, dass Nüklein als Letzter aus dem Stollen kam wie ein echter Held der TSU und sich in Deckung warf Einige Energieblitze zuckten an Nüklein vorbei aber trafen ihn nicht Walter musste lachen bei der Vorstellung dass der dicke Nüklein Rolleins auf den Pelz gebrannt bekam Was für eine hässliche Leiche er abgeben würde Schmerz durchzuckte Walter und er war einen Augenblick ganz erstaunt Schmerz? Ich muss also noch leben, dachte Walter Unfassbar, ich lebe noch Er schüttelte seine Verwirrung ab Er konnte sehen, wie Derringers Munitionsgürtel gerade durchlief und die Stichflamme erlosch Der Mann hatte die ganzen 5000 Schuss am Stück verfeuert Wahrscheinlich das Beste, was er machen konnte Oh, Derringer! Walter hoffte inbrünstig dass der Mann es hier rausschaffen würde Für einen Moment hielt Walter inne und überlegte Da war doch noch etwas Wichtiges gewesen Walter, du Trottel, weißt dich zusammen, dachte er So hatte sein Stiefvater ihn immer wieder genannt Als er noch ein Kind war Walter, du Trottel hier Walter, du Dumpfbacke dort Kein Tag verging An dem dieser Mann ihm nicht klar zu verstehen gab Was für ein nutzloser Versager er doch war Walter hatte ihn immer gehasst Aber noch mehr hatte er seine Mutter gehasst Die immer so getan hatte Als bekäme sie davor nichts mit Selbst wenn er weinend zu ihr gerannt war Hatte sie nur Walter! Für einen Moment war es ihm Als hätte jemand seinen Namen gerufen Derringer Ach ja, er lebte ja noch Walter spürte Wie jemand ihn an seinem Fuß packte Und über den Boden schleifte Er murmelte Taylor, lass mich hier liegen Und rette dein Leben Das könnte dir so passen, Zwiebel Reiß dich zusammen und hilf mir Was für Medikamente helfen gegen den Schock Ich hab nur Grundkenntnisse, Mann Hilf mir verdammt noch mal Die letzten Worte hatte Derringer fast geschrien In ihnen hatten Schmerz und Verzweiflung gelegen Walter versuchte sich zu konzentrieren Er nannte einige Medis Von denen er wusste, dass er noch welche in seinem Rucksack haben musste Er spürte, wie Taylor ihn packte Und mit einem Arm in einem Gewalttakt umdrehte Wieder schließt er dabei einen schmerzerfüllten Schrei aus Walter überlegte, warum der Mann so eine Tortur auf sich nahm Und nicht einfach die Flucht ergriff Dann fiel ihm wieder ein Dass er ja gar nicht tot war Er hörte, wie Derringer in seinem Rucksack wühlte Und nach wenigen Sekunden das Zischen eines Punkters Für einen Moment war Walter wieder losgelöst von seinem Körper in der Schwebe Auf der anderen Seite der Halle war der Kampf noch in vollem Gange Explosionen, Blitze und Gewehrsalven zuckten hin und her Menschen und Aliens schrien im Todeskampf Unter sich konnte Walter sehen Wie Derringer zu den einzelnen Mitgliedern seines Teams kroch Und ihnen mit dem Punkter Medikamente verabreichte Im nächsten Moment schlug Walter wieder die Augen auf Er versuchte sich auf den Rücken zu rollen Was er jedoch sogleich wieder aufgab Seine Beine brannten wie Feuer Und auch der Rest fühlte sich nicht viel besser an Diesmal war es viel schlimmer Als beim ersten Mal im Kernergebäude Langsam und unter unvorstellbaren Schmerzen Gelang es ihm, sich zu drehen Und zu den Felsen zu ruppen Nach dieser lächerlichen Distanz von zwei Metern Waren die Schmerzen so stark Dass er für Sekunden das Bewusstsein verlor Als er wieder halbwegs zu sich gekommen war Da sah er, dass Derringer die anderen versorgt Und hinter den Felsen Entdeckung geschafft hatte Sie konnten nur hoffen, dass Nüklein sich mit seiner Handvoll Männern Gegen die Aliens in der Halle durchsetzen konnte In dem Fall hatten sie vielleicht noch eine Chance Wieder von hier zu fliehen Und sich zu einem Stasistank zu begeben Neben Walter stöhnte Farrell leise Auch er musste starke Schmerzen haben War aber schon wieder bei Bewusstsein Walter versuchte, sich auf den Funkverkehr Und auch auf die Außenlautsprecher zu konzentrieren Und zu erfahren, wie es auf der anderen Seite der Halle lief Die Explosionen waren verstummt Nur noch selten hörte er das typische Geräusch eines Energieblitzes Oder einer Gewehrsalve Er versuchte zu sprechen Doch sobald er die Zähne auseinander schob Klapperten diese so heftig Dass er den Versuch sogleich wieder aufgab Er überlegte Dass es noch einige Minuten dauern würde Bis er selbst einfachste Dinge wieder tun konnte Er lauschte Von der anderen Seite hörte er das Gebrüll von Nüklein Stoßen Sie vor, Meißner Der Feind muss gleich links von Ihnen sein Vorwärts, Meißner Vorwärts Walter konnte ein entsetzliches Schmatzen hören Jemand stieß einen so entsetzlichen Schmerzensschrei aus Dass es Walter ins Herz traf Die Stiehaugen sind seine schwächste Stelle Kämpfen Sie, Meißner Kämpfen Sie Täterte Nüklein wieder aus seiner Deckung Meißner wimmerte immer noch herzzerreißend Meine Beine sind gebrochen, Sir Hauptgefreiter Meißner Bedauert Ihren Befehl nicht ausführen zu können Zwei Sekunden später hörte Walter einen einzelnen Schuss Tränen schossen ihm in die Augen Würde dieses Martyrium denn niemals enden Er dachte an seine Walter Meteor Und daran Meißners Beispiel zu folgen Er versuchte nach der Pistole zu greifen Doch seine tauben Finger gehorchten ihm einfach nicht Dann war der Moment wieder vorbei Und er hatte sich gefangen Von der anderen Seite konnte Walter Nükleins Stimme hören Die blanke Panik war nicht zu überhören Meißner González Hutzemeier Ölschlegel Kronhuber Wo seid ihr elenden Feiglinge? Es ist nur noch ein Alien übrig Versteht ihr mich, ihr Feigenschweine? Gemeinsam packen wir ihn Greift da an Seine Stimme überschlug sich Sie sind alle tot, Nüklein Rief Farrell Walter sah sich erstaunt nach Farrell um Farrell, sammeln Sie Ihre Männer und gehen Sie in Stellung Rief Nüklein von der anderen Seite Farrell ließ nur ein raues Lachen vernehmen Nükleins hysterisches Brüllen von der anderen Seite War kaum noch verständlich Walter versuchte alle Kräfte zu mobilisieren, die er noch hatte Langsam kroch er den letzten Meter auf die Felsen vor ihm zu Plötzlich fühlte er sich gepackt und angehoben Walter lehnte nun seitlich auf den Knien An einem der Felsbrocken Er konnte kaum etwas von der anderen Seite erkennen Nüklein gab immer wieder Salven aus seinen beiden AK-220 ab Von einem Moment zum nächsten Führte er wieder dieses Ziehen an seinem Hinterkopf Seine Sicht verschwamm Und er fand sich in einer Art Grotte wieder Die irgendwo auf Transfall sein mochte Über ihm schienen gewaltige Felsbrocken Eine natürliche Überdachung zu bilden Der Sturm, der auf diesem Planeten allgegenwärtig war Schien heulend über diese Felsen hinweg zu ziehen Walter spürte seitlich von seiner Position etwas Lebendiges in der Dunkelheit Und wandte sich hastig um Aus dem Schatten trat ein großer, schwarzglänzender Körper hervor Walter erkannte ihn sofort wieder Es war das Exemplar, das mit ihm im Kernergebäude eingeschlossen gewesen war Das unheimliche Wesen trat langsam mit einem geschmeidigen, raubtierhaften Gang direkt vor ihn Es beugte sich ein wenig herunter So dass seine facettenartigen Stilaugen nur wenige Zentimeter vor Walters Helm schwebten Für einen unwirklichen Moment standen sich Mensch und Alien von Angesicht zu Angesicht gegenüber Dann streckte das Wesen eines seiner Gliedmaßen aus Und berührte Walter sanft an der Brust und verharrte dort Einen Moment war er völlig perplex Doch dann streckte er instinktiv seine rechte Hand aus Und ergriff die fremdartige Extremität Eine Flut von Bildern strömte durch sein Gehirn Fremdartige, bizarre Erinnerungen zogen an ihm vorbei Die Fülle der Eindrücke war gewaltig Ohne Vorwarnung verschwand die Szene Und er fand sich wieder in der unterirdischen Halle an den Felsen gelehnt Er konnte Nügleins Stimme hören Die unablässig nach ihnen rief Kommandos brüllte Drohungen und Verwünschungen ausstieß Und sich dabei immer wieder überschlug Und zeitweilig zu einem Krächzen verkam Das kaum verständlich war Er hörte irgendwo im Hintergrund O'Connors schwache Stimme rufen Tja, ich kann mich wieder ein wenig bewegen Was soll ich tun? Was ist mit Nüglein? Einige Sekunden vergingen, bevor die Antwort kam Nichts ist mit Nüglein Stellung halten und abwarten Bis sie wieder zu Kräften gekommen sind Danach sehen wir weiter Tja, wir müssen hier raus Hörte Walter sich sagen Peril rief fragend seinen Namen Walters Zunge fühlte sich immer noch schwer wie Bleiern Er konzentrierte sich auf die Worte Die in seinem Bewusstsein brannten Und versuchte Das Gebrüll Nügleins zu übertönen Das ist keine Basis Sondern ein Alienraumschiff Es ist beinahe startklar In einigen Minuten werden die Abgase des Antriebs alles hier unten verbrennen Einige Sekunden verstrichen Walter konnte sich mittlerweile aus eigener Kraft drehen Und blickte hinüber zu Ferrell Der für einige Sekunden unschlüssig schien Doch dann strafften sich seine Schultern und er rief Alle Mann zurückziehen Ab in den Stollen und schnell raus hier Nügleins Stimme war nun über Funk zu hören Er beschwor sie stehen zu bleiben und ihm zu helfen Er drohte, feilschte Überschüttete sie mit Angeboten Was er alles für sie tun konnte Zuletzt bettelte und wimmerte er nur noch Er sei doch ein Mensch Und sie könnten ihn hier nicht einfach so diesem Monster überlassen Die anderen hatten die Höhle schon verlassen Walter zog sich gerade mühsam in den Stollen Vor ihm blieb Ferrell stehen und antwortete das erste Mal Nüglein über Funk Sie haben mir damals auf Oranien alles genommen, Nüglein Wenn man bedenkt, was sie alles getan haben Wird ihr Ende schnell und schmerzlos sein Nüglein schickte einen Moment Dann brüllte er Sie elender Verräter Ich bin stolz auf meine Entscheidung Und würde es in hundert Leben jedes Mal wieder tun Leben Sie wohl, Nüglein Antwortete Ferrell knapp Walter, der hinter ihm gelaufen war Blickte einen Moment zurück Entsetzt konnte er sehen, wie Nüglein aus seiner Deckung sprang Und mit seinen beiden AK-220 anlegte Für einen Moment blieb Walter das Herz stehen Gleich würde er seine beiden Granatwerfer abfeuern In der Hoffnung, dass die Explosion sie alle trotz ihrer Rüstung in dem engen Stollen auf der Stelle töten würde Im selben Moment jedoch Sah Walter einen dunklen Schatten hinter Nüglein auftauchen Nüglein musste es auch bemerkt haben Doch bevor er reagieren konnte Schoben sich die Gliedmaße des Runen-Gur unter den Achselhöhlen Nügleins hindurch Und packten seine Arme von der Innenseite Die beiden AK-220 fielen klappern zu Boden Nüglein wurde trotz seiner gewaltigen Körpermasse emporgehoben Und landete auf dem Rücken des Aliens Es erklang ein gellender Schrei Nimmer endenden Entsetzens Als das Alien nach wenigen Sprüngen mit Nüglein auf dem Rücken den Feldspalt erreichte Und darin entschwand Kapitel 24 Verbrannte Erde Verzweifelt schleppten sie sich in Richtung Ausgang des Stollens Vor einigen Minuten hatte der Boden spürbar angefangen zu vibrieren In ihrem Zustand kamen die Männer nur langsam voran Oft mussten sie Halt machen, um zu pausieren Oder sich gegenseitig zu stützen Nach 20 Minuten waren sie gerade mal 500 Meter weit gekommen Devanger blieb stehen und rief Halt Freunde, so macht das keinen Sinn Wenn eine ultraheiße Druckwelle sich in den Stollen entlädt, werden wir gegrillt Die Seitengänge sind alle gesprengt Das ionisierte Gas hat nur einen Ausgang Einen vergleichsweise schmalen Stollen Und wir sind genau da drin Was schlägst du vor, Taylor? fragte Walter außer Atem Ganz einfach Wir müssen den Gang hinter uns zum Einsturz bringen Gebt mir alle Granaten, die ihr dabei habt Auch die Werfergranaten Ich werde schnell einen Zünder improvisieren Antwortete der Raster Eilig begannen sie, ihre Explosivstoffe zusammenzusuchen Kelly fragte Hat jemand gesehen, was mit Nüklein passiert ist? Walter antwortete Das Alien hat ihn gefangen und mitgenommen O'Connor schickte ein kurzes Stoßgebet gegen den Himmel Die anderen drei Männer schauten nur mit versteinerten Minen Walter selbst konnte, gleichwohl er keinen persönlichen Grund hatte, Nüklein zu hassen Kein Mitleid für den Mann empfinden Er sagte sich, dass Nüklein sein Schicksal herausgefordert Und letztlich nur das bekommen hatte, was er verdient hatte Nachdem Derringer die Sprengstoffe verdrahtet hatte Und der Zünder angeschlossen und eingestellt war Eilten sie zügig weiter Nach gut 100 Metern erreichten sie einen Querstollen Der nach wenigen Metern eingestürzt war Der Ranger dirigierte sie in das kurze Gangstück Die Vibrationen waren deutlich stärker geworden Es war zu befürchten, dass der Start des Alien-Raumschiffs unmittelbar bevorstand Auf sein Kommando drückten sie sich alle in die flachen Feldspalten, so gut es ging Der Ranger betätigte den Auslöser Und sie hörten sogleich eine Explosion Eine Sekunde später brauchste er eine starke Druckwelle durch den Hauptstollen So dass alle an Staub aufkamen und kleine Geräuschstücke pfeifend umherflogen Sie waren in ihrem Seitengang sicher Nach wenigen Sekunden setzten sie sich wieder in Bewegung Und eilten weiter zum Ausgang Nach einigen Minuten, in denen die Vibrationen im Gestein immer weiter zugenommen hatten Erbebte plötzlich die Erde Seine Gesteinsbrocken fielen von der Decke Und prallten von ihren Rüstungen ab Sie eilten hastig weiter Immer mit der Angst, dass ein Teil des Stollens über ihnen einstürzen Und sie begraben könnte Endlich sahen sie voraus das Licht am Ende des Tunnels Perel befahl ihnen stehen zu bleiben Er schlich sich alleine weiter nach vorne Und später nach draußen Nach einer Minute befahl er ihnen, hier zu warten und die Umgebung im Auge zu behalten Er lief selbst hastig und ohne Deckung zu suchen hinüber zum PTF, das immer noch an der Erdschmelze stand Und verschwand in dem Fahrzeug Zwei Minuten später nahm der Panzer Fahrt auf und fuhr direkt vor den Stolleneingang Die Heckklappe fiel herunter und Walter und die anderen eilten hastig in den Panzer Perel fuhr die Luke wieder hoch und gab Vollgas Der Ranger fragte sogleich Jake, wohin fahren wir jetzt und was machen wir dann dort? Perel blickte nicht von den Konsolen des PTFs auf und erklärte Wir fahren zum Terraformer zurück Ich denke, dass mit dem Abflug der Aliens auch diese Mutationswaffe nicht mehr in Betrieb ist Nüklein war inoffiziell und in geheimer Mission hier Er hat für diese Operation alles auf eine Karte gesetzt und keinen Nachschub angefordert Ich setzte darauf, dass am Terraformer nur noch eine Minimalbesatzung ist Und Nükleins Stellvertreter, vermutlich ein niederer Dienstgrad, mit der Situation überfordert ist Wir fahren vor, suchen wenn möglich nach Schulz und seinen Leuten und versuchen eins der AKBs zu kapern Dann fliegen wir ab und versuchen unser Glück im Weltraum Ranger und die anderen schwiegen Walter machte sich seine eigenen Gedanken Ihm und den anderen war klar, dass mit der Kaperung eines Sprungraumbas noch nichts gewonnen war Die Marine würde, wie angekündigt, eine Blockade über den Planeten verhängt haben Jedes Raumschiff, das unerlaubt startete und sich aus dem Orbit entfernte würden die Blockadeschiffe sofort unter Feuer nehmen Sie hatten sich einige hundert Meter von der Minenanlage entfernt Und konnten überall in der Landschaft verstreute glühende Felsbrocken recht unterschiedlicher Größe ausmachen Die im Staubsturm in Sicht kamen und sogleich wieder hinter ihnen verschwanden Ranger hatte daraufhin vermutet, dass sein Teil des Berges an dem Grube 1 lag Am Start der Aliens oder kurz davor abgesprengt worden sein musste Sie fuhren nun wieder einmal durch die Sand- und Staubstürme Transvals Erstes Ziel war Checkpoint Alpha Wenn alles gut ging, würden sie dort die Abzweigung Richtung Terraforma 1 nehmen In einigen Stunden würde sich ihr Schicksal entscheiden Sie hatten Checkpoint Alpha vor einer Stunde passiert Vor dem Bunker hatten keine Fahrzeuge geparkt Und auch sonst waren sie niemandem begegnet Endlos und eintönig zogen sich die Kilometer hin In wenigen Minuten würden sie die Schlucht erreichen, in der die Terraformanlage stand Von vorne erklang Farrells Stimme Alle Mann bereit machen Da wir nicht genau wissen, was uns erwartet, verzichten wir auf einen festen Plan Kelly, bitte äußerste Konzentration am Geschütz Im schlimmsten Fall müssen wir uns den Weg freischießen Frau Connor, Bereithalten an der Heckluke Wenn wir in der Nähe, kurz vor dem Kamm oberhalb der Anlage sind, zeigen sie aus Taylor, du hältst dich bereit, die Steuerung des PDFs zu übernehmen Walter sah eilig seine Bestände durch Und legte die passenden Ampullen schon mal ins Gürtelmagazin Damit er sie im Ernstfall blitzschnell ziehen konnte Frau Connor prüfte gewissenhaft sein Scharfschützengewehr Und kauerte sich dann an der Heckluke auf den Boden Walter konnte seinen entrückten Blick sehen In den nächsten Minuten würde er versuchen All seine Ängste vor gefassten Erwartungen und Gedanken loszulassen Und ganz eins zu werden mit dem Augenblick Walter beschloss sich ebenfalls zu entspannen Einige Minuten später öffnete sich abrupt die Heckklappe Das PDF bremste scharf Und Taylor nutzte den Schwung, um geschickt aus dem Panzer zu springen Und sich abzurollen Unter normalen Umständen hätte er sich etliche Knochen gebrochen Doch Erfahrung, jahrelange Übungen und nicht zuletzt seine Rüstung Sorgten dafür, dass er unverletzt blieb Er würde sich zu einer guten Schussposition begeben Und von dort mit seinem Scharfschützengewehr Unterstützung geben Bei allem, was vor ihnen liegen mochte Die Heckklappe war schon wieder eingefahren Als sie das Landefeld vor sich auftauchen sahen Walters Herz machte einen Sprung Als er die AKBs erblickte Sie standen nach wie vor an ihrem Platz Sie hatten eine Chance Dachte er grimmig Im selben Moment ertönte ein Signal von der Kommunikationsanlage Der Ranger war Farrell einen Blick zu Und dieser nickte unmerklich Ihr Leutnant Ibanez Identifizieren Sie sich auf der Stelle Obwohl der Mann sich bemühte, streng und ruhig zu klingen War ihm seine Nervosität sichtig anzumerken Regatten Captain Farrell hier Wir kommen von Grube 1 Unsere Operation dort war in Debakel Nüklein und nahezu alle unsere Leute sind tot Ich hab hier noch vier weitere Überlebende Der Mann war bei den Worten kreidebleich geworden Er überlegte einige Sekunden Und entschied sich dann für eine Flucht nach vorne Ich habe hier nur drei Mann Die unter meinem Kommando verblieben sind Und eine große Gruppe Wissenschaftler Was schlagen Sie vor, was wir jetzt tun sollen, Sir? Walter atmete tief durch Und wartete gebannt, was Farrell jetzt sagen würde Was ist mit Leutnant Schulz und seinen Leuten? Fragte Farrell ohne Umschweife Sie sind auf Befehl von Nüklein unter Arrest Ich schlage vor, angesichts der Umstände Die Männer freizulassen Und ihnen ihre Waffen zurückzugeben Ich habe schon mal einen Angriff der Aliens abwehren müssen In Porto Negro hatten wir einen Bunker mit Zaun und Wachtürmen Hier ist es ein nicht militärischer, offener Industriekomplex Wir werden jeden Mann brauchen, Ibanes Ibanes überlegte einen Moment Auf seinem Gesicht konnte man deutlich sehen Dass er einen inneren Kampf ausfacht Ich stimme Ihnen zu, Sir Antwortete er schließlich knapp Schicken Sie die Marines auf das Landefeld Tja, wir müssen die AKBs schützen Als der Mann bestätigte, hätte Walter sich das erste Mal seit Wochen vor Lachen kugeln können Nükleins Stellvertreter war ein geistiger Tiefflieger und autoritärer Denker Sie fuhren direkt auf das Landefeld mitten zwischen die AKBs Die Heckluke fiel mit einem lauten Knall auf das Landefeld Bevor sie sich versahen, eilte Farrell im Laufschritt an ihnen vorbei Und rief, alles rasch mir nach Walter reagierte am langsamsten Und eilte wieder mal so schnell er konnte hinter den anderen her Sie hielten auf einen der AKBs zu Davinja blieb stehen Und machte den Piloten im Cockpit Handzeichen Wenige Sekunden später Öffnete sich langsam die Ladeluke des AKBs Ein angespannt wirkender Techniker Starte sie misstrauisch an Nach einem kurzen Gespräch Begleitete er sie in die Kommandozentrale Eine erneute kurze Diskussion erfolgte Der Pilot übergab nur sehr schweren Herzens den Kommando-Code für das Raumschiff Danach begleiteten sie die beiden Männer zu ihren Kollegen Die sich in der Kantine des kleinen Raumes versammelt hatten Farrell erklärte ihnen Dass sie bis auf weiteres Leutnant die Bahnes unterstellt waren Unwillig verließ die Crew ihr Schiff Doch das Wichtigste war, dass sie gehorchten Nükleins Männer waren eiserne Disziplin gewohnt Farrell schloss die Heckluke nicht sofort Als die Männer aus der Hörweite waren, sagte er Taylor, du machst das Schiff klar Kelly, sie besetzen den Geschützstand Siebel, sie folgen mir Der Ranger runzelte die Stirn und schaute Farrell fragend an Wir haben noch was zu erledigen Ibanez eilte ihnen entgegen Als sie sich dem Haupteingang des Terraformers näherten Farrell schnitt Ibanez Fragen kurzerhand ab Und ließ sich zur Waffenkammer führen Walter folgte ihnen dicht auf Dort angekommen, er nahm Farrell vier Stunnerpistolen Und vier Paarenstellen Und steckte sie in eine kleine leere Waffenkiste Ibanez sah ihn fragend an, aber schwieg Hören Sie Ibanez Diese Geschichte hier unten kann uns alle noch Kopf und Kragen kosten Ibanez nickte heftig Mit uns kam ein VIP von Kerner hier an Er hat gute Beziehungen zu Nükleins Auftraggebern und dem Oberkommando Wir schicken eins der AKBs, um Meldung zu machen Er wird den Vorfall so schildern Dass keiner von den hohen Tieren das in den falschen Hals bekommt Und wir so schnell wie möglich Verstärkung bekommen Ibanez dankte Farrell überschwänglich Während sie zum Quartier von Baschküs und seinen Leuten unterwegs waren Vor der Tür bat Farrell um den Schlüssel Und schickte Ibanez wieder an seinen Posten Walter überlegte krampfhaft Was der Mann mit all dem bezweckte Wir hatten wirklich keinen Grund, Baschküs zu helfen Als die Schlüsselkarte das Türschos berührte, erklang ein kurzer Summton Die Tür schwang auf und sie traten ein Baschküs, der auf einer Couch gelegen hatte, sprang auf, als er die beiden Männer eintreten sah Voller Panik blickte er sich nach etwas um, das er als Waffe hätte gebrauchen können Farrell hielt seine Walter Meteor auf ihn gerichtet Das Spiel ist aus, Baschküs Sagte er in einem eisigen Tonfall Nüklein ist mit seinen Männern in die Mine eingedrungen Und hat die Station der Aliens gekapert Ihm sind unzählige technische Geräte und Anlagen der Fremden in die Hände gefallen Dazu noch eine Vielzahl von ausgewachsenen Exemplaren im Kälteschlaf Sie waren nicht dabei, Baschküs Seine Stimme triefte vor Hohn Die drei Mitarbeiter von Baschküs waren aus einem der anderen Räume herbeigehalten Und hatten sich unter dem Eindruck einer auf sie gerichteten Energiepistole Neben ihren Chef auf die Couch gesetzt Nüklein hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen konnten Wir arbeiten jetzt für Nüklein und werden für unseren Einsatz belohnt werden Auf sie, Baschküs, wartet er gegen ein trostloses Leben in einer Loth-Strafkolonie Der Mann war unter Farrels Worten immer kleiner geworden Farrel gab Walter die Waffenkiste Und befahl Baschküs und seinen Leuten auf die Knie zu gehen Und die Arme nach hinten auszustrecken Walter legte ihnen der Reihe nach die Handschellen an Dann ging er voraus Während Farrel hinter den Männern folgte Und drohend seine Energiepistole schwenkte Sie verließen das gigantische Gebäude Farrel scheuchte sie in Richtung eines der AKBs Als sie das Schiff umrundet hatten, stand die Heckluke schon offen Und ein Besatzungsmitglied sah sie fragend an Farrel erklärte ihm, dass diese Gefangenen zur Orbitalstation gebracht werden sollten Er bestand darauf, diese gefährlichen Gefangenen persönlich in einem der Quartiere an Bord einzusperren Der Mann führte sie durch den Hauptkorridor zu einer Kabine, die ungenutzt war Nachdem er sich kurz vergewissert hatte, dass die Kabine abgesperrt werden konnte Halte er nach vorne zur Kommandozentrale Um den Piloten über den bevorstehenden kurzen Flug zu informieren Der Mann schien keine Aquon zu haben Ein Flug, der nur einige Minuten dauerte Mit vier Gefangenen, deren Hände auf dem Rücken gefesselt waren Unbewaffnet und zugleich in einem kleinen Raum eingesperrt Farrel drängte Baschgüs und seine Männer in den Raum Sie waren sichtlich geschockt und ließen die Köpfe hängen Farrel kippte den Inhalt der Kiste auf eines der Betten Als die vier Stunner zu sehen waren, fiel wieder Leben in die vier Männer zu kommen Baschgüs sah Farrel überrascht an Als dieser den Schlüssel für ihre Handschellen dazulegte Sobald wir wechseln, können sie sich befreien Machen sie rasch, sie haben nicht viel Zeit Am besten bleiben sie hier im Raum, bis sie merken, dass der AKB abgehoben hat Die Tür zu ihrer Kabine lasse ich unverriegelt Viel Glück, Baschgüs Baschgüs schaute ihn misstrauisch an Warum tun sie das, Farrel? Ich habe einen ausgeprägten Helferkomplex und kann kein Blut sehen Das soll ich ihnen glauben, Farrel? Sie beleidigen meine Intelligenz Das ist mir ziemlich egal, was sie glauben, Baschgüs Ich habe ihnen eine Chance gegeben Machen sie was draus Oder verrecken sie in einer Strafkolonie Leben sie wohl, Baschgüs Bevor einer der Männer etwas sagen konnte, öffnete Farrel die Kabinentür Walter und er schlüpften nach draußen und schlossen die Tür hinter sich Kein Moment zu früh Schon wenige Sekunden später öffnete sich die Schleuse der Kommandozentrale Und der Mann, mit dem sie gesprochen hatten, kam heraus Der Pilot ist informiert und lässt schon mal den Antrieb warmlaufen, Sir Ausgezeichnet Die Gefangenen sind ordnungsgemäß untergebracht Wir gehen sofort von Bord Je schneller sie ihren Auftrag ausführen, desto eher entspannt sich unsere kritische Situation Leben sie wohl, Crewman Farrel und Walter salutierten Und machten sich auf den Weg zur Heckluke Der Mann sah ihnen nach Als sich die Luke schloss Doch er hatte keine Zeit, sich lange Gedanken zu machen Es ertönte ein Signal im Schiff Das der Startcountdown bei minus fünf Minuten eingesetzt hatte Auf dem Flugfeld sahen sie Schulz und die überlebenden Marines aus Porto Negro unschlüssig herumstehen Farrel winkte zu ihnen herüber Gemeinsam liefen sie zu dem AKB In dem Derringer und die anderen bei den Startvorbereitungen waren Sie eilten die Rampe hinauf ins Innere des Schiffes Farrel und Walter gingen zügig zur Kommandozentrale Derringer blickte die beiden Ankömmlinge bei deren Eintreten an Und meldete Die Stanley Beamish ist startklar Farrel nahm Platz auf dem Pilotensessel Und atmete tief durch Obwohl Walter kein Experte der Raumnavigation war Wusste er, dass jetzt der ungleich schwerere Teil ihrer Flucht folgte In den nächsten Minuten verteilte Farrel die Männer auf ihre Stationen Die Stanley Beamish war in AKB in Standardbauweise Für maximal zehn Mann Besatzung ausgelegt War ihre Beschleunigung bestenfalls gutes Mittelfeld Einziger Lichtblick bei der Navigation war die Wendigkeit des Schiffes Die der von Raumjägern in nichts nachstand Die Bewaffnung bestand aus zwei Torpedowerfern Die am Bug angebracht waren Und zwei Fächerlasern Die seitlich in den Stabilisatoren untergebracht waren Und einen Schwenkbereich von 200 Grad hatten Sie warteten, bis das AKB mit Baschgüs und seinen Männern gestartet war Das Raumschiff nahm Geschwindigkeit auf Und verschwand in der trüben Atmosphäre des Planeten Farrel fuhr den Reaktor der Stanley Beamish hoch Und ließ die Triebwerke warmlaufen Walter hatte sich hinter ihnen und Derringer Auf einen der Sessel in der Kommandozentrale gesetzt Er fragte Sir, was ist mit den wenigen verbliebenen Männern von Nüklein? Werden sie unseren Staat nicht bemerken? Sollen sie doch Sie haben keine geeigneten Waffen, um dieses Schiff zu bedrohen Eine Warnung können sie ebenfalls nicht absetzen Also seien sie ganz entspannt, Zwiebel Der heikle Teil dieser Operation beginnt, sobald wir den Schutz der Atmosphäre verlassen haben Das Raumschiff hob ab Sie ignorierten einen Kommunikationsversuch von Ibanes Und flogen zu der Stelle, wo sie O'Connor abgesetzt hatten Wenige Meter über dem Boden schwebend, senkte sich die Heckrampe Und O'Connor sprang aus seiner Deckung, erreichte die Rampe und sprang hinauf Noch während er hoch lief, ließ Farrell die Rampe wieder zuklappen Und das Schiff stieg langsam nach oben Eine Minute später meldete O'Connor über Funk Er habe Platz in einem der Schiffsessel genommen und sich angeschnallt Es konnte losgehen Farrell ließ das Schiff höher in die Atmosphäre aufsteigen Dann gab es Schub auf die Haupttriebwerke Und sie flogen bei gleicher Höhe in nördliche Richtung Durch die Fenster konnten sie nichts erkennen Außer Transvals allgegenwärtigen Staubstürmen Farrell gab mehr Schub auf die Haupttriebwerke Das Schiff flügte jetzt mit gut 20.000 kmh durch die oberen Schichten des Planeten An jedem anderen Ort der TSU hätte ein solches Manöver schwere Stürme ausgelöst Und die Sicherheitskräfte des Planeten augenblicklich auf den Plan gerufen Auf Transval fiel es nicht weiter auf Was hast du vor, Jake? fragte Derringer Ich spekuliere darauf, dass Baschküs und seine Männer versuchen werden Das AKB, in dem sie sich befinden, zu kapern Vielleicht setzt die Besatzung noch schneller einen Hilferuf ab Oder Baschküs wird nicht in der Lage sein, den Identifikationscode zu übermitteln Nachdem ich gesehen habe, wie Nükleins Männer ihn und seine Leute behandelt haben Glaube ich nicht, dass seine Lobby bei der Marine allzu gut ist Ich denke, man wird ihn abschießen Auf jeden Fall wird er die Blockade Schiffe auf den Plan rufen Vielleicht können wir in der Aufregung genug Schub entwickeln Um die Schwerkraft des Planeten zu überwinden Und in Schleichfahrt zu gehen Ohne dass man uns bemerkt Wir lassen uns dann gemütlich von Transval forttreiben Und nehmen wieder Fahrt auf Sobald wir uns weit aus der Scan-Reichweite der Blockadeflotte befinden Wir fliegen zum Rand des Systems Und springen weg Was, wenn man uns doch bemerkt, Sir? In dem Fall würde es einen kurzen, heftigen und heldenhaften Raumkampf geben Und wir werden alle sterben Antwortete Derringer an seiner Stelle Walter schwieg und starrte angestrengt auf die Bildschirme Favre bremste die Beamish ab und ließ sie nach unten sinken Nach einer Weile zeigten die Instrumente an Das Schiff würde nur noch wenige Meter über dem Boden schweben Einige Sekunden vergingen Dann ließ Favre die Haupttriebwerke aufrollen Ein leichtes Vibrieren durchfuhr die Schiffshülle Als es auf maximale Beschleunigung ging Dieses Mal schien das Schiff die Atmosphäre förmlich zu zerreißen Die Sekunden verstrichen langsam Walter betete inständig, dass Favre wusste, was er tat Von einem Moment zum nächsten schalteten sich die Triebwerke ab Und der Reaktor wurde heruntergefahren Sie waren jetzt in den oberen Schichten der Planetenatmosphäre Walter konnte spüren, wie das Raumschiff an Schwung verlor Er hoffte, es würde reichen Die sanften Nebelschwaden von Transwall Waren dem Schwarz des Weltraums gewichen Langsam wurde der Planete unter ihnen kleiner Während sie immer tiefer in den Weltraum blitten Devanger starrte angestrengt auf den Bildschirm Der passiven Ortungssysteme des Schiffes Die meisten anderen Systeme waren abgeschaltet Nur die Lebenserhaltung und die passive Ortung liefen noch auf Batteriebetrieb Es war wichtig, die Energiesignatur des Schiffes So schwach wie möglich zu halten Trotzdem wollten sie nicht gänzlich blind sein Das Risiko war unter den gegebenen Umständen vertretbar Jake, irgendwas stimmt hier nicht Ich habe überhaupt keine Signale Sagte Devanger nach einer längeren Zeit Die sie nicht miteinander gesprochen hatten Carol blickte ihn fragend an Heißt einfach gar nichts Keine Schiffe, keine Orbitalstationen Keine NAF-Satelliten, kein Funk, keine Energiesignaturen, keine Wärmequellen Was ich versuchen kann, ist eine Spektralanalyse Sobald wir uns so weit weggedreht haben, dass die Sonne hinter dem Planeten ist In den Loks meiner Rüstung sind noch die Zeit und die Position der Station gespeichert Als wir sie verlassen haben Wenn sie nicht bewegt wurde, müsste sich ihr Muster finden lassen Es vergingen einige Minuten Während Devanger mit der Auswertung der Daten beschäftigt war Walter schaute neugierig über seine Schulter Aber er konnte nichts weiter entdecken als verwaschene Lichtstreifen Hier habe ich ein Feld von Farbflecken Das ungefähr an der Position ist, wo die Station sein müsste Das könnten Trümmer sein Die Station selbst ist weg Walter meldete sich von hinten Könnte es sein, dass sie von dem Alienraumschiff, das vor uns gestartet ist, vernichtet wurden Genau wie die Blockadeflotte Die beiden Männer blickten sich an Der einzige Weg, das herauszufinden, ist, die aktiven Scanner zu benutzen Aber sollen wir das wirklich wagen, meinte Devanger nachdenklich Ich habe jetzt die Restsignatur einer großen Explosion auf dem Scanner Lass mal überlegen Von der Richtung, Stärke und dem zeitlichen Abstand her Könnte es sich um das AKB handeln Mit dem Baskus und seine Leute gestartet waren Der Ranger blickte Farrell fragend an Wir schalten die Ortung nicht ein Wenn die Aliens noch da draußen sind und alles im Orbit des Planeten angreifen Wollen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns lenken Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen würden Versauen wir es nicht so kurz vor dem Ziel Wir bleiben einfach ruhig hier sitzen Und warten noch einige Stunden Bis der Planet außer Sicht weiter ist Dann drehen wir mit geringstmöglicher Antriebsenergie in den tiefen Raum ab Und lassen uns noch einige Millionen Kilometer wegtreiben Bevor wir die Systeme wieder hochfahren Farrell ließ seinen Sitz nach hinten klappen und schloss die Augen Er schien zu dösen Doch Walter wusste, dass er sich bereit halten würde Vorsichtig erhob er sich von seinem Sitz Und schwebte nach hinten in den Gang Die Schwerkraftgeneratoren blieben während der Schleichfahrt natürlich aus Walter genoss das Gefühl Sich sanft durch das Schiff treiben zu lassen Er hatte mittlerweile viele Jahre im Weltraum verbracht Und empfand die Schwerelosigkeit längst nicht mehr als unangenehm Langsam näherte er sich dem Eingang zur Bordkantine Dort fand er neben Kelly und O'Connor Auch Leutnant Schulz und den Kanonier-Oplomov Außerdem noch drei weitere Marinesoldaten Und den Techniker, deren Namen er nicht kannte Sie schienen alle sehr angespannt zu sein Keine Sorge, wie es aussieht, ist der Planet Norbit verlassen Die Blockadeflotte ist weg Anscheinend zerstört von den Aliens Genauso wie die Station O'Connor fragte sogleich Und Baschküs? Auch weg, sagte Walter Er schaute zu Schulz Der noch vor einigen Tagen Baschküs' Rache Für seine Taten geschworen hatte Aber der Mann schien sich nicht zu freuen über diese Nachricht Oplomov fragte Kommen wir wirklich hier raus? Walter nickte Ganz sicher kommen wir hier raus Taylor, tu endlich was! Der Countdown läuft in weniger als 350 Sekunden ab Rief Farrell über das Kommunikationssystem zu Derringer Der heilig in den Maschinenraum gelaufen war Was soll ich denn tun, deiner Meinung nach? Da läuft irgendein automatisches Programm im Hintergrund ab Ich komme so schnell nicht an die sensiblen Systeme, um es abzuschalten Ich kann es vielleicht auf gut Glück sabotieren Aber wenn es das ist, was ich denke Steigen wir noch in der gleichen Sekunde auf ins Himmelreich Gab dieser bitter zurück Der Winger eilte zu seinem Platz, um sich anzuschnallen Walter und die anderen hatten sich vor der Kommandozentrale versammelt Und schauten gebannt zu Farrell Zuerst war alles nach Plan verlaufen Farrell hatte das Schiff auf einen stabilen Kurs in den tiefen Raum gebracht Weg von allen Planeten, Monden und Asteroiden Sie waren einen halben Tag getrieben Bis er die Triebwerke gestartet hatte Um sie aus dem Schwerkraftbereich des Sonnensystems zu fliegen Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Gedanken über ein mögliches Ziel gemacht Nachdem sie auf Höchstgeschwindigkeit von 1,6 Licht beschleunigt hatten waren die Probleme gekommen Farrell hatte die Kontrolle über das Schiff verloren Die Steuerung war ausgefallen Ebenso der Zugriff auf alle anderen Schiffssysteme über die Computer Sowohl von der Kommandozentrale als auch von allen anderen Stationen des Schiffes Sie waren völlig blind und hilflos Sie spürten allerdings an den Geräuschen und Vibrationen dass das Schiff eigenständig einige Manöver ausgeführt hatte und auf einen anderen Kurs gegangen war Durch die Fenster in der Kommandozentrale konnten sie seit einigen Minuten einen trüben Stern erkennen der vermutlich nicht weiter als 20 Lichtjahre entfernt war Offensichtlich befand sich die Stanley Beamisch auf dem Weg dorthin Sir, wissen Sie, was das für ein Sonnensystem ist? wandte sich Walter an Farrell Negativzwiebel, dieser Quadrant ist nicht sonderlich dicht besiedelt Viele Kolonien in diesem Bereich sind gar nicht auf den Karten verzeichnet weil sie von Privatpersonen verwaltet werden die mit der TSU nichts zu tun haben wollen O'Connor fragte aufgeregt Sie glauben doch nicht, das Schiff bringt uns zu einem unbesiedelten System? Das ist unwahrscheinlich Ich vermute, der Autopilot bringt uns zu einer Basis von Nügleins Hintermännern Ich nehme an, die genaue Position ist den Piloten der AKBs nicht mitgeteilt worden Aus Angst vor Verrat Deswegen hat der Autopilot auch die Bordcomputer lahmgelegt Solange er das Schiff steuert Die Besatzung soll keine Möglichkeit bekommen, den Kurs nachzuvollziehen O'Connor ließ den Kopf hängen Auch für Walter und die anderen war diese Erkenntnis niederschmetternd Sie waren von Transfall fort Doch hatten sie nichts gewonnen Am Zielort ihrer Reise mochte schon ein Erschießungskommando auf sie warten Gnadenlos Kickten die Sekunden runter Walter fühlte sich, als ticke da der Zähler zu seiner Hinrichtung Vor ihm wurde das Universum zerrissen Und die Stanley Beamish glitt hinüber In das ewige Chaos des Hyperraums Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020